ich überhaupt nicht hier live einloggen kann ja und er hat wieder funktioniert alle meine accounts sind frei ich muss mal gucken welche das waren ich habe einige accounts erstellt bekommen und ich werde euch das mal später mitteilen auf jeden fall grüß dich mein lieber ja andrea wenn du wieder hochkommen willst musst du einfach noch mal eine anfrage schicken und dann dann gehen wir weiter auf jeden fall wird es richtig spannend mein titel da oben ist es reicht mit den hammers dem es ist nichts anderes es sind hammers demons es sind terroristen demons die von extremistischen gruppierungen unterstützt wird wie den linken radikalen migranten gruppen aus den islamischen hauen überwiegend muslime die auf die straße gehen und sich erdreisten einen unterschied zu machen zwischen zehn und antisemitismus um ihren antisemitismus zu kaschieren und zu verschönern und propaganda zu machen in wirklichkeit geht es um knallharten judenhass ja es geht um judenhass und dieser judenhass wird transformiert jetzt über muslimus kritik über die kreative kritik an israel aber dahinter versteckt sich der uralte gut situierte und eingelebte islamische antisemitismus ja der sich in den textquellen des korans in der sekundarliteratur in den hadithen und auch in der biografie wie der prophet sich gegenüber den juden verhalten hat widerspiegeln und deswegen lasst euch nicht belügen freunde wenn da draußen muslime sind zu sagen es geht nur um israel aber wir haben kein problem mit den juden ja sie haben mit den juden kein problem die gegen israel sind deswegen verbrüdern sie sich mit der nitorei kater alles takia alles takia so sieht es aus ja recht hat sich das ist das widerliche und es ist ja auch an dem dass diese takia ja auf allen ebenen angewandt werden kann das tag das prinzip der takia das muss man ja dabei erst mal verstehen und das ist wirklich ein so so tiefgreifendes thema die takia selbst das muss man auch klar deutlich so sagen sie werden von klein auf an dazu entzogen zu lügen von klein auf an ist das eben an dem wenn ich mir heute und jetzt mit besserem empfang das noch mal wieder geben darf ja mit löwenherz ist nicht ohne grund so sauer und ich kann das mit nachdruck verstehen da sind hier irgendwelche wie man so schön sagt gemäßigten muslime die versuchen jetzt das was löwenherz an reichweite hat zu deformieren und das in dem dass sie ganz einfach lügen verbreiten auch das ist eine form der takia nämlich jemanden anderen zu deformieren ihn da schlecht in irgendein licht zu rücken wo er da gar nicht hingehört wenn ich mir das überlege dass sogar löwenherz vor kurzem gerade gesagt hat passt mal auf hier wenn ihr damit den schweinebildern euch dazu sehr getriggert fühlt dann werde ich sie aus respekt euch gegenüber rausnehmen und dann gehen wir heute in ein live und hören wie aus respekt löwenherz gegenüber irgendwelche geschichten erzählt werden dass er sachen mit kreuz mit einem haken dran und das mal so auszudrücken postet hoch lebt verbreitet und 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 um in irgendeine ecke zu drücken muss ich ganz ehrlich sagen ich habe das löwenherz heute auch schon privat gesagt jetzt erst recht mal ganz ehrlich zudem möchte ich gerne noch meinen schlachtruf da ausrufen allah damit das dann auch noch passig an der stelle gesagt wird und ich sage euch das noch mal so zu den leuten die da irgendwelche aufnahmen von gemacht haben und mich damit denken zu exposen passt mal auf ich sage es euch jetzt noch mal also nehmt die aufnahme auf jetzt genau an der stelle für mich war mohammed ein pädophiles arschloch und auf grundlage dieser schriften wird heutzutage die kinder ehe vollzogen jeder der das feiert jeder der das unterstützt sollte mal über sich selber nachdenken ob im köppel da irgendwas falsch läuft weil unsere kinder haben geschützt zu werden und wer das nicht versteht wer das rechtfertigt egal aus welcher grundlage heraus mit dem stimmt irgendwas nicht und dann sollte man sich damit beschäftigen weil die worte mohammed sind ja nicht veränderbar es ist nicht reformierbar von daher ist das ein problem was offen angesprochen werden muss und wenn ich mir überlege dass die kinder ehe selbst hier in deutschland stattfindet die beschneidung der frau hier in deutschland stattfindet dann ist das an widerwärtigkeit nicht zu überschreiten und da sollte man mal drüber nachdenken ob man da geradeaus klar denkend ist oder irgendwas im eigenen kopf nicht hinaus ja ja also die die muslime verstehen einfach nicht dass die kinder ehe mit eicher ist bedenklich ja heute macht keiner mehr sie berufen sich immer sagen mittelalter im in europa haben viele könige und prinzen auch junge mädchen das stimmt stimmt es war gang und gäbe aber es ist kommt aus einer sehr acharischen zeit wir haben dazu gelernt wir haben gelernt dass kleine kinder nicht geheiratet werden dürfen von erwachsenen männern wir haben gelernt dass der ausgewachsene penis von einem mann einem kinderkörper schwere verletzungen zu führen kann und wenn der profit mohammed 54 war als eicher 9 war und in sie eingedrungen ist als sie 9 war und er 54 dann kann man sich drei jahre noch gemästet hat damit er überhaupt eindringen kann wo ich da jetzt bin ich da jetzt möchte ich mich auch selber ganz kurz dazu äußern nicht mein lieber ja schießt los mein lieber also es ist tatsächlich so dass in diesem stream wo schon das gut erklärt hat etwas gesagt worden ist das mit den bildern mit den schweinebildern so fand ich super cool also da stehe ich auch zu habe ich überhaupt kein problem mit sowas ist also das ist auch alles gedeckt das kann man so machen die juden und die christlichen schweine ja genau ja warum geht es mir gar nicht gesagt ja ich habe zwar gesagt in einem stream dass ich das nicht mehr mache weil ich jemanden kennengelernt habe dass ich das nicht mehr mache weil ich jemanden persönlich kennengelernt habe und das problem ist ich möchte dass sie da machen aber ich stehe zu meinem wort wenn ich das verspreche dass ich nicht mehr mache diese bilder mache ich das nicht aber das heißt nicht dass wenn roi oben ist dass ich die bilder an die roi nicht schicken kann und ich mache ihn groß so ich habe nur gesagt dass ich das nicht mehr mache außerdem das ist alles nur kindergarten das ist mir egal aber wenn jemand im internet der mich überhaupt nicht kennt anfängt zu erzählen ich würde angeblich über irgendwelche direktnachrichten ein verbotenes kreuz was damals mal waren österreicher verschicken also was stimmt mit diesen leuten die so eine scheiße verbreiten so ein gequillten dünnschiss das da werde ich wirklich ich werde wirklich sauer bei so einem scheiß wirklich darf ich dir löwenherz nur so viel dazu sagen dass das gehört zu unserem kampf dazu wenn man in diese arena tritt das habe ich auch gestern in meinem live stream gesagt wenn man diese arena betritt betritt man ganz besonders von muslimischer seite aus davon ausgehen dass verleugnung und der versuch deine reputation zu zerstören maßgeblich ein maßgebliches werkzeug dieser bewegung ist muslime haben seit versuchen seit sechs jahren meine reputation zu zerstören das ist das gehört dazu sie sind sprachlos ohnmächtig also nutzen sie die verbotenen symbole um nicht zu diskreditieren oder sie unterstellen dir dinge im sexuellen bereich oder sie unterstellen dir dinge im intellektuellen bereich oder oder sie versuchen irgendwie deine persönliche zeit zu degradieren wenn man wenn man diese arena betritt muss man diese dicke haut mitbringen sonst kann man es gegen die religiösen barbaren nicht auswalten richtig und ich möchte auch noch mal sagen kian du hast vollkommen recht weil mir vorhin zwei leute geschrieben haben bei tiktok du hast doch gesagt dass das kian heute mit dir live geht warum geht er jetzt selber erstens leute kian ist ein freund von mir kian kann live gehen wann er will ich bin immer froh dass er bei mir ist in meinem stream er soll dieses machen ich bin gerne auch bei ihm es ist mir vollkommen egal auf welcher plattform wir irgendetwas machen so wenn wir zusammen live gehen ist es doch egal auf welchem account man live geht das ist schon mal das erste zweitens ist kian immer lange wach wir haben wochenend nicht mehr auch immer lange wach heißt doch nicht dass wir nicht um zwölf oder so noch zwei stunden bei mir live gehen weiß ich doch noch nicht also wie gesagt und unabhängig davon löwenherz man muss ja auch mal ganz ehrlich sein am ende sind wir alle eigenständige person wie in welche richtung wir uns da zusammentun ist es glaube ich da erstmal rotz egal fakt ist eins dass wir alle für die gleiche sache stehen und das ist dann die aufklärung des islams wirklich auch die punkte die da wirklich ein problem darstellen klar offen äußern und sagen auf grundlage dessen passiert dass das und dann wollte vor 22 30 also ich wollte sowieso noch nicht live ich bin jetzt erst später und ich finde das vollkommen legitim dass kian jetzt hier streamt und ich unterstütze kian sowieso in allem was er macht deswegen ist es komplett egal wo das passiert und ich würde mich auf jeden fall freuen wenn wir später noch bei mir noch ein zwei stückchen noch ein bisschen uns mit gehirn akrobaten auseinandersetzen weil das ist dann mehr belustigung als aufklärung damit den leuten kannst du dich ja nicht unterhalten da kommt ja nichts konstruktives deswegen ist das dann weniger aufklärung sondern mehr zirkus was wir dann da machen absolut absolut übrigens löwenherz ich war vorne in dem besagten live noch mal beim durchswipen kurz drin und habe zu hören gekriegt man möchte doch dazu aufrufen dass man sich sie egal wie sehr man sich triggern lässt doch nicht mehr zu uns in die leibs geht und da den ganzen landform ergibt mal ganz ehrlich da kommen solche no names soll ich hier wirklichen gehirn akrobaten glauben müssen anfragen stellen weg zu können also die haben auch nicht davon sieht es auch so aus dass man gerade auf grundlage dessen dann frei reden kann und ich frei äußern kann was ich da denke ohne von irgend so friedliebenden muslim dabei unterbrochen zu werden also nehme ich diesen vorschlag dankend an du musst eine anfrage stellen der wollte vorhin hoch siebom hat auch gesagt kian wer kein echter moslem gewesen mit der anfrage ich kenne aber auch schon mal bei mir im ziel mit dem kannst du dich eigentlich unterhalten nur der leuten teilt alles aber es ist trotzdem ziemlich interessant also siebom wenn du hoch wird stelle anfrage kommen ich glaube das könnte ja interessant werden das ist so langweilig dieser vorwurf dass ich gar nicht meine zeit damit verschwende ja okay gut also das gehört zu ihrem kampf dazu weißt du wenn jemand wenn jemand in meinem wenn jemand aus meiner vergangenheit kommt und sagt ihren war kein muslim dann ist das was anderes aber wenn ein fremder dir das sagt wo kriegen die das her haben die hat allah ihn für einen kurzen moment so die 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 zwischenwelt geöffnet in die geheimnisse der der unterwelt ihm aufgezeigt oder die geheimnisse meiner vergangenheit diese leute merken gar nicht wie doof sie sind immer mit 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 dem was sie vorgibt wenn ich jetzt sage siebom du warst ein homosexueller und bist heterosexuell geworden und und das wenn ich das ihm jetzt sagen würde dann würde er das mit händen und füßen abstreiten und ich könnte trotzdem darauf bestehen dass er homosexuell ist übrigens immer noch drauf weil ich glaube wirklich dass es an dem ist woher nehmen sie diese sachen ich könnte jetzt sagen ich habe gehört du warst du bist oft offen auf dem strich gewesen in san pauli ja du warst der größte stecher dort ja und man hat nicht zweimal in der gasse erwischt mit netten knackigen mann ja was will er dagegen sagen er kann nur sagen stimmt ja also bleiben bleiben wir doch bleiben aber es ist ja auch an dem es wäre ja selbst wenn dann wenn wir dann in islam schauen ja auch sogar eine grundlage dessen weil für die islamische art tempester aber glaubst du dass viele die da wirklich sagen loch ist noch ob lebendig oder tod ob tier oder mensch ist egal loch ist aber wohl ich muss sagen pauli bevor es oben ist reu lass mal kian ich über kian im live kenne ich das auch so hier sollen die leute ausreden nicht durcheinander reden weil es sehr anstrengend ich stumme ich jetzt erst mal ich höre einfach zu darf ich eine frage stellen an mich oder an kian an kian kian ich habe das ja so verstanden dass du ex moslem bist und dass du dich auch sehr gut auskennst und dass du auch irgendwo deinen privaten kampf gegen den islam durchführst aber ich kann die solidarität mit israel überhaupt nicht nachvollziehen weil die verhältnismäßigkeit ist ganz klar wir haben 15.000 tote da verstehe ich nicht wenn du von religions unabhängig als normal denkender mensch das ganze beurteilt wie kommt das warum sollte ich mich nicht hinter eine bedrohte ethnische und religiöse gruppe stellen die das feindbild nummer eins der islamischen welt ist also das feindbild nummer eins der christlichen welt war bis 1945 die juden und nicht der islam bleibt und nicht mit irgendwelchen begrifflichkeiten mich mundtot machen bleiben wir doch mal beim beim einfach bei den fakten bleiben wir bei dem fall die fakten sind dass wir auf der einen seite über juden was sagt er was sagen die hadith über juden was sagen die was hat war was war das verhalten die biografie des prophet mohammed gegenüber juden was ist das endergebnis dieser ideophobie im islam worin mündete das der islam hetzt die juden seit 1400 jahre durch die geschichte warum sollte ich mich auf die seite von euch stellen ich war ein teil dieser propagandamaschinerie noch mal ich habe jetzt versucht diesen religions kontext mal rauszunehmen und zu sagen wo er ist du hast deine interpretiert aber du hast nie die verhältnismächtigkeit von hier bin ich auch enttäuscht dass du so ein scheiß glaubst was ist der los entschuldigung sieben warte mal du willst dich einsetzen für eine gefährdete minderheit und genau das gegenteil ist in diesem raum der fall das heißt wir haben hier 15.000 palästinensische tote zivilisten während soldaten wäre es ja oder während hamas kämpfer wäre es ja auch noch mal was anderes aber du relativiert so ein teilt den letzten situation weil gefährdet sind aktuell die palästinenser relativieren tust du schon wieder sieb um ich habe hier angefragt erst mal also zunächst einmal es ist krieg 1400 menschen sind abgeschlachtet worden an einem tag es ist krieg im krieg sterben zivilisten zweitens hammers ist eine feiglingsbewegung sie versteckt sich in in der in der masse ihrer bürger was israel nicht tut die israel schützt ihre bürger deswegen hat israel nicht so große verluste wie die wie die wie die palästinenser die palästinenser haben zu 77 prozent diese durchgeknallten apokalyptische steinzeit religion bewegung haben sie selber in in ihre führung gewählt damit sind sie zu 77 prozent in der verantwortung dafür was jetzt in gaza passiert israel hat jedes recht der welt sich gegen einen massenmord zu wehren auch mit militärischen mitteln und es ist nicht in israels verantwortung auch noch darum zu kümmern den feinden ihrer republik wasser und strom zur verfügung zu stellen warum sollte israel das machen das ist aber warum kann ich dir sagen das gehört sich nach internationalem recht also wir haben wir haben wir haben jihadis ihr scheißt auf alles warum denn ihr ich bin ein neutraler mensch du bist du bist ein teil von dieser maschine nein nein ich bin sehr neutraler in deutschland geborener erwachsener mensch der da auf so einen scheiß zu erzählen am ende landen und auch bei den ideologien gegenwind entgegenbringt ich rieche ich rieche einen ich rieche einen muslim gegen den wind tausend meter und du du verbreitest einfach nur die islam und siebung du stinkst sieben ja warte kurz siebung du hast zu kian gesagt er wäre kein moslem gewesen im chat geschrieben woher willst du das denn wissen warum überhaupt weil ich habe das bewusst so geschrieben weil ich das nicht verstehe wie man wenn man sich hier menschlich verkauft und negative stellen im koran zitiert und sagt ich bin für menschlich kann alles anderes böse dann sich auf die seite israel stellt der einen massenmord mit einem 15 fachen größeren massenmord rechtfertigt wer hat diesen scheiß denn begonnen das eine ist massenmord gewesen das andere war krieg und kian das ist kein krieg weil du hast ja keine militär gegenüber wenn wenn sie da kein militär gegenüber haben wie kann es dann sein dass sie angreifen warum hat dann überhaupt israel den iron dome weil israel besatzungsmacht ist und weil israel besatzungsmacht alles klar also sie haben das land zugesprochen gekriegt es ist ihr land und sie müssen dafür sorgen dass sie von außen nicht angegriffen werden und stellen deswegen den iron dome auf mal ganz ehrlich deine doppelmoral stinkt und zwar ist eine doppelmoral roi du hast eine sehr was wäre dann gewesen wenn die hamas nicht angegriffen hätte warum hat die hamas dann keine politische lage so aussieht das ist ja eine ganze zeit einer der mit 13.000 follower mit irgendeinem arabischen namen hol hoch sagt er soll hoch holen der angebliche ex muss nehmen also leute kian holt hoch wenn er hoch holt ich entscheide gar nichts er kann das selbst entscheiden und wenn ihr hochkommen wollt und dann ein gespräch stören wollte dann müsst ihr erstmal trotzdem gegenseitig aussprechen bitte die leute oben sind und alle durcheinander schreien also deswegen habe ich das reingeschrieben weil du dich hier menschlich verkaufst und alles andere ist wenn man sich für israel momentan einsetzt das ganz ehrlich du verkaufst die sieben und das mehr als deutlich du verkaufst dich für den cloud alle kian das team herz das ist oben rechts neben seinem namen und da sind ein coin also eine eine sache muss man hier klarstellen also erst einmal eine forderung nach waffenstillstand hat israel bis zum 6 oktober eingehalten israel hat den den gaza nicht angegriffen wenn die hamas nicht aus dem gaza israel angegriffen hat den waffenstillstand hat die hamas gebrochen danach fing das blutbad durch die hamas an danach musste israel reagieren ob nun gegenüber einer regulären armee oder gegenüber einer guerilla armee und da aufgrund der struktur von gaza sich die feige hammers diese terroristische drecksbande in der bevölkerung versteckt kann israel nicht da sitzen und sagen ja nur weil sie sich in einem hausblock verstecken wo 30 familien sind reagieren wir nicht darauf sondern sie müssen darauf reagieren israel hat es zu moderat gehalten wie es nur konnte israel ist wahrscheinlich dass die einzige militär auf der welt das zivilisten warnt bevor es eine region angreift was ich noch nie bei einem anderen militär gesehen habe und deshalb mehr kann dieser kann dieser staat israel nicht tun um diese hammers bande auszuräuchern und warte mal kian was man auch dazu sagen muss was auch ein absoluter fakt ist wer blockiert die fluchtwege in den süden ist das nicht die hamas die hamas blockiert die fluchtwege und sorgt dafür dass die eigene bevölkerung noch nicht mal gehen kann guck mal wie er flüchtet ja und das ist das ist halt eben der punkt das hat eben der punkt was soll israel machen sitzen und schauen dass diese 15.000 raketen weiter auf israel fliegen nur durch iron dome sieht es in israel nicht wegen gaza aus es ist nicht die schuld von israel dass die hamas keinen wert auf seine auf ihre eigene zivilbevölkerung legt und das haben sie auch in interviews gesagt die verantwortung liegt bei der UNO die UNO kontrolliert die 77 prozent flüchtlinge wisst ihr dass in gaza 77 prozent nicht gazianer leben flüchtlinge die aus anderen regionen kommen und sie sagen die UNO wir haben die tunnel für uns gebaut hat einer ihrer hamas führer gesagt also es ist doch nicht die schuld von israel ihr hättet ihr habt für eine stunde vor dem koran sitzen und euch einen runterholen habt ihr so viel blutbad erlebt ja ihr habt ihr eine stunde habt ihr geklatscht wir haben israel angegriffen und jetzt blutet gaza seit einem monat weil terroristen fanatiker die die gesellschaft in den ins siebte jahrhundert transportieren möchte eine stunde ein sieg errungen haben über israel während sie seit über 40 tagen eine niederlage nach der anderen erleiden das ist ganz die schuld von dieser drecksbande und nicht die schuld von israel dass israel jetzt so reagiert und wir was wissen wir über die zahlen leute was wissen wir über die zahlen wir haben keine westlichen nachrichten organisationen in gaza viel zu gefährlich wer versorgt die welt mit informationen arabischen journalisten eingebettete hammers journalisten die informationen sickern durch durch hammers angestellte in krankenhäusern und in behörden dass die gaza informationsministerium wer ist denn das das ist die hammers die informieren die informieren die ganze welt über angeblich 4500 kinder die ermordet worden sind und so weiter und so fort kann man dieser drecks hammers überhaupt glauben kann man dieser terrorbande überhaupt irgendetwas glauben wie kann man diese organisation etwas glauben wenn sie in ihrer charter schon das eigene ziel stehen haben wie kann man den leuten glauben wenn sie ihren kindern sogar schon über die umfälle beibringen tötet den juden wie kann man diesen leuten überhaupt irgendetwas glauben wenn ich mir das überlege normalerweise hätte israel dann so die militärische stärke das alles innerhalb von einer stunde zu beenden das ist nun mal an dem nein es ist aber sogar so dass sie da sagen passt auf geht in den süden im süden seid ihr sicher und wer blockiert die wege in den süden das ist die hamas nichts anderes wer ist so feige und versteckt sich in krankenhäusern man muss auch dabei die ganze politischen oder die ganze infrastruktur des gaza streifens selbst sehen es ist nun mal so dass sie da keine freiflächen haben sie haben keine höhlen aus denen sie heraus operieren oder irgendwas nein es geht ganz einfach darum dass sie da dieses unterirdische gaza zwei für sich nutzen und die ausgänge bewusst daran stellen gelegt haben die krankenhäuser et cetera bla bla pp und da muss man mal ganz klar deutlich drüber reden also hat eigentlich die hamas dafür gesorgt ihre eigene bevölkerung als bewusstes opfer zu opfern für ihre eigene scheiß ideologie und das ist doch der eigentliche punkt dabei und es geht noch es geht noch weiter es geht noch viel 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 weiter die der angriff auf israel den hat die hamas bis ins kleinste detail mit fremden staaten geplant sie haben einen groß angelegten konflikt aus israel angelegt und es war nicht israel das gaza isoliert hat jetzt hat sich aber auch gezeigt dass man den palästinensern auch keine volle kontrolle über die gebiete geben kann sie haben gaza 2006 an die palästinenser abgegeben 7000 juden haben sie aus gaza rausgeholt die juden haben eine perfekte agrarwirtschaftsstruktur haben sie hinterlassen und was macht die hamas als sie die in die gebiete einzieht in denen die israelischen siegler gewohnt haben sie haben alles zerstört alles zerstört statt die infrastruktur zu übernehmen die menschen in gaza ich habe heute einen videoschnitt gemacht von mindestens sechs sieben acht momenten wo menschen in gaza die hamas verfluchen ja wo sie sagen ihr seid schuld dass wir jetzt wieder von einem ort zum anderen flüchten müssen flüchtlinge die sowieso schon wieder flüchten müssen und das zeigt das zeigt dass die hamas nur unglück bringt über diese gesellschaft statt einfach nur diese statt einfach nur den ball flach zu halten und eine eine zusammenarbeit mit anzustreben so dass endlich frieden einkommen werden ihre kinder erzogen zu kleinen dämonen und schaut euch mal den austausch an habt ihr mal gesehen habt ihr die bilder gesehen wie die israelischen geiseln in israel ankommen und wie sie empfangen werden und habt ihr gesehen wie diese hamas terroristen die in den knasten gesessen haben in gaza aufgenommen werden denen wird sofort ein hamas grünes stirnband um den kopf gebunden und dann schreien die allahu akbar und freuen sich schon wieder auf den nächsten jihad ja es ist eine barbarisch religiöse gesellschaft und auf der anderen seite schaut ihr mal an es war ruhig es war angenehm die menschen haben draußen nur gefeiert dass die geiseln ankommen und sie haben sich auch nicht nicht antipalästinensische slogans gerufen der dschihad ist doch erstrebenswert das ist doch schon das eigentliche problem der dschihad ist erstrebenswert am ende erreichen sie damit sofort die höchste stufe in ihrer queren ideologie die sie da haben und das ist doch schon das eigentliche problem ob ein kleiner oder großer dschihad ist dabei rotz egal fakt ist eins der vernünftige moslim sollte diesen da sogar anstreben das muss man sich mal überlegen dann habe ich aber die frage wenn das so ist kian warum hat denn israel also die israelische regierung die hamas dann unterstützt warum war das eigentlich ein gefallen für die israelische regierung die plo zu schwächen ganz einfach ganz einfach in einem spiel zwischen zwei mächte bedient sich israel einer anderen politisch oder militärischen bewegung um einen anderen flügel der stärker und in einem in einem größeren konflikt zum staat israel steht zu schwächen das macht man überall so das haben die amerikaner gemacht sie haben die mudjahidin unterstützt nicht gegründet ja sie haben auch nicht die al-qaida gegründet in is sondern sie haben gesagt um syrien und den irak zu schwächen unterstützen wir vorhandene dschihadigruppen und geben den geld und waffen und dann sollen sie assad stürzen dann haben wir auch das gleiche gemacht israel hat die hamas unterstützt weil die hamas ganz am anfang und das wissen viele nicht war eine reine charity organisation die waren nicht militärisch organisiert die wollte sich mit seinen gründer um die menschen in gaza kümmern der scheich ahmed jassin der gründer der hamas der hatte in den 60er jahren schon in den im gaza streifen hat er schon charite arbeit gemacht krankenhäuser schulen gebaut hat sich um die versorgung der menschen gekümmert und dann später erst als die plo immer weiter geschwächt wurde in den gaza gebieten ganz besonders nach der wahl 2006 wurde die plo und die vater bewegung rausgeschmissen aus gaza da fing es an dass die hamas dann faktisch langsam zu einer militärischen bewegung wurde und das hat israel nicht vorausgesehen weil die hamas nämlich über 15 jahre lang war sie eine reine charity bewegung ohne ein militärer okay niemand will terroristen die es gibt da gibt es mehrere berichte zu macht das ist ja schon an dem das ist auch an dem dass man da nicht da muss man natürlich wird man sagen weil der erste der erste präsident israels war ein terrorist von der hagana die hagana hat sich dagegen gewehrt dass die briten die schiffe der der ankommenden juden die aus deutschland geflohen sind wieder zurückschicken wollte aber keine politische mandatsregierung gewährt weil die britische mandatsregierung die juden die geflohen sind vor dem hit von dem vor dem nazi deutschland nicht nach palästina haben kommen lassen die hagana kannst du geteilter meinung sein ich glaube nicht dass die hagana eine terroristische bewegung war ich glaube dass sie eine bewegung war die den juden zu dir aber du malst ja deine eigene ideologie dann aus das heißt die ist ja nachweislich eine terrororganisation gewesen die ist nachweislich keine terrororganisation aber damals die ja alles aus wie zum beispiel was du ihm gesagt hast du hast gesagt das ist normal dass man solche sage ich mal strategischen unterstützungen eingeht ja weil man dann den gegner schwächen will aber dass die hamas sich auf den islam beruft um auch strategisch zu polarisieren und auch zu mobilisieren das wirfst du dann wieder in die ecke also das will dass das akzeptiert was hast du denn geglaubt dass die hamas vom ersten moment an sagt was sie davor hat dann wäre sie nicht gewählt worden das haben wir haben es war ja in zwei geteilt die haben ja einmal so einen militärischen arm und einmal sie war ist dabei sogar noch völlig nebensächlich das was wir können ja dabei bleiben dass die terroristen sind wir bleiben ja dabei dass die terroristen sind aber jetzt musst du überlegen die die israelische gründung ist durch terror hervorgegangen also versprechen die sich vielleicht dass die auch natürlich du kennst den kontext nicht in dem ich kenne den in welchem kontext ist die hagana entstanden sie haben sich sie haben sich mobilisiert schon in den zwanzigern und haben versucht ihren eigenen staat zu gründen definitiv diese bestrebungen kamen nach dem belfort erklärung und diese bestrebungen wurden immer größer indem immer mehr einwanderer kamen warum ist die hagana entstanden bitte bitte sagt mir in kurzen worten warum wurde die hagana ins leben gerufen die hagana ist eine ist eine reaktionäre bewegung sie hat sie sie ist nicht einfach nur so aus dem nicht okay okay und die hamas ist auch nicht eine reaktionäre weil die mauern hat ja nicht die hamas gebaut oder noch mal noch mal wer hat und unter unter welcher prämisse ist die hagana entstanden unter welcher prämisse ist die hamas entstanden vielleicht unter derselben ist das nicht auf die kette ist die bumm aber vielleicht beide gleich einstanden oder nein ist es nicht die die hagana ist seit dem 19 jahrhundert entstanden also fast 50 jahre von der gründung israels bereits 26 jahre bevor die briten die die macht über palästina übernommen haben die hagana hat sich ursprünglich in russland gebildet wegen der vielen antijüdischen progräume durch die durch die russen und die hagana hat sich als eine widerstandsbewegung gegenüber all diesen leuten etabliert oder den gruppen die damals ganz besonders zwischen 1880 und 1935 gab es so viele pogromen gegen juden dass die hagana sich zum ziel gesetzt hat die juden rund um den erdball zu beschützen und dann als die große flucht nach und damit rechtfertigt man die pogrom im west jordanland moment und mit da wo die große flucht nach palästina begonnen hat das heißt der exodus der juden aus europa um eine heimstätte in 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 palästina zu bekommen ist die hagana hat sie ihren schwerpunkt auf dieses gebiet verlagert und in diesem gebiet haben sie die briten nur aus einem grund bekämpft sie haben zumeist die briten angegriffen und gegen die araber haben sie nur gekämpft wenn die araber sie angegriffen haben ja einen dokumentierten vorfall dass die hagana einfach so araber angegriffen haben sondern sie haben zwar eine eine organisation die sich gegen arabische überfälle als jüdischen siegler gewährt gern 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 ich sag auch wenn das terror dadurch entsteht dass es meistens eine reaktion ist ja da können wir uns sogar einig sein aber ich habe festgestellt dass seine in deiner wahrnehmung immer das jüdische in ordnung ist und das muslimische verkehrt ist das heißt dein empfinden oder deinen deinen deine wissen keine vorurteile sondern an dein empfinden gegenüber den islam das dominiert dein gedankengut und du kannst dich nicht neutral du kannst die neutralität du richtest dich noch nicht mal an die fakten du hältst dich nicht an es sind du kannst das diskutieren die lieben lehren nicht mit riemann über die englern annektiert dann habt dann dieses land die den juden wurde israel dann ist doch alles okay ich und es ist wie es ist mal ganz ehrlich an diesen kleinen flecklein erde an trotzdem wollen sie da einfach nur ihre ruhe haben aber ihr wollt es nicht akzeptieren lass es sein lass uns dialoge führen keine monologie ganz ehrlich palästina gab es noch nicht stopp pass auf guck mal du tust unrecht weil ich werde das existenzrecht israels akzeptiere ich doch aber es gibt regeln und die regeln besagen dass die grenzen von 1967 eingehalten werden müssen und wenn siedlungen weiter ausgebaut werden und gas die grenz verläufe lassen doch erst danach wenn das ein freiluft die grenze leute die boden doch da erst erscheinen bevor es osmanisches reich war england annektiert hat hat sich dann da oder hat sich danach doch erst der ganze grenzverlauf gebildet guck dir mal an wie die grenzen lausma haupt wie ein bisschen darauf achten dass man abwechselnd redet auch das kleine flecklein gönnt man nicht den dann kommen und da kommen und da kommen welche und annektieren mal wismar deine geburtsstadt dann ist das so dann müsste ich mich auch daran fügen wir uns nicht ausreichend werden können dann ist das und wenn wir da sein wunsch die realität ist nun mal so und wenn wir deine verwandten unterdrücken du hast gar nicht du kennst du kennst nicht ich merke das du hast deine hausaufgaben diesbezüglich nicht gemacht du folgst auch nur einer bestimmten propagandalinie von außen im ocean nicht auf die seite der palästinenser weil da david gegen goliath kämpft aber tatsache ist dass die juden bei in der belflo deklaration einverstanden gewesen sind dass es einen jüdischen und einen arabischen staat gibt und der arabisch jüdische staat sollte zu gleichen teilen und den araber aufgeteilt werden die araber haben nein gesagt weil sie jerusalem nicht bekommen haben und in allen elf friedensgesprächen die es zwischen arab und israelis gegeben hat wurde haben die israel hat israel zu 99 prozent alle forderung der palästinenser erfüllt es ging nur um eine sache nämlich um israel um jerusalem okay damit rechtfertigen die die ausdehnung moment die juden haben gesagt wir haben auch einen anspruch auf jerusalem deswegen nehmen wir west jerusalem und ihr bekommt ost jerusalem und die araber haben gesagt nein wir wollen hier ganz jerusalem als hauptstadt und das ist der einzige knackpunkt warum die araber bis heute keinen frieden geben sie lehnen 99 prozent der zugeständene israels ab auf einen eigenständigen staat wo die juden tatsächlich auch von einer seite zur anderen seite du weißt dass das in den letzten 20 jahren nicht der fall ist das weißt du dass du weißt dass das in den letzten 20 jahren nicht der fall ist so dann gehe ich dann gehe ich noch auf eine andere sache ein israel hat nicht expandiert so wie diese hammers terroristen immer behaupten und so wie diese ganzen cheerleader da draußen behaupten israel ist kleiner geworden israel hat den gaza abgegeben in west jordan abgegeben westbank abgegeben israel hat den leuten gesagt wenn israel den wunsch hätte nach einem groß israel dann wäre es hätte israel alles behalten israel hat auch die sind den sinai wieder abgegeben dass die propaganda dass israel immer größer werden und die fast grundsätzlich auslöschen will macht auch deshalb keinen sinn weil die palästinensische bevölkerung ist im verhältnis zur israelischen bevölkerung etwa um das sechsfache gestiegen deswegen lümmeln sich jetzt im gaza 2,5 millionen menschen bei einer bevölkerung die ursprünglich mal 350.000 menschen aber das sind doch die die in gaza geflohen sind das ist das sind die flüchtlinge aus aus wie jetzt israel wo wie sind denn die flüchtlinge entstanden nach dem erben nach 1948 als die araber israel aber nach der staatsgründung angegriffen haben obwohl die belford deklaration gesagt hat ja es gibt einen jüdischen und arabischen staat und die aber das aber aber noch mal arabischen rundfunksender haben sie ausgerufen haben gesagt liebe araber aus den gebieten von west jordanland gaza und westbank verlass diese region damit wir gegen die juden dort kämpfen können und wenn wir unseren job in ein paar tagen gemacht haben dann kommt ihr wieder zurück und das was sie nicht damit gerechnet haben ist dass dieser junge staat schon so wehrfähig war dass die arabischen staaten damals verloren haben diese fünf arabischen armeen ach so dass das erzählst du jetzt und dann musst du auch dazu erzählen dass auch noch grund du musst aber noch dazu erzählen dass noch die briten in jordanien und ägypten waren und dass das nicht so einfach was ist der grund warum araber geflohen sind von einer region in die andere weil die araber aus jordanien und syrien und libanon sie dazu aufgerufen haben auch das gibt es der ägyptische rundfunk und gesagt hat geht und verlasst diesen ort damit wir ordentlich krieg führen können wir wollen euch ja nicht verpulvern in diesem krieg aber damit haben sie nicht gerechnet dass die israelis gewinnen so die haben gewonnen die leute sind flüchtlinge geblieben israel hat dann tatsächlich diese region eingenommen aber israel hat im laufe ihrer 75 jährigen geschichte auch wieder das land zurückgegeben und jetzt zeigt es sich dass es klug war von israel die volle kontrolle nicht den palästinensern zu geben weil das sind brutnester des terrorismus brutnester eines mittelalterlichen todeskultes nämlich des islams und das war gut für israel dass sie ihnen nicht volle autonomie gegeben haben sonst hätten sie dort einen feind herangezogen der am ende gigantische probleme für israel okay also ist das für dich absolut legitim weil irgendein britischer außenminister sagt hier ihr kriegt das ja und dann menschen entwurzelt werden aus ihrer heimat und irgendwelche europäischen juden sich dort einsiedeln die mit diesem land überhaupt nicht zu tun haben erstens haben die juden mit diesem land etwas zu tun zweitens haben die araber die umliegenden staaten ägypten syrien libanon und jordanien die araber selbst zur flucht angetrieben die syrische und libanesische großgrundbesitzer hatten übrigens einen großen anteil an dem an dem landbesitz in diesem in diesem streifen in diesem gebiet das wir heute israel nennen und sie haben freiwillig einen großteil ihrer grundstücke an die jüdischen siedler verkauft denn du redest über die zwanziger jahre der mythos genau der mythos dass die juden gekommen sind haben die araber vertrieben ist eine lüge jedes mal wenn die araber die juden angegriffen haben und die juden zurückgeschlagen haben haben sie sich dort festgesetzt wo die araber gewohnt haben richtig also wir sie heute jüdischen siedler aber aber die dort als generation leben und schikanieren da bin ich nicht dafür schau mal schau mal aber die 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 leute diese die dort durch legale käufe hingezogen sind das waren so eine geringe menge weil du musst ja überlegen warte mal lass mich argumentieren da dürfte gerne dagegen argumentieren wenn du solche frau ich will jedoch gerade sagen dann kannst du doch gerne was dazu sagen es war 1948 1948 waren 600.000 juden in israel wie viele millionen europäer sind heute dort wie bitte wie viele millionen europäer sind heute dort wie du meinst wie viele millionen juden leben heute dort ja trotzdem europäer sind keine europäer sind juden die in der diaspora gelebt haben wenn du wenn du in der wenn du araber bist oder du bist türke und du lebst in der fünften generation sagen wir mal du kommst aus dem libanon und lebst in der fünften generation in deutschland bist du denn nicht immer noch libanese oder syrer oder türke du bist auch in der fünften generation noch libanese syrer und türke und wenn die haben keine guck mal stopp mal in der 10 und 15 generation immer noch juden und haben ja dann kann man da kann man ja bald und dann kann man dann können wir europa wieder an die einwohner der usa wieder zurückgeben weil das sind ja alles auch europäer es gibt und schon wieder relativ willst du kannst du mal dich aber es gibt eine völliger wandern damit normal ist und wir haben damit anfangen hört es ja gar nicht mehr auf da müsste ja der roll nach indien zurück die juden haben das war nicht gut und die juden haben dieses gebiet nie verlassen das habe ich es gab ich habe das hundertmal gesagt sadik man hört ich du bist gleich dran alles gut hab ich gehört ja es ist immer so geil wenn ihr mit argumenten nicht hinterher kommt dann schnauze ich immer ich antworte darauf es gibt einen alten jüdischen groß der wird seit der vor vor der entstehung des staates israel wurde dieser groß fast 1500 jahren von den juden sogar vielleicht sogar viel älter wurde der wurde dieser groß unter juden immer ausgetauscht und wenn sich juden dann verabschieden entschuldige kein gut ein abschieds wort und da hieß es dann wir sehen uns nächstes jahr in jerusalem das war weit verbreitet in der gesamten jüdischen diaspora ein richtig juden haben ja einen bezug zu diesem land gab die tatsache dass es keine palästinenser gibt das ist ja diese aber zu diesem land sehr massiv gibt wie vielleicht hier was sagen es gibt sogar so weit dass wir sogar wenn wir hochzeiten feiern auf jüdischen hochzeiten gibt es einen brauch den kennt vielleicht jeder dass jeder mal mit flächen film gesehen dass wir ein also ein glas einwickeln in einen in einem stofftuch und darauf treten wir dann viele verstehen das nicht aber das symbolisiert das symbolisiert die trau also auch an den schönsten tagen in der schönsten zeit in den schönen freuden festen die wir haben erinnern wir uns an die zerstörung des tempels also immer gibt es in eine verbindung seit diesem land zu diesem volk und ich finde das sagen dann ist entschuldigung bitte ich das muss nur ich will was mir noch mal kurz meine meine zwei sätze noch zu ende führen diese vergleiche zu sagen hey da sind jetzt europäer und die haben kein anricht darauf dort zu leben dann könntest du auch in selben art und zu sagen dass alle alle palästinenser die im exil leben hat im prinzip auch kein anricht haben mehr nach israel zurück oder nach palästina in diesen sinne gibt es ja keine keine rückgang vom recht palästinenser sind semiten ja und wenn du heute eine dna probe machst von einem europäischen juden da ist nichts mehr mit 7 jahre stimmt nicht aber hallo damit nein das stimmt mal gerne wetten nein das stimmt dann mach mal das judentum im islam ist glücksspiel haram hör auf sie bumm ja wir werden ja mit dem geld schau mal dass das judentum ist keine reine dass das judentum ist keine keine reine religions in der ethno religion hat ja das heißt wir haben sowohl 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 gibt es juden die zum juden konvertiert sind und es gibt juden die als juden geboren sind und beide beide diese parteien sind gleichwertige juden nicht nicht mehr und nicht weniger und in diesem sinne unterscheidet sich ja auch in dieser gar nicht ob jetzt jemand konvertiert ist gesagt ich habe einen anrichter im land zu leben das spielt keine rolle das ist juden von damals die sie mieten die sind alle konvertiert ob zwangskonvertiert oder nicht spielt keine rolle aber nicht sein europäer und es gibt israel nur weil der europäer nicht mit einem juden unter einer flagge leben wollte sonst würde es gar kein bedürfnis geben und ich habe den juden und die die dings die die idee dahinter von herz wirklich die ist recht sympathisch aber er hat wesentliche punkte komplett in seiner fantasie außer acht gelassen und du hast einmal herzeln herzeln als völlig unreligiösen als 1 1 1 1 erst mal völlig von von der religion abgekoppelten juden ja er genau erwarte ist er hat überhaupt sich nicht verbunden gefühlt zu der region er hat auch die koalition gebildet dass ich gesagt hatte hey lass uns israel bilden in südamerika oder in afrika sagt also komplett abgekoppelt von der religion und da gab es auch eine andere koalition die gesagt hat hey no das geht nicht wir müssen israel in unserem ursprünglichen land unserem ursprünglichen land wieder etablieren das heißt du hast zwei parteien einmal gab es den religiösen zionismus zu denen ich mich zähle und es gab den sage ich mal vom von der religion abgekoppelten zionismus war das auch eine schlechte definition ist weil weil es ja seine ursprünge irgendwo auch in der jüdischen religion hat hat ja und aber abgesehen davon darüber haben wir auch schon tausendmal gesprochen sind alle historischen beweise historische ausgrabungen selbst die ganze bibel an die an die auch sowohl teilweise muslime und christenglaube voll davon dass das land israel den juden gehört und es ist total dusselig hier davon abzulenken zu behaupten hey das sind europäer die haben kein anrecht darauf und das natürlich quatsch weil du kannst die größten datenbanken dna datenbanken führen darauf lassen darauf schließen dass alle juden auf der gesamten welt ob sie jemenitische juden sind ob es juden den israel immer gelebt haben weil es gab immer eine anzahl von juden den israel gelebt haben ob das juni aus osteuropa aus amerika südamerika aus aus juden also aus dem kaukasus alle haben die gleiche gemeinsame gene und es ist natürlich quatsch zu sagen dass es hier haben definitiv nicht die gleichen bühne aber du kannst ja doch doch haben sie libanesen und araber und palästinenser weil du esel gehen hat das damit nichts zu tun ja ist ein spade machen jetzt lasst du mal extra danke dir aber gibt alles kia der kia nicht wenig da sollten die ganzen einheimen in mexiko leben südamerika leben die könnten ja dann auch ihr land beanspruchen die können ja auch nicht einfach nach libanon hingen zurück und sagen ja das ist jetzt mein land das sind jetzt mexikaner brasilianer oder was weiß ich was sie haben auch keine verbindung verbundenheit zu dem land israel wie zb die fließen warum unterscheiden die salma hayek ist mexikanische schauspielerin aber lieber dieser abstammung die die ist aber jetzt mexikaner einen punkt wer bitte wer so zum beispiel sei mal hayek oder bella hadith selber was kommst du jetzt mit bekloppten der magas sind warte jetzt mal ganz ehrlich mal sie warte mal ganz kurz sie warte mal ganz kurz ich möchte mal jetzt was von dir direkt wissen was ist eigentlich dein plan was ist deine mission was für den messen willst du eigentlich zu entlassen weil das was ihr tut ist das gleiche wie damals der judenhass entstanden ist ihr hetzt gegen eine religion völlig ablösen sie um das weißt du doch auch nein leute hier macht das sagen dass sie war heute nachläuft dass ich irgendwelche verbotenen kreuze außen aus einer ganz anderen zeit rum schicken würde im leben würde ich so und das von deinen glaubensbrüdern hör auf komm ich sage er hat sich selbst wir brauchen niemand braucht niemand braucht den islam anzugreifen über den islam zu lügen der islam entlarvt sich selbst durch seine eigenen schriften durch seine eigenen mitglieder also alles was ich jetzt beobachtet habe ist dass die ganze welt gesehen hat zu was israel in der lage ist richtig das ist jetzt nicht mal dass man die machtstellung der zionistischen bewegung überhaupt sieht weltweit und dass es nicht nur um die befreiung palästinas geht sondern die weltweite befreiung von diesen kapitalistischen wieso denkst du nicht darüber nach dass israel sich vielleicht einfach nur verteidigt muslimrätorik weil die weil die verteidigung anders aussieht ja also die verteidigung wenn 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 pass auf nach internationalem recht der meinung kann ein besatz ist doch lieber eigentlich die füße hätte still halten sollen nachdem haben das angegriffen hat das ist die logik dahinter nein 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 guck mal die die df ist so feige dass die wissen dass die hammers ich habe keine lust auf sondern so jetzt haben wir hier drinnen ich kann es nicht mehr ertragen sie nein lachen deine ganzen die stunden hast du keine ahnung überhaupt was in israel abgeht es gibt kein palästiner es wird kein palästiner mehr geben und es war auch noch nie ein palästiner reiß dich bitte zusammen hör auf die ganze zeit zu lügen und der ist es ist hier in alle nicht wo der islam ist nicht friedlich punkt so ich bin fertig alles klar um das ist nur reingekommen um das ist ein stopp niemand redet jetzt niemand redet ich will den laden hier moderieren okay das heißt wenn wir uns jetzt hier unterhalten wenn ich zu jemandem stopp sage und er hört nicht dass ich stopp sage dann schmeiße ich ihn runter damit wir vernünftig reden können müssen wenn die können wir nicht dazwischen reden ja ich will klingt ja okay ich habe mich im chat freischalten du kannst jetzt reden aber auch die anderen hier sind wenn ich sage stopp und man stoppt nicht fliegt das sofort runter ist okay aber ich wollte nur dass du mich im chat freischalt weil ich da stumm bin ich habe nichts gemacht ich habe nichts gemacht ich habe keine kontrolle über den chat ok wer immer jetzt moderiert und da ich habe aufgehoben aber jetzt halte ich an die regeln ok gut also und auch die moderatoren die jetzt bei mir sind die jetzt auch für mich moderieren ihr habt natürlich freie hand beleidigungen schreie belästigung und all diese anderen ausfälle lösch das ihr braucht mit euch nicht danach bei mir privat zu melden und sagen ich wurde gesperrt ganz wieder frei machen ich traue meinen moderatoren was immer sie blockieren das blockieren sie okay also entweder bleiben wir alle sachlich auch im chat und unterhalten wir uns auch hier vernünftig oder ihr fliegt ich habe ich weine euch keine tränen hinterher ganz einfach okay dann darf ich meinen satz zu ende sprechen kannst du deinen satz zu ende sprechen okay man spricht dazwischen bitte okay also ich sage dass die die idf so feige ist dass die alles platt gemacht hat obwohl sie weiß dass die hamas unter der erde ist obwohl sie weiß dass eigene geiseln drin sind und haben alles platt gemacht und danach gehen sie in die bodenoffensive aber die verhältnismäßigkeit der zerstörung ist einfach nicht gegeben und das hat die ganze welt gesehen und das egal wie schlimm das jetzt ist das wird ein schwarzer fleck in der israelischen geschichte bleiben und da könnt ihr euch drehen und wenden wie ihr wollt diese unverhältnismäßigkeit wird in die geschichte eingehen alles klar ich kann dir nur sowie dazu sagen die einzige feige bewegung ist eine bewegung die sich komplett hinter ihrer zivilbevölkerung ihren eigenen land sollten stellt und es ist nicht von israel feige wenn es sagt sie muss eine gigantische terror organisation von 60.000 kämpfer die auch noch rückendeckung aus dem iran und von der hezbollah hat auslöschen und jeder trägt in gewisser weise die schuld für die nachfolgenden ereignisse die hamas wurde nicht also durch die europäer gewählt es waren auch nicht die deutschen die die zur wahl gegangen sind um die hamas in gaza zu wählen es waren die gazianer die die hamas in die politik geholt haben und die hamas tut jetzt das was der volkswille ist und jetzt darf das sogenannte fake palästinensische volk sich nicht darüber beschweren dass israel genau das tut was es hätte eigentlich schon 2006 tun sollen nämlich die hamas komplett auszulöschen und ich bete wenn es da draußen einen gott gibt dann bete ich dass sie nicht nur die hamas funktionäre und führer im gaza kalt machen sondern dass sie sich auch in katar schnappen und überall auf der welt wo sie sich versteckt haben danke danke und die menschen die jetzt in der israelischen regierung diese unfassbare rhetorik verwendet haben und das auch in die tatsachen umgesetzt haben die sind für dich friedfertiger welche rhetorik zum beispiel nehmen wir eine rhetorik dass man da eine atombombe reinwerfen sollte dass man zu platt machen sollte dass man wasser kappen sollte strom kappen sollte und dass man medikamente also es gab ja geboten ohne medikamente und sowas operationen ohne narkosemitteln und sowas also alles die die das verursacht haben die sind für dich in ordnung oder wie also wo ist der unterschied zwischen atombombe auf die menschen in gaza werfen und den sprüchen juden ins gas durch palästinensische extremisten die in europa auf der straße gehen wie in england und geschrien haben wo ist der wo ist dann der unterschied ich kann dir den unterschied der unterschied ist dass das staatsführer sind und die anderen sind einfach nur der mob die einen machen blabla und die anderen sind dann auch wirklich die akteure der der die hammers wenn sie aber auch da haben wir schon hier aber ganz kurz mitte am 7 oktober haben sie gezeigt dass sie die juden auslöschen wollten und die israelis schmeißen aber keine atombombe das ist rhetorik ja und hier und warte mal bitte ganz kurz weil ein fakt ist da auch noch der nicht erwähnt wurde nämlich dass die hamas am ende die autonomie regierung des gaza streifens ist wenn die hamas da in ihrer charter sowas stehen hat wie zum beispiel töte den juden und wenn er hinter stein und baum sich versteckt dann verpätze ihn um ihn da zu töten so ungefähr wenn man dann aber noch weiter geht wenn man dann noch weiter geht und dann auch noch sich mal die umre genau anschaut auch dieses belegbar ist dass selbst den kindern dieses gedankengut schon in den kopf geballert wird über schulbücher kund getan wird töte den jugend ist das auch ein problem und mal ganz ehrlich wenn wir uns ganz realistisch diese sache anschauen dann ist es an dem wäre der euren dom nicht gewesen wäre viel mehr bomben auf israelischer seite eingeschlagen dann kommt aber noch mit dazu hätte die hamas nicht angegriffen dann hättest du die opfer die du bis dato zu beklagen hast nicht zu beklagen gehabt und das ist erst mal schon der erste springende punkt wie konnte eine autonomie regierung mit einem schlauch boot einen kreuzfahrt ein kreuzfahrtschiff angreifen oder ein flugzeugträger angreifen weil das wäre der eigentliche vergleich sie haben es gemacht aus ihrer eigenen ideologie heraus und die hintergründe dazu die sind ganz einfach weil sie als autonomie regierung die hand auf dem gasfeld was vor gaza streifen da erschlossen werden soll dass sie da die hand drauf hat und dass dann alle anderen auch wissen wenn wir das zulassen dass die hamas da dann auch noch davon profitiert und dann diese ideologie hat dass israel tätig werden musste es ging gar nicht anders und krieg ist und bleibt dreckig da kann man nichts machen ja klar ist mir schon klar dass du so denkst sie boom das ist die wahrheit und wenn du die wahrheit nicht akzeptiert dann hast du ein problem die wahrheit schau mal die wahrheit wird sein dass alle auf der welt gesehen haben was israel gemacht hat und die israelischen bürger werden netanjahu da stürzen wirst du sehen wenn netanjahu geht dann geht er eben das hat nichts damit zu tun die haben ja aber es wird ein schwarzer fleck sein hör mir mal zu du solidarisierst dich doch nur mit der hamas aus dem ganz einfachen grund weil sie mit ihnen ganz kurz ein das geht ja gar nicht ich solidarisiere mich siebung ich habe eine frage an dich weißt du gerne ich habe noch gar nichts okay bitte löweherz bitte löweherz bitte ach so ich habe eine frage an dich weißt du dass das massaker was an den juden verübt worden ist das schlimmste massaker seit dem zweiten weltkrieg ist und du tust hier so und sagst ja nee also die palästinenser sterben auch und das ist unverhältnismäßig ganz ehrlich wenn du regierungschef ist und 1400 deiner leute frauen und kinder werden bestialisch abgeschlachtet wie willst du denn dann reagieren auf so eine situation erzähl mal wie du angemessen reagieren willst was du machen würdest okay schau mal bei in meiner weltanschauung würde solche zustände überhaupt nicht entstehen das ist das erste zweitens ist folgendes jetzt überlegt wie er auf die frage ausweichen kann und takia zu betreiben nein nein ich werde gerade abgelenkt ohne scheiß du bist nicht abgelenkt du hast einfach nichts zu sagen noch mal kurz moment es ist ein es ist kein unterschied für mich wenn man einen schleichenden genozid verursacht oder an einen tag so viele leute umbringt und wenn man die opfer auf beiden seiten sich gegenüber stellt den von mir aus die letzten 20 jahre dann wird man feststellen dass der aggressor nicht die palästinenser sondern israel bullshit bullshit mit ansage sogar gesehen der so mit der hamas sympathisiert wie du das ist ja unglaublich das ist wirklich und ich sympathisiere nicht damit den also bastian wenn du jetzt hier weitermachst und mir den ersten platz von den spenden abjagst dann blockiert du kannst deine frage beantworten danke sebastian sehr gut ja aber tatsächlich finde ich das immer ein bisschen ich finde es ein bisschen schwierig wie du das so formulierst weil du tatsächlich immer irgendwie sagst ja aber beide seiten aber so oder so du siehst einfach nicht diese grausamkeit guck mal dass so viele gestorben sind du siehst einfach nicht dass diese toten kinder die hamas buchstäblich zu verantworten hat das siehst du einfach nicht guck mal ich nehm dir ein beispiel löwe jetzt gehst du sag ich mal in die bank mit deiner familie und du gehst kurz raus und deine familie ist noch in der bank drin dann kommt kommen verbrecher die die zu geisel nehmen und wollen die bank überfallen so dann kommt eine polizei mit dem panser und sagt okay wir müssen jetzt alle bankräuber da drin erschießen nehmen keine rücksicht auf deine kinder und schießen einfach alles tot und platt und dann sagst du mir schlechter vergleichst du mir warte mal bitte sagst du mir ja gut die bankräuber waren schuld denkst du die polizisten die vor dem gebäude schmerzen sieben was ist das jetzt noch einmal raus also in der bank drinnen sitzen die wollen nicht dass dann alle draußen getötet werden was ist das so was weißt du was weißt du was weißt du was dein problem ist du stellst das so da als würde der israelischen armee das spaß machen in den gaza streifen zu gehen und das so viele zivile opfer ich sterbe auf pass auf ich erzähle jetzt was ich habe videos gesehen ich habe videos gesehen stopp 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 löwenherz und dann kann sie darum darauf antworten aber löwenherz du und dann sieben bitte nicht durcheinander ich habe videos gesehen sieben ich kann dir die gerne zukommen lassen wir können gerne schreiben dann schicke ich dir den link wo die hammers so hinterhältig wie ratten aus ihren löchern kommen sehen wie soldaten israelische soldaten im gaza streifen natürlich beim mittagessen sind und schießt mit einer panzer faust da rein in dieses mittagessen dann jubeln sie und schreien ala wakba und hätten als wenn sie eine tolle tat getan haben jeder der in einem krieg ist selbst ein soldat selbst wenn er ein feind vor sich hat der freut sich nicht wenn er irgendwen erschießen muss das ist für die nicht toll und das ist wirklich nicht schön es gibt sogar was das heißt gegenseitigen respekt im krieg aber das hat die hammers nicht die hammers tötet und den gefällt das zu töten die haben spaß daran und die freuen sich wenn sie leute hinterhältig umbringen können und genau das ist ein problem und da siehst du die ideologie jetzt geht mit dir redet keiner und da siehst du die ideologie von diesen menschen die handeln und agieren eine sekunde löwenherz danke du kannst gleich weitermachen ich bin fertig und dann okay alles klar dann kann siebogen kurz darauf antworten kurz und knackig und dann kann es gibt was sagen es gibt wir haben hier spielregeln wir lassen einen ausreden und dann kommt der nächste ran die ich noch nicht siebogen zu zweit hier ok also löwe wisst ihr also ich kann das schon empfinden also ich will am ersten tag wo das passiert ist wo die israelischen leute da gestorben sind war ich sehr mitgenommen aber mir fehlt einfach diese empathie bei euch und ihr seid für mich so festgefahren in eurer ideologie dass ihr die gegenseite einfach nicht akzeptiert und ich bin ja gar keine ideologie wir kritisieren terroristen und eine schlimme sache nachkommen wirklich warte 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 also ich habe das gefühl dass das palästinensische volk für euch überhaupt kein existenzrecht hat dass ihr sehr vieles relativiert und die gegenseite einfach nicht sieht und das heißt doch nicht automatisch dass wir wollen dass die palästinenser sterben was erzählst du jetzt du stellst es so da hör auf löwe das kann will ich und will ich dir gar nicht die unterstellen aber fakt ist ihr argumentiert so das ist sehr relativiert dass auf der palästinensischen seite menschen mit israelischen waffen sterben und es ist mir zu einfach gesagt hey die hamas sind schuld das ist zu easy das ist so einfach ich muss mich auch an der stelle verabschieden tut mir leid aber danke für das respekt so ein gutes gespräch mit so viel qualität aber ich habe hier ich habe ich bin zu gast ich wünsche euch einen schönen abend ja ebenfalls vielen dank dass du da war okay es geht bitteschön ja eigentlich wollte ich nur sagen dass weil wir sind halt nicht vor ort dann das muss man auch so sagen sterben menschen das ist generell ich meine es gibt überall auf der welt irgendwas was nicht in ordnung ist um es mal so vorsichtig auszudrücken und ja also ich höre mir auch gerne alle seiten an solange es respektvoll ist solange man sich zuhört und auch versteht ich bin da nicht vor ort ich finde es nicht in ordnung wenn menschen sterben ich bin auch jetzt nicht partei ich sage auch nicht ich unterstütze das land oder das andere land ich meine wir sehen halt alle was den nachrichten abgeht es ist schönes das sind halt fakten und wer da jetzt recht hat und wer nicht das ist zweitrangig aber es sterben menschen also niemand kommt auf die welt um irgendwann in einem krieg zu sterben oder denke ich falsch also erst einmal aufgrund unserer tief verwurzelten menschlichkeit kann ich nicht dem sadismus verfallen dem die extremistischen muslime da draußen auf der straße verfallen sind und ich kann mich auch nicht dem sadismus anschließen der sich innerhalb von gaza abgespielt hat selbstverständlich lässt es mich nicht kalt dass dort menschen sterben dass menschen sterben dass menschen in gaza sterben ist mir absolut klar und ich wünschte es wäre nie passiert aber wie will man denn den den konflikt anders lösen außer durch militärische bewegung auf israels seite richtung gaza der konflikt und es darf hier nicht vergessen werden der konflikt wurde von der hammers begonnen und die hammers ist eine gewählte partei in im gaza und 77 prozent der menschen in gaza wollten dass diese bewegung sie führt also bedeutet das schlussendlich zum teil ist es auch ein schicksal dass die dass die menschen in gaza zu tragen haben dass sie so eine mittelalterlichen todes kult den sie islam nennen gewählt haben und auf der anderen seite blutet mein herz auf beiden seiten ich bin ich bin nicht so sadistisch und freue mich und reibe die hände wenn ich sehe dass eine palästinensische familie unter dem bombenhagel der israelis umkommt aber wie löst man das problem wenn eine terrororganisation sich auf die fahne geschrieben hat diesen staat auszulöschen wie schlagt mittel vor und dann schreibt das israelische ministerium einfach hey das ist meine idee vielleicht ändert ihr eure militärische strategie sorry dass ich eben eingegrätscht bin also ich bin oder es ist vielleicht utopisch aber nur durch zusammenhalt kann man doch solche viren bekämpfen sage ich meine egal jetzt auf welcher seite oder wo auf der welt oder in welcher hinsicht nur durch zusammenhalt ist man stark aber letztendlich dann durch irgendwelche viren kontrollieren dann wird man doch noch mehr separiert dann ist das ganze volk und auch unschuldige menschen mit einbezogen oder es gibt schau mal es gibt schau dir mal die hammers karte an das ist so die grundsatzerklärung der hammers was die hammers möchte wie soll man mit so einer drecksorganisation mit so einer teuflischen militärischen bewegung umgehen die in ihrer hammers karte geschrieben hat dass der die zerstörung israels ist ihr höchstes ziel die wollen keine verhandlung sie sagen sogar dass es verrat ist wenn die arabischen staaten verhandlungen mit israel aufnehmen die wollen auch nicht sprechen die wollen die machen nur waffenstillstands gespräche und sonst machen sie nicht mehr und sie wollen die zerstörung des staates israel das heißt diese organisation ist keine befreiungsorganisation die sagt okay vielleicht können wir auf diplomatischem weg mit israel irgendwie eine übereinkunft erzählen über über unsere ziele nein sie sind eine islamische terrororganisation die nichts weiter zum ziel hat als israel auszulösen wie kann man mit so einer organisation überhaupt warte 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 kian kian warte markieren das muss man deutlicher ausdrücken weil es ist ja nicht nur so dass die israel nein sie gehen ja da so weit sie sagen in ihrer charter in artikel 7 den ich gerade aufgemacht habe dass sie den juden auslöschen wollen das ist ja schon der eigene leute alle die jetzt hier kieren als die kirche beschimpfen in den kommentaren ich lese mir die namen durch eine chance jeder kriegt eine zweite bei der dritten seite gesperrt so und tatsächlich leute das ist sehr gute arbeit die kirche macht alle die kirche unterstützen einmal ein blaues herz in den chat dankeschön vielen dank war man ist da war man ist da bitte war danke für das hochnehmen also ganz ehrlich mir fehlt wirklich die selbstkritik und ich würde mir wünschen dass zum beispiel dass ich auf den palestina demos höre eben kritik gegenüber die hamas anstatt die sagen was habt ihr uns da eingebrockt mit eurem terroranschlag was habt ihr uns da eingebrockt anstatt sie die hamas nach diesem terroranschlag zum teufel jagen sehe ich aber tanzende palästinenser araber tanzende muslime auf den straßen allahu akbar rufen dann noch andere islamisten die das ausnutzen und rufen das kalifat ist die lösung anstatt sie sagen hamas was habt ihr uns da eingebrockt mit eurer scheiße anstatt sie auf den demonstrationen die geiseln die befreiung der geiseln fordern ich weiß nicht hat jemand von euch das gesehen auf irgendeiner demo dass das die palästinenser auf den demos die hamas dazu auffordern die geiseln frei zu lassen nein ich habe nur wacken aber ganz anders es ist jetzt sogar an dem man muss ja mal ganz ehrlich so sagen es ist jetzt an dem dass diese waffenruhe da eingefordert wurde gegeben wurde und das mit der grundlage dessen dass die geiseln freigegeben werden jetzt ist sogar israel schon wieder genötigt weil die hamas nicht die geiseln freigegeben hat und sagt wenn dieses bis 12 uhr mitternacht also heute nacht nicht passiert dann hebt israel auch die die waffenruhe wieder auf also mal ganz ehrlich da sieht man doch schon was da eigentlich passiert ja unglaublich wie gesagt ich möchte dass sie jetzt in den nächsten zwei minuten die 100.000 likes voll macht aber ein bisschen zackig sonst werde ich aber sauer danke vielen dank vielen dank und jetzt warte mal jetzt gucken wir mal ob wir jemanden wieder hochholen können wir die gegensteuerung vielleicht mal neu zu halten oder auf die rollen das ist ein freund von uns ab die ist er der macht der ist super ich liebe ab die das ist tatsächlich keine gegenstimme aber der ist lustig okay also wichtig ist dass ich ich muss leider jetzt ich würde sagen ich muss hoch und zackig unternehmen weil ich habe keinen platz mehr und ich kann euch aber später gerne wieder hoch warum warum müssen gerade die juden runter nein warte mal einen moment da sind das nein warte 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 ist richtig und ich würde ich würde für zackig würde ich mein platz frei machen ich würde freiwillig runter gehen kian ich komme gerne noch mal an späteren jährlich mal bitte oben ja kein problem das ist ein roi du kannst heute nacht wenn ich um kia nachtschicht machen und leute zerfetzen da kannst du kommen raus du ohne diga ich denke dass zartig da wichtiger ist als ich alles gut danke dir jetzt reichen jetzt dann kommt dann kommt noch sekunde so jetzt haben wir only gott schönen guten abend erst mal ja grüß dich also ich hab mir das ja auch sehr mit so mitverfolgt diesen konflikt zwischen den hammers und in israelis und ich hab da mir was mal also eine ganze prediger maus in 18 gehört und du dass diese lüge er dazu gekommen ist also dass sie sagen dass das land gehört den das ist das erstens stimmt das ja nicht man hat das land gehört wem den arabern oder wie auch sagen genau obwohl das ja eigentlich gar nicht so stimmt palästina gab es ja vorher waren die schon die waren ja immer unter besetzungen zum beispiel den osmanischen reich dann kalifat arabische kalifat die diese reiche und da hat man ja gesehen die hatten eigentlich noch nie ein land so was selbst selbstständig ist so selbsternand wo man sagt palästina wo es anerkannt wurde von vielen auf der ganzen welt ok würde ich sagen dass es besetzt aber eine provinz war die überhaupt nicht nötig hat und es ist nicht für wichtig geachtet hatte sich als sich palästina zu nennen das war eine provinz die wurde mal vom osmanischen reich mal vom britischen mandat regiert und ich denke warum die meisten araber heute so anti jüdisch anti israelisch eingestellt es hat viele viel tiefere wurzeln als das worüber wir uns hier unterhalten siebte oktober nachtbar et cetera pipapo es gibt ein gutes buch ich weiß ob du das kennst kian das heißt die naht und der nahe osten ist ein buch von matthias künzel also sehr sehr empfehlenswertes buch sehr sehr sich wird mir versuchen das signieren zu lassen in hamburg weil ich da auch in der nähe bin sehr interessanter mensch und der sagt ganz klar auch gleich in der einfühlung in der einleitung des buches das habe ich so vorher nie gesehen aber es wirklich spannend viele muslime sagen ja wir haben euch ja mit offenem armen aufgenommen als ihr als der als der als der als die schoah ja im vollen war und wir haben euch aufgenommen durch gerettet vor den vor den naht und das ist halt genau das gegenteil ist der fall der großmufti von palästinern damals der hat extremen druck ausgeübt auf die auf die briten die briten haben lange zeit gewartet bis sie dann mit eingestiegen sind in den krieg gegen die gegen gegen die nationalsozialisten und somit war genau das gegenteil der fall die die briten haben dann die die weitere einwanderung der der juden gestoppt blockiert somit wussten die juden nicht wohin sie gehen sollen und sind halt einfach in den konzentrationslagern gestorben und das also genau genau da geht das gegenteil ist genau der fall das ist so eigentlich so kurios dass man da versucht aber aber ich nehme es den gar nicht übel ich habe mich letzte woche eine stunde lang mit einem palästinensischen freund von mir unterhalten sein sohn ist jude seine frau ist jüdin er steht so bisschen zwischen den stühlen aber selber ich habe mich mit dem unterhalten selber er er wusste nichts vom großmufti von das diener er wusste nichts vom holocaust er hat jetzt setzt das buch an der frank die verfilmung gesehen er kennt die ganze story nicht er sagt so zu mir also akiva wirst du was wenn ich normalerweise müsste ich alle juden hassen sagte zu mir aber er hat seinen hat angefangen seinen kopf einzuschalten und sich und und versucht das menschlich zu sehen ohne den geschicht ohne den geschichtlichen kontext zu betrachten hat er versucht und versucht es weiterhin ist menschlich zu betrachten und er klar wie gesagt er steht zwischen den stühlen weil einerseits fühlte sich für die palästinenser verbunden also das muss man einfach sagen und einerseits wie gesagt hat er eine jüdische frau und ist mit juden aufgewachsen spricht perfekt hebräisch aber hier war für mich das parade beispiel von von arabern die sich mit der geschichte mit den ursachen mit dem wirklichen kern nie auseinandergesetzt haben und hier stimmt mir hier nicken zu ich gehe davon aus dass er das buch und die story mit also mit mit sicherheit kennt und ich habe ja auch deine kunden gesehen wir gehen bestimmt in vielen in vielen punkten also wenn es um religion geht wahrscheinlich auseinander aber ist auch okay wir leben in einer in einer pluralistischen gesellschaft die dürfen meinungen haben die sind unterscheiden und und ich kenne auch mich als stürzen berge habe ich mit ihm auch unterhalten und weißt du das alles okay alles cool so lange weil ich sage immer so weißt du solange nicht jemand nur aufgrund meiner glaubensüberzeugung sagt du kommst in die hölle deswegen ist alles cool ich habe ein problem wenn leute mich in die hölle schicken wollen in den sie mir an den kragen wollen und das ist halt das problem was du hauptsächlich in der islamischen religion leider sie ist halt ja 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 dann haben wir wer hat jetzt gesprochen was only gott oder was ja ich wollte noch was sagen ich weiß nicht ob du das weißt dass vor die die jungen sind ja schon irgendwas mit 18 100 irgendwie langsam da in diesem reich haben sie sich sind ja wieder zurückgekehrt erst mal kam er aber aus russland nach von oben aus doch das weiß glaube ich von erst mal von russland und dann von den anderen wollten ja wieder zu diesem land und ich weiß nicht ob du das weiß dass die früher die lebenserwartung bevor die juden da wirklich viele angesiedelt sind nicht so hoch war und durch die jungen die reingekommen sind die ja auch wir wissen ja dass auch juden also schlau sehr schlau geprägt sind ja also die haben sehr viel wissen auch wissensbegierig sind dass die die zum beispiel die medizin da vorangeschritten hat weil so jung sind die kinder schon gestorben da früher und durch die juden halt da in dem nahen osten nahen osten ist ja wieder aufgeblüht das land und die medizin auch fortgeschritten ich weiß nicht ob du das gehört hast ja der grund warum die juden als ausgesprochen intelligent wahrgenommen wurden in der in der damaligen zeit als sie in das britische mandatsgebiet eingewandert sind ist weil sie aus dem europa kamen und sich in europa schon die ein gewisser intellektualismus und einen fortschritt breit gemacht hat der es in der arabischen welt nicht gegeben hat das heißt die juden sind deshalb intellektuell fortschrittlicher gewesen weil sie aus der modernen welt in eine sehr patriarchalische welt eingewandert sind und und das ist der grund warum es diesen clash zwischen zwei gruppen gegeben hat auf dem intellektuellen feld die araber waren sehr rückständig in tribalistischen strukturen gefangen während die juden die europäische intelligenz war ja es hat gerade gebunden in europa 19 jahrhundert industrielle revolution eine erfindung nach dem anderen er hat die nationalstaaten wurden gegründet und dann plötzlich die einwanderung in eine sehr stark orientierte stammes gesellschaft in der es noch arabische stämme gab und alle haben sich nur bekriegt und sehr primitiver lebensstil ja da ist die europäische intelligenz ist auf den mittelalterlichen tribalistischen araber kult gestoßen deswegen wirkte das so gehört dass irgendwie deutschland irgendwie die flüchtlinge aus dem gaza kommen will ja deutschland alle aufnehmen habe ich gesagt das endet gar nicht das wird nicht gut enden also ich weiß nicht ob das geplant ist aber das wird glaube ich nicht gut enden also wenn man jetzt die leute rein holt und dann sagt er pass mal auf wir haben antisemiten reingelassen es gibt so man soll ja natürlich nicht alle auf einen kamm schärmen aber wenn man so leute holt zum beispiel aus anderen ländern die kriminell sind und hier dann braucht man sich nicht wundern wenn es so wie holland aussieht ich weiß nicht ob das mitbekommen hast mit holland da wurde ja so wie die meisten ja sagen die medien so ein rechter der total auch gegen islam und so sagen die ja die medien schießt und da wurde ja da gewählt ich muss mir auf gefällt ist meine nach dem anderen freunde ich habe das vorhin schon gesagt wenn ich sage stopp müssen alle aufhören zu sprechen damit ich die gespräche wieder konnte alles korrekt sprechen und dann als nächstes komisch die der das feld blinkt nicht blau auf ich kann also nicht sehen wer gerade spricht deswegen war man du bist jetzt dran und wer immer gesagt hat alles klar ist der zweite ok danke was mir auch wieder aufgefallen ist ist damals schon wo ich selber noch muslim war ja und habe ich immer wieder so propagandavideos gesehen wie wie sich palästinensern gegen die israelis ja kopf an kopf stoßen und so unsere epische videos halten entworfen haben um um zu zeigen sie sind so tapfer und so und diese selben kann man alle rechte geben bitte ich mache auch nichts ich will nur was gucken ich will nur die leute kommen habe ich die kenne ich muss nur mal gucken ich muss nur auf die drei striche moderatoren und das geht ganz einfach okay und dieselben propagandavideos sieht man gerade wie palästinenser oder generell auch islamisten nicht alle palästinenser natürlich aber viele aus den demos man sieht sie auch wie sie jetzt diese selben videos projizieren mit deutschen polizisten jetzt ist der jetzt ist der jetzt ist deutschland auf einmal doch der feind und da machen sie jetzt genau dieselben propagandavideos wie in israel auch und das ding ist die meisten davon auf den demos sind palästinenser das ist ja das absolute kuriose bei der ganzen geschichte und wie gesagt ich habe mit dem palästinenser gesprochen und er selber sagt es als palästinenser als gebürtiger palästinenser in in jerusalem sagt selber die leute ich hier in den europäischen ländern haben vor allen dingen die muslime die auf die straße für palästinenser rufen überhaupt keine ahnung was sie das skandieren er selber sagt er ist absolut gegen die hammers und und so nebenbei erwähnt free gaza haben wir ja am 7 oktober für ein paar stündchen gehabt und wir sehen ja was free gaza angerichtet hat also nur rande erwähnt für die leute die immer noch viel gas hat so wir haben jetzt hier hoch ich wir wollen auch wieder eine gegenstimme also kommen lassen wir haben gasa hier bitte also was ich sagen wollte ist hamas und die es und diese ganze dreck wo ihr ganz seit mal passieren diese ganzen radikalen organisation alles komischerweise kommt von islam immer jetzt haben wir gasa hier wir haben gasa hier bitte ja was ist denn da los was passiert hier dann seht ihr nicht die ganzen kinder und die ist die da sterben in gasa schreiben habt ja kein mitleid mit denen doch doch habe ich selbstverständlich sehen wir aber warum wie warum gibt es da einen grund ja warum kinder und bibis und freilte menschen sterben was für grünen siebte oktober 6 uhr 35 das ist ein grund dass kinder bibis alte menschen sterben ist es ein grund dass 1400 israelis an einem tag sterben durch nein es ist kein grund aber aktion gleich reaktion ist für alles klar wenn ich das so ein gleich reaktion ja wenn jemand eine schelle gibt es eine schelle zurück okay wenn ihr das so sieht dann ist ja okay alles klar ich meine das ist das doch die die regel ich meine wenn jemand die eine runterhaut dann stehst du da und sagst du hey frieden oder sei alle aber so wenn jemand mir eine reinhaut dann habe ich keine bibis und keine kinder und keine älteren menschen und keine frauen also die verstehen das ist ein massaker es war ein massenmord an 1400 unschuldigen menschen an jungen menschen die einfach nur eine party gemacht haben getanzt haben ja es ist es ist kein super das macht man nicht das gebe ich dir recht aber aber was die zionisten machen macht man ja auch nicht oder als als gegenreaktion was ist die schau mal als die als die als sie also ich bin kein ex muslim ich war nie muslim ich werde nie muslim sein was der punkt ist der und das sich hat immer wieder ich weiß nicht in welchen hintergrund du hast und wir werden wie fährt du mit diesem thema vertraut bist aber auch das erste was du machst du sagst du die die babys und die und die frauen nicht natürlich jeden hier tun die frauen die babys leid jedem jede normal denkenden menschen mit hören und verstand tun das ist das ist dieselbe ganz kurz ganz kurz das ist die ich weiß ob kieran sich mit der jüdischen geschichte auskennt das ist dieselbe rhetorik die man immer angewandt hat die juden clown babys und machen da aus ihrem blut matzen das ist dieselbe rhetorik sieht er nicht die toten kinder und die toten ist natürlich sehen wir das und das tut auch jedem leid aber auslöser war nicht die israelis sind in dürfen haben unschuldig umgebracht sondern es war die hammers und wir differenzieren ganz klar wir sagen es gibt hammers islamische terroristen und es gibt palästinenser die sowohl die dasselbe wollen wie die meisten israelis nämlich frieden friedlich miteinander leben und glücklich miteinander koexistieren und das ist der punkt er ist ja richtig aber nix aber aber was ich in ordnung finde ist wenn man jetzt den bevölkerung als schutzschild benutzt ja also stelle mal vor du willst ja komm mal du bist du hast eine verantwortung gegenüber deinem volk stemmer du bist könig ja aber das stimmt doch gar nicht eine ausreden lassen und dann und dann kann der nächste reden stell mal vor du bist könig von einem reich ja und du siehst ein anderes her über über seine bevölkerung her kommen und die schlachtet sie ab ja natürlich musst du antworten kannst nicht sagen ach alles gut ist in ordnung nein aber was passiert dann die die bevölkerung ist aufgewühlt die hat angst und du musst dafür sorgen dass deine bevölkerung keine angst mehr hat deswegen das guckst du welche menschen sind verantwortlich dafür ja die die machen nicht alles aus spaß ja kommen die wir machen die eltern punkt 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 extra weiß was ich meine nein die suchen die leute die verursacher raus die hammers ja aber wenn die hammers ja meint sich irgendwo zu verstecken wo china gärten sind oder krankenhäuser sind aber das stimmt doch alles gar nicht das ist ein kleines gebiet da wohnen ja zwei millionen wie viele millionen menschen leben da so viele leute und genau in diesem ort die hammers wissen ganz genau wenn die jetzt genau im visier sind die wissen ganz genau dass bevölkerung darunter leihen wird und dann nehmen die bevölkerung als hier als schutzschild hier die machen die armen palästinenser kommen die armen palästinenser werden von hammer ist das von hammer gestorben ist eine sekunde die diese frage haben wir schon vorhin geklärt israel ist die einzige armee auf dieser welt die die zivilbevölkerung vorher warnt und sagt leute geht aus diesem gebiet durch flyer durch sms nachrichten auf dem handy durch rundfunk und so weiter und so fort und informiert die bevölkerung dort findet eine operation gegen die terrororganisation hammers statt bitte verlasst diesen ort das muss das macht keine armee auf dieser erde keine armee aber aber schau mal schau mal das gebiet ist so klein wo sollen denn die leute hin wo sollen denn die leute sage ich dir sage ich dir wenn sich wenn sich eine feige terroristische bewegung wie die hammers mitten in der zivilbevölkerung versteckt dann entsteht ein dilemma israel muss reagieren israel muss den schaden so klein wie möglich halten es ist nicht mehr die aufgabe israels zu kontrollieren wie groß der schaden ist wenn sie terroristen auslöschen die palästinenser beziehungsweise die die hammers sag mir mal bist du in der lage wärst du in der israelischen armee bist du in der lage kinder und bibi zu bombardieren moment wenn man eine bombe abfeuert weiß man überhaupt nicht was da los ist man weiß nur dass von von einer schule oder von einem kindergarten oder von einem lagerstätte oder von einer autogarage aus wurden raketen abgeschossen israel nimmt das war per satellit und sagt da feuern wir jetzt auch eine rakete hin so und dann geht die runter und es ist nicht die schuld der israelis wenn dann die palästinenser ausgerechnet von einem besetzten kindergarten oder auch von einem krankenhaus oder auch von irgendeinem anderen ort die bürger befinden raketen abgeschossen wird wir haben alle die bilder gesehen raketen die von hochhäusern abgeschossen werden während hunderte von menschen gebäude lebt richtig gar so wo an anstatt ich vermisse es warum sagst du nicht zum beispiel und solche wie du sind was habt ihr uns da eingebrockt sie gar die hammers warum kritisiert ihr nicht die eigenen leute für diese für diese gräueltaten warum dämonisierte immer immer ist der westen schuld immer sind die anderen schuld ihr seid immer die opfer ihr habt ihr seid nie schuld es sind immer die anderen es unglaublich richtig richtig einfach klärt das klärt das mit der hammers sie hatten wir haben hier die freilassung der gasseln gefordert zum beispiel dann wäre das alles schon längst das problem das problem ist gar nicht die hammers das problem ist 1948 die besetzung palästina das ist das ursprüngliche kein palästina beweis mir bereits an japan ist die bibel auch die jahre ist da so bleiben und das ist in judäa geboten und 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 also es in jerusalem geboren und entschuldigung in der riebe schien palästina war bei ihm war immer das geistige woher kommt denn der name palästina gehen wir doch mal davon aus die bander ganz kurz ganz gut bitte also gar keine palästina da so wo in wer oft genennen wir eine palästinien muss der leser nun nennen wir eine palästinensche demonstration wo dazu aufgerufen wurde dass die hammers die gasseln freilassen soll um diesen krieg zu beenden es sind über 15.000 palästinenser gestorben mensch was redet immer mal gaza eine sekunde jetzt fordere ich dich heraus nenne mir die bedeutung von palästina woher kommt der name palästina historisch gesehen woher kommt der name palästina da bin ich überfordert gut warum gehst du davon aus dass es ein palästinensisches volk gibt nur weil es dort ein gebiet gibt das palästina genannt wurde golda meyer all die menschen die 1948 den staat israel mit ins leben gerufen haben haben sie haben selber zugegeben dass sie im britischen mandatsgebiet palästina groß geworden sind sie waren entweder juden oder araber oder christen in diesem gebiet so der unterschied hier ist palästina ist eine römische erfindung die römer haben im zweiten aufstand der juden gegen die römische autorität die juden aus dem aus dem gebiet judäa vertrieben und um die beziehung der juden zu diesem gebiet zu unterbrechen haben die römer das lateinisch das lateinische wort palästin eingeführt oder palästin was so viele heißt wie die durchziehenden völker um die juden von judäa was um übersetzungen verheißten land der juden zu trennen das ist der grund der name palästina überhaupt ins leben gerufen worden ist okay vergiss mal den namen palästina fag ist warte warte ich vergesse gar nichts denn du pochst darauf dass palästina palästina irgendwas mit palästinenser zu tun hat dieser name wurde vom osmanischen reich übernommen von allen nachfolgenden herrschern wurde dieser name übernommen von den syrern von den transjordaniern von osmanischen reichen haben die briten auch auf gebiet dann britisches band als gebiet palästina gewandt aber es hat nichts mit palästinenser zu tun und als letzte beweis gibt es als letzte bereich gibt es so herr mochsen 1977 gab er der niederländischen zeitungen truf so er musste wissen beim plo funktionär ein kommandant der der brigad war ja es ist schon in ordnung aber immer zu haben es ist nicht in ordnung warte gasser warte es ist nicht in ordnung selbst die palästinensischen führer haben damals gewagt das ist das ist ein dass ein palästinensisches volk nicht existiert bis 1964 hat jasser arafat nicht einmal von einem kampf der palästinenser gegen israel gesprochen hat gesagt ist eine arabische sache gegen israel gegen den zionismus 1974 hat die uno zum ersten mal das wort palästinenser in den mund genommen vor einer öffentlichen ohne versammlung von jasser arafat davor hat kein arabischer führer das wort palästinenser im mund genommen es gab diese bezeichnung nicht es ist eine erfindung der plo und wusstest du dass jasser arafat ägypter ist aber warum steht denn in der bibel das jasser arafat ägypter ist und dass er nicht mal der erste aufgewachsen ja da ist auch ab mit der bibel man es interessiert kein was in der bibel jetzt steht in ägypten geboren worden und scheich ahmed jahr sind der gründer die sei ruhig du unnötige ja scheich ahmed jahr sind der gründer der gründer ist auch komischerweise in ägypten geboren worden und war ein gelehrter der ägyptischen universität al-assar die größte renommierte islamische islamisch-sunetische hochschule und er ist von ägypten dann in der region von gaza gegangen und hat dann eine palästinensische widerstandsbewegung gegründet hat er auch nicht hat nur die araber dort helfen wollen fall doch nicht auf diesen unsinn rein schau mal ich falle über gar nicht rein es geht nur da liegt sie ein fake hier an du hast sehr viele arme und wem verteidige ich durfte verteidigst ein fake volk es gibt keine palästinenser es gibt araber die sind entweder transjordanier syrer oder ägypter aber sie sie sind eine palästinenser ramallah ramallah im westjordanland das haben ein museum gebaut vor 20 jahren ein museum für palästinensische geschichte mach mal einen besuch in ramallah schau dir dieses museum an google mal ramallah museum und dann schau dir mal an wie viele artefakte so palästinensisch dann nennen wir die palästinenser dann nennen wir die palästinenser alles klar dann nennen wir die palästinenser wunderbar ok es haben dort araber und juden immer gemeinsam gut gelebt haben sie nicht haben sie nicht haben sie nicht haben sie nicht und dann kamen die zionisten aus europa und anders land besetzt so ist das nein man gas hat du erzählst geschichten aus tausend und einer nacht hör auf man das ist die wahrheit ex muslimus das ist deine wahrheit das ist nicht der wahrheit guck dir einfach das macht guck dir mal war das programm von hebron an was damals was passiert ist das war noch vor der staatskönung israels und das ist natürlich quatsch zu sagen dass jude palästinenser friedlich miteinander gelebt haben es war nämlich so und das ist auch mal die eine einführung von in dem buch von ganz kurz und ganz kurz ganz ehrlich also wenn jemand hier kommt und macht ein victory zeichen zu hammers der fliegt sofort raus bitte auch moderatoren jeder hier solche fingerzeichen macht in meinem in meinem stream und verherrlicht die hammers bitte rausschmeißen ok diese dreckskerle sofort rausschmeißen ja aber der fingerzeichen hat doch nichts mit der hammers zu tun egal wenn jemand hier so ein so ein fingerzeichen macht so ein fingerzeichen macht und schreit mit einem herz dann schmeiße ich diesen dreckskerl raus ich verwette meinen arsch drauf recht wenn erdogan sich wehrt dann ist er der 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 starke mann erdogan zum beispiel ja wenn er die kurden in syrien bombardiert wo auch zivilisten darunter sind da da ist ja auch einmal der der stabile der löwe der sultan ja der stabile der starke osmane da gibt es kein gejammere aber wenn das dann wenn dann aber wenn es um israel geht dann auf einmal kindermörder kindermörder die leute und die die hier oben sind wenn jetzt hier ins mikrofon röpst oder so und euch nicht benennen kann fliegt das ist was soll das ist doch nicht witzig hört auf damit wer war das da ist das faktlos ganz ehrlich wer war das gaza weiß ich nämlich ich weiß es nicht nein ich weiß es war ja auch nur was gaza hat jemand die eier hier zu sagen wer das war natürlich nicht das war gaza gewesen wirklich das war das faktlos ganz erlaubt die aber er war keine flache erde hier kannst du mir mal sagen ukraine russen holen was suchen noch mal habe ich nicht verstanden im karten ukraine russland krieg gesagt aber was hat das jetzt damit zu tun was ich meine die szenistische armee die ist ja mehr als die hälfte sind russen polen ukraine da sieht man noch dass es gar nicht passt dass sie da unten von da unten kommen doch doch wie sie stammen von den zwölf stemmen israels ab und sie sind genetisch gesehen juden die juden sind keine religionsgemeinschaft sondern eine ethnische gemeinschaft und selbstverständlich wenn juden über 2000 oder 1000 jahre früheste jüdische spuren in deutschland gehen auf 1700 jahre zurück wenn wir also juden haben die über generationen von generationen in deutschland leben ja und vielleicht auch vermischen mit nicht juden und dann ein anderes aussehen bekommen bleiben sind demnoch juden sie bleiben ethnisch und religiös gesehen juden und das rechtfertigt auch hier zurückgehen die verbindung zwischen juden und dem heiligen land israel wobei ich den religiösen aspekt hier völlig ausländen weil ich an christendom und islamen nicht glauben aber die tatsache dass die juden eine ununterbrochene beziehung zu diesem land gehabt haben also vollkommen aus dass ich sagen es dort zurück zu gehen ob sie nun die rüsten aufnehmen oder die marokkanischen du hast du gesagt alles wieder gibt es nicht richtig gibt es ist ja wie viele jüdische reiche hat das schon gegeben oder königreicher hat das gegeben im vergleich zu palästinensischen reichen wenn wir mal gesagt dass es arabisches gebiet nein noch mal noch mal das klären wir alles ich will wissen wie viele jüdische reiche hat das gegeben ein moment weil du hast gesagt dann hat man keine fresse jetzt ich wichse auf deine schöne brille du kleiner wichser kleiner garten kraft hier so leute das sind die das sind die goldstücke der islamischen umma die von ahlak und adab sprechen von der schönen zunge des propheten mohammed er ist die war aber du bist iraner war ich bin kurde du sagst doch mal dass du iraner bist ich bin iranischer kurde iranischer kurde ok warte mal jetzt mal kurz also dein live aber warte mal bitte kurz mit hoch und wenn wir zu viele oben haben es ist tatsächlich ein bisschen angenehmer wenn jetzt nicht so viele leute oben sind aber ist dein sein das sagen und dann mache ich noch platz eines würde ich noch gerne sagen da mache ich noch platz für jemand anderen du kannst bleiben oder gehen war man du bist herzlich eingeladen du weißt ja schätze dich danke weiß ich zu schätzen aber ich merke halt auch dass in den chatten viele viele auch etwas dazu sagen wollen und dann vielleicht ein oder andere auch da der auch sein was nicht dazu ich wollte nur sagen dass ganz ehrlich selbst wenn israel denen das schenkt dieses gebiet ja als ob es dort dann besser wird das wird das wird ein schädter und ein religiöses schädter wird ein kalifat von der dunkelsten art ja war man recht herzlichen dank mein lieber danke fürs hoch und da gerne fragen war mir eine freude danke euch allen passt auf euch auf bleibt gesund vielen dank ich habe es gesehen hier ein ganz kurz roi fragt ob du ihn moderator machen kannst also ich habe ein bestimmtes moderatoren team und ich habe genug moderatoren so sehr ich den roi auch schätze ich habe jetzt den sonnenschein urkult weil ich ihn aus vielen anderen tik tok gesprächen kennen und weil ich ich selber der letzte aber mein moderatoren irgendeiner rauscht hier sehr gaza glaube ich stell dich mal stumm ja das war ganz okay ja und oder wenn ich es ist wenn ich draußen ja ich habe den gaza jetzt stumm gemacht ich habe gehört dass von gaza gekommen und und ich kann nur sagen wir haben genug moderatoren irgendwann mal wenn man ein moderator weg fällt dann ist es okay ich will nicht zu viele moderatoren haben ich will ein festes thema und wir sind sehr freundlich sehr gerne mein lieber aber ich begrenze jetzt die zahl der moderatoren damit ist einfach kein rechten warum hast du was gegen den islam kia da gibt es 1,5 millionen gründe erstens ich war praktizierender muslim ich komme also aus der mitte dieser religion ich habe große probleme mit dem moralverständnis des prophet mohammed mit dem mit dem mit dem koran seiner zweiklassengesellschaft ok ok aber warum lässt sich die muslime in ruhe warum redest du immer über die muslime weil ich aus dem islam kommen weil ich glaube dass der islam eine schlechte weltanschauung ist und weil ich das für eine pflicht sehr die menschen da draußen aufzuklären mit was sie es zu tun haben wenn sie mehr und mehr muslime in die deutsche gesellschaft pumpen aber es wird ja du musst kurz aufpassen er er probiert ich hatte schon oft mit seinen doofen fragen irgendwie dir was zu entlocken damit du hier gesperrt wirst du musst nur die machen das ganz geschickt das ist aber der islam wird immer mehr das ist halt fakt okay danke dir gaza ich muss auch andere leute mal hochholen ich sehe ich habe hier fast zehn mehr kannst du aber kehren da kannst du nichts ändern das ist halt so das wird dann kommt aus dem boden wie die pilze völlig in ordnung ich mache meinen job bis ich tot und das zu werden ich finde das auch sozusagen das was gaza hier behauptet diese argumentation ist zu sagen hey der ganze widerstand den es damals im nationalsozialismus gab hätte es nicht geben brauchen weil weiße passiert ja alles wie es passiert und das ist doch totaler quatsch ist immer wichtig dass menschen da sind die aufklären die sagen hey das ist falsch das muss geändert werden da braucht man aufklärung immer wichtig in jedem bereich selbst im juden ist es wichtig dass es menschen gibt die auch über bestimmte problematiken aufklären weil die gibt es hat in jeder religion aufgrund der tatsache dass ich immer parallel gesagt gesellschaften will ich bin sehr orthodoxer jude aber es gibt auch probleme in in parallel gesellschaften bestimmten sektierungen auch im judentum ist immer wichtig dass leute da sind die sagen hey pass auf darf es nicht sein ja ja und jetzt haben wir apple user hier oben servus zusammen ja ich komme aus bosnien christ bin aber für mich christ und das ist gut so aber ich weiß was der islam anstellen kann und was er angestellt hat vor 550 jahren und von 1991 bis 95 einmal die el mutter heddin zu hause bei mir gehabt und im mittelbosien haben sie uns so auseinander genommen so dass es dörfer gibt die nicht mehr die keine seele mehr haben wie gesagt ich verstehe euch alle die ihr propagiert diese religion einhalt zu gebieten religion hinsichtlich mit einer ideologie die sehr gefährlich ist ich bin kein moslem aber ich habe mit denen zusammen gewohnt einfach so kontrolle kann ich dir recht geben also ich habe da auch eine gehört die hat da auch voll folgen also die hat was erlebt in die kam aus serbien und hat was erlebt dass in ihrer familie ein muslimischer arzt irgendwie von den links in kind mit einer spritze gegeben hat und behindert geworden ist und die hatte auch so extrem wenn du den islam so angesprochen hast dies bis oben in die decke gegangen also sofort weil das summit habe ich hochgeholten nur dass du bescheid hast ich wollte ein bisschen so den ausgleich schaffen dass wir ja alles gut löwenherz du gibst mir vollen zugang zu deiner plattform mach was du willst ja gut also der ist wieder weggegangen also erst einmal damals in 1994 als so der bosnien krieg dort angefangen hat da hat man gesehen dass die die verhältnisse nicht so gut waren wie du jetzt behauptet apple user christen sind schlussendlich dann serben kroaten und bosnia sind aufeinander losgegangen die unterschiedlichen religiösen die orthodoxen christen unter den serben die katholiken auf der kroatischen seite und die muslime haben sich dann bitter 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 bekämpft der frieden war nur hergestellt gewesen weil damals im tito reich tito mit aller macht um die religionen dort zusammengehalten hat und die ethnischen gruppen das ist der grund warum es relativ friedlich war aber als der islam dann einzug gehalten hat in den 90er jahren in den bosnischen gebieten da haben wir gesehen was für eine tiefe feindschaft zwischen den religiösen lagern eigentlich bestand und deswegen ist das alles für die katz was du sagst weil im grunde genommen war das ziemlich brutal was sich im kosovo oder in bosnien oder im ex-jugoslawien abgespielt hat und das ist übrigens überall so wo verschiedene religionsgemeinschaften zusammenleben da gibt es immer ein spannungsfeld ich gebe dir recht ich gebe dir recht also killen nicht dass du denkst ich ich gebe dir recht nur der islam hat seine politische kraft durch alia isabegovic und das manifest was er geschrieben hat in titus jugoslawien hat gezeigt was er auf den weg gebracht hat beziehungsweise was sein sohn jetzt in bosnien betreibt eine radikale islamisierung ja eine sekunde bevor ich weitermache richtig dass darauf komme ich jetzt gleich hogan fragt wieso hast du nicht die kurdische fahne erstens es geht hier um israel es geht um um palästina oder um gaza und deswegen und ich bin hier in solidarität ich bestehe heute nicht für das kurdische volk hier ich interessiere mich auch nicht für die kurdischen interessen tausende von kunden gibt es da draußen die das jeden tag machen ich lebe in deutschland und ich interessiere mich für das was sich in meinem aktionsradius abspielt und das bedeutet dass ich mein dass ich mich darum kümmere dass diese gesellschaft freigehalten wird von extremistischen kräften und deswegen israel habe ich dahin gehängt weil es ein ein volk ist das ich unterstütze und die diese flagge habe ich hingehängt um zu zeigen wen ich nicht unterstütze und im besten fall würde ich die deutsche flagge noch hier hängen aber nicht die kurdische flagge ich möchte nur kurz als anstoß geben damit du weißt tatsächlich wenn die leute hoch holt wer das ist du hast hier außer abdulhakim und diese russische russische schrift sind alle quasi für sprecher die beiden kenne ich nicht aber alle anderen und damit du ein bisschen so ein vergleich jetzt sind alle für sprecher außer abdulhakim und diese russische spricht und die vielleicht dieser shark kann der jetzt gerade angefragt hat alle anderen sind wenn du auch wieder auf was dann wohl die doch einfach hoch ich weiß nicht in europa habe ich das irgendwie gefühlt ich war ich war ja letztens urlaub machen in tunesien und ich finde irgendwie dass die leute hier in europa viel so rallikaler zugegeben werden als da in diesem in diesem land moment als du komm lass den ausreden ich weiß nicht wie ihr das so mitbekommen habt wenn in arabischen land geht ob die da die leute ein bisschen schädiger draußen als hier die die scharia rufen ja selbst in diesem land dass er auch muslimisch geprägt ist es gibt es nicht so welche richtige extremisten die richtig rufen scharia 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 ja aber wenn ich hier auf deutschen straßen hier zum beispiel in es wirklich only gott muss ich dir das only gott ich kann dir darauf antworten beispielsweise islamische länder wie auch die sehr islamisch geprägt sind wie beispielsweise ägypten die würden ganz anders reden aber die sind auf den tourismus angewiesen so ich war da auch schon die sind auf den tourismus und auf diese hunderte millionen die jedes jahr deutsche touristen und so da lassen angewiesen deswegen sind sie in der hinsicht dann ein bisschen human aber wenn sie genug geld hätten oder wirtschaftlich einen anderen starken zwei ketten dann würden sie auch anders sprechen und würden auch anders sein sie sind tatsächlich auf den tourismus angewiesen in vielen islamischen ländern deswegen halten sie sich da tatsächlich ein bisschen zurück java war auch ein angriff auf israel auf java leben juden arabische juden in tunesien und da gab es auch einen anschlag der wird hier von dem jungen herrn nicht gesagt die sind nicht so ziemlich wie er das eben gerade gesagt hat vielleicht weil er aus der oma ist aber nicht für leute die nicht in der oma sind ich habe eine frage an kian ja bitte du bist für israel und gegen palästin gegen die palästinenser ich bin pro israelisch ich bin zionist ja ich bin auch ein zionist ich unterstütze die zionistische idee einer geistige und körperliche heimstätte für die juden selbstverständlich also unterstützt du den genozid ich unterstütze auf solche hör auf solche was was du stellst die fragen schuhen so richtig ekelhaft gezielt weil du hoffst dass da irgendwas falsches sagt was erzählst du da ich natürlich nicht ich weil der der große arabische feuchte traum ist die juden ins meer zu treiben oder sie komplett auszulöschen also wie kann ich gegen den geozid sein wenn ich genau das gegenteil bin ich wehre mich gegen den jüdischen genozid durch die durch die durch diesen mittelalter kult des islam das ist schwachsinn was du da sagst ja das ist so dann schau dir mal den koran an der ist voll von antijüdische rhetorik dein prophet hat 23 jahre lang so hart gekämpft dass er die juden von mekka und medina in 23 jahren ausgelöscht hat also wenn das schwachsinn ist dann kennst du die islamische geschichte nicht ich bin doch nicht bescheuert und stelle mich auf die seite von diesem todes und sex kult den ihr was was haben die palästinenser den israelis angetan ja was haben sie den angetan kämpfen sie gegen den staat israel statt ihre schnauze zu halten und die zwei staaten lösung aktie akzeptieren die zwei staaten lösung ihnen elf mal vorgeschlagen worden sind zu 99 prozent wurde ihnen alles angeboten was die palästinenser gefordert haben es hat immer gescheitert an der frage um jerusalem und selbst da haben die die israelis gesagt gut west jerusalem zu uns ost jerusalem zu euch neuen wir wollen ganz jerusalem wie kleine bockige arabische kinder sind sie denn weggegangen haben sie steine aufgehoben du böser israeli du böser zionist ihr hättet schon vor 80 jahren euren start haben können oder die personen seiten es haben können wenn sie nur nicht so bockig um jerusalem gekämpft hätten also wer sie haben einverstanden wenn jemand in dein haus ziehen würdest und ihr alles wirklich an dich weitergehen du meintest ob kian für den genozid in palästina ist was dann natürlich totaler schwachsinn ist ja der deb ist keiner von uns und das werden die genozid gibt es noch nicht mal aber was sagst du denn zu dem genozid was sagst du aber zu dem genozid ich sehe den namen gerade ich was sagst du dem genozid im jahre 622 medina als als mohammed mit seinen gefolgsleuten 10.000 juden entweder vertrieben oder ermordet hat an einem an einem tag 900 jungen wurden geköpft was sagst du zu diesem genozid ich war mit meiner frage noch nicht fertig danach kann steine beantworten 6 du hast sogar keine frage bekommen ich habe das meine frage an geredet aber ich sagte auch ganz ehrlich du brauchst jetzt nicht irgendwie so zu sagen ich habe mit dem und dem du bestimmst nicht wie das hier läuft das sage ich nur so also nannst mir ein blasen na das mache ich nicht weil ich das nicht mag ich habe eine frau alles gut aber so da hat man kian genau guck mal da hast du wieder gesehen da das ist wieder einfach so die friedliche seite und die total tolerante seite haben wir da mal wieder gesehen wenn man nicht weiterreiß damit beleidigen löwenherz ich komme aus dieser aus dieser aus dieser aus dieser was glaubst du denkst du ich bin mit dieser mit dieser barbaren nicht groß geworden wie den ganzen tag ich eff deine mutter ich vergewaltige deine deine schwester und so weiter und so weiter doch doch weiß ich ja kian weiß ich das sind obszöne menschen mit einer sehr obszönen kultur und ich weiß nur ich weiß nur dass sie probieren ekelhaft zu spielen und probieren solche leute wie dich solche wie mich so wie ich gesagt habe mit irgendwelchen probieren rhetorische mit ob sie rhetorisch stark mit irgendwelchen fragen und aufs glatteis zu führen und dann hoffen dass wir dann irgendwie weg vom fenster sind aber tatsächlich bist du da drin schon sehr gut geschult du kannst es schon ganz ganz gut eigentlich eine frage an dich ich meine du kannst das widerlegen auf in der hinsicht er heißt kian nicht kian da ist kein l im namen es geht hier um wer hat denn die hanscheid die ss division gegründet wer war das wer war das also wenn jetzt ein palästinenser kommt und fragt sich wo dann der hass in den letzten 80 jahren herkommt also dieser herr muss die der die ss hanja division gegründet hat war vom grund aus ein nazi ja ja vom grunde auf und da 20.000 bosnische moslems aufgestellt und hat die hat die losgeschickt ich meine haben dann übrigens im balkangebiet haben sie die ganzen juden eingesammelt für die für die deutsche wehrmacht so ist die konzentrationslager verschleppt warum weil der groß muss die überhaupt keine probleme hatte der jüdischen frage auf endgültige art und weise annimmt ja wir haben in englstadt eine moschee nach einem ss offizier richtig also das muss man sich mal vorstellen jetzt lass doch mal eine kirche nach goebbels oder himmler benennen und die betreiben das in unserem land wo wir leben wo der islam zustande wir haben budjana jetzt budjana bitte hi erst mal ich kenne dich nicht ich bin jetzt gerade zufällig in das live reingekommen ich kenne mich auch absolut nicht bei tik tok aus darf ich erst mal fragen woher du kommst aus also würde das eine große rolle spielen für den palästina israel konflikt ja ich finde schon weil ich finde die unsere herkunft macht schon was mit uns also ich bin gebürtische albanerin und wir sind also ich sag mal so in anführungszeichen wir sind kriegskinder die leute aus dem balkan wissen was krieg bedeutet gut ich komme aus iran kurdistan iran kurdistan aber aber ich habe keine beziehung dazu ich bin in deutschland geboren okay gar kein problem ich habe nur ein bisschen zugehört welche begriffe hier in den raum geschmissen werden sowas wie zionistisch und diese ganzen sachen ich weiß nicht ob das jetzt nur aus provokation gesagt wurde von deiner seite dass du zionist bist und dass du hinter dieser ideologie stehst mehr so ein union ist sondern überzeugt dazu ist ich denke mal so kian wenn du ein überzeugter zionist wärst dann hättest du es nicht nötig erstens bei tik tok deine ideologie weiter zu tratschen an die leute sondern du hättest ganz andere sachen zu tun du weißt glaube ich gar nicht was zionisten sind erkläre was zionisten sind erklär doch bitte was zionisten wir gehen alle auf stummen und du hast das wochen erklärt uns jetzt was zionisten bitte dann sag uns das mal also das was gerade passiert in palästina das ist zionistisch das ist einfach mal über die ganze menschheit also das was gerade sie weiß überhaupt nichts ihr könnt gleich alle beurteilen lasst mich betroffen weil ich lieber so gleich dann will ich einfach sein das ist keine tochter von scanderbeck also was schau mal ich habe im laufe der sechs jahre gelernt dass wenn ich in eine in eine in einen disput einsteigen oder in einen dialog dass ich mich darauf vorbereitet das heißt ich setze mich nicht hier hin ich muss mich darauf gar nichts also hier ist die israelische fahne hier ist die fake fahne die jordanische fahne die als palästinensische fahne ausgegeben wird und ich bereite mich vor ich mache meine hausaufgaben bujana bevor ich mich hier hinsetze bereite ich mich vor so dass dort das gespräch zwischen den gegnern und den befürwortern einigermaßen intellektuell ausfällt okay das heißt ich habe meine hausaufgaben gemacht wenn ich sage dass ich ein überzeugter zionist bin dann sage ich das auch so wenn du meinst dass ich als zionist gar nicht hier sein muss weil du deine antisemitischen formel folgst dass zionisten vom staat israel oder vom mosat gut bezahlt werden und eigentlich hier nicht zu suchen haben der mosat hat es bis jetzt versäumten zu mich zu bezahlen aber die anderen geheimdienste bezahlen mich würde aber auch vom mosat ganz viele schäkel annehmen damit sie mich bezahlen hier in tik tok zu sitzen okay so viel zu deinen unterschwelligen vorwürfen dass ich im grunde genommen hier nicht sitzen sollte weil der mosat bezahlt mich ja schon entsprechend viel was möchtest du dich überhaupt aus dem balkan ein außer dass du wahrscheinlich ein muslimischen reflex zeigst ja vielleicht bist du muslimin und aus blinder solidarität weil da irgendwie der judenhass der gesamten islamischen welt gerade dich beeinflusst du hierher kommst und sagst ich habe dich zwar nicht verfolgt ich habe alle deine argumente seit zwei stunden nicht gehört aber du bist doof im kopf ja was ist das für ein auftritt den du hier leistest nenne mir jetzt erstmal den akkuraten wisser wissenschaftlichen begriff für zionismus ansonsten kannst du runtergehen und dann machen wir platz für jemanden der wir den zionismus erklären kann vielen dank so jetzt kannst du wieder reden so ok ich weiß nicht was ein zionist ist dann würde ich dich jetzt darum bitten erklär mir was ein zionist ist du bist doch überzeugt dazu hast du hast bereits du hast bereits nicht disqualifiziert indem du hier ganz groß reingesprungen bist hast du hier sofort ein frontalangriff gestartet ja hast ich bin ja reingekommen aufgrund deiner kämpfe erstens gar nicht eingehalten ja und deswegen gibt es nämlich auch nicht aus hier ich will dir nur eine meinung sagen ihr iraner oder was sie auch immer sagen das war kurz oben lass dir mal kurz ihren stuss erzählen oder was auch immer er uns mit deinen weisheit ein mensch hier öffentlich sagt er unterstützt zionismus und ein genozid leute wo sind wir hier aber woher weißt du denn das für das zionismus was schlechtes ist du weißt du was das ist dieser mensch sitzt hier und sagt er unterstützt zionismus er unterstützt ein genozid und es hat er nie gesagt wo jana hör auf zu lügen du bist eine lügnerin was ist denn zionismus du musst doch erklären nein stopp sie hat gesagt er unterstützt das hat er nie gesagt du lügnerin wo jana du lügst hat er nicht gesagt nicht ein wort warum lügst du was erzählst du hier was hat er gesagt ja und was heißt das was macht israel seit 1947 in palästina nicht wenn du nicht mal weißt was zionisch nicht weißt du was für dich zionismus bedeutet für dich ist zionismus die weltverschwörer juden die überall ihre strippen ziehen und juden die das kapital auf der welt in der hand halten das ist eine vorstellung von zionismus aber die vorstellung die von theodor herzl dem gründer ins leben gerufen worden ist war nichts weiter als eine tiefe sehnsucht ins herz der jüdischen welt zurückzukehren zion ist kein anderes wort ist ein anderes wort für jerusalem und es war einfach nur zu sein ja ja bitte schön das kleines mädchen tschüss wie palästine from the river to the sea palästine ist unter sie hier dieser löwenherd und sattig und only gott und so ich weiß ja nicht was du für leute in das schiff hoch ziehst dass sie deinen geistigen stadt und ich kann es gut ist ich kann dir sagen ich kann dir sagen wer ich bin ich bin jüdischer zionistische station ist also von wochen ganz vom ganzen herzen und du hast wahrscheinlich deine definition von zionismus hast du wahrscheinlich irgendwie aus der hauptschule her geholt und irgendwie keine andere das herst weil du wiederholst ja nun mal du wiederholst ja denselben schluss denn ich schon seit meiner kindheit höre was zionisten keine ahnung was das ist verbindtionist und freibauer die in verdeckten plötzlich plötzlich hast du ja natürlich jüdische freunde ich habe ich habe sie ich habe sie ich habe sie raus geschmissen weil nein kommt du bist noch nicht dran ja warte mal jetzt moment moment ich habe jana raus geschmissen ist einem grund sie stolpert hier rein sie empört sich über das wort zionismus weiß nichts über das wort zionismus weiß nicht welche ideen dahinter gesteckt haben als tildo herzl das jüdische volk retten wollte vor der europäischen verfolgung dem grasierenden antisemitismus der sich in europa breitgemacht hat und die jüdische diaspora immer mehr und mehr und mehr gefährdet hat das war der grund warum theodor herzl schlussendlich sich entschieden hat in basel in der heutigen schweiz sich hinzusetzen und zu sagen wir müssen die juden aus europa wieder weg bringen weil sie sind eine gefährdete gruppe sie kriegen immer mehr anfeindungen durch die mehrheitsgesellschaft und sie werden immer weiter stigmatisiert und das mündete schlussendlich auch in die vergasung von sechs millionen juden und in schreckliche progrome in russland deswegen zionismus ist nichts weiter als die errettung des jüdischen volkes aus der europäischen oder westlichen diaspora weil der antisemitismus ganz besonders in der zeit der nationalentstehung oder der entstehung der nationalstaaten immer 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 schwerer geworden ist und deswegen hat theodor herzl die stunde der zeit der die die dem moment oder die den richtigen moment der zeit erwischt und hat gesagt jetzt müssen wir dahin zurückgehen wo wir unsere wurzeln haben damit nie wieder irgendjemand unser volk diskriminiert ausgrenzt stigmatisiert wie das der islam gemacht hat und wie es andere weltliche und religiöse antisemiten gemacht haben das ist der einzige grund warum der und warum sollte ich nicht als 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 nicht jude die idee eines zionistischen staates unterstützen wenn ich genau weiß dass die juden am besten aufgehoben und da wo sie sich am besten alleine verteidigen kann so wie israel ist jetzt gerade tatsächlich so jetzt haben wir weiß es nicht gibt so einen punkt ist sie weil ich weiß nicht so lange dass ich eigentlich die ganze frage stellen kann du bist ja du kennst dich aber dem islam ich schätze ja deine meinung über die islam sehr wenn ich weiß du kennst dich damit aus du redest dich aus und aus dem nähkästchen heraus würdest du sagen laut deiner laut deiner laut deines laut deines wissens das was mohammed 622 in mekka veranstaltet hat würdest du sagen dass wir wirklich ethnische säuberung und ein genozid zu der da muss man die bevölkerungsdichte beantworten wenn man damals 10.000 jugend getötet und vertrieben hat dass das war ja von der gesamtbevölkerung der erde wahrscheinlich eine sehr hohe anzahl ne also eine sache steht fest medina die die stadt in der der prophet die kontrolle übernommen hat als er von mekka nach medina gegangen war eine war eine über du bist gleich dran erwartet war ich doch kein fortnight kannst du warten bitte gut okay dann gut alles klar okay hat sie hat sie pedo gesagt und gemacht hat sie pedo gesagt aber er das weiß ich nicht es war ein kind es war ein kind und sie hat fort nicht gespielt also raus brauchen wir nicht okay gut okay medina was viele leute nicht wissen wenn sie in die geschichte der islamischen anfangszeit gehen medina die 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 prophetenstadt war überwiegend jüdisch und ein wenig politisch moment bitte war überwiegend jüdisch und ein bisschen politisch orientiert das heißt es gab eine große jüdische enklavien medina und christliche und juden haben viele jahrhunderte friedlich neben den sogenannten muschurikien also den götzen anbietern zusammengelebt ohne dass es reibereien gegeben hat man ist sich aus dem weg gegangen hat sich aber respektiert und es gab keine kriege es gab keine dokumentierten kriege zwischen christen juden und den damaligen vorislamischen araber aber innerhalb von 23 jahre 12 jahre davon hat der prophet 12 13 jahre hat er davon in mekka verbracht die restliche zeit in medina dann kam er zurück und hat mekka erobert und dann faktisch am ende dieser zeit der 23 jahre waren die juden und die christen komplett von der arabischen halbinsel ausgelöscht worden wenn wir die geschichte glauben können dass da tatsächlich juden und christen gelebt haben fakt ist juden und christen existierten nach 23 jahren propheten schafft nicht mehr deswegen kann man durchaus bei den juden weil es sich um eine ethnie handelt mit einer spezifischen religion kann man sicherlich von einem massenmord an einem spezifischen volk sprechen und bei den christen kann man auf jeden fall von einer auslöschung einer religion sprechen am ende siegte der islam und sie haben alle religionen zerstört die religion der vorislamischen araber der christen und der juden und das war's also ja wir können wir von einem genozid sprechen ja ich kann meine hose runter ziehen und dir zeigen dass ich beschnitten bin kann ich nicht ich bin ich bin ich lüge hier nur wer bist du dass er dir irgendwas beweisen muss wer bist du in deutschland sitzt beweis mir dass du fünfmal am tag betest beweis mir dass du zur hatsch gegangen bist beweis mit dass deine eltern muslime sind was für eine dämliche frage wir können uns heute hier unterhalten und dann können wir ein wissen gegen mein wissen messen aber ich mache mit dir nicht einen islamischen schultest du bist in meinem stream und wenn dir das nicht passt dass ich mich als ex muslim auto musst du dich in dein zimmer auf den rücken setzen und wollen ich bin mir sicher ich beweise gar nichts und ich beweise gar nichts ich habe genug daraus ich habe in vielen live streams in tik tok schon längst bewiesen was ich weiß über islam ich brauche dir gar nichts beweisen ich stecke mir keinen imanometer in den mund und dann schaue ich mal wie ich mein iman war ja okay wunderbar toll also kein also du also er leistet keinen wirklichen beitrag tschüss überhaupt nicht ja tschüss adrivedaci charlie brown so guck mal ganz kurz wo wir gerade hier sind wo wir gerade hier sind und kieren so sorry leute seit zehn minuten steht das bei 139.000 likes ihr macht jetzt in den nächsten zehn minuten macht die 150.000 likes sonst werde ich aber richtig sauer aber kommen jetzt geht mal vollgas leute für kieran für mich für uns für die arbeit los sagt ja und ich gebe euch jetzt mal ein bisschen stoff zum ärgern war jetzt schon in dem chat geschrieben wird kieran hat zugegeben dass er nie musste ich war nie musste ich bin ich bin in wirklichkeit bin ich ein jude der augen ist islam islamische geschichte und islamische theologie studiert hat und ich bin eigentlich nur da weil ich fitne machen möchte gegen die islamische welt der mossad hat mich hier ausdrücklich hingesetzt damit ich das tour und der cia und natürlich auch bei den illuminati ich habe jetzt meine ringen mit dem mit dem sichel und mit dem mit dem dreieck habe ich nicht an aber normalerweise das illuminati symbol habe ich hier kieren guck mal wie das geht mit den likes und den zuschauern fast 1000 zuschauer jetzt fast 150.000 in dem kasse habe ich nicht gesagt ja das geht man muss man zwischendurch ein bisschen animieren hier unsere unterstützung da machen die das von selber 1000 zuschauer wird ja auch interessant gut derjenige kommt gerade nicht hier hoch schade dann holen wir den mal runter holen mal irgendjemanden hoch mit dem wir nicht die gleiche meinung haben bitte ja moment ich guck kurz ich kann das nur die die dich nicht kennen ich kann das nur vermuten moment also ja hier vielleicht ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher aber ihr braucht nicht kommen und von mir in einen islamtest verlangen wer seid ihr denn dass ich euch gegenüber irgendwie rechtenschaft ablegen muss wer wer seid ihr ihr könnt auf meinen youtube-kanal gehen ihr könnt sehen wie ich dort islamische debatten führe ihr hättet in meinen vielen anderen tik tok live streams kommen können da habe ich mich mit muslime aller couleur auseinandergesetzt ich renne vor diskussion nicht weg aber ich mache mit euch kein islam test ok und wenn ihr unbedingt wollte dass ich alle 4 h lese damit ich ich könnte die euch die als vater lesen ich könnte jetzt anfangen bis mit dem punkt so was würde das beweisen dass ich musste weil ich könnte ein christ sein der eine christliche agenda verfolgt und deshalb den islam studiert habe ich könnte ein jude sein der den eigentlich ein zionist sein der den islam zerstören möchte und der nur den islam studiert hat um die muslime zu verwirren ich könnte ein atheist sein der islamwissenschaft studiert hat um muslime von ihrem glauben abzubringen es beweist gar nichts ihr trottel gar nichts nichts gar nichts so kieran darf ich jetzt was fragen jetzt ist hosain dran moin erst mal ja ich hoffe dir geht es gut ich bin noch nicht um dich zu beleidigen ich habe erst mal ein paar fragen an euch ich finde du kannst sehr gut reden du hast auch wirklich viel vorahnung du hast viel hintergrund wissen aber leider sprichst du nicht die fakten und wahrheit da steht so oft ein erklärst du jetzt dann bist du jetzt da um die fakten und wahrheiten anzusprechen bitteschön das ist ja ein konkreten punkt ich meine es ist ja nicht unbedingt alles ansicht sache auf deiner cap steht zwar dass du ein ex muslim bist aber ein wahrer muslim bleibt auch muslim bis zum tod nein bleibt er nicht doch dann wahrer muslim beim insgib im islam die apostasie das gibt die abtrünnigkeit das gesetz des murt hat das murt hat die tun und wenn der islam so etwas wie eine abtrünnigkeit nicht kennen würde dann hätte der prophet und die und die scharia und die vier oder die fünf rechtsschulen eine schiitische rechtsschule mit einfügt nicht regelungen geschaffen zur abtrünnigkeit im islam also die die behauptung dass muslime nicht vom glauben abfallen können ist völlig idiotisch drei katabar drei schreiber des koran die nach dem tod des propheten abgefallen sind sind von abu bakar wieder gezwungen worden in den islam einzutreten hier aber aber ich halte sich das doch schon das was du sagst aber es war ja eine leute blaue herzen den chat wenn die wahrheit spricht einmal so warte ist einmal ein paar beweise dann kannst du widersprechen die kennst du die sogenannten röder kriege von abu bakar die kenne ich leider nicht aber dann weiß nämlich gar nichts warte 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 ich lasse dieses diesem scheiß hier nicht stehen beschäftige dich mit den sogenannten röder kriege was heißt das heißt die abtrünnigen kriege abu bakar hat über fünf sechs jahre gekämpft die arabischen stämme wieder in den islam zurückzuholen weil die alle abgesprungen sind und wollten mit der religion des islam nichts mehr zu tun haben das nennt man die sogenannten röder kriege und wenn du dich mit diesen kriegen auseinandersetzt dann wirst du sehen wie viele araber damals schon nach kurz nach dem tod des profeten weil abu bakar war der erste khalif nach dem prophet moment wie er gekämpft hat die um mal wieder zusammen zu halten so viele araber sind abgefallen so viele muslime sind abgefallen wenn du das nicht weiß nicht solche basics weiß dann was fragst du mich dann über diese sache hier warum wenn du dann der überzeugung bist dass der prophet mohammed bis dato alles richtig gemacht hast warum lebst du nicht den islam aus nach der ansicht des prophet mohammeds das hast du gerade eben selber zugegeben dass nach dem tod des propheten vieles falsch verloren gegangen ist dass der islam in die richtung gegangen ist nicht selber gesagt habe ich nicht gerade betont dass abu bakar die leute mit fast in den islam auch nicht nicht habe ich es gibt zwei rechtsschulen es gibt einmal die rechnung und einmal die sunnitische es gibt 44 die niedrige rechtsschule und eine schiitische rechtsschule genau wir gehen nach was ich weiß nicht nach welcher rechtsschule ihr geht du kannst du dir aussuchen naja du bist doch iraner oder nicht du gehst nach verschieden ich nehme ich mal an oder ich war damals in der schiitisch jetzt bin ich in der in der kaffee so hast man vor abu bakar erwähnt abu bakar geht nach der sunnitischen also das sind zwei abu bakar zwei verschiedene sachen also haben wir haben ein bisschen nicht ausreden ich bin derjenige der ahnung hat oder lässt mich nicht ausruhen welcher rechtsschule aber wacke ist ich bin kein sunnite ich bin schiite ich weiß nicht nur noch mal welcher rechtsschule ist abu bakar gefolgt das weiß ich gar nicht ich bin schiite ich bin doch gar nicht wissen weil es keine rechtsschulen zu zeiten der vier khalifa und selbst und selbst und selbst und selbst und selbst wenn warst du nie richtig moslem punkt okay gut noch irgendwelche at homie nennen attacken auf mich warum ja warum verbindest du denn den islam also nur weil du jetzt ex muslim das heißt das auch dass du dann gegen 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 palästina ist ja auch ist ja auch alles schön und gut ich meine ich werde das höllenfeuer inshallah nicht schmecken wirst du auch nicht weil es keine hölle gibt es gibt doch kein anderer das ist ja deine meinung im endeffekt ich werde davon nicht überzeugen wollen ich wünsche dir wirklich die recht leitung die haben wir habe ich abgelegt und jetzt folge ich schätern ja guck mal das ist ja deine sache das ist ja schön dass du so redest und bei 709 zuschauern gerade aktuell wenn ich gerade blande war wo alle hier war von inshallah ich wünsche dir die recht leitung und das ist ja es sterben in palästina nicht nur muslime es sterben auch christen und jetzt kommst du mit deinem ex muslim und da hinten noch eine israel flagge zum prototyp islam hass schau mal und hier und das auch noch islam gleich terror aber was hat denn was hat denn hamas mit der is zu tun und was hat die al-qaida mit allem was zu tun was hat das denn damit zu tun was hat das denn damit zu tun alles authentischer islam wie die hezbollah auch etwas mit dem authentischen islam zu tun hat alles terrororganisation der schia islam völlig durchgeknallte religion ein absoluter blut und märtyrer kult eines der gründe warum ich den schia islam verlassen habe ist dieser fürchte einzigen die hassen die einzigen die haste in den ländern der muslime erfüllt haben waren war die westliche welt und das ist fakt das hat schon in der zeit des imperialismus und kolonialismus begonnen das weißt du auch hast du ja nicht wahrnicht ich kann sprachlos wir muslime schon die muslime wir haben immer in frieden gelebt wir haben immer in muslima muslime haben immer in frieden gelebt wurde ägypten was nämlich mich nie wurde afghanistan muslimisch wie durch indien mussten und die iran aus fliehen wir sagen wir sagen wirst du mir sagen das es ist er fahre aus taliban sich in den hier bei 11 in den tower stürzen konnten hat er nicht gesagt hat er nicht gesagt er beleidigt nicht oder geredet normal irgendwie wirst du ganz schön agressien sie immer dort das ist doch normal das ist ihre kultur das ist meine kultur aufgewachsen und groß geworden aber quatsch du bist im kopf bist du Moslem und dann bist du Araber, Türke oder Ich bin im Herzen, ich bin im Herzen Moslem und das können Deutsche auch sein Das können Europäer genauso gut sein Ja, hoffen wir mal, dass es Deutsche nicht werden und dass alle Deutschen aufwachen und es nicht wollen Ein Glaube differenziert man von der Kultur Ein Glaube differenziert man von der Kultur Also müssen sie doch wissen mit deinen 50 Jahren oder wie alt auch immer du bist Musst du das doch nicht Kieran ist 28, lügt doch nicht, der ist 28 Gucken wir mal, wie er aussieht In seiner Fantasiewelt, wo auch Israel ganz gut zurechtkommt Hosein, du bist Baujahr 98 Guck mal, du bist 5 Jahre jünger als ich Du bist gerade mal schnuckelige 25, 24 Was willst du uns denn hier erzählen? Du kommst hier und möchtest dir das Leben erzählen Möchtest den Leuten, wie alles läuft Und du bist so stolz Und keine Ahnung, willst du jemanden erzählen, der 30 Jahre lang Muslim war? Was denkst du eigentlich? Selbst wenn er 100 Jahre Muslim war Lebt er die Religion falsch aus, er hat nicht einen Tag richtig gelebt Achso, weil du ihn persönlich kennst Und weil du weißt, wie er sich ausgelebt hat Wusste ich ja gar nicht, Entschuldigung Darf ich mal nur 10 Sekunden hören, was für eine Scheiße erlabert Das reicht schon Da weißt du, was hat den Islam, der richtig ausgelebt hat Hosein, Leute Warte mal, Hosein, Hosein Hosein, schieß mal los Wie viel kennst du aus meiner Vergangenheit, lieber Hosein? Haben wir das Bett geteilt, eine Flasche, die Brust Sind wir gemeinsam in der Kindergarten groß geworden Sind wir gemeinsam zur Schule gegangen Sind wir gemeinsam durchs Leben gegangen Junge, als ich die erste Moschee in Berlin gegründet habe Da warst du noch in der Erbsuppe deiner Mama Verstehst du das? Selbst wenn du in der Mekka gewesen wärst War ich auch Ich habe nachher auch geliefert 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 Ja, achso, du bist zwölfer Scheite, richtig? Ich bin Moslem, alhamdulillah 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 Als den rechtmäßigen Nachfolger Oder an Abu Bakr al-Faddaq Als den rechtmäßigen Nachfolger Ich bin Moslem, alhamdulillah So, sagst du noch siebenmal, ob das du Moslem bist Das interessiert keinen Sunniten sind meine Brüder Und du musst dich doch gar nicht differenzieren Mir geht es auch darum, dass du halt einfach Du hast dich einen Tag ein Moslem In deinen 30 Jahren In deinen 30 Jahren In deinen 30 Jahren, wo du den Islam ausgeliefert hast Warst du nicht einmal ein Moslem Okay, gut Und wahrscheinlich im Chat gibt es viele Sunniten Die jetzt sagen, wenn Schiiten sind sowieso keine Muslime Er traut sich nicht mal Das ist nicht schlimm Dann ist das deren Meinung Dann möge Gott die Recht leiden Aber man sieht ja, dass die Schiiten die Einzigen sind Die Hoffnung der Schiiten Er versteckt sich jetzt hinter dem allgemeinen Begriff Islam Aber er ist Schiiter Wenn er Schiite ist, dann hasst er den sunnitischen Islam Das haben dir vielleicht deine Eltern so beigebracht Aber ich weiß, man kann ihn nie akzeptieren Weil als Schiiter kann man nur den ersten Imam akzeptieren Als den rechtmäßigen Nachfolger des Propheten Mohammed Und nicht Abu Bakr Also er lügt Leute, wieder einer, der im Taqiyah Modus ist Und übrigens, Taqiyah ist eine typisch schiitische Sache Die Schiiten verstecken Es ist ein Teil ihrer religiösen Identität Ihr sechster Imam, Imam Jafar Sadiq Hat gesagt Dass derjenige, der nicht die Verschleierung Seine wahren Absichten praktiziert Also Taqiyah, der gehört nicht zu uns Der gehört nicht zu uns Zu unserer Schia-Oma Und der ist ein Lügner Er ist ein Spieler hier Weißt du überhaupt, warum es den Schiiten gibt? Weißt du, das Wort Schiite gab es ja damals gar nicht Das Wort Schiite gab es ja nicht Das bedeutet nur die Partei Übersetzt vom Arabischen ins Deutsche Wie nannte man die Schiiten damals Das bedeutet nur die Partei Wer war das doch gar nicht Damals gab es doch da die Schiiten gar nicht Damals gab es nur den Islam Damals gab es nur den Islam Und sie waren Anhänger Der Ahlul Bait Aber ich gebe dir sogar recht Die Schia Du folgst einer Sekte Die von A bis Z erfunden worden Ihr seid eine Erfindung Und deswegen Schia ist da ein verlassen Weil ihr eine Erfindung seid Ihr seid eine Erfindung Ich habe in meinem Schiiten Über dem Schiatom herausgefunden Dass alles fake ist Soll ich ihn rauswerfen? Ja, ich sag gleich warum Mach mal Ich sag dir Doch mal Du bist sowieso ein kleiner Vollidiot Vielen Dank Vielen Dank Okay, Löwenherz Ich sag dir warum Der geht oft das auch in Mainstreams In verschiedenen Streams Und belade ich dann richtig Also er ist auch bei Ich weiß nicht, ob du den Ex-Muslim kennst Der ist auch bei dem hochgegangen Der hat sofort belade ich richtig Ich mach das und das Punkt, Punkt, Punkt Das mit Ich bin stolz darauf Dass ich kleine Alles gut Ja, ich nehme ihn nicht hoch Ich nehme ihn nicht hoch Also Leute Bevor wir jetzt hier den nächsten hochholen Der die Gegenstimme darstellt Möchte ich einmal erst Einen großen Dank an die Unter- So, kannst du Löwenherz Kannst du ein paar Talibans hochholen bitte? Moment, Moment Ich wollte kurz was machen 30 Sekunden Also bevor ich tatsächlich Jetzt noch welche hochholen Möchte ich erstmal mich bei allen Leuten bedanken 1100 Leute Die hier sind Die auch Kians Arbeit unterstützen Die meine Arbeit seit kurzem unterstützen Ich sehe sehr viele Namen Die auch aus meinem Chat kommen Ich danke euch dafür Und Leute Ich möchte am Ende des Streams mindestens 300 Teamherzen haben Absolut genial Genau so will ich das sehen Danke Leute Klaut die Teamherzen Und genau so So kommen wir immer öfters online Wenn ihr uns Liebe entgegenbringt Bringen wir euch Liebe zurück Wir machen das Nehmen uns Zeit für euch Unsere Freizeit Also genau so Danke euch Ich hole ein paar Leute hoch Neos Vielen Dank Justin Amo Recht herzlichen Dank Recht herzlichen Dank Wenn ich so die Hand hebe Dann nehme ich zur Kenntnis Was ihr da hier tut Recht herzlichen Dank Liebe Freunde Ihr seht es Für dich Abu Sadiq Einen schönen guten Morgen Ja Einen wunderschönen guten Morgen Guten Abend Wir haben einen guten Abend War mein Freund Morgen Ich habe eine Frage Ex-Muslim Was warst du denn vorher? Muslim Ja was warst du denn Welcher Dingsgruppe Hast du dich angehört? Der Du meinst der Sekte Ich war Gehörte der schiitischen Sekte an Schiitischen Okay Ich habe eine Frage an dich Wenn du Ex-Muslim warst Welcher Welcher Schrein Liegt vor Imam Hussein Das Schrein Nochmal Habe ich nicht verstanden Welcher Welcher Schrein Liegt vor Imam Hussein Aleyham As-Salaam Dein Schrein Meine Ahnung Stark Leute Weiter so mit dem Gehen jetzt Ich glaube ich Mussa Karasim Oder glaube ich Nein Das war Abul Fatl Abbas Aleyham As-Salaam Hör auf zu drüben Du warst kein Ex-Muslim Du warst kein Ex-Muslim Hör auf zu drüben Ja eine Ahnung Hast du mich Das ist so ein Quatsch Ich kann dir genau Eine Frage stellen Was steht in Surin Google 30 33 Du willst mir auch Jetzt nicht einmal sagen Was das steht Ich habe meine Ich habe meine Siehreff gemacht Zum Schrein von Von Zeynab Nach Damaskus Ich habe meine Siehreff gemacht Zu Imam Ali Reda Nach Iran Und ich bin Selbstverständlich Auch nach Kerbala Gegangen Und habe ich Auch den Schrein Von Imam Hussein Dort damals besucht Aber du wirst Von mir jetzt verlangt Es interessiert mich nicht mehr Ich setze mich Mit diesen Sachen Nicht mehr auseinander Ich habe viele Sachen vergessen Ich weiß nicht Warum redest du dann Über Schieten Ich weiß auch nicht Ob du selber keine Ahnung hast Aber ich kenne Er redet über wen er will Junge Was hast du hier zum Hilfen Ich rede wie ich will Das spielt auch keine Rolle Frag mal die meisten Schiiten Du wirst viele Schiiten Nicht wissen Nicht die Antwort bekommen Was wer Welcher Schrein Sich vor ihm Am Husseins schrein Ja weil es gibt doch Es gibt doch Unter den Schiiten Das sagt gar nichts Komm Wir unterhalten uns weiter Mr. Schiite Und dann sehen wir ja doch mal Ob wir Ob wir Ob wir uns miteinander Matchen können Deswegen bist du ja da Ja aber komm Nicht mit uns Ein Pfeudofragen Nur weil ich jetzt Nicht mehr wusste Wie dieser Schrein da heißt Keine Ahnung Okay welcher Schrein Wo liegt Im Am Husseins Wir unterhalten uns Über den Scher-Islam Und dann im Laufe Im Laufe des Gesprächs Kommen wir herausfinden Was für einen Schrott du glaubst Okay Welchen Schrott Wie viele Imame Sind eines unnatürlichen Todes Gestorben Von den zwölf Imamen Ich glaube sechs Wie bitte Sechs Ja sechs Und wie kommt es Dass dann Imame Dass alle Imame Eines unnatürlichen Todes Gestorben ist Da sie viele Feinde haben Achso Das heißt also Scheich Scheich As-Sadrug Und Scheich Mufit Schreiben in ihren Büchern Dass wahrscheinlich nur Vier oder fünf Imame Eines unnatürlichen Todes Ich habe das gesagt Sechs ungefähr So Und das bedeutet Das bedeutet Hier kommt schon mal Die größte Echte große Lüge Unter den Schiiten Die Schiiten behaupten Dass alle elf Imame Außer dem zwölften Imam Mohammed Mahdi Alle eines unnatürlichen Todes Gestorben ist Das ist schon die erste Lüge Ihr kennt nicht mal eure ursprünglichen Bücher Lest mal die Bücher von Scheich Mufit Und Scheich As-Sadrug Und dort wird nämlich darüber referiert Dass der meisten Imame Eines natürlichen Todes Gestorben ist Aber die Schiiten Komm mir nicht mit der Wasserquelle Lest einfach Du argumentierst ohne Quelle Komm und lese es Du argumentierst ohne Quelle So du kleiner Gehirn-Akrobater Und jetzt halt mal kurz den Rand Folgendermaßen Wer der abbreitet Dass Kian ein Ex-Muslim ist Der sollte sich vielleicht mal Mit der Geschichte Mit der Davida von Kian Direkt auseinandersetzen Es ist an dem Dass Kian sogar Eine richtige Größe in dem sah Er hat ja auch mehrfach schon gesagt Die erste Moschee in Deutschland gegründet War Kian ein Mitgründer Um das mal so auszudrücken Das was Kian darstellt Ob ihr das glauben wollt oder nicht Wenn ihr ihn da Als Nicht-Ex-Muslim augen wollt Hat das nur eine einzige Bewandtnis Um seinen Worten Weniger Gewicht zu geben Und das schafft ihr nicht Und das ist das größte Problem für euch Ich weiß gar nicht worüber wir hier diskutieren Mal ganz ehrlich Alter Was wollt ihr da haben Wollt ihr, dass Kian sich da irgendwie entblößt Oder irgendwas anderes dergleichen Unabhängig davon Sieht es an dem aus Dass der Islam hier in Deutschland Eine riesen Gefahr darstellt Ob ihr das wahrhaben wollt oder nicht Der Islam selbst Der politische Islam Ist in einem christlich geprägten Land Wo wir Staat von Religion trennen Ein absolutes Problem Ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht Und das ist euer Ding Wenn ihr damit irgendwelche eigenen Probleme habt Dann fasst euch am Schnippel Zieht da so lange dran rum Bis ihr glücklich seid Und verurteilt Wenn dann Eure eigenen Schriften Weil die sind das Problem Die sind das Problem Das wir überhaupt uns hier mit so einer Scheiße Auseinandersetzen müssen Also hör auf Irgendeinen Mist zu erzählen Wo welches Grab irgendwann mal gelegen hat Oder irgendwelchen anderen Rott Kontakt zu geben Ja, Lügner bist du Indem, dass du deine eigenen Schriften Da leugnest Und die eigentliche Problematik Im Islam nicht wahrhaben willst Und das ist ein Problem Warum gibt es dann überhaupt Hier in Deutschland Kinder Warum haben die hier Die Schneidung der Traum Wie kann es sein, dass Friedensrichter Recht sprecht Wie kann es sein, dass der Islam Sich über jegliche Glaubensform stellt In einem Land, wo Glaubensfreiheit herrscht Antwort noch mal darauf Ohne Beweis Kann man nicht arbeiten oder nicht Löwenherz und Roy Übernimmt das mal Er will ja die Quelle haben Die kriegt er jetzt gleich Er kriegt jetzt eine ordentliche Quelle Süß Er bekommt die Quelle gleich Ist kein Problem Danke Abu Sadik, ich verstehe tatsächlich Deine Intention nicht Du kommst hier rein Und du erzählst irgendwelche Sachen Aus dem Zusammenhang Probierst Leute zu prüfen Ob sie Moslem waren oder nicht Wer bist du, dass du entscheidest Dass du sagen kannst Wer Moslem war und wer nicht Dann hast du auch Eine Sekunde Abu Sadik, warte Einer ist im Hintergrund sehr laut Er will die Quelle haben Er will die Quelle haben Und zwar Scheich Al-Mufid In seinem Buch Tassihul Etiqat Kapitel 33 Die Korrektur des schiitischen Glaubensbekenntnis Was man wissen muss Über Scheich Al-Mufid Ist Mufid hat das Schiitentum erklärt Ohne ihn hätte es überhaupt keine Bedeutung Des Schiitentums gegeben Er hat das Schiitentum sortiert Und hat ihm ein Gerüst gegeben Ein Fundament Er schreibt In dem Buch Ich weiß jetzt nicht Wie man Weil ich es in Arabisch nicht hier sehen kann Tassihul Etiqat Kapitel 33 Die Korrektur des schiitischen Glaubensbekenntnisses Das nur sicher ist Dass Imam Hassan Imam Hussein Musa ibn Jaffa Und alle ibn Musa Eines unnatürlichen Todes gestorben sind Also vier Imame Von zwölf Sind eines unnatürlichen Todes gestorben Und die schiitischen Elitner sagen heute Dass alle Imame Eines unnatürlichen Todes gestorben sind Weil es besser in ihrem Blut- und Märtyrer-Kult reinpasst Die Quelle Die Quelle ist Moment Warte 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 Ich Ich setze das jetzt Ich setze das jetzt in In den Chat rein So Und dann kannst du dir die Quelle angucken Und dann bist du für den Rest selber verantwortlich So Ist drin Ist drin Habe ich reingestellt Nochmal Falls du es versäumt hast So Und dann kannst du dir es selber angucken So Der erste Beweis ist schon mal da Dass nicht Alle Imame eines unnatürlichen Todes gestorben Also bei mir kommt nichts Ich sehe nichts Ja Was soll ich sagen Moment Dann gebe ich das Der kann es dir doch zeigen Oder nicht Moment Dann gebe ich das Dann gebe ich das Zeig das doch im Bild Kannst Kamera wechseln Und dann zeigen Na gut Ja Aber hier Kian Was ist da drauf Ist da irgendwas relevantes drauf Dass man das nicht zeigen kann Na Überhaupt nicht Überhaupt nicht Okay So Hier bitteschön Welcher Seite ist das Hier Das ist meine Seite Die meine schiitische Seite Als ich damals als schiitischer Muslim Diese Untersuchung gemacht habe Aber das ist das Werk Komm doch nicht so bescheuert rüber Kannst du mal bitte Bezählen Kannst du bitte nach hinten gehen Google Google Einfach Dieses Buch Und dann weißt du was los ist Hier Welche Seite Welche Seite Nach der englischen Ich habe das Die englische Version Seite 85 Wenn du die englische Ausgabe hast Aber habe ich gerade eben Habe ich gerade eben Ihnen was gesagt Dass alle elf Imame Einen unsterblichen Also einen gefährlichen Tod Oder so Gestorben sind Habe ich das gesagt Medo schalte ich erst Stumm oder fliegt runter Ja du verstehst mich Was ich sagen will Ja du kommst hier Kommst hier mit irgendeinem Schreien Den ich hier seit sechs Jahren Nicht mehr im Kopf habe Nein nein Das mich nicht interessiert Und dann Und ich habe Ich wollte ja gucken Und jetzt habe ich dir den Beweis gestellt Und ein Schiite weiß Und ein Schiite weiß Ein Schiite weiß Ein Schiite weiß Wer welcher Grab Wo ihm am Hossein ist Nein Überhaupt nicht Weiß ich gar nicht mehr Ich habe sechs Jahre lang Nicht in diesen Müll reingeguckt Müll La natullahi ala paulus Ja Ja Only good und sadik Können wir durch wechseln Ich würde ganz gerne auch mal andere Leute hochholen Ja Ja Das wäre super Wenn das geht Ich hole euch später wieder hoch Ja Only good und sadik Das wäre super So Ganz ab Kann runter gehen Falls Nicht mehr gebraucht werden Ja Ihr müsst einfach Anfragen stellen Ich nehme euch später wieder an Ich will katsch Ich will vielleicht noch ein Satz So vor euch gehe Ja Nur noch ein Satz So vor euch gehe Ich wollte eben sagen Bevor Kian die Quelle nennt Ich würde mich Ich hätte mich prophetisch äußern wollen Sag mal so wenn du eine Quelle nennst Dann ist die Quelle nicht gut genug Das ist so witzig Ich gehe jetzt mal wieder Also runter Und kommen einer mal hoch Wenn ich darf Okay So Kian jetzt ganz kurz Das persönliches Anliegen Jetzt von mir Jetzt ist hier jemand drin Der natürlich auch ein bisschen Ekelhaft Du kannst gerne was dazu sagen Schönen guten Abend In die Runde erstmal So Was du erwähnt hast Habe ich so gar nicht mitbekommen Sondern nur als du das im Raum Von Panischer erzählt hast Habe ich davon erstmals mitgenommen Da war ich leider nicht Bei Celo Muss ich schauen demnächst Muss ich mal die Ohren Offenhalten Sag mal so Ja Die Augen offen halten Und schauen Was da wirklich los war Also ich kann Ich kann dir das echt Jetzt nicht sagen Das mit den Schweinebildern Was er immer sagt Ja ich habe das Ich habe das nie geleugnet Ich habe immer gesagt Dass ich das gemacht habe Ich stehe dazu Ich habe nur gesagt Letztes Mal Weil ich es jemandem versprochen habe Den ich persönlich sehr gut kenne Der Muslim ist Dass ich es nicht mehr mache Ändert aber nichts daran Dass ich nicht dazu stehe Dass ich das gemacht habe Also dass sie dann auch Dann im Stream sind Und sagen Ich hätte ja das geleugnet Ich habe nichts geleugnet Völlig Die verdrehen die Tatsachen Und verdrehen meine Wörter Und legen die irgendwas im Mund Absolut geisteskrank Aber Milo jetzt mal ein anderes Thema Du kannst mal Was hältst du denn von Kian Milo Erzähl doch mal ein bisschen Vorher hatte ich ein besseres Bild von ihm Also manche Aussagen von ihm Sind echt tatsächlich sehr grenzwertig Fast schon faschistisch Ein paar Aussagen Muss man schon ein bisschen aufpassen Aber ja das ist seine Meinung Kann er haben Ich meine das ist ja Sein gutes Recht Und nur meine Frage dazu Was Roy war ja vorhin da Der Gehirnrakrobat Den würde ich gerne wissen Oder von Kian Was ist eure Sorge Da ist ein Freund Bitte Kannst mit ihm direkt reden Hallo Kian Akrobat Hallo Roy Du hast ja den Islam ins Spiel gebracht Hier in Deutschland So Milo Wieso streitest du gerade ab Dass du nicht dabei warst Ich war nicht bei Celo da Wo ich über das geredet habe Du warst heute mit bei Celo Ich habe dich im Live gesehen Du warst dabei Nee Wann denn Kian lass das Gespräch mal kurz Fünf Minuten laufen Die Sonnen mal ganz kurz Nee Weiß ich nicht Auch kein anderes Thema Roy Wurde von mir Sag mal ganz ehrlich Bist du von Haus aus Zum Lügen erzogen Ist das deine Intention Dass du ein Gehirnakrobat bist Das wissen ja mittlerweile alle Aber bist du wirklich auch So ein Untermensch Dass du wirklich Bei jeder Gelegenheit Ich war nicht da War ich oben Hab ich geredet Du musst auch keine Ich habe gesagt Dass du in dem Live warst Die Worte die hier gefallen Wir sind ja nicht gesperrt Okay gut Keine Ahnung Ich kann mich nicht erinnern Du hast eben gesagt Du hast keine Ahnung davon Du warst nicht dabei War deine Aussage Du warst aber unten im Chat Du warst im Live Nein Nicht mit den Kreuzen Da war ich nicht im Live Nein Da war ich nicht im Live Und nicht drin Später Als Löwenherz bei Panischer war Als er rausgegangen ist Von Panischer Bin ich rein in Celo Hab gesagt Ey Celo Was in die Hülle hab ich geschrieben Ich war nicht oben Oder hab geschrieben Ey was ist los Löwenherz ist gerade Ausgeflippt Bei Panischer Was ist passiert Und keiner wollte es mir erklären Ich habe nur was Von Kreuzen Wir reden hier gerade Von Celo Was da gelaufen ist Was da behauptet wurde Davon reden wir Es wurde behauptet Das Löwenherz Das meine ich nämlich auch Das meine ich nämlich auch Richtig Das ist tatsächlich ziemlich doof Und hinter sowas kann ich auch nicht stehen Deswegen finde ich das halt einfach eine Frechheit Aber gut Anderes Thema Wie gesagt Kian Nur um ganz kurz abzu Mido ist jetzt halt nicht so der Intelligenteste Der hat die Sonderschule abgebrochen Wir kennen ihn schon öfters Löwenherz Ich hab nichts verstanden von dem Was er da schon wieder gebraucht hat Mein lieber Mein lieber Wie stellst du dir das vor Dass Deutschland In naher Zukunft Islamisiert werden soll Und in welchem Zeitrahmen Wie sich ich mir das vorstelle Ich brauche mir das nicht vorstellen Es sprechen die Fakten für sich Anhand der Geburtenrahmen Die du jetzt schon darlegen kannst Ist es soweit Dass 2050 Die muslimische Bevölkerung In Deutschland Die Mehrheit darstellt Wir haben Teile In der Scharia Aber auch schon Die am Wirken sind Wir haben unter anderem Sogar in der Politik Äußerungen Die da eindeutig sagen Wie zum Beispiel Ein Grünpolitiker Der sich da darstellt Und fragt Wie wäre es da eigentlich Wenn wir Teile der Scharia Mit dem Grundgesetz Mal prüfen Ob sie vereinbar sind Also diese Gefahr Von der ich da spreche Die ist real Und nicht irgendwas Fiktives Okay Aber 2050 Da sind ja knapp Sag mal 26 Jahre Meinst du Da wird die Mehrheit Also aktuell sind glaube ich Nur 6 Millionen Muslime Wenn ich mich nicht irre In Deutschland Mehrheit heißt 40 Millionen Die Mehrheit Sieht so aus Du kapierst Selbst das noch nicht mal Na du hast Mehrheit Die Mehrheit Sieht so aus Pass mal auf Ich erkläre dir mal Unser politisches System Unser politisches System Was das da möglich macht Wenn zum Beispiel Sich dann Die muslimische Bevölkerung In der Ich habe nichts gemacht Ich habe ihn nicht rausgeschmissen Roy was habe ich nicht gemacht Aber Midu Dann können wir ja direkt Kannst du ja direkt das Gespräch Mit Kian annehmen Hamad auch Naja Ich würde gerne auf Roy antworten Und dann kann mir der Kian Dann fortsetzen Das Gespräch Ja aber auf Roy antworten Wenn Roy nicht da ist Also ich antworte Kian sozusagen Als Roy Und er antwortet mir dann Also So wie ich verstanden habe Treu die Befürchtung Dass innerhalb von Nächsten 20, 25 Jahren Deutschland politisch Islamisiert wird Und die Mehrheit hat Das Parlament übernimmt Ja Und so weiter und so fort Diese also Ich sag mal Freihaus Lieber Kian Ich sag mal freihaus Ich sag mal freihaus Wenn tatsächlich In 25 Jahren Scharia eingeführt wird Beziehungsweise die Muslime Hier das Sagen haben Und Scharia eingeführt wird Die größte Angst der Deutschen Ja Da sind die Deutschen Selbst schuld Punkt Zunächst einmal Wenn die Zuwanderung Aus den islamischen Hamad Wenn du weiter ins Ohr schmatzt Wenn wir hier reden Dann fliegst du raus Wie unhöflich ist das Dass du die ganze Zeit Deine kumischen Geräusche Machst du nicht absichtlich Wenn er das noch einmal macht Einfach rausschmeißen Was ist mit euch los Warum seid ihr so brutal Ich hab doch nichts gemacht Ich hab nur gerade was rausgeholt Willkommen in der Zivilisation Ach so Das ist Zivilisation Okay Ja Nicht schmatzen Wir unterhalten uns doch Ah okay Alles klar Ich esse doch gar nicht Ich hab gerade was anderes gemacht Ah okay Aber dann mach bitte dein Mikrofon Dann aus Danke dir Wer sagt das Ja alles klar Haben wir falsch gedeutet Wenn der Trend weiter anhält Und wir auf das Jahr 2050 zugehen Dann gibt es laut dem PEW Research Center Es ist ein renommiertes Center Für statistische Analysen Dass jeder nachschlagen kann Drei Szenarien für Deutschland Und eines der schlimmsten Also das Worst Worst Szenario ist Dass 17 Millionen Muslime bis 2050 In Deutschland leben Dass von den ehemals 80 Millionen Deutsche sind es jetzt schon 60 Millionen Bis 2050 werden es 40 Millionen Deutsche sein Und 40 Millionen Migranten Das heißt Es wird sich ungefähr die Waage halten 40 Millionen Deutsche Gegen 40 Millionen Migranten Und von diesen 40 Millionen Migranten Werden 17 Millionen Muslime sein Und dann glaubt doch nicht Wirklich irgendein Naivling Dass die Muslime dann nicht Auf das politische Tagesgeschehen Oder das gesellschaftliche Tagesgeschehen Kein Einfluss nehmen werden Selbstverständlich Sie werden bis dahin Parteien gegründet haben Sie werden den Islam in jeden Winkel Der Republik pumpen Es werden Gesetze erlassen Die den Islam nicht nur begünstigen Sondern absolut anerkennen Und wir werden natürlich Wie wir es jetzt schon sehen Eine Präsenz des Islamen in Deutschland haben Wie wir ihn jetzt noch Uns noch gar nicht vorstellen können Und ich sage nicht Dass bis 2050 die Scharia eingeführt ist Aber das islamische Leben Ist mir genauso unbequem wie die Scharia Das heißt ich will auch nicht Kopftücher Ich will keine Halal-Fressbuden sehen Ich möchte keine bärtigen Menschen sehen Die einen mittelalterlichen Todeskult huldigen Ich will keine Ehrenmordgeschichten hier sehen Ich will nicht sehen Dass es Massengebete auf dem öffentlichen Straßenland gibt Ich will keine gigantisch großen Moscheen sehen Und ich will auch nicht Dass Fernsehsender anfangen Plötzlich islamische Themen auszustrahlen Weil die muslimische Enklave so groß geworden ist Dass mittlerweile sie auch in den Medien angekommen sind Das alles möchte ich nicht Kein Interesse Warte mal ganz kurz Kian Also erstmal an die fleißigen Melder Dafür habt ihr genau für 5 Minuten Erfolg gehabt Und ich muss euch da enttäuschen Ich habe genug Accounts Um meins da wieder nach außen kundzutun Also wartet mal ganz kurz Angeschissen Und wartet mal noch ein Alar So die könnte ich mal sowas von Fett am Fett lecken Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen Was glaubt ihr eigentlich wer ihr seid Dass ihr mich mundtot kriegt Im Leben nicht Im Leben nicht Ja Alter Sonne Eierköppel Kann ich mir nicht ausdenken So Mido Und um dich weiter da überhaupt dann noch da aufzuklären Ist es an dem Dass wir das mit allen Mitteln Ich denke mal Kian wird den Rest schon gesagt haben In der Zeit wo ich mein Account wechseln musste Gesagt haben was dazu wichtig ist Und eins kannst du mir glauben Mein kleiner Mido Wir werden alles dafür tun Alles Auch mit der AfD Werden wir alles dafür tun Um diese kranke Ideologie Hier in Deutschland aufzuhalten Und du wirst sehen Wir werden erfolgreich damit sein Und du siehst Wir sind sehr erfolgreich damit Und warte ab Alter Warte ab Mido Mit dieser Ideologie Wenn du die in den Tag legst Wenn wir dann so weit sind Dass wir in der Regierungsverantwortung sind Dann hast du als allererstes ein Problem Okay Kau mal mein Lieber Ich bin ein deutscher Nationalist Nur so als Info Ja Ich bin deutscher Patriot Also Jetzt hör auf Mann Mido Wenn du jetzt weiter so scheiße Ich bin es wirklich Die deutschen Kollegen auf der Arbeit Die sagen zu mir Ey Mido Du bist uns Du bist uns zu deutsch Ich kann die deutschen Kollegen auf der Arbeit sagen Zu dir Ey Mido Du bist ein ganz schönes Düsselt Das ist das einzige was sie zu dir sagen Ich bin ein Idiot Die sagen Mido Du bist zu deutsch Ja Wenn ich ein bisschen so Für die deutsche Karte einsetze Ja genau Daher verstehe ich Die deutschen Nöte und Sorgen Absolut Verstehe ich Aber wenn Mido gerade Sein Schwachsinn redet Lass uns doch bitte zu Ende reden Wenn Mido gerade seinen Schwachsinn redet Nein ich rede jetzt einfach drüber Weil du redest nur Schwachsinn Nein Leute 250.000 Likes 20.000 Likes schafft ihr jetzt innerhalb von einer Minute Das haben wir gerade auch geschafft Ihr seid 700 Leute Ja Also gebt richtig Vollgas Zeigt mal ein bisschen Liebe Zeigt mal ein bisschen Unterstützung In 2-3 Minuten haben wir die 20.000 Likes Also gebt alle Vollgas Wenn ihr Kieran unterstützt Du sag mal auch Wie viele Anfragen sind eigentlich unten Und ich würde mich freuen Wenn ich hier nicht mit hochkommen müsste Und hier wirklich der friedlebende Islam Mal sein Gesicht zeigt Und dann in regelmäßigen Absätzen hochgenommen wird Zehn Kieran Zehn Zehn Anfragen Zwei Ja dann ganz ehrlich Dann nehmen sie der Reihe nach hoch Und so eine Gehirnakrobatin Mido brauche ich heute nicht Nehmen wir hoch Aber da sind auch viele bei Die ich kenne Das macht jetzt nicht so viel Sinn Dankeschön So nochmal zu Rau und Kieran Damit eure Sorgen und Nöte mal wegnehmen Weiter liken Leute Viel viel schneller Ihr schafft das Danke Patriot Meine Sorgen und Nöte Meine Sorgen und Nöte ist Dass du als Gehirnakrobat Nicht kapierst Was da als gefahrene Bedrohung Hier in Deutschland Mittlerweile schon passiert Mal ganz ehrlich Glaubst du Ich hör mir diese Scheiße von dir überhaupt an Ist das echt dein Ernst Was ich mit dieser Scheiße von dir anhören muss Mal ganz ehrlich Ich hab hier tagtäglich Leute mit denen ich mich unterhalte Die wesentlich mehr Bock Ich bin auch ehrlich Ich würde auch ganz gerne Mido jetzt nicht länger Diese Plattform geben Es sind fast 1000 Leute Und Mido trägt nichts Sinnvolles bei Wir haben jetzt den Hammert hier Den Hammert Ich glaube der war schon einmal oben Ich bin mir nicht so ganz sicher Also Mido ist halt eben häufig dabei Und Ich war noch nie da Mido Nee Mido ist jetzt erstmal weg Weil Mido bringt hier einfach gar nichts Mido war einfach zu häufig Da kommt auch nichts Neues Bitteschön Hammert Ja guten Tag Ich wollte erstmal fragen Was veranstaltet ihr hier? Eine Pro Was wir hier veranstalten Islamhäuser veranstalten wir hier Nein Und Zirkus Freunde hier wird niemand zum Moderator gemacht Ich hab genug Moderatoren Vielen Dank Eine Pro Israel Eine Anti-Hamas-Livestream Oder Anti-Hamas-Livestream Also ihr seid gegen die Hammers Aber auch für Palästinenser oder? Nein Wir sind für einen Frieden Zwischen Israel und den Menschen Die sich Palästinenser nennen Und wir sind natürlich komplett gegen die Hammers Ja Okay Und warum ist er hier Roy Warum bist du so brutal Mensch? Warum schreibst du so die ganze Zeit so rein Und beleidigst den einen Typen da die ganze Zeit? Soll ich mal anfangen dich zu beleidigen? Mal ganz ehrlich Und hätten sie mich in Warengrund mich zu sperren Ich frage Beleidigung ist das noch lange nicht Wenn du meine Stimmfarbe als aggressiv ansiehst Aber komm mal ehrlich Dann solltest du dich fragen Ob du vielleicht zu weich für TikTok bist Oh du Scheiß Dann löscht die App Und such dir irgendwas was zu dir passt Ekeln oder sowas Beleidigung die ganze Zeit Ist das kein Benehmen? Okay Hamid 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 Du bist aus einem bestimmten Grund hochgekommen Hast du irgendetwas jetzt zu unserem Stream zu sagen? Was ist deine Position in dem Israel-Gaza-Palästina-Konflikt? Ja Also für mich ist Israel so wie Hamas, ne? Wie kann das sein? Nenn mal die Nenn mal die Also zum Beispiel heute Hamas und Israel Heute zum Beispiel haben die paar Kinder aus dem Gefängnis entlassen Die Israelis Minderjährige Kinder Sowas gibt es auch in Deutschland nicht Hast du mal gesehen, was diese Kinder gemacht haben? Aber es ist doch egal, was ein Kind macht In Deutschland ist ein Kind erst ab 14 Jahren Egal, was erzählst du da? Achso, würdest du es akzeptieren, wenn ein Kind hier mit neun Jahren, egal wo er es kommt Oder acht Jahren einfach ins Gefängnis kommt? Kommt drauf an, was das Kind macht Ich bin sowieso der Meinung, dass das Strafrecht runter muss So ein genannte Grundgesetz Nö, ich sag einfach, dass es solche Sachen gibt, die verändern müssen Vor knapp einem halben Jahr hatten wir hier einen Fall in Deutschland Da haben Jugendliche ein Mädchen ganz weit in den Wald gelockt, um sie da zu ermorden Diese jugendlichen Mädchen haben sich dann vorher informiert übers Netz, inwieweit sie strafrechtlich dafür verfolgt werden können Und ich musste mal ganz ehrlich sagen, unser Justizsystem ist da auf jeden Fall ziemlich zu weich, was das angeht Es wird da aber nicht akzeptiert und nicht toleriert Und das ist eben der springende Punkt Aber diese Mädchen, die haben sich da nicht irgendeinen Gürtel umgelegt Und haben den mit Blitzknallern versehrt Und sind da nicht in irgendwelchen Menschenmengen reinglaufen Auch wir haben noch irgendwelchen Sätze wie Alua Akbar gerufen Wenn Kinder von terroristischen Organisationen vorgeschickt werden Verbrechen gegen israelische Truppen zu begehen Oder gegenüber israelischen Bürgern Wenn Kinder mit Messern angetroffen werden Die einen Attentat über einen Sprengstoffgürtel in israelische Gebiete reinschmuggeln Und das haben wir sehr oft gesehen in der Vergangenheit Dass kleine arabische Kinder komplett von den Israelis ausgezogen werden mussten Weil sich unter der Kleidung ein Sprengstoff an Westen befunden hat Also das heißt, der sogenannte palästinensische Widerstand benutzt auch ihre Kinder Um Attentate in Israel zu begehen Israel sperrt nicht einfach nur Ahmed von Gemüseladen Nummer 5 In der Ahmed Al-Hufi-Straße weg Sondern das waren Kinder, die wahrscheinlich entweder mit einer Waffe, mit einem Messer Oder mit einem Sprengstoff durch die Gegend gelaufen sind Und versucht haben, Israelis zu ermorden Meint ihr es in Gaza oder in Westjordanland? Und diese Kinder einzusperren Meint ihr es in Gaza oder in Westjordanland? Kinder werden noch nicht eingesperrt, wenn sie Steine werfen Sondern sie müssen... Sag mal, Hamad, ist es nicht viel mehr zu verurteilen Dass die Erwachsenen die Kinder instrumentalisieren Dass dieses da überhaupt erst geahndet werden muss? Ist das nicht das eigentliche Problem? Wie kann es sein, dass sich Erwachsene Das Recht rausnehmen, Kinder zu instrumentalisieren Sie förmlich das Gehirn waschen Um ihnen dann irgendeine Ideologie, die sie selber tragen, in den Kopf zu ballern Damit sie überhaupt diese ganzen Straftaten da begehen Was ist dann damit? Das Kind, das steht nicht morgens auf und sagt Oh Mann, weißt du was? Ich bin von jetzt auf gleich ein Märtyrer Was glaubst du eigentlich? Ich glaube... Deine Eltern haben dich doch auch erzogen Und du bist dann eine Ideologie hinterhergerannt Die deine Eltern dir beigebracht haben Islam ist das Beste Ich glaube, du hast irgendwie was komplett falsch verstanden, glaube ich Hast du mich verstanden? Du redest zu viel Islam ist das Beste Islam, der Islam ist eine Ideologie Das ist ja noch nicht mal ein Glaube Mit dieser Ideologie, die der Islam hat Haben wir ein arges Problem Wie kann das sein, dass dieser Glaube es befähigt, dass man mit Kindern Unzucht treibt? Erklär mir das mal Wie kannst du da sagen, dass Islam das Beste ist? Okay, ich sehe das Bestes Argument für den Islam Bestes Argument für den Islam Lass mal Allah Bestes Argument für den Islam Frieden Frieden Welchen Frieden? Hamad, du weißt doch nicht mal, warum man beim Islam Erstmal heißt Islam und der Werfung Wenn man aber sagt, der Islam ist friedlich Hat das sogar eine Begründung Es sieht nämlich so aus Dass der Islam sich dann da gerne die ganze Weltherrschaft unter den Nagel reißen möchte Und wenn sie das geschafft haben Dann ist der Islam in ihren Augen friedlich Und deswegen können diese ach so gemäßigten Mosleme sagen Ach, der Islam ist friedlich Komma Roy, du redest einfach ohne irgendwelche Beweise Du redest irgendwas hast du dir da zusammengereint Was für Beweise brauche ich? Sein Koran ist der Beweis, du Tödel Die letzten 80 bis 90 Jahre haben nur westliche Länder Kriege angefangen und begangen Da waren nur ganz kleine Kriege dazwischen Was für einen Scheiß erzählst du? Mal ganz ehrlich, alleine in der Ausgübung der Scharia ist der Islam mehr als kritisch anzusehen Und der politische Islam endet nun mal mit der Scharia Und wenn du keinen Plan hast und nur irgendeinen Scheiß erzählst Ganz ehrlich, dann schnappst du dein Poesieall drum Schreib da irgendeinen Mist rein, dann hast du was gewonnen Warte mal eine Sekunde Warum schreib da immer so runter? Also erst einmal müssen wir die Sache mal hier korrigieren Wie sind die meisten muslimischen Staaten, die es heute gibt Ich nenne mal Beispiel Indien, Afghanistan und Ägypten Wie sind die muslimisch geworden? Durch Islamisierung Welche Form der Islamisierung? Zum Beispiel Indonesien wurde friedlich Mit dem Buch unter dem Arm oder mit dem Schwert? Schwert und Buch, beides Welches Land wurde mit dem, du willst mir erzählen, Indonesien wurde mit dem Buch erobert? Nenn mir zwei Beispiele davon Ich weiß jetzt nicht, wie der Mann heißt, aber diese Indonesier sind durch einen Händler Irgendwie damals in den Islam eingetreten Propaganda Durch einen Händler Das ist alte Propaganda, das habe ich gehört, als ich 18, 17 Jahre alt war Da wurde mir das genau das gleiche erzählt Hast du dich mal mit der Entwicklung in Indonesien beschäftigt, wie die Indonesier zum Islam gekommen sind? Ja, habe ich Ja, dann ist aber dann deine Bemerkung, die du jetzt machst Völlig, 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 völlig falsch Aber guck mal, du hast doch deine Sicht der Dinge und ich habe doch meine Sicht der Dinge Das ist doch in Deutschland Jeder hat doch seine Meinung, oder nicht? Wenn du meinst, das ist die Wahrheit, dann kannst du ja danach gehen Aber wenn ich meine, das ist die Wahrheit, dann kannst du ja danach gehen Am Ende des Tages waren wir beide nicht dabei Also erst einmal, wir haben Quälen Wie haben denn die Christen damals? Wie sind denn die ganzen Länder, wie sind die Länder in Norden Christen geworden? Bevor du vom westlichen Kolonialismus sprichst, merkst du mal den islamischen Kolonialismus Der letzte islamische Kolonialismus war zum Beispiel das Osmanische Reich Das noch weit bis ins 18. Jahrhundert expandiert ist Und du willst mir erzählen, dass die Westler, die, weiß ich nicht, 150 Jahre Berührung hatten mit der islamischen Welt Dass die wirklich gefährlicheren Kolonialisten gewesen sind Weißt du, was zwischen dem westlichen und dem islamischen Kolonialismus ist? Der westliche Kolonialismus hat seine Sprache, seine Kultur und Identität nicht da gelassen Aber in meinem Land, in meinem Fall, im Iran, Kurdistan Da ist der arabische Kolonialismus im Mantel des Islam gekommen Hat mir die Sprache aufgezwungen, dass ich Arabisch spreche Hat mir meinen Namen geändert, meine Identität und meine Religion und meine Tradition und meine Folklore ausgelöscht Sprichst du Arabisch? Welcher Kolonialismus ist schlimmer? Der westliche Kolonialismus oder der arabische Kolonialismus im Mantel des Islam? Für mich auf jeden Fall der westliche Kolonialismus Wie kann dir denn der Schlimmer sein, wenn es denn... Es gibt kaum ein Land, was nicht irgendwie ausgebeutet wurde vom Westen Es gibt kaum ein Land, was nicht irgendwie gefütet wurde Der Islam hat die Länder nicht nur ausgebeutet, sondern die muslimischen Herrscher Was haben die denn ausgewolltet? In diesem Land auch niedergelassen und haben dann den Charakter dieses Landes geändert und sind auch nicht mehr rausgegangen Die westlichen Kolonialherren sind alle wieder gegangen Aber die Technologien heute, die es hier im Westen gibt, die haben die Leute doch von den Muslimen genommen Ja, alles haben die Muslime erfunden, hör auf, alles haben die Muslime erfunden, was erzählst du da? Woher kommen die Kanalisationssysteme, wo die Leute früher aus dem Fenster... Alles haben, iPhone, Atombombe, alles Muslime, die Schrift, die Sprache, alles Muslime Leute, einmal ein Lachsmiley in den Chat, wenn der gute Mann Schwachsinn redet Du weißt doch selber, dass das stimmt Du schreibst doch gerade arabische Zahlen, Mann Warte mal, warte mal, warte mal, Hamed Hamed, erklärme bitte mal, was ist ein Honigtopf? Kian, guck mal in den Chat Ja, was gibt's da? Kian, da hab ich ja auch mal... Wir machen ihn alle aus, weil er Schwachsinn redet Anders kann man das doch gar nicht sagen Aber warte mal, das Kanalisationssystem Das, warte mal, warte mal Das Kanalisationssystem, da möchtest du ja gerne mich mit Hamed drüber unterhalten Kian, kann ich auch mal bitte? So, erzähl mir mal bitte, Hamed, was ist ein Honigtopf? Würde ich dir nicht erklären Erklär du mir, was ein Kanalisationssystem ist Wieso willst du mir das nicht erklären? Das ist wichtig Gerade wenn du über die Kanalisation sprechen möchtest, ist das sehr, sehr wichtig Habe ich gesagt, was ich einfach von mir... Was ist ein Honigtopf? Das ist auch nicht mehr die hellste Kerze auf der Torte, ne? Ich hab gerade geredet, dass die Muslime die Kanalisationssysteme erfunden haben Und ihr lacht hier Ihr wisst nicht mal, woher die gekommen sind Ja, genau, deswegen möchte ich dir darüber reden Da fängt es nämlich an Bei den Honigtöpfen fängt es an Weißt du, was ein Honigtopf ist? Das ist der Tonkrug, in den sie reingeschissen haben Das Ding nannte man Honigtopf Dann kamen da Wagen durchmarschiert Diese Wagen haben das dann zusammengesammelt Und haben dann dafür gesorgt, dass die Scheiße aus den Häusern getragen wird Um das so zu sagen Weißt du, wo das entstanden ist? In Deutschland, ne? Leute, wartet mal, wartet mal Ich muss mal... Nein, nicht in Deutschland Leute, wartet mal, wartet mal, wartet mal Das wird jetzt... Wir treffen sehr stark ab Deswegen ist es sehr wichtig Jemand, ich glaube, ich weiß nicht, ob Lazo oder wo Hatte, glaube ich, was gesagt Und meinte, er wollte was sagen Hast du was zu dem Thema Israel, Gaza oder Islam zu sagen? Also generell, ich kenne dich jetzt nicht Ich bin zufälligerweise hier Ich bin in Berlin Türke Moslem Elhamdulillah Das, was du machst Ja, dass du jetzt Ex-Moslem Das verstehe ich Dein Glaube, dein Leben Mach das Beste draus Oder alle hier Aber meine Frage an dich ist jetzt Wenn du jetzt ein Ex-Moslem bist Was hat das mit den Israelis zu tun? Also warum Warum schießt man dann gegen Beispielsweise Wenn du es schlecht findest Wenn ich ein Glauben Oder eine Mannschaft Gehen wir mal von einer Fußballmannschaft auf Ich war als kleines Kind Bayern München fern Und jetzt bin ich Dortmund fern Warum muss ich denn jetzt auf Bayern Sehr gut, sehr gut, sympathisch Verstehst du? Warum, also sagst du jetzt nicht Beispielsweise Oder warum ist gut, dass du jetzt zugibst, dass du kein Moslem mehr bist Das ist sehr mutig, sage ich mal so Also charaktermäßig, standfest Aber dass man jetzt gegen irgendein Volk oder Glauben Egal was es ist Rumschießt Das verstehe ich Kann ich dir beantworten Beantworte ich dir Warum setze ich mich sehr für Israel ein Die Frage ist ziemlich simpel Der Koran und die Sunna und die Lebensart und Weise Das Prophet Mohammed ist extrem anti-jüdisch gewesen Ich habe alle Beweise hier Kann ich euch aufzählen Der Koran ist sehr judenfeindlich Die Sunna ist sehr judenfeindlich Und der Prophet hat sich gegenüber den jüdischen Stämmen Damals in seiner Zeit in Mekka und Medina Nicht nur negativ verhalten Sondern er hat die jüdischen Stämme nahezu ausgelöscht Heute haben sich die Muslime auf die Fahne geschrieben Nicht den Palästinensern zur Seite zu stehen Die Palästinenser sind nur eine Entschuldigung Für den festsitzenden Judenhass in der islamischen Welt Weil der Koran seit 1400 Jahren den Judenhass stimuliert Und als Ex-Muslim habe ich in meinen Untersuchungen Bevor ich den Islam verlassen habe Eben herausgefunden Wie sehr der Islam auf die Juden einschlägt Wie sehr der Islam die Juden entmenschlicht Enthumanisiert, diskriminiert, beleidigt, erniedrigt Und deswegen stelle ich mich hier hin Und spreche mich für Israel aus Weil ich genau weiß Hier kämpft nicht Palästina gegen Israel Sondern hier kämpft der bösartige, gute, alte Islam In seiner Abrechnung mit dem Judentum gegen Israel Und deswegen stelle ich mich hier hin Und verteidige Israel Weil ich einfach glaube, dass der Islam hier gegen Israel kämpft Und nicht die Palästinenser Gut, aber andersrum Warum? Also nimmst du kleine Kinder Und die Ich bin überhaupt kein Hoch Ich habe keinen Hoch geholt Das hat alles Machen das Ja, also Gruppe meine ich Und danach so Hier Kann ich kontrollieren, wer hinter sich Wer sich hinter einem Profil Ja, aber guck mal Wie alt bist du, Lazarut? Ich bin 46 46 Gut, woher sollte ich wissen, ob du nicht 16, 26, 36 oder 46 Aber ich hole hoch Und dann schmeiße ich auch wieder runter Wenn die zu klein sind Guck mal Beispielsweise Jetzt der Freund hier hammert Ja, wer hat den Bulli erfunden? Wer hat den Topf erfunden? Wer hat die Panik jetzt gestoppt? Weißt du, das ist also Irgendwo Also Thema ist wunderbar Was ihr hier jetzt Rausholen wollt Zeigen wollt Möglich Dass ihr so denkt Aber jetzt mit kleinen Kindern Hier so Ja Nochmal Wir holen die Leute hoch Und wenn wir erkennen, dass jemand zu jung ist Dann geht er runter So ist auch die Ich glaube Ich glaube Also So wie ich das jetzt seit halben Stunden Höre oder sehe Der Roy profitiert dabei Der nimmt einem Und Dann wird der runtergezogen Du Pfeife Du nix Und blabla Und jenes Aber Lazu Du bist der beste Beweis Dass wir auch erwachsene Menschen hochholen Oder Natürlich Aber ich meine Aber Ihr werdet keinen Erfolg haben Wenn ihr Mit 14-Jährigen da Den Islam ausstreitet Oder Machen wir doch gar nicht Wir hören doch Woher sollen wir wissen Wie alt sie sind Dazu hörst du überhaupt zu Wir hören doch Wie alt sie sind Wenn sie hochkommt Außerdem lenkst du das Thema Auch in eine andere Richtung gerade Also egal Also wir Also wir haben ja in Deutschland Glaubensfreiheit Ist ja so Oder Ja Ich glaube Also mein Ich glaube Dass der Roy hier Ein Arschloch ist Seja Du hast geschrieben Löwenherz Sei mal leise Du Eiri Aber das darfst du sogar Schlauen Das darfst du ehrlich gesagt Du musst mich jetzt raus Ich finde ja auch Dass du ein Dussel bist Von daher sind wir uns leid Schönen Abend Ja Also alles Gute Vielen Dank Danke dass du da warst Recht herzlichen Dank Ja Schönen Abend noch Vielen Dank dir auch So gut Und Maki Und Maki Dann gucken wir mal Bitteschön Also die laden beide noch Wahrscheinlich Die Dame ist von selbst wieder weg Ich hab nichts gemacht Ah ok Maki und Ja Maki bitte Maki Maki du hast ein Bitcoin Auf dem Bild Komm rede Sonst fliegst du wieder raus Ok Dann raus mit ihm Oben lädt mich Wahrscheinlich gibt es den gar nicht mehr Der hat wahrscheinlich Wartung Dann machen wir mal weiter Gucken wir mal Den können wir noch hochnehmen Siehst du noch irgendjemanden Der interessant ist Ja Sabah Vielleicht Okay Dann haben wir Christian noch Servus Hallo Hallo Global Grow You Kann jemand Musik ausmachen Vielen Dank Gut Okay Bitteschön Hört man mich gut Grüße erstmal alle Hallo Ja Kann man mich hören Ja man kann mich hören Wie gesagt Der eine Kollege Also ich bin auch schon Über 18 Also kein Stress Der eine Kollege Der gerade da war Hat eigentlich Das meiste schon ausgesprochen Was ich aussprechen will Das was Kein Stress Kannst du weiterhin machen Das ist deine Meinung Meinungsfreiheit in Deutschland Aber Roy Bruder Halt Auch deine Meinung Aber du solltest halt wirklich mal Ein bisschen aufpassen Wie du mit den Menschen redest Weil der Kein Versucht noch Rednerisch Und du versuchst es auch Aggressiver hart Ich weiß nicht Bruder Wie das ankommt Bei den Zuschauern Man schreibt deine Meinung In deinem Poesiealbum Und geh mit so einem Scheiß Nicht auf den Sack Ja schau Die eine Daran merkt man Bruder Du bist ein Mensch Mit dem kann man nicht reden Der Löwenherz Müscht sich gar nicht einkehren Redet noch ganz Menschlich Man merkt Man merkt Ja weil ich Anstand habe Deshalb Ich lasse die Leute ausreden Hast du jetzt noch Irgendwas dazu beizutragen Oder möchtest du einfach Nur ein bisschen was Aus deinem Poesiealbum vorlesen Jetzt mal ganz ehrlich Alter Was stimmt mit dir nicht Natürlich habe ich was beizutragen Ich bin ja nicht umsonst mit Daran fragen Haben Okay Sag mal bitte schon So Was mich jetzt Bart vielleicht ein bisschen gestört hat Israel und Ihr wisst schon Warum wird der Islam damit eingemischt So Was hat der Islam jetzt mit Israel und Dingen Einen Krieg zu tun Das ist genau das gleiche wie Keine Ahnung Oh keine Ahnung Jetzt blödes Beispiel So Amerika Krieg mit anderen Ländern So Das ist zwischen Politik Erster Krieg Und nicht zwischen dem Islam So wir als Moskens Was hat die Hamas Kennst du die Hamas-Charta? Ja die Hamas-Charta Die Hamas-Charta Sabah Kennst du die Hamas-Charta? Hamas Kennst du die Hamas-Charta? Weißt du was eine Charta ist? Ja ja ich weiß Okay Hast du die Hamas-Charta gelesen? Ja ja habe ich Okay Was sagt die Hamas Was sagt die Charta gleich zu Beginn? Die Hamas sagt Wir bekämpfen die Juden und Israel Es ist Wir sehen Verhandlungen, Friedensgespräche und so weiter und so fort Das ist eine Schwäche an Wir dulden auch keine Friedensgespräche Wir wollen die Auslöschung Israel Und die ganze Hamas-Charta ist ein einziges Pemplet Voller islamischer Bemerkung In Hadithe bis Koranverse Die Hamas ist eine islamische Bewegung Und sie bekämpft Israel nicht aus territorialen Gründen Sondern sie bekämpft sie aus islamisch-ideologischen Gründen Und deswegen ist die Hamas keine nationale Widerstandsbewegung Sondern sie kämpft für die muslimisch-arabische Einheit Genauso wie die PLO Die PLO hat gesagt In dem Moment wo wir ganz Israel wieder in unsere Hand bekommen Bis Jaffa Bis Jerusalem Dann werden wir das alles wieder an Jordanien zurückgeben Das heißt es ist hier eine alte Abrechnung Judentum gegen Nein Quatsch Islam gegen Judentum Ihr wisst aber schon Dass die Hamas mitgegründet wurde Von Israelis Stimmt nicht Wieder beweisen Digger dein scheiß Israel Den Muttensohn Israel Ach komm, hier so ein kleines Ghetto-Mädel Hört mal auf hier zu beleidigen bitte Kian, wie geht's denn? Das ist ein Ghetto-Mädel Die ist so Kian Ich frage mich immer Ich frage mich immer Was passiert Wenn die Eltern Ne Marokkan, du bist nicht dran Du bist in so einem Headstream von Celo Diesem Hund Eigentlich dürftest du gar nicht hier oben sein Kian, noch eine kurze Frage an Das sagst du gerade So, warte, warte, warte Erstmal eine Sache Jemand hat in den Raum gestellt Ich weiß jetzt nicht, wer es war Ich sehe das nicht Manchmal blinkt dieses blaue Feld nicht auf Deswegen kann ich nicht sehen, wer gerade spricht Jemand hat behauptet, dass die Hamas von Israel mitgegründet worden ist Nein, die Hamas wurde ganz alleine von Sheikh Ahmed Yassin Einem ägyptischen Gelehrten der Al-Azhar-Universität gegründet Und zwar wurde 1988 1987 wurde sie von Sheikh Ahmed Yassin gegründet 1988 1987 wurde sie von Sheikh Ahmed Yassin gegründet Und dann in den 60er Jahren hat sich Sheikh Ahmed Yassin schon aus Ägypten Ja, ist interessant, dass alle die, die für eine palästinensische Fake-Sache kämpfen Überhaupt keine Palästinenser im Sinne davon, dass sie zu diesem Volk gehören Sheikh Ahmed Yassin war Ägypter Yasser Arafat war Ägypter Und interessant ist, dass immer wieder behauptet wird, um sich zurückzuziehen Weil sie sehen, was für schreckliche Taten die Hamas begeht Sagen sie, hey, mit Hamas haben wir nicht viel zu tun Die sind ja von Israelis gegründet worden Falsch Die Hamas ist das Produkt von Sheikh Ahmed Yassin Sheikh Ahmed Yassin hat die Hamas nicht als eine militärische Organisation gegründet Sondern als eine Charity-Organisation Im Laufe der Jahre wurde die Hamas nur deshalb zu einer militärischen Bewegung Weil die Hamas sehr populär war Weil sie Krankenhäuser, Versorgungszentren eingerichtet haben Und das Leid der Flüchtlinge im Gazastreifen erleichtert haben Irgendwann mal wurde das für die PLO und für die FATACH zu viel Und sie haben angefangen, die Hamas zu bekämpfen Dann ist die Hamas übergegangen, sich militärisch zu organisieren Und hat sich schlussendlich gegen die FATACH und PLO gewendet Das mündete 2006 in die Übergabe von Gaza Und die PLO und die FATACH haben so gut wie alles 2007 Das war's Ja, 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 2007, alles klar Gut Ich lese mit, deswegen Ja, alles klar, gut, Charlie Baum Okay So Kian, darf ich dir mal eine Frage stellen oder bist du alleine? Eine Sekunde Lass ihn doch mal zu Ende ausführen Und es gab kein Einfluss Israels Ja, ich weiß, ihr holt alle den Haritz-Artikel von 2019 raus Eine jüdische Zeitung, die schreibt, dass Netanyahu gesagt hat Wenn wir die Hamas unterstützen, dann werden wir die PLO schwächen Und es wird nie zu einem Palästinenser Staat kommen Das ist ein ganz normales politisches Ränkespiel Weil die PLO Wie sagt man, eine Nadel im Arsch der Israelis waren Und deswegen haben die Israelis gesagt, wir unterstützen die Hamas, die damals noch eine Charity-Organisation waren Und schwächen die Rolle der PLO und der FATACH-Bewegung im Gaza-Streifen und im Westbank Nur das Es gibt keine Gründung durch Israel Das ist totaler Bullshit Ja Die Hamas ist durch und durch durch Muslime gegründet worden So, bitteschön, wer immer jetzt reden möchte Wobei man aber auch die FATACH da problematisch ansehen sollte Ja Ja, natürlich, das muss alle palästinenser Organisationen problematisch ansehen Wie immer Also Kieran, eine Frage Nein, jetzt rede ich erst, Lema Sonst schmeiße ich dich runter Mich regt das nämlich auf In diesem Chat, und ich möchte das jetzt noch einmal sagen Das Thema ist heute das letzte Mal Es wurde gesagt, dass ich irgendwelche Kreuze mit einem Haken dran verschickt hätte Als Privatnachrichten, was absoluter Schwachsinn ist Und dieser Hund von Celo in seinem Stream redet darüber Obwohl er null Ahnung hat, null Beweise für gar nichts Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gemacht Und du und auch alle da unterstützen das Diesen Köppek mit seinen 30 Zuschauern Dass er hetzt gegen mich mit seinen 30 Zuschauern Ich habe das mit den Schweinebildern gepostet, ja Und ich bin stolz da drauf Das habe ich auch nur gesagt Ich habe nichts anderes gesagt Genau, ich habe da überhaupt kein Problem mit Das ist Meinungsfreiheit, kann ich machen Ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr Ich fühle mich zwar gerade getriggert, das wieder zu tun Aber weil ich versprochen habe, dass ich nicht mehr mache, mache ich es nicht mehr Aber dass er mich nicht hochholt, Sachen in den Raum stellt Ich hätte Privatnachrichten geschickt mit irgendwelchen Bildern Das ist so ekelhaft, so hinterhältig Und so ein Mensch kriegt nie wieder eine Plattform Guck doch mal, wie viele Zuschauer er hat Guck mal, wie viele wir haben Also, ganz ehrlich, so ein Köter, ehrlich Okay, so jetzt Le Marocain Genau, du hast ja gerade aus der Hamas-Karte zitiert, oder? Ja Warum zitierst du die falsche Karte, wenn ich fragen darf? Oh, jetzt kommt es Hat die Hamas-Karte auch so eine Flauer Lustig, ne? Lustig Für eine 68er-Karte rausgebracht Nee, ich rede die, ich rede von der von 2017 Gut, dann Genau Wieso zitierst du die falsche? Warum machst du das extra vor tausend? Hat die Hamas-Karte ihren Charakter geändert, indem sie gesagt hat, dass sie mit Israel Verhandlungen aufnehmen will? Oder will die Hamas nach wie vor Israel zerstören? Nach wie vor, wie du ja selber gesagt hast, ein Ergebnis der Kampf gegen Juden, Kampf gegen bla 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 Dort steht ganz genau, dass der Kampf den Zionisten gilt Der Zionistischen Idee, das ganze Land einzunehmen Dagegen kämpfen sie Bullshit Warum zitierst du denn extra die falsche? Das frage ich dich an Bullshit Bullshit Warum machst du das? Bullshit Bullshit Antwortst du mir darauf, oder? Ich habe die korrekte Hamas-Karte Du hast die von 88 zitiert Richtig Es gibt nicht die von 88 Doch, das ist die Gründungs-Charta, die du zitiert hast Warum machst du das? Meine Freude ist die 88 Das war die anfängliche Erklärung, die war unreif 2004 kam die eigentliche Hammers-Karte raus Achso, also du entscheidest für die Hammers-Karte Los, ganz, ganz schnell Also du entscheidest für die Hammers, oder wie? Die Hammers-Karte Du entscheidest, welche Karte aktuell ist? Kern Ich komme gleich wieder Ich gucke mal nach meinem Account, ne? Okay, so Also, folgendes Es gibt mehrere Hammers-Kartes Es gibt nicht mehrere, es gibt eine Und es gibt die aktuelle Zwei Stück gibt es Von 1987, von 2004 und von 2017 So Und in diesen Dokumenten In diesen Dokumenten Steht nach wie vor die Auslöschung Das Staat Steht es nicht Das ist eine Lüge Vor 600 Zuschauern Lügst du einfach Warum machst du das, Kian? Moment mal, Moment mal Erst einmal finde ich es ausgesprochen interessant Dass du hier als Anwalt der Hammers kommst Ich bin kein Anwalt der Hammers Ich bin einfach nur hier, weil du lügst Und ich will dich gerne fragen, warum du das tust Ganz normale Frage, Kian In Artikel 7 steht Wir hatten ja schon mal die Diskussion Von 1988 Kampf gegen Juden Da hast du mir schon besiegt, dass du keine Ahnung hast Ja, du bist Muslim Und als Muslim freust du dich bestimmt In deinen Privaträumen freust du dich sicherlich Absolut darüber, dass 1400 Juden abgeschlachtet sind Seht ihr, was er wieder macht? Seht ihr, was er wieder macht? Weil er keine Argumente hat? Hat er keine Argumente? Ich nehme kurz Stellung dazu Was du jetzt ist denn das Schwachsinn Denkst du, dass du Schon die Hammers-Charta von 2017 Die ist mir schon klar Ja, ja Aber trotzdem In der Hammers-Charta Und diese Chance hatte ich ja nichts Weil ich rausgeschmissen worden bin Dank der Talibans, die mich immer melden Im zweiten Abschnitt Der Hammers-Charta von 2017 Heißt es nämlich Dass ganz Palästina befreit werden soll Zwar haben die Hammers Und deswegen scheiße ich da drauf Ob die Hammers von 2017 Oder die Hammers-Charta von 1987 Hier ins Spiel gebracht wird von mir Tatsache ist In der modernen Hammers-Charta von 2017 Steht trotzdem die Befreiung von ganz Palästina Und was bedeutet das? Auch die Gebiete, in denen heute Israel existiert Und deswegen ist das alles für die Katz Was dieser Marokkaner gesagt hat Da war es auch für die Katz Was dieser Marokkaner gesagt hat Dass er gesagt hat Du kennst ja die Hammers-Charta von 2017 nicht Doch, ich kenne sie Und in diesem Abschnitt steht Die Befreiung Das Ende für die Befreiung ganz Palästinas Ja, aber das hat er natürlich nicht gesagt Und zwar ist Tobias Merzi Ja, und heute Löwenherz Was würde das bringen? Nennen wir mal einen Grund Was würde es bringen? Diese Schlechter Diese Hammers-Schlechter Diese Hammers-Barbaren und Tiere Ihre Taten zu relativieren Indem sie sagen Hey, die wollen aber mit den Israelis Doch die Grenzen von 1967 verhandeln Was ist das überhaupt? Wenn man gesehen hat Was sie gemacht haben mit den Menschen Du kannst auch mit diesen Menschen nicht verhandeln Es funktioniert aufgrund dessen nicht Weil diese Menschen einfach Komplett fanatisch und verbohrt In der Ideologie sind So Stimmbruch Dass du einfach mit diesen Menschen nicht verhandeln kannst Die sind auch komplett unverhältnismäßig Die sagen zum Beispiel Wir lassen jetzt drei jüdische Geiseln frei Dafür müssen aber erstmal 30 Palästinenser freikommen Genau solche Verhältnisse Die sind komplett gestört in ihrem Also die sind wirklich wahnsinnig Du kannst mit diesen Fanatikern und diesen Barbaren nicht verhandeln Funktioniert nicht Absolut Absolut Und deswegen war es ja auch so empörend Er wollte so tun Als wenn die Hamas eine wirkliche Liberation Army ist Also eine Befreiungs Army ist Nein Es ist eine dreckige Terroristen Bande Mehr sind die nicht Unabhängig davon, Kian Brauchst du noch nicht mal Die Scharte der Hamas Um das eigentliche Gedankengut selbst zu sehen Wenn wir uns dann nur die Umwre anschauen Die dann das direkte Schulmaterial An die Kinder ausgibt Wo schon auf den Schulbüchern draufsteht Töte den Juden Und das auch in der heutigen Zeit Kian ganz kurz Warte kurz Hier hat jemand geschrieben Fakt ist Dein Stream führt dazu Dass jetzt die Leute aus ihren Ecken kommen Und die AfD wählen Ist das dein Ziel? Und du nennst dich Borussia 1909 Du sagst Oder ist dein Ziel Frieden zu schließen? Mein Ziel ist jetzt selbstverständlich so viele Ich glaube ich habe In den letzten vier Jahren Ungefähr 1000 Menschen AfD-Mitglieder gemacht Durch meine Arbeit Und ich bin ausgesprochen stolz darauf Dass ich das tue Selbstverständlich möchte ich Dass alle möglichst zur AfD gehen Aber ich möchte auch auf der anderen Seite Dass die Leute aufwachen Und verstehen Was für eine gruselige Pest Sie sich in die Mitte ihrer Gesellschaft geholt haben Unsere Gesellschaft Die wir alle lieben Shelley B Schön, dass du wieder da bist Und ich als AfD-Mitglied Kann dir sagen Kian, wir schätzen deine Arbeit sehr Ja, ich danke dir recht herzlich Vielen, vielen herzlichen Dank Ja, wir versuchen hier aufzuklären Wir versuchen hier den Stab zu brechen Und ich stelle mich den Fragen Aber leider Gottes Hatte ich keine Chance Marokkan darauf zu antworten Aber der Beweis liegt auch In der Hammerskarte von 2017 Dass sie trotzdem die Auslöschung von Oder die Befallung an Spalstina führen Ja, ich bin ja nicht ohne Grund Gleich wieder mit reingekommen Weil meine Heter folgen mir natürlich auch Schade, dass ich nur mit meinem kleinen Count Bis morgen ist mein Groß ja noch dicht Bis ich wieder mit reinkommen kann Aber Löwenherz ist ja auch schon drin Von daher warten wir noch fünf Minuten ab Die ganzen Gehirn-Akrobaten kommen gleich wieder Aber deine Modis Musst du bitte ein bisschen mehr einordnen Sie müssen wirklich ein bisschen mehr Auf den Chat eingehen Und manchmal reicht es nicht mehr aus Also meine Moderatoren haben nur einen einzigen Job Löschen, löschen, löschen Für all die Leute, die Schimpfwörter sagen Oder beleidigend werden Oder obszön werden Oder Hammers Oder schreiben pro-Palestine Und so Und all diese Terroristen-Propaganda machen Aber meine Moderatoren haben viele Jahre Erfahrung Ja, die machen schon seit fünf, sechs, acht Jahren Machen die schon Moderatoren-Tätigkeiten Auf Twitch und D-Live Ja, das Problem ist nur Bei über tausend Zuschauern Kommen sie einfach nicht hinterher Das weiß ich Aber das Problem ist Dass ich jetzt im Moment habe Ich glaube ich nur zwei Moderatoren Moin, moin Ja, grüß dich Erstmal Kian Hut ab für dich Danke dir Zwei Daumen hoch Vielen Dank Halt und Löwenherz Ich habe dir eine Nachricht geschickt Schau es dir mal an The Palestinian Experience Habe ich jetzt nicht Habe ich noch nicht gesehen Warum, was willst du damit sagen Erzähl mal Nee, schau dir mal das Video an Da wird halt Ja, worauf die halt alle rumreiten Seit 48 Wo das halt war mit den Engländern Die Palästiner halt Liken, liken, liken Bitte Aufgeteilt haben Zwischen den Juden Und so Da wurde ja von der NATO halt Schau es dir an Du wirst es kapieren Das ist Ist ja nichts gelogen da drin Das ist ein kleines Video hier Und wie gesagt halt Kian Hut ab Danke dir, mein Bester Alle Achtung Ja, danke für die Achso Und ich kann dich auch sehr gut verstehen Du bist ja Iraner, ne? Kurde Ja, Kurde Aber halt aus dem Iran, oder? Ich bin aus dem kurdischen Teil von Iran, ja Ja Nee, ich habe sehr, sehr viele iranische Freunde halt Bin halt auch ein bisschen älter Dürfte so alt sein wie du Okay Und die Eltern von denen und so alles Die sagen halt Der Iran, das war ein Traumland von 1980, ne? Das war es in der Tat Das war es Also es war Auch wenn der Scham hier nicht recht gewesen ist Ja, ich halte nichts von Könige und sagt, was ich möchte Eine waschechte Demokratie Aber immerhin, wir hatten nicht diesen religiösen Terror Ja Kian, ich bleibe hier Kian, ich bleibe hier oben, aber ich muss kurz 10 Minuten kurz runter Ich bin gleich wieder da, 10 Minuten Werner, also wir füllen jetzt an so ein bisschen Wir haben 44.000 Likes Ich danke den Leuten, die das schön hochgepusht haben Die waren fast bei 300.000 Likes Ja Ja Ja, und dann sind wir bumm rausgeschmissen worden Und ihr seht, wer immer die Dann hat der friedliche Islam zugeschlagen Ja, genau Das ist immer das gleiche Klientier Es sind nicht die AfD-Leute Es sind nicht die Kritiker meiner Arbeit Es sind nur die Muslime, die immer wieder voll eins reinhauen Feiglinge bis zum Gehen nicht mehr Sprachlosigkeit führt zu solchen Dingen hier So, wir haben jetzt Manu Brasil Bitteschön Oh, sorry Er wollte eigentlich gar nicht rein, aber Ah, okay, gut Ich wollte nur unterstützen Ah, okay, vielen herzlichen Dank Sehr, sehr coole Arbeit Ah, eine Frage noch Gerne Eigentlich haben doch die Palästinenser oder die Araber Halt schon ein Land bekommen, Jordanien oder nicht Das ist es ja Was war denn das alles? Dieses Gebiet war faktisch alles unter osmanischer Kontrolle Diese Staaten wurden alle zwischen 1930 und 1950 gebildet Schaut euch mal an, wer die Kontrolle gehalten hat Ägypten hat die Kontrolle über Gase gab bis in die 70er Jahre Das muss man sich mal überlegen Das heißt, diese Gebiete waren entweder ägyptisch, transjordanisch oder syrisch Und das waren, die hießen ja auch Transjordanien oder Großsyrien zum Beispiel Und die haben ja ihren Staat bekommen, Jordanien Was glaubt ihr, dass die Palästinenser-Flatte genauso aussieht wie die jordanische Flagge? Eigentlich könnte man das eigentlich auch Ostpalästina nennen Eben, eben, eben Und Palästina ist eine römische Erfindung Es hat also keinen Bezug zu den Palästinen Die Palästinenser haben dieses Wort auch gar nicht benutzt Das ist in die 60er Jahre Oh mein Gott, oh mein Gott 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 Ich habe die Palästinenser-Flatte, was man ja auch eindeutig sieht Wenn man sich mal die Landkarte ganz genau anschaut Wie die Länder da aufgeteilt sind Da siehst du eigentlich fast gerade Striche überall nur Es ist aufgeteilt worden So wie es da England dann irgendwann mal zugelassen hat Das ist ja nun mal anwesendig Also, Roy, die Aufteilung der arabischen Regionen Die war nicht so willkürlich, wie die Muslime behaupten Oder wie das generell behauptet Die Engländer haben einfach ein Ideal auf die Mappe gelegt Nein, wir haben vorher schon mal Abgesandte hingeschickt Und haben erstmal studiert, welche Völker leben dort eigentlich Dann haben sie Territorien Und über wie viele Jahre haben sie das gemacht? Das kommt ja auch noch mit dazu Sie haben, Laurens von Arabien ist das beste Beispiel dafür Also, was ich damit meine ist Dass die Engländer nicht willkürlich vorgegangen sind Und die Araber haben als Israel gegründet worden Als Israel gegründet worden Es gab es bereits 22 arabische Staaten Wie viel wollten die denn noch? Und außerdem, die Leute haben sich vorher niemals Arab Palästinenser genannt Sie haben immer gesagt, wir sind Araber Aus dem Mandat, britischen Mandatsgebiet Oder aus dem osmanischen Holzgebiet Palästina Ganz, ganz einfach Und da muss man sich das mal überlegen Dieses kleine Flecklein, was Israel da gekriegt hat Das ist ja nun nicht die Welt Das muss man ja mal eindeutig so sagen Hessen in der Größe von Dieses kleine Flecklein, das ist komplett von muslimischen Völkern umsiedelt Ja, aber das kleine Flecklein Das ist jetzt so interessant Nur weil es da die Stadt Jerusalem ist Ja, aber Reuters geht es doch Aber Reuters, das musst du dann so sehen Dann waren sie so klug Und haben einmal in die Geschichtsbücher geschaut Und haben gesehen Oh, die Römer haben den Juden zum Trotz Das Land hier Philistin genannt Den Philistern Das war nicht das, was die Römer damit gemeint haben Die Römer haben das nicht nach den Philistern genannt Nach den Feinden der Juden Der lateinisch-römische Begriff Für das Gebiet, das sie den Juden absprechen wollten War tatsächlich Palästin Und Palästin hieß im römisch-lateinischen nichts weiter als Ort bei durchziehenden Völker Und diesen Namen hat man gegeben Weil man die Juden vom Staat Judäa entwurzeln wollte Genau Wollte man die Identität der Juden dort auslöschen Weil Judäa hieß ja Land der Juden Und die Römer haben in dem zweiten Aufstand der Juden Gegen die römische Autorität verloren Und die Römer haben sich da gerecht mit dem Aufstand der Juden Gegen, ich glaube Hadrian war das glaube ich Ja, man versteht dich irgendwie ganz schlecht gerade Okay, okay, ist das so besser? Ja, etwas Ja, komisch Okay Aber mal eine Frage, mal eine Frage Wenn es das Land Palästina gab Dann nennen wir bitte mal einen palästinischen Staatschef zu der Zeit Ja, oder einen palästinensischen König Irgendeinen Prinzen, irgendeine Staatsform Weißt du, das Schöne ist ja Wenn man in dieser Region wirklich nur einen Meter gräbt Dann stößt man immer auf eine archäologische Fundsache Dann stößt man immer auf ein Artefakt Oder auf irgendetwas, was sich datieren lässt Und glaub mir, alle Fundsachen, die man dort gefunden hat Haben nicht ein Zentimeter, nicht einmal bewiesen Dass es so etwas wie eine palästinensische politische Entität In dieser Region gegeben hat Deswegen ist auch das palästinensische Museum in Rambala In den Palästinensergebieten auch komplett leer Die machen seit 20 Jahren haben sie das Museum Und seit 20 Jahren können sie nicht ein Artefakt da reinsetzen Weil es nichts zu finden gibt Das Ding ist leer Ja Ich sage, guck mal Man redet von dem Staat Palästina Aber kann nicht ein Staatschef oder irgendwas anderes dergleichen nennen Mal ganz ehrlich, das sollte doch eigentlich ausreichen Wo muss man da noch stundenlang diskutieren Die Tatsache, dass sie 1948 erstmalig die Chance hatten Sofort einen Staat zu bekommen Und zwar haben die Briten Ihr müsst euch mal die Belfort-Deklaration anschauen Ihr müsst euch mal ansehen, was die Briten vorgeschlagen haben Soll ich sie dir aufmachen? Ich habe sie zufälligerweise auf dem Handy Richtig, und da musst du sehen Da siehst du halt eben diese typische Palästina-Flagge Die auch die Form von Israel darstellt Und praktisch in der Mitte Wollte man, dass die Juden rübergehen In das westliche Gebiet von dem neuen Staat Israel Und alle Araber gehen rüber in den östlichen Staat Und die Juden Die beiden Länder Nicht nur das Sondern die Araber hätten tatsächlich Die fruchtbareren Gebiete bekommen Und die Juden waren einverstanden Die haben sich dann im Tisch gesagt Klar, wir sind einverstanden mit der Belfort-Deklaration Wir kriegen einen Teil, sie kriegen einen Teil Aber dann haben die Araber nur darauf gewartet 1948, Israel hat gesagt Okay, die Araber wollen es nicht Wir gründen den Staat Israel Bumm, dann sind fünf Armeen aufgestanden Und haben versucht, Israel sofort zu dezimieren Das ist die Tatsache Elfmal hatten die Araber eine Chance Die sogenannten Palästinenser eine Chance Einen palästinensischen Staat Oder einen arabischen Staat in dieser Region zu gründen Und ich habe schon einmal gesagt Soher Mohsen Ich lese euch das nochmal ganz kurz vor Damit ihr mal einen Eindruck bekommt Was er gesagt hat 1977 gibt er der niederländischen Zeitung Truf Ein Interview Soher Mohsen War ein palästinensischer PLO-Kommandant Einer Brigade mit dem Namen Assaika Und er sagt Ein palästinensisches Volk existiert nicht Die Schaffung eines Palästinenser-Staates Ist nur ein Mittel Um unseren Kampf gegen den Staat Israel Zugunsten unserer arabischen Einheit Vorzusetzen In Wirklichkeit gibt es heute keinen Unterschied Zwischen Jordaniern, Palästinensern, Syrern und Libanesen Nur aus politischen und taktischen Gründen Sprechen wir heute über die Existenz Eines palästinensischen Volkes Weil arabische nationale Interessen verlangen Dass wir die Existenz Eines bestehenden palästinensischen Volkes setzen Um dem Zionismus entgegenzustellen Und jetzt kommt der interessante Teil Aus taktischen Gründen kann Jordanien Das Mutterland der Palästinenser Was ein souveräner Staat mit definierten Grenzen ist Nicht Ansprüche auf Haifa und Jaffa stellen Während ich als ein Palästinenser Zweifelsfrei Haifa, Jaffa, Beersheba Und Jerusalem beanspruchen kann Und jetzt kommt der entscheidende Satz Allerdings in dem Moment Und das sagt ein PLO-Funktionär Der 1979 Einem Attentat zum Opfer fiel Allerdings in dem Moment In welchem wir unser Recht Auf ganz Palästina reklamieren Also auch inklusive Israel Werden wir mit der Vereinigung Von Palästina und Jordanien Nicht eine Minute warten Und das beweist Dass die sich gar nicht als Palästinenser betrachtet haben Sondern als Jordanier Das haben ihre führenden PLO-Funktionäre 1977 schon gesagt Wir werden sofort wieder Einheit mit Jordanien Also alles Bullshit Bullshit, Propaganda Wenn ich kurz so eine Frage in den Raum werfen darf Schau mal Ich bin jetzt kein Fachmann Bezug des Islams Aber ist es nicht so Dass es im Islam Oder in den Kaditen steht Ich weiß es nicht Wie gesagt Das habe ich mir einfach nochmal gehört Dass wenn Muslime Ein bestimmtes Gebiet Islamisiert haben Erobert haben Dass es für sie halt Eine religiöse Pflicht ist Dieses eroberte Gebiet zu erhalten Und das ist für sie quasi Schwach und Schande ist Wenn sie dann dieses Gebiet Dann an die An die sogenannten Apfel und Schweine Wieder zurückgeben müssen Wie es ja leider so steht Absolut Was immer Was immer Was immer der Islam Sich einfängt Also immer was der Islam nimmt Und er unter seine Kontrolle bringt Ist dann tatsächlich Locker Ist Eigentum der Muslime Das steht im Koran Auch drin Da jetzt wo jetzt Israel Wo jetzt Israel ist Dass das das Land der Söhne Israel Wie war es Ja kann ich euch geben Und zwar ist das Sure 5 Vers 21 Moment Warte Makian Bevor du anfängst Kannst du mich sauber hören Ich höre dich ganz deutlich Alles klar Das wollte ich nur wissen Achso übrigens Was ich da noch schnell Mit einwerfen wollte Es ist ja auch an dem Nicht nur Dass wenn sie ein Land verlieren Das ist ja der Punkt Wie es danach dann aussieht Der Punkt ist ja schon Dass es ganz weit vorne anfängt Dass der Islam für sich als Grunderstrebung sieht Die ganze Welt islamisch dastehen zu lassen Man könnte es auch salopp ausdrücken Und sagen Die Weltherrschaft an sich zu reißen Und das ist eben die Grundaufgabe Des Islam selbst Das ist angestrebt Deswegen kann man beim Islam auch von Frieden sprechen Weil das ihre Intention ist Das ist ein Teil der Takiyah Die man da betreiben kann Und das da so darzustellen Natürlich Und es ist an dem Wenn die ganze Welt dann islamisch ist Dann ist es in den ihren Augen Eine friedliche Welt Und deswegen kann man sagen Der Islam ist friedlich Das ist ein Teil der Takiyah Aber was ist das für eine friedliche Welt Wenn die Frauen dort halt als Opa bezeichnet Also halt als Opa bezeichnet werden Und nur mit der Erlaubnis ihres Mannes Falls sie verheiratet sind Wenn sie nicht verheiratet sind Mit der Erlaubnis ihres Vaters Überhaupt das Wort haben Und alles mögliche Also ich weiß nicht Mal kurz das Puschen Freunde Wenn ihr liken könntet Liken, liken, liken Roy Ich hab mal eine kurze Frage an dich Löwenherz hatte gesprochen Wenn man da so ein kleines Herz Über den Kopf bekommt Ist das nur damit der Kanal gepusht wird Oder wie verstehe ich das? Das ist das Teamherz Momentan haben wir Teamherz-Wochen Die Teamherzen sorgen dafür Umso mehr Teamherzen du in einem Live kriegst In einem Rhythmus In einer gewissen Zeit Und dass du bei Angesagt In die Angesagtenliste gehst Ah, okay Die Teamherzen sind natürlich wichtig Viel wichtiger ist jetzt aber gerade Sind Teilung, Kommentare Ganz wichtig Und die Likes Die sind interessant Für dein nächstes Live Das du da führst Vielen herzlichen Dank, Memoli Also momentan ist es wirklich wichtig Der Chat muss rollen Ja Teilung müssen stattfinden Bitte Die sind wichtig Und es muss wirklich Bewegung im Live drin sein Das ist jetzt erstmal wichtig Die Likes, die müssen nebenbei fliegen Die sind wichtig für das nächste Live Das wirst du auch merken Wenn dein Kanal wieder freigegeben Weil du hast nichts Falsches gesagt Ja Du hast halt nur zu viele Meldungen drin gehabt Und dann macht TikTok automatisch irgendwann dicht Da kannst du nichts machen Aber der Chat, der muss rollen TikTok muss sehen Hier ist Bewegung drin Okay, dann bedanke ich mich auch für die Leute, die das pushen Vielen Dank, liebe Freunde Bitte liken, 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 liken Damit wir das hochschießen können Und auch diese Herzen Ich glaube, das ist ein Bruchteil von einem Cent Glaube ich Habe ich gehört Hat der Löwenherz gesagt 0,3 Cent sind ein Teamherzen Okay, gut, okay Aber mir tut schon beim Zeigefinger weh vom liken Halt aber Ich muss auch ganz ehrlich sagen Ich habe mich vorhin totgelacht Nein, oben darfst du zum Beispiel gar nicht liken Das ist kontraproduktiv Danke Wie gesagt, ich habe mich vorhin auch schlapp gelacht Wo du das eine Mädel da hops genommen hast Und wo sie dir den Zionismus erklären musste Also ich sitze hier als überzeugter Zionist Und als erzeugter Israelunterstützer Und sie fragt mich Erklären wir Zionismus Vor allem Zionismus, da muss man sich als alle erstes fragen Wo kommt dieses Wort her Dieses Wort Aber viele wissen ja nicht, was das Wort bedeutet Das kommt her Das Wort Zionismus kommt von dem Wort Von dem Berg Zion Und diese Berg Zion Da geht es um diese Al-Aqsa-Moschee Wo man darunter Ich muss mich jetzt Da verbessere mich markieren Damit ich nichts Falsches sage Was soll da wieder aufgebaut werden Das ist der zweite Tempel von Salomon Der wurde einmal verstört Und er wurde zweimal zerstört Und jetzt wollen die Juden Das dritte Mal Den Tempel von Salomon Das Wort Zionismus Ist einfach ganz oft Ich muss kurz ergänzen Kian, ich muss entschuldigung Ich muss ganz kurz ergänzen Viele glauben Oder verbinden das immer Mit einer gewaltsamen Einnahme Von Jerusalem Und dann wieder das Aufbauen Des Tempels Nein Wir Juden glauben Dass das halt friedlich passiert Wenn der Messias kommt Dass die ganze Welt halt Gott erkennt Und somit das friedlich Wieder aufgebaut wird Also nicht im Sinne Von Eroberung Mit irgendwelchen Waffen Und Gewalt Was den Menschen Also fast Juden Dann vorgeworfen wird Und bezüglich Zionismus Warum viele Menschen Halt so eine negative Meinung Über Zionismus haben Weil die gucken sich halt Diese Hauptschul-Internetseiten an Von irgendwelchen Salafisten Und solchen Hamas-Anhängern Und verstehen das dann halt So wie sie es verstehen möchten Ich habe schon so lustige Interessante Dämliche Trottelige Erklärungen Und Definitionen Vom Zionismus gehört Also Man könnte wirklich Ein ganzes Internet Ein Buch schreiben Mit Zitaten Wie Leute Zionismus verstehen Also wichtig ist Es liegt aber auch daran In welcher Verbindung Es liegt aber auch daran In welcher Verbindung Mit welchen Personen Man Zionismus da setzt Wenn wir dann zum Beispiel sehen Lord von Rothschild Der eindeutig Mit der Balfour-Deklaration Ein sehr großes Daher Eingehen hatte Dass der ja dafür gesorgt hat Dass das überhaupt So durchgesetzt werden konnte Ist es an dem Dass man da Dieses alte Gedankengut Von den Juden Selbst dann da In den Zionismus Mit rein treibt Es gibt ja auch Diese alten Schimpfwörter Die da die Juden Da so zu verkraften haben Oder mit den ganzen Alben Vorurteilen Mit denen sie da zu bekraften Mit denen sie zu kämpfen haben Dass das ja schon Ein eigentliches Problem Für diese Leute darstellt Am Ende war das große Problem Freunde Ich will auch nochmal ergänzen Hinzufügen Dass der Koran Die Besiedlung Dieses Gebietes Durch die Juden fördert Ich weiß gar nicht Warum die Muslime Daraus so eine große Chefsache machen Wenn der Koran Im Grunde genommen Hinter den Kim Der Israel steht In Surah 5 Vers 21 Sagt Allah Oh mein Volk Also Allah Mohammed sagt das Er tut so Als wenn es Allah gesagt hätte Oh mein Volk Tretet in das geheiligte Land ein Das Allah Für euch bestimmt hat Und kehrt nicht den Rücken Dann werdet ihr als Verlierer Zurückkehren Ja Und wenn dann die Palästinenser tatsächlich Dort drinnen gelebt haben Wenn die Palästinenser Tatsächlich dort gelebt haben Und sie waren die Nachfahren Der Kanaeiniter Die die Israelis dort Angetroffen haben Dann dürfen sie sogar Nach dem Koran Vertrieben werden Weil sie sagen Nämlich in Surah 22 In Vers 22 Sagen sie Oh Musa In ihm ist ein übermächtiges Volk Wir werden es gewiss nicht betreten Bis sie aus ihm herausgehen Wenn sie aus ihm herausgehen Dann wollen wir es gewiss betreten Und dann kommt der Vers 23 Zwei Männer von denen Die Allah fürchteten Und denen Allah Gunst erwiesen hatte Sie sagten Tretet gegen sie durch das Tor ein Und wenn ihr dadurch eintretet Dann werdet ihr Sieger sein Und verlasst euch auf Allah Wenn ihr gläubig seid Und Nach diesem Koran Versen Dürfen die Juden Sogar gegen das Volk Der Kanaeiniter kämpfen Und die meisten Palästinenser behaupten Sie seien Nachfahren der Kanaeiniter Da gibt es viele Probleme Mit diesen Warte mal ganz kurz Kian Du hast gerade von Esmeet Du hast gerade von Esmeet Eine Löwenmähne gekriegt Das hast du durchs Vorlesen nicht gesehen Ah ok Recht herzlichen Dank Vielen Dank Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Esmeet oder so hieß die Dame Aber ok Kann ich das irgendwo sehen? Wo man das Kann man das sehen? Wo das Kann man das abrufen? Die Die Gifts Oder wie? Kann man sehen? Wer mir das Ich glaube Das letzte Mal hatte ich hier einen Zugang gehabt Aber wer immer es war Recht herzlichen Dank Ja Wenn sich jemand melden kann Jetzt mal kurz Und sagt Ich war es Dann erwähne ich den Namen nochmal sehr gerne Das ist immer Eine höfliche und nette Sache Wenn es diese Suche in 737 gibt Ja quasi Dass der Koran den Juden Das Land Israel zuspricht Offensichtlich lebt diese Diesen Koranvers Oder die Auslegung Die du jetzt bringst Die ganze islamische Lieben Der überwiegende Teil Der islamischen Welt ab Wie argumentieren die das denn Dass sie sagen Hey nee Das stimmt nicht mehr Das wird anders Das muss man anders erklären Das ist eine andere Erklärung Wie Womit kommen die dann her? Ja Sie sagen Das war für die damalige Zeit bestimmt Aber es war nicht Für die ganze Zeit bestimmt Die Juden haben sozusagen Ihr Recht verwirkt Ins heilige Land zu gehen Sie durften einmal gehen Wurden vertrieben Und jetzt dürfen sie Nicht mehr zurückkehren Aber das Geben diese Verse nicht her Und die meisten islamischen Juristen Spinnen Wenn sie das sagen Natalia Recht herzlichen Dank Das ist einfach ein riesiges Märchen Das ist Unsinn Das ist Bullshit Tatsache ist Der Koran segnet das ab Und deswegen haben die Muslime Ich überhaupt nichts zu suchen In diesem Konflikt Aber sie machen auch Palästina nicht zur Chefsache Weil sie mit den armen 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 Palästinenser Sich solidarisieren Sondern weil tief In ihrem Herzen Noch dieser tief verankerte Prophetische Judenhass In ihren Herzen sitzt Und sie es nicht ertragen können Dass die Juden Ihnen ein Stück Islamisches Territorium Weggenommen haben Die Frechheit Die Frechheit Dass die Muslime Ausgerechnet Auf den Ruinen Des zweiten Tempels der Juden Eine Moschee bauen Das zeigt schon Was für arrogante Was für eine arrogante Religion Das ist Dass sie auf den Ruinen Der Juden Die das als ihre heiligste Städte betrachten Dass sie dort die Al-Aqsa Moschee bauen Das zeigt Dass die Muslime Eine sehr grobe Religionssekte sind Die keine Rücksicht nimmt Die nur dominieren Und herrschen will Und die Leute verdrängen will Michael, recht herzlichen Dank Was sich an ihre Ideologie Über jeglichen Glauben stellen Und sich als wahrhaftig sehen Ich sage ja immer Der Islam Der ist ja Ein bisschen über 1400 Jahre alt Davor kam ja das Christentum Und Vor dem Christentum War ja Ja Abraham da halt Die Juden Ja Halt Und ich sage halt immer Der Islam ist halt Aus den Leuten entstanden Denen das Christentum Nicht gepasst hat Die halt ihre Pädophilie Ihre Gewalt Und alles mögliche Ausleben wollten Und deswegen Gut, okay Also wie gesagt Darüber kann man sich streiten Natürlich Eine historische Frage Hat Mohammed existiert Ist der Koran Ein Plagiatversuch Von der Bibel Und der Tora Ja Aber Die Tatsache ist Wir müssen heute mit den Realitäten Wir müssen heute mit den Realitäten Kämpfen Ja Die Realität ist Dass Europa islamisiert wird Und zwar extrem Das ist das was ich meine Also wir müssen mit dieser Realität kämpfen Und uns nicht so sehr In Theorie verlieren Deswegen Ja Das hat sich lang Für Roy Und Hey, Moin Michael Die kann ich ja ewig nicht gesehen Ja Ja Und das ist halt eben das Wichtigste Wenn jetzt Leute hochkommen wollen Die eher Anti-Israelisch Anti-Jüdisch sind Bitteschön Macht das Kommt hoch Und wir unterhalten uns Das ist überhaupt kein Problem Ja Wir können uns unterhalten Wir sind auch alle gut vorbereitet Und ich habe auch keine Angst Nicht in Fragen zu stellen Ich weiß auch nicht alles Ja Aber weißt du mal Konzentrieren Weißt Achso Ich jetzt Zwischen Palästina Und ist da schon Nido Du bist nicht der Auslöser gewesen Deine Deine muslimischen Dschihadifreunde Haben uns gemeldet Und das ist ein neuer Account Ganz einfach Ich wollte nur fragen Also da bist du Da bist du schon konträr Zur Meinung der Politik Die halt sagt Das ist halt kein religiöser Krieg Aber würdest du schon sagen Das ist wirklich ein sehr stark Religiös geprägter Konflikt Der jetzt gerade entsteht Oder der gerade besteht Ja Also der Konflikt ist eindeutig Eine Abrechnung Mehr ist das nicht Weitere Das ist nur eine Abrechnung Gegen das Judentum Und mit der Realität Müssen wir einfach Die müssen wir akzeptieren Ich bin aber auch gleich wieder weg Kian Wie gesagt Schönen Abend Hut ab Vielen Dank Und was ich halt nur Extrem schade finde Wenn man sich die Bilder Vorm Rift noch so Gefeiert Und Ein paar Wochen später Sind alle am rumrollen Ganz genau Ganz genau Siebt doch Genau Ganz genau Siebt doch Genau Leute Ihr müsst eure Mikrofone Ja Vielen Dank Rade Recht herzlichen Dank Dass du da warst Bis die Tage Ciao Ciao Vielen Dank So Ich lade natürlich wieder Muslime hier ein Ähm Nein Melli Ihr existiert als Araber Aber ihr existiert nicht als Palästinente Ihr seid ein erfundenes Volk Mehr seid ihr nicht Ja Ihr seid einfach nur ein erfundenes Volk Eine Testverlegung Und das meine ich nicht mal böse Sondern ich halte mich nur an die Tatsache Und die Leute die sagen Oh ihr Kurden doch auch Nein Wir haben unsere eigene Sprache Eigene Kultur Aber was haben die Die Palästinenser Von was unterscheiden sie sich Von den Jordaniern Syrern oder Ägypten Gleiche Esskultur Gleiche Kleidung Gleiche Sprache Keine Unterschiede Vielleicht mal ein leichter Slang Das war's Aber ansonsten Gibt es keine Unterschiede Überhaupt nicht Ja Ja Vielen Dank Rija Schöne Grüße zurück Ja Also Es gibt keine Wir Kurden Wir haben wenigstens Eine eigenständige Sprache Die können die Perser nicht verstehen Die Türken nicht verstehen Die Araber nicht verstehen Niemand Ja Wir sprechen Recht herzlichen Dank Wir versprechen eine komplett andere Sprache Also Ja Ja Und Vielen Dank Jelly Und dann noch eine andere Frage Ihr Pro-Palästinenser-Spinner Wo seid ihr denn Als in Syrien und Irak So viele Syrer Und Iraker Abgeschlachtet worden sind Wo seid ihr in Myanmar In Burma Geht ihr da auch jeden Tag Auf die Straße Nein Es ist euer Fest tiefsitzender Judenast Der euch jeden Tag Auf die Straße In Deutschland Und der ganzen westlichen Hemisphäre Und der islamischen Welt Treibt Ihr geht nicht Für eure uigurischen Freunde In China Auf die Straße Und nicht für eure Bomanesischen Muslime Die von Buddhisten Abgeschlachtet werden Ihr geht da nicht hin Ja Warum Ganz genau Weil ihr einfach Ihr habt Priorität Und die Priorität ist Der Judenhass Im Islam Ja Das ist es Recht herzlichen Dank Und dazu kann man noch ergänzen Schau dir mal an Wie sich die ganze muslimische Welt Gefreut hat Als die Houthi-Rebellen Aus dem Jemen Aus eines der ärmsten Länder Der ganzen Welt Israel den Krieg erklärt haben Wo seit Jahren Bürgerkrieg herrscht Wo die selbst Wo selbst sämtliche Menschenrechtsorganisationen Bemängeln Dass dort schon seit Seit dem Krieg Mindestens 11.000 Kinder Gestorben sind Ermordet wurden Verhungert sind 30 Millionen Menschen Da gab es eine Eine Hungerkatastrophe Die Leute waren am verrecken Da sind tausende Von Kinder Sind da verhungert Ja Und da sind diese Diese Talibans Und diese Pro-Palästina-Unterstützer Sind da nicht Auf die Straße gegangen Ihre Priorität Haben sie gezeigt Es geht um Juden Und deswegen gehen wir Auf die Straße Wir durchschauen sie Absolut Absolut Und das ist halt In dieser ganzen Untergangs-Wache halt Sie können sich selber Verscheißern Aber bei uns brauchen sie Nicht verscheißern Wir wissen ganz genau Was mit ihnen Warum sie auf die Straße gehen Ihre Brüder sind Die Muslime Kümmern sich Einen Scheißdreck Um ihre eigene Glaubensgemeinschaft Ja Sie sind nichts wert Aber der Hass Den sie in sich tragen Dieser alte Hass Der mit dem Koran Angefangen hat Und dann über die 1400 Jahre Sich durch die Geschichte zieht Der ist so lebendig Dass er die ganze Umma Die ganze islamische Weltgemeinschaft Vereinigen kann Ja Aber die Juden Warte mal ganz kurz Kian Ich möchte mal ganz kurz Auf den Chat eingehen Ja Ich sehe Ich sehe Oder ich spreche es mal direkt an Du Emi Ich sehe dich jetzt hier In mehreren Lives Immer wieder Und immer wieder Und irgendwie Bist du für mich Sehr sehr suspekt Du schreibst hier Jetzt zum Beispiel Schon wieder Sowas rein wie Und was ist mit dem Islamhass Emi Kannst du dir vorstellen Dass dieser Islamhass Irgendwo seine Begründung findet Wieso Hass man den Islam So sehr Wenn der Islam Sich doch Über alle anderen Religionen Bitte Mikrofon Alle ausschalten Freunde Mikrofon überall bitte ausschalten Ja das ist echt anstrengend Danke Danke Vor allem Was Unterscheidet zwischen Hass Und Abneigung Ja noch nicht mal das Man muss sich aber Wirklich fragen Wie entsteht Dieser Wenn du ihn dann Als Hass betiteln willst Oder auch Hetze So wie du es auch immer Betiteln magst Wie entsteht das eigentlich Guck mal Emi Es ist an dem Der Islam Hat da ein ganz Großes Problem Der Islam In seiner Ideologie Seid sie dahingestellt In den Schriften Die da wirklich Kritisch anzusehen sind Lass es da so stehen Der Punkt ist Dass der Islam Am Ende Im politischen Islam Endet Hier In unserem Deutschland Wie wir hier so leben Ist das sehr kontrovers Wir haben Nehmt sich Eine Sache Und die ist wichtig Weil du merkst Wie schlimm es ist Wenn man Glauben Sich untereinander Schreitet Und wir hier Wir trennen Staat Von Religion Und das Findest du eben Nicht im Islam Der Islam Endet Immer Im politischen Islam Und das ist Die Und das ist Erstrebenswert Und das Lassen wir Nicht zu Deswegen Ist es kein Hass Es ist mehr Oder weniger Das Aufklären Einer drohenden Gefahr Wenn man nicht Über Gefahren Aufklärt Dann kann Diese Gefahr Zur Realität Werden Wird diese Gefahr Zur Realität Emi Glaube mir eins Du kannst dich Noch nicht mal So mit diesem Profil Getreinstellen Augenbrauen zupfen Kannst du knicken Schminken Kannst du knicken Dann hast du Ein Kopftuch Aufzusetzen Und dann hast du Dich daran zu halten Was der Islam Da ist es wieder passend Da ist es wieder passend Sie schrieb Ich fühle mich Gehasst Und da ist es Pudelskern Deine Gefühle Sind nicht Sind nicht Ausschlaggebend dafür Was wir machen Sondern Deine Empfindungen Sind rein subjektiv Und kein objektiver Hass Genau Das nennt man Befindlichkeiten Die eigenen Befindlichkeiten Die einen dazu treiben lassen Guck mal Wir leben hier in einem Land Da herrscht Glaubensfreiheit In dieser Glaubensfreiheit Hat sich aber kein Glaube Über den anderen Glauben Zu stellen Das macht aber Der Islam Und das ist Ein Problem Und Emmi Ganz ehrlich Wenn du darüber Mal sachlich Nachdenkst Sieht es so aus Wenn der politische Islam Immer und immer Weiter fußfest Hier auch auf deutschem Boden Dann hast du als Frau Nichts mehr zu lachen Ob du das wahrhaben willst Oder nicht Du als Frau Hast nur eine halbe Stimme Hier in Deutschland Wurde das Frauenrecht Richtig hart erkämpft Von den Frauen Und wenn man sich das überlegt Würde der politische Islam Einen Schritt nach hinten bedeuten Der so immens groß ist Dass all das Was die Frauen hier erkämpft haben Für den Arsch war Ja Absolut Und deswegen Wir sind so weit gegangen Unsere Religionskritik Ist so weit gegangen Dass wir schlussendlich Die großartige Aufklärung hatten Und wir brauchen jetzt Keine religiösen Hinterwäldler mehr Die uns erzählen Haram Kuffr Shirk Munafirk Und so weiter und so fort All diese islamischen Schlachtbegriffe Braucht kein Schwein Wir wollen in Frieden gelassen werden Ja Widerstand Recht herzlichen Dank Wir brauchen diesen Unsinn nicht Und Muslime schleppen halt Gewohnheiten hier rein Wie Ehrenmord Gruppengewalt Und so weiter und so fort Und wir brauchen den Unsinn nicht 784 Gruppenvergewaltigung Alleine im letzten Jahr 20.000 Messeattacken Schaut man sich der Statistik Des Bundeskriminalamtes an Stellt man fest Dass spezifische Migrantengruppen Alle aus dem islamischen Raum An diesem Dreck beteiligt sind Was haben wir uns da ins Land geholt Frage ich mich Das ist doch Irrsinn Ja Das ist doch Irrsinn Und da werden wir uns gegen wehren Und Freunde Nochmal an dieser Stelle Erinnerung Ich bin Bürgerbewegung Pax Europa Vorstandsmitglied Wir gehen auf die Straße Klären gegen den Islam auf Live mit Kamera Das wird alles ausgestrahlt Von der EWO Europäischer Widerstand Online Ein Journalistenteam Das uns immer begleitet Und live dokumentiert Freunde sucht euch auf TikTok Den Kanal EWO live Und folgt dem Weil in ein paar Monaten geht es wieder los Und dann könnt ihr auf TikTok auch Die unsere Veranstaltung sehen Die wir live überall in Deutschland Organisieren werden Also bitte Kian, da muss ich aber mal Kritik äußern Warte mal Kian, da muss ich aber mal Kritik äußern Ich muss dir mal ganz ehrlich was sagen Es ist an dem Dass ich euch in den alten Bundesländern Sehr stark vertreten sehe In den neuen Bundesländern leider viel zu wenig Naja, wir sind das schon Aber die neuen Bundesländer sind so AfD-freundlich Und die sind auch nicht so heimgesucht Wir gehen in die Städte In dem es wirklich richtig problematisch ist Was sollen wir denn Das ist größtenteils im Ruhrgebiet So sieht das aus Was sollen wir denn im Osten machen Wo, weiß ich nicht Drei Memmets und ein Hassan rumlaufen Wir waren in Dresden Hat nichts gebracht Da war ein einziger Mit dem man diskutieren konnte Hat nichts gebracht Du musst in die Städte Wo es brenzlig ist Essen Duisburg Gelsenkirchen Da musst du hin Dortmund Und diese Städte musst du hin One, two, three Palästina gab es nicht Das gefällt mir Das muss ich mir machen Boah, ich weiß noch Gelsenkirchen Da war ich dabei Da kam ich vom Bahnhof hoch Und hab das Gerölen schon gehört Und dann standen sie zu Hunderten Und haben teilweise wirklich Mit allem nach euch geschmissen Was sie in die Finger bekamen Das war ein Anblick Werde ich so schnell nicht mehr vergessen Aber wie kann ich offen sprechen Ich kann doch nicht jedes Mal So weit fahren Für so eine Kundgebung Ich würde mich auch mal freuen Wenn ihr in so Ich bin letztes Jahr 6.000 Kilometer Für die Kundgebung gefahren Und was ist Ich komme aus Bayern Jedes Mal dahin Was ist mit Hamburg Hamburg waren wir auch schon Ich bin 6.000 Kilometer Letztes Jahr mit dem Auto gefahren Nur in Kundgebung Hamburg hat uns den Krieg erklärt Die umgehen wir erst mal Weil Hamburg wollte Michael Sturzenberger Unsere Gallionsfigur Der BPA in den Knast bringen Und deswegen umgehen wir das erst mal Weil die haben auch Die ganze Bürgerbewegung Auf den Kika Hamburg halt Ich habe Enio Dann lassen wir uns mal Dass wir ein bisschen weitermachen Enio Bitteschön Ja hallo Leute Eigentlich bin ich zufällig Reingeschlittert Ich habe da Kräftig geliked Und bin wahrscheinlich auf dieses Fertig gekommen Ich habe mich selber eingeladen Eigentlich wollte ich gar nicht rauf Aber wenn ich schon da bin Wollte ich eins zu diesem Thema sagen Wie kann es sein Dass die Israelis Nicht gemerkt haben Dass die quasi Dieser Zaun Ja wo nicht mal eine Ratte drüber kommt Und Alarm geschlagen wird Also ich habe einen Bericht gesehen Wo die mit Drohnen Also diese Spielzeugdrohnen Quasi diese Kommunikationssysteme Auf den Türmen Außer Kraft gemacht haben Die haben praktisch So eine Granate drauf geschmissen Und hätten die praktisch Larm gelegt Ich meine Die haben sich natürlich Schon was gedacht Die machen das nicht einfach Aus blinden Wut Die haben schon Eine gewisse Strategie gehabt Wie sie da praktisch reinkommen Und relativ risikofrei Weil ich meine Wenn die wissen Dass das Ding Quasi so unüberwindbar ist Sie sind ja nicht Lebensmüde Also die haben schon Vorkehrungen getroffen Ich kann dir sagen Woher es kommt Ich kann dir Die ganzen Fragen Wirklich sehr sehr Explizit beantworten Und zwar Der Wind weht aus Russland Der 7. Oktober Nio Stell dich stumm Du bist sehr laut Bitte immer Ein Mikrofon ausruhen Danke Entschuldigung Also Der 7. Oktober Ist ein bedeutendes Datum Und vor allen Dingen In Russland Das ist ein Geburtsdatum Von Adolf Putla Und Er hat das Ganze Auf jeden Fall Organisiert Er hat das Ganze Finanziert Und von da Weht auch der Wind Und Israel Kann sich einfach Die Opfer Die eigenen Opfer Gar nicht leisten Israel ist ein sehr Kleines Land Israel hat Glaube ich Unter 3 Millionen Einwohner Überhaupt So generell Bevölkerung Und jeder Tote Bürger Also das ist ein Heiliges Land Für die Leute Die da leben Und jeder tote Bürger Bei Israel leben schon 7 Millionen Also nicht 3 Wie viel Ja Entschuldigung Da habe ich mich getäuscht Aber 7 Millionen Das ist gar nichts Vergleichbar zu London Zum Beispiel Mit ihren 10,5 Greater London Und so ist nichts Und Palästina Für mich persönlich Ist gar kein Land Palästina ist eigentlich Ein Gebiet So wie Krim Oder wie Alpen Oder wie zum Beispiel Kaukasus Und so Das ist einfach Ein Gebiet Was bevölkert war Von Arabern Und irgendwie Hat man Den Einwand Zum Staat Israel Aber man hat zum Beispiel Auch keinen Einwand Zum Staat Vereinigten Arabischen Emiraten Das verstehe ich gar nicht Weil die wurden auch Irgendwie Auf Niemandsland Haben komplett Sachen vergessen Wie zum Beispiel Der erste Tschetschenienkrieg Der zweite Tschetschenienkrieg Dann haben die vergessen Solche Sachen Wie zum Beispiel In Dagestan Also den Unabhängigkeitskrieg Von Dagestan Die haben über 200.000 Moslems getötet Und keiner sagt von Russen Und von Moslems Gar nichts dagegen Okay Vielen Dank Also Freunde Nochmal so als Erinnerung Bitte push das weiter nach oben 102.000 Super Ergebnis Wir haben jetzt 400 Syrien hat vergessen Genau Syrien hat Russland auch gebombt Nichts dagegen Und hier Auf einmal Israel wehrt sich Am 7. Oktober Und plötzlich heißt es Israelis Das sind Mörder und Killer Das verstehe ich gar nicht Das ist kontrovers Und ich finde Ich finde Ich finde persönlich Das ist Antisemitismus Pur Gegen Israel Nicht nur gegen Israel Gegen Juden Und das Verschleiern Dahinter ist Free Palestine Ich würde befürworten Was du sagst Ich würde befürworten Was du sagst Ich würde was einhaken Es war ja kurz nach dem 7. Oktober Kamen ja die ersten Verschwörungstheorien Ja Wieso wurde die bestbewachte Die bestbewachte Grenze Der Welt anscheinend Wie war es möglich Dass dort die Hamas Durchgekommen ist Und es gibt Die sogenannte Strategmentheorie Falls sich jemand damit auskennt Ich bin kein Fachmann Darin Ich habe mir dazu ein Video Angeschaut Die Strategmentheorie besagt Dass man den Feind Vortäuscht Indem man Wie das bei den Hamas Ja war Circa zwei Jahre Gab es da so Mehr oder weniger Kein Wort von denen Die haben ihr Ding gemacht Israel hat dort einfach Sehr nachlässig gehandelt Muss man einfach Beim Namen nennen Und das hat Der Hamas erlaubt An mehreren Stellen Der Das war keine Mauer Sondern Zaun War es denen möglich Dort dann Free Gaza zu machen Und die Menschen Terroristisch Brutal zu ermorden Das ist die sogenannte Strategmentheorie Und davon mal abgesehen Das ist wie der typische Täteropferumkehr Was man halt versucht hat Direkt Verschwörungstheorien rein Das nennt so Verschwörung Wenn man schwören darf Ja Dann ist es sicher Natürlich Das ist eine Verschwörungstheorie Fakten ist es erst Wenn es bewiesen ist Mein Freund Das können doch keine Fakten sein Moment Die Regel ist Wenn ich sage Stopp Dann hören bitte alle auf Zu sprechen Weil dieses Chaos Da versteht Kein Zuschauer Irgendetwas Und wir verstehen Das auch nicht Wahrscheinlich gab es auch So eine Cyberunterstützung Durch den Iran Die Palästinenser Die Hamas wusste Ausgesprochen Gut Bescheid Über die Infrastruktur An der Grenze Die Wachposten Mit den automatischen Maschinengewehren Die Antennenmäste Die sie ausschalten Präzise ausschalten konnten Die Satellitenaufklärung Der Iraner Hatte auch eine große Rolle Gespielt Die haben ja Satelliten ins All geschossen Haben die Hamas Wahrscheinlich auch Logistisch unterstützt Und das was du gesagt hast Ist gar nicht so abwegig Zwei Jahre lang Kann die Hamas Faktisch ihre Füße Stege halten Und dann ist es dazu gekommen Dass plötzlich nach zwei Jahren So ein gigantischer Ausbruch Von Gewalt Durch die Hamas Statt finden Und die Dummheit der Hamas Ist dass sie für ein Zwei Stunden waren Sie die absoluten Sieger Ja von mir aus auch Für den gesamten 7. Oktober Aber danach Danach Haben sich die Vielen Dank Jen Hat sich Alles geändert Jetzt sind die Palästinenser die Verlierer Und das ist so typisch Das hat die Hezbollah Auch erlebt Im Libanon Mal kurz Israel angegriffen Und danach wurden 25 israelische Soldaten Getötet Im Norden von Israel Aber über 1300 Libanerische Zivilisten Im Süden In der BK-Ebene Und in den Schiitischen Gebieten So eine Dummheit Kann sich auch nur So eine vertrocknete Wie das Da in diesem Moment Man muss das mal ja Ganz klar und deutlich benennen Der Krieg der Religion Wenn man ihn dann So betiteln möchte Der hat ja einen Hintergrund Dieser Hintergrund Der ist geopolitisch Da sieht es ganz einfach So aus Dass die Hamas Als Autonomie Regierung Die Hand Auf dem Gasfeld hat Was vor Gaza Erschlossen werden soll Netanjahu Hat mal vor In einer UN-Tollversammlung Ich weiß gar nicht Wann das war Ob das 19 war Ich müsste jetzt lügen Ich hab das aber irgendwo Noch mal drin Ich konnte das noch mal Nachfischerchieren Die Pipeline gezeigt Dieses Gasfeld Mit Europa verbinden Und auch die Seidenstraße Spielt eine große Rolle Da sieht es ganz einfach so aus Dass die Hamas Da ihre Hand drauf hat Man möchte jetzt aber Weil man die Hamas Als Terrororganisation Einstuft Nicht Dass die Hamas Von diesem Gasfeld Profitiert Wo sie da Die Hand drauf hat Als Autonomie Regierung Und da geht es Ganz einfach darum Dass man da Befürchtet Dass die Hamas Dann natürlich auch Finanzielle Mittel Aus der ganzen Sache Schließen könnte Und diese zur Bekämpfung Gegen Israel Verwenden Könnte Und das ist das Eigentliche Problem dabei Die Hamas Ist sowas von Schadhaft Für den Gaza-Streifen Selbst Für die Bevölkerung Selbst Wenn man sich das Überlegt Würde es die Hamas Nicht geben Und dieses Gasfeld Könnte erschlossen werden Ohne die Hamas Dann würde der Gaza-Streifen Auch finanziell Massivst davon profitieren Und das ist etwas Was viele Leute Nicht verstehen Nicht sehen wollen Aber sie da Einfach nur Den Krieg der Religion In den Vordergrund stellen Aber gar nicht wissen Worum es eigentlich geht Und was da passiert ist Dass zum Beispiel Da Dieser Bestbewachteste Grenzzaun Operiert hat Natürlich wird da Auch der Mossad Seinen Finger Mit ins Spiel haben Auch der Mossad Wird Bescheid gewusst haben Aber da ist es Nichts anderes Wie zum Beispiel Auch die Bei solchen Sachen Ich gebe dir recht Bei solchen Sachen Spielen mehrere Faktoren Eine Rolle Das ist eben der Punkt Es spielen so viele Sachen Ein Faktor dabei Viele Dinge spielen dort zusammen Und wer baut denn Mythos dann auf Dass Israel seine Grenzen So perfekt Und so super bewacht Das war nicht der erste Überfall auf die Israelische Grenze Die Esbollah hat das schon Vom Libanon aus Hundertfach gemacht Und sogar in den 80er Jahren Als die Esbollah Sich gegründet hat Haben sie mit 400 Esbollah Kämpfer Die sind sie In der In der Grenzstadt Zum Nordisrael eingefallen Und haben sie dort Massaker Angerichtet Es ist ein Mythos Dass Israel seine Grenzen So tadellos bewacht Dass wirklich keine Maus Durchkommen kann Wir müssen auch endlich Mal aufhören Israel so zu glorifizieren Ja Ist es nicht traurig Dass Israel seine Grenzen So bewachen muss Weil sie wissen Dass sie von religiösen Wilden Umzingelt sind Oder den Iron Dom Aufbauen muss Damit sie sich Überhaupt schützen können Auch das spielt Eine große Rolle Die 15.000 palästinensischen Toten Israel kann seine Bürger Nur besser beschützen Und Iron Dom War die Garantie Dass auch nicht Auf der anderen Seite 15.000 Tote sind Das muss auch mal Verstanden werden Denn hier wird immer gesagt Warum es so wenige Tote Auf der Seite von Israel Und Israel übertreibt es Nein Es wären wahrscheinlich Auf beiden Seiten Gleichermaßen Viele Tote gewesen Wenn Israel So sorglos Mit ihrer Zivilbevölkerung Umgegangen wäre Wie das die Palästinenser tun Die in ihrem Blutrausch In ihrem Islam Und überleg mal Kian Die Zwei-Staaten-Lösung Sie war da Sie war da Niemals Und es war nicht angestrebt Und mal ganz ehrlich Was haben die Leute geglaubt Dass man im Nachgang Dann immer und immer wieder sagt Zwei-Staaten-Lösung Wenn man doch genau weiß Dass die Hamas Dann daran interessiert ist Auch die Umfrage Den Kindern das schon beibringt Der Gaza-Streifen Sprich So erzogen wird Dass man da Den Juden töten soll Was glauben die Dass Israel Freude strahlend sagt Ja natürlich Wir gehen immer und immer wieder Mit euch in irgendwelche Verhandlungen Mal ganz ehrlich Wie dumm kann man sein Den eigenen Henke Den lässt man da Doch noch nicht Dann frei agieren Das ist doch völlig normal Ja Und wir haben den Abscheulichen Charakter gesehen Zwischen den beiden Ländern Wenn auch nur ein einziger Arabischer Staat So operieren Und funktionieren würde Wie Israel Ja Wäre es ein Traum Aber schaut euch doch mal Diese Shitholes da an Schaut euch doch mal an Wie das alles da aussieht Ja Von wem sie regiert werden 100% 100% so Wenn du Palästina mal so anschaust Die könnten wirklich Ein super Resort sein Für Urlaub und so weiter Wie viel Geld da reingepumpt worden ist Und die haben nichts damit gemacht Nur Terra Sag mal Ist das dein Ernst Sag mal Spinnst du Deutschland alleine Hat letztes Jahr 916 Millionen Vor kurzem gerade 50 Millionen Also sagen wir mal Roundabout Eine Milliarde Die haben Zugang zu mehr Gaza hat Zugang zu mehr Weißt du was das für ein Nein Haben die nicht Ist alles blockiert Was meinst du blockiert Man Schau mal Die können nicht mal Wie Gaza aufgebaut ist Die können nicht mal Fischen gehen Ja natürlich Schau dir doch mal Wie viele Videos es gibt Geht zu Zellen Auch einfach Einfach YouTube anschaust Einfach YouTube anschauen Ja okay Nach deiner Meinung Und schaust Wo ging Was Putin macht Ist gut in deinen Augen In Ukraine Komisch Du verteidigst Ukraine Aber in diesem Fall Bist du pro Israel Da stimmt doch was nicht Was meinst du jetzt Na du verteidigst Was ist jetzt Die Gemeinsamkeit Zwischen Ukraine Und Israel Weißt du was Die Gemeinsamkeit ist Beide Länder Die wehren sich Gegen die Aggression Das ist Fakt Oh danke schön Kian Ganz ehrlich Das ist mehr hinderlich Ja aber Leute Wir können nicht immer Die Leichen hochholen Zibom Wir hatten dich heute genug Und du gehst auch Auf den Sack Der ist einfach explodiert Der kommt es einfach Nicht vertragen Ich will jetzt mal alle Muslime haben Und nicht immer die gleichen Die gleichen Apologeten Die gleichen Schwätzer Sondern ich will auch mal Andere Stimmen hören Weil Zibom weiß ich doch Ganz genau was dabei herauskommt Er ist ein Anwalt des Islam Genauso wie Mido Ein Anwalt des Islam ist Er gibt sich als Guter Bürger Deutschlands aus Aber die sind beide So wenig deutsche Staatsbürger Wie Eskimos Das Bedürfnis haben Eis vor dem Eiswagen zu kaufen Ja also Wir brauchen mal andere Wenn hier Muslime hochkommen wollen Bitteschön kommt hoch Aber lasst mal Ich gucke mal Wer jetzt hier noch sein könnte Sehr mehr Mal sehen Ja bitte Sehr mehr Guten Abend Ja guten Abend Bitteschön Ich weiß nicht Welche Propaganda Du folgst Und wie viel Du gehst Jede Menge 20.000 Schäkel pro Monat Na ja am Ende Jetzt kommt die Wahrheit raus Ob ihr wollt oder nicht Ihr habt die Soldaten umgebracht Ihr habt die Zivillen umgebracht Was haben wir Wir haben Soldaten umgebracht Und wir haben die Kinder umgebracht Achso okay Gut Das Beste was du heute abliefern konntest Ist dass die Israelis 1400 ihre eigenen Leute Ihr Muslime seid so verblendet Ihr habt das über die World Trade Center gesagt Ihr sagt das über eure Djihadi Gruppen ISIS Al-Qaida Boko Haram Alle vom Westen gesteuert Ihr kennt gar nicht so etwas Wie Eigenverantwortung Oder Selbstschuld Ihr müsst alles Wie kleine Jammerlappen Immer auf den Westen Auf dem bösen Bösen Westen Und auf die Juden schieben So kennen wir euch Und so bin ich übrigens auch Aufwärts So bin ich groß geworden Als Muslim war ich die ganze Zeit Ich habe immer mit dem Finger Auf andere gezeigt Ich habe Deswegen bin ich raus aus dem Islam Weil ich angefangen habe Mit meinen Finger Auf mich selber zu zeigen Und ich meine Abscheuliche Das Witzige ist Ian Das Witzige ist ja Egal wie viel Von diesen ganzen Egal Entschuldigung Egal wie viel Von diesen ganzen Eine Frage Wer hat dir ins Hirn geschissen Verstehe ich nicht Wer hat das gesagt? Melli? Ja Wer hat dir ins Hirn geschissen War die Frage Achso mir Das war eine ganz schön Männliche Stimme Melli Das war die Das war die akademische Das war also Der Versuch Eine akademische Diskussion Mit mir zu führen Alles klar Der Vorwurf Kommt immer von Leuten Die im Prinzip Genauso selber sind Ja das kann man Kannst du hier vergessen Das sind Das ist das Beste Was sie hier abliefern können Aaron bitte Hallo Ja ich wollte auch Nochmal nachfragen Wer hat dir ins Hirn geschissen? Ja das war Ich wollte auch was fragen Ja Was ist das? Jetzt kommt's So Janet vielen Dank Recht herzlichen Dank Ja also Wollen auch mal Intelligente hochkommen Oder kommen nur Diese besondere Spezies Also Löwenherz Wenn du magst Guck mal wer da hochkommen kann Ich achte so ein bisschen Auf den Chat hier Und will meine Moderatoren Ein bisschen unterstützen Aber Notorio Recht herzlichen Dank Jetzt kommt der nächste Bitte hoch Jo Hallo Ja hallo Ich habe mal eine kurze Frage Ja bitte Du bist bestimmt Iraner oder Ja jetzt kommt wieder Dieser Spruch Dann bist du Schiite Da machst du ja nie Ein richtiger Man ich bin doch selber Iraner und Schiite Da kommen wir bis zum Matsch auch oben schon sagt Daniel Daniel Kannst du bitte Aufwärts rauschen Oder irgendwie Dich nicht bewegen Oder so Das ist sehr laut Okay Guck mal was deine Community Schreibt Guck mal bitte Erstens Zweitens Du bist bestimmt So ein Schalanhänger Ne Nein bin ich nicht Nein Ich bin gegen den Schal Okay Wusstest du Dass Israel Gar kein Existenzrecht hat Ja Deswegen bin ich hier Damit wir das diskutieren Okay Warum hat deine Meinung Nach Israel Existenzrecht Ganz einfach Weil die Juden Durch den Koran Und durch Durch ihre Beziehung Zu diesem Land Ein absolutes Rückkehrrecht haben Zu ihren eigenen Wurzeln Der Fakt Dass Juden dort In einer größeren Mehrheit Gelebt haben als Araber Die Araber Sie haben nicht immer dort gelebt Sie sind wahrscheinlich Aus dem 12. Jahrhundert gekommen Über das Mittelmeer Also nicht Quatsch Über Nordafrika Wahrscheinlich Berberstämme Die gekommen sind Um sich dort anzusiedeln Tatsache ist Dass wahrscheinlich Die Palästinenser So wie wir sie heute kennen Wahrscheinlich Übers Mittelmeer gekommen sind Und Wahrscheinlich Eine völlig andere Identität haben Die Tatsache Dass die Juden Über 3000 Jahre dort gelebt haben Die Tatsache Dass die Dass es immer eine Verbindung gegeben hat Dass es jüdische Reiche gegeben hat Mindestens sechs oder sieben Königreiche der Juden Reicht für mich vollkommen aus Um zu sagen Ja da gibt es eine Beziehung Zwischen Juden Und diesem Gebiet Wo ist die Beziehung Zwischen den sogenannten Fake Palästinenser Und diesen Gebiet Null Okay Bevor ich weiterrede Kannst du bitte Deine Community Die mich beleidigen Und so blockieren Oder stumm schalten Oder sonst was Gibt es da jemanden Keine Beleidigung Aber wenn jemand Hier richtig beleidigt Dann wissen Meine Moderator Und wenn da jemand Schreibt Aller in dich rein Was bitte Wenn jemand schreibt Aller in dich rein Ist das keine Beleidigung Verstehe ich nicht Was soll das heißen Junge lass dir ein Rückgrat wachsen Wer hat das gerade gesagt 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 Wer hat die Leute Mir alles hier an den Kopf Wer hat Okay Geh weiter Ah da kommt wieder Der Hurensohn Ja du Was anderes kennst du nicht Oder Bursche Lass dir erst einmal Ein Rückgrat wachsen Und kommt wieder Wenn du erwachsen geworden bist Leute bitte Leiten 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 Und diese kleinen Herrchen Ich habe gehört Die sollen angeblich den Stream pushen Okay Also du weißt schon Das vor und nach Also vor 1948 Dieses Gebiet Britisch-Palästinensisch Oder Von der britischen Besatzung Und davor Davor war es gar nichts Doch davor war es In Osmanischer Hand Ja okay In Osmanischer Hand Alles klar Aber der Fakt ist Palästinenser waren zuerst da Nein die waren nicht zuerst Völlig idiotisch Wer war denn davor Wer war davor da Sag mir das mal Also Was heißt ja davor da Die Palästinenser Das war Das Gebiet Der Palästinenser Punkt Daniel Wenn du eine Frage stellst Stell dich stumm Du bist laut Mann Die Ohren Also im 12. Jahrhundert Ich habe gesagt Okay Die Araber Erzähl das kurz weiter Er hat mich beleidigt Der Flicht runter Erzähl kurz Also die Araber Sind wahrscheinlich Im 12. Jahrhundert In Form von Beduinen Und Berberstämme In dieses Gebiet Einmarschiert Deswegen gibt es auch Unheimlich viele Berberstämme Noch Im Sinai Und im Gaza Die zweite Sache ist Dass die Juden Eine kontinuierliche Beziehung Zu diesem Land haben Historisch gesehen Sie hatten viele Königreiche Es gibt eine absolute Identität Oder einen Beweis Einer jüdischen Identität Mit diesem Land Gibt es irgendeinen Beweis dafür Dass es vor 1948 So etwas wie eine Palästinensisch-politische Entität Gegeben hat Also irgendeine Form Die darauf hinweist Dass es einen palästinensischen König Gegeben hat Hallo Ich schmeiß mal raus Okay Ja geh weg Kleiner Dackel Gibt es Gibt es einen Beweis dafür Dass es palästinensische Könige Gegeben hat Gibt es einen Beweis dafür Dass es palästinensische Fürstentümer gegeben hat Kalifate gegeben hat Oder irgendetwas Was darauf hinweist Dass sich schon damals Menschen Palästinenser genannt haben Der Umstand Der Fakt Dass Die Römer Dieses Gebiet Palästin genannt haben Ja Reicht für mich Komplett aus Dass es so etwas Wie ein palästinensisches Volk Nicht gibt Denn das Wort Palästina Ist eine Erfindung Der Römer Fertig Und deswegen ist alles andere Quatsch Was immer ihr sagen wollt Genau wie der Hitler gesagt hat Die Juden sind dumm Die braucht man nicht Die Juden Und du bist Ja Entschuldigung Darf ich noch eine Frage Ich wollte Sie nur das sagen Wenn die zweite Welt Wenn die zweite Welt Krieg vorbeigefahren Dann Hitler Hat da viele Umgebrachene Hitler Mit Israel Die hat das sowieso Deutschland rausgeschmissen Hat die wohl nicht mehr Deutschland oder EU Wohin Israelische Liebe Habe Diese Leute Vorher auch Kein eigenes Land gehabt Die hat da eine Schiff Vielleicht eine Schiff Oder Englisch Was sagst Deutsch Ich weiß es nicht Aber schief sagen Die ansteigen 7000 Familien Mit einer Wassersee Und eine Tafel geschrieben Wir wollen meine Kinder Und Frauen Hilfe Dann ist Kannen sie Kannen gehen Kannst du lesen Google Das ist Was steht Dann Ganze Welt Hat der Palästin Zurzeit Präsidents Herzlich Schmerz bekommen Der hat einen Platz gegeben Warte Ich bin ein Ausländer Hallo Ich habe eine Frage Kian 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 Wieso Sehen Sie Ein Ex-Muslim Warum ich Ein Ex-Muslim Kian Lass sie mal Drinnen Ich erkläre Das ist die logische Folge meiner Untersuchungen Zum Islam Wie Benachteiligung Der Frauen Im Islam Diskriminierung Von anderen Religionsgemeinschaften Sehen Sie Als Muslim Geborgen Warte mal Willst du Jetzt die Antwort Haben Oder schießt Du schon Die nächste Frage Raus Erstmal Beantworte ich Dir Frauenfeindlichkeit Im Islam Zwei Klassengesellschaft Religiöser Minderheiten Innerhalb Der islamischen Herrschaftsgebiet Die brutalen Scharia Strafen Die negative Rhetorik Das Koran Gegenüber Nichtgläubigen Das Gewaltpotenzial Im Koran Abstoßende Verse Wie zum Beispiel Dass man Kinder Heiraten darf Sude 65 Vers 4 Sude 34 Sude 4 Vers 34 Dass man Frauen Schlagen kann Und so weiter Und so fort Im Koran steht nicht Dass man Frauen Schlagen kann Ach du Scheiße Naja Im Koran Kian Kian Ganz kurz Ich wollte es dir Gerade erklären Du hättest sie Tatsächlich oben Lassen müssen Auch wenn sie Jetzt Sie ist jetzt doof Aber sie Hätte fast 400.000 Follower Sie hätte Das war halt So eine Vorzeigegöre Ja wir haben schon 1200 hier Und ich brauche Jemand mit einem Dachschaden Alles gut Ja da hast du recht Ich bin ja kein Clown Ich bin ja nicht hier Um Clown Spiele zu machen Ich bin ja nicht Im Zirkus Ich will aufklären Und wenn jemand Ein Dachschaden hat Dann fliegt er runter Kian kann ich mal kurz Direkt was einwerfen Ja gerne Ich bewundere euch Erstmal also dich Und Löwenherz Wirklich für eure Arbeit Die ihr macht Von dir besonders Als Ex-Muslim Jemand der sich Wirklich gut In der Geschichte auskennt Da möchte ich wirklich Meinen größten Respekt Dir einfach zollen Dass du so wunderbare Livestreams einfach machst Die ich auch unterstützen kann Ich finde es schade Dass viele Menschen Das einfach nicht sehen wollen Insbesondere die Muslime eben Dass wie du schon gesagt hast Israel einfach Dieses Verteidigungssystem hat Mit dem Iron Dome Und aufgrund dessen eben auch Keine große Zahl an Opfer Klar diese 1400 am 7. Oktober Die sind gar nicht zu bestreiten Das ist schrecklich Was da passiert ist Wirklich Gar keine Frage Aber die Leute müssen doch auch mal Zum Teil einsehen Dass es wirklich aus dem Koran kommt Eine wirklich so schlimme Schrift In meinen Augen Die sehr gewaltverherrlichend ist Zum Teil Ich habe muslimische Freunde Gar keine Frage Wir sind alle d'accord miteinander Die leben das aber auch nicht So extremistisch aus Wie es da drinnen eben steht Klar die gehen auch zur Moschee Und so alles Aber wenn es denen zu viel wird Dann sagen die Ey nee das geht gar nicht Ich distanziere mich als Muslim Wirklich davon Ich kann das aber niemals offen sagen Was ich hier gerade dir sage Da vertrauen die mir das wirklich an Und ich finde es sehr sehr schade Dass die Leute das wirklich Nicht verstehen wollen Und eventuell weiß ich nicht Die Geschichte Palästinas Ist natürlich auch eine sehr sehr lange Geht zurück auf Judea etc. pp Und dass man den Leuten Das wirklich abspricht Die da wirklich wohnen Die Muslime und die Araber Es gab bestimmt mal eine Zeit Da haben die gut miteinander gelebt Gar keine Frage Aber das was aktuell da abgeht Mit diesen Schriften Oder eben mit der Herrschaft der Hamas Die damals 2006 eben demokratisch gewählt wurde Muss man ja auch ehrlich dazu sagen Mit einer absoluten Mehrheit Da können die sich nicht einfach rausnehmen Besonders dass am 7. Oktober Einfach dann gefeiert wurde Und klar Zwei Stunden später ist man dann Irgendwie in einer Niederlage Und weiß nicht was man machen soll Also Also ich will dir mal Ich weiß gar nicht Ob die Leute zur Kenntnis nehmen Es wird immer sagen Oh so viele Palästinenser sind auf der Flucht Weiß irgendjemand hier im Chat Wie viele Israelis Dieses Gebiet verlassen mussten? Ja das wäre mal interessant zu wissen Ob die Leute da auch wirklich Bescheid wissen 250.000 Israelis haben dieses Gebiet verlassen Die können bis heute nicht da zurück Selbst die Israelis flüchten innerhalb von Israel Das ist nicht so Dass die Palästinenser die armen Palästinenser so leiden Israel ist ein ziviler Staat Er ist nicht geleitet und geführt Und inspiriert von einer mittelalterlichen Todesreligion wie dem Islam Sondern diese Leute werden zwar aufgenommen in Unterkünste Aber es mussten 250.000 Israelis dieses Gebiet verlassen Und können bis heute nicht zurückgehen Und das ist das Sie sehen nur diese eine Seite Oh das leid Israel hat das nur besser angestellt Israel hat seine Leute beschützt Und deswegen liegen nicht tausende von israelischen Tote In den Gefrierhäusern Und warten dort auf ihre jüdische Beerdigung Sondern sie haben einfach ihre Leute mehr geliebt Und die Araber lieben den Tod Sie lieben den Dschihad Sie lieben das Märtyrium Sie lieben den Tod ihrer Kinder Aber die Israelis lieben das Leben Und deswegen beschützen sie ihre Bürger Während die ganze Hamas-Führung gesagt hat Die Tunnel sind für uns Und nicht für die Zivilbevölkerung Und soll sich doch die UNO umgehen Stefan, Stefan, du musst das wegmachen Der Stream wird gleich sonst gesperrt Da hat einer tatsächlich recht Okay, ja, ich wollte aber Kieran kurz fragen Ob er weiß, was das bedeutet Weil das kursiert momentan auf Twitter Das ist weg, ich kann dir sofort sagen Ich kann dir sofort sagen Ja, Stefan, du weißt ja, dass man Wenn man einen auf den Deckel machen Alle Ton bitte ausmachen Alle Ton bitte ausmachen Alle den Ton bitte ausmachen Alle den Ton bitte ausmachen Gut Ja, das sind schiitische Frauen Wahrscheinlich aus dem Irak Die schmeißen sich Sand über den Kopf Und betrauern die Ermordung von Imam Hussein Dem Enkelkind des Propheten Mohammed Der in der Wüste Nainawar Also im heutigen Irak Was man auch Kerbala nennt Von der Armee von Yazid Ibn Muawiyah Getötet worden ist Und sein Märtyrium wird so blumig ausgeschmückt Dass diese Frauen jedes Jahr Im Monat Aschura Entschuldigung, kann ich mal was dazu sagen Kann ich was dazu sagen Ja Gut, danke Und das wird jeden Monat Im Monat Aschura Wird dieses Fest gefeiert Aschura Heißt, es kommt von Aschara Von 10 Und da wird in 10 Tagen Die Leidensgeschichte von diesem Enkelkind Des Propheten Hussein Dann nachgespielt In Theaterstücke und so Und die Leute flippen richtig dabei aus Das, was du da gesehen hast, Stefan, ist noch harmlos Aber es gibt Leute, die nehmen sich Messer Und schlagen sich damit den Kopf auf Rasierklingen an Ketten Und schlagen sich damit den Rücken auf Spalten sich den Rücken Die hängen sich Gewichter an Die drücken sie durch die Haut Die kriechen auf dem Boden Wühlen sich im Schlamm Die haben richtigen Dachschaden, die Leute Moment mal Sind das auch diese ganzen Selbstgeißelungen Die immer in den Innenstädten stattfinden? Ach, das ist das Ah, danke Alles aus dieser Ecke Das nennt man, was die da machen Das nennt man Matam Das nennt man Matam Und die Leute, die sich mit dem Messer Den Kopf aufschlagen Das nennt man Tatbier Okay Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten, lieber Stefan Dankeschön Okay, cool Ja, Leute An dieser Stelle bitte liken, 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 liken Pushen, pushen Und bitte auch uns weiter unterstützen Ich danke euch recht herzlich Wir haben es wieder auf 840 geschafft Und wir haben es geschafft Auch wieder auf 144.000 zu kommen Nachdem ich 300.000 Likes schon gehabt habe Und der Stream mit 1.200 recht gut gelaufen ist Schade Aber gut, wir kommen wieder zurück auf diese Ebene So, der nächste, Abbas Mohamed Ich habe eine Frage Was ist Ihr Ziel? Was würdest du erreichen? Was ist die Ausdruck der Menschen? Darf ich mal kurz bis dahin? Ja Du weißt genau, wie die Flucht weg ist Wie die Schwede ist Von einem Land zum anderen Land kommen Ja Bist du ein Mensch Oder bist du ein Ex-Muslim? Das sind zwei unterschiedliche Sachen Meine Meinung ist egal Was kommt Und dann muss man zuerst ein Mensch sein Und Mitleid mit anderen Menschen haben Dann kommen wir sagen Okay, ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Kein Lola Alle Leute Das ist mein Okay, du kannst gerne beantworten Aber folgendes Ich würde hier nicht sitzen Wenn der Islam eine tolle, nette, nachbarschaftsfreundliche Religion ist Wenn der Islam die Koexistenz mit anderen Religionen und anderen Gesellschaften anstreben würde Würde ich hier nicht sitzen Würde ich sagen Leben und leben lassen Aber da der Islam nicht leben und leben lassen kann Und weil der Islam keine Toleranz gegenüber Nichtgläubigen und Andersgläubigen aufbringen kann Und die Tatsache, dass so viel Gewalt aus dem Islam kommt Wie aus keiner anderen Religion auf dieser Erde Reicht für mich vollkommen aus, um hier zu sitzen Übrigens, ich verleumde nicht den Islam Ich decke nur die schmutzigen Seiten des Islam auf Ich rede nicht schlecht vom Islam Ich hole nur das raus, was der Islam selber ist Und zeige es den Leuten Fertig Mehr mache ich doch gar nicht Und wie war damals unser Prophet Dass wir in den Juden, in den Christen zusammen gelebt haben? Ja, wie lange haben sie zusammen gelebt? Wann war das friedliche Zusammenleben vorbei? Wann hat Mohammed angefangen mit der Ausrottung der jüdischen Stämme? Wann war der jüdische Stamm von der arabischen Halbinsel verschwunden? Als die Mohammed angegriffen haben, ganz einfach 23 Jahre nach Mohammed Das heißt 23, nein Entschuldigung, nicht nach Mohammed 23 Jahre nach seiner gelebten Prophetenschaft Er war ja noch am Leben Gab es keine Juden und Christen mehr auf der arabischen Halbinsel Also in Mekka und Medina und auf der Insel insgesamt Nennst du das Koexistenz? Nennst du das Respekt, wenn Mohammed die Religion und Kultur der vorislamischen Araber zerstört? Du willst, dass wir Respekt haben vor dem Islam Hatte der Islam Respekt vor der vorislamischen Kultur der Araber? Natürlich hat er alle Respekt Nein, hat er nicht Die Götter, die in der Kaaba gestanden haben Hubal, Allat und wie sie alle hießen Die wurden alle zerstört Mohammed hat die Religion der vorislamischen Araber zerstört Danach hat er die Religion der Juden zerstört Und dann die Juden der Christen Und dann die Religion der Christen Und dann hat er einen islamischen Staat Auf dieser arabischen Halbinsel ausgerufen Und wo waren dann die Juden und die Christen Und dann waren alle verschwunden Und dann, was war vor die muslimische Art? Was war damals? Da war eine sehr tolerante vorislamische Religion Also da gab es keinen Krieg Da gab es keinen Krieg Sicher gab es Kriege Aber die arabischen Stämme, die damals Schau mal, das Schöne an der Vielgötterei ist Deswegen finde ich Vielgötterei gar nicht so schlecht Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn die Leute an mehr als einen Gott glauben Ist mir egal Weißt du, weil da kommt die Toleranz Die vorislamischen Araber Was haben die Mohammed angeboten? Was hat die Quraysh? Ich meine Krieg zwischen Juden Warte, Abbas, ich will ein Gespräch aufbauen Was hat Abu Sufyan, der König von Mekka Den Propheten Mohammed angeboten Nachdem Mohammed mit dem Islam gekommen ist Was hat er ihnen angeboten? Und welche Propheten nicht gemacht? Abbas, wenn du meine Frage nicht verstehst Ich habe die Frage verstanden Aber meine Frage ist Was hat Abu Sufyan, der König von Mekka Mohammed angeboten Als Mohammed zu verstanden Und gesagt hat Ich bin keinen Gott außer Allah Und ich bin sein Prophet Was hat Abu Sufyan Was hat Isa gesagt Was Musa gesagt Das hat auch gleich gesagt Ich bin Prophet Ich bin Prophet von Gott Und ich will nur meine Religion durchsetzen Oder? Abbas, Abbas Abbas Dass du jetzt hier kommst Mit Allah Und mit Islam Und so Aber bitte zerstör nicht unsere Kultur Und nicht unsere Religion Du kriegst den Schlüssel zu Kaaba Du kannst sogar der König von Mekka werden Aber zerstöre nicht unsere Lebensweise Und Mohammed hat gesagt Wenn man mir den Mond in die linke Und die Sonne in die rechte legen wird Ich werde von meiner Botschaft nicht abweichen Dann wurden die vorislamischen Araber Erst ungemütlich und aggressiv gegen den Propheten Aber sie haben ihnen alles angeboten Frieden Wir beten sogar deinen Gott an Wir beten sogar Ja, aber du hattest Propheten so gemacht Wir beten Allah für ein Jahr an Aber dafür kommst du und betest du ein Aber Kian, das ist aber richtig, was er gemacht hat Da musst du das zu haben Moses auch gemacht Ja, alle Propheten doch gemacht Keiner Propheten Die kommen so Andere glauben, er akzeptiert Nein, jeder Propheten Mohammed hat es abgelehnt Deswegen kam die Seht ihr, wie ihr nicht drauf eingeht Deswegen kam die Wir verehren nicht, was ihr verehrt Ich verehre nicht, was ihr verehrt Und wir verehren nicht, was Leikum dinu konvaliadin Ihr habt eure Ansicht der Dinge Oder eure Religion Wir haben unsere Religion Mohammed musste dieses Angebot Von den Politeistischen Araber Von sich weisen Ja, und das ist der Punkt Islam kann keine Toleranz Okay Lallouji ist die erste Die gesperrt wird Weil die kommt auch von diesem Ekeligen Zählung Aber Kian, eine Frage So Das Ich bin nicht zu sagen Okay, Kian, aber nur eine Frage Warum hast du die Flagge im Hintergrund? Also Abbas Aber warum hast du die Flagge im Hintergrund? Ich habe die Flagge, weil ich Zionist bin und pro Israel Und sie ist schön Und weil sie schön ist Und weil sie eine tolle Bedeutung hat Und die zwei blauen Streifen sind auch nicht Euphrat und Tigris Okay, also die Flagge dient nicht dazu, um Zuschauer zu kriegen Ich habe ja auch Mein Gott, die Zuschauer haben wir auch so leber Meine Fresse Geh zu Zello mit seinen 30 Zuschauern Da bin ich auf die Kundgebung gegangen Damit gehe ich raus und so weiter und so fort Damit gehe ich auch hier in meiner Frage Okay, aber jetzt ich jetzt Ich jetzt, ja Ich versuche sie ja gerade Ich versuche mal ganz kurz Nein, nur eine Frage Eine Frage Du versuchst ja jetzt gerade Nein, nur eine Frage Ich will Abbas Ich will mit Abbas das noch Nein, 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 du versuchst ja dem Islam zu widerlegen Nein, ich bin hier der Host Und wenn du das nicht respektierst Dann machst du entweder einen Segelflug Oder du wartest Und dann können wir weiter Und dann kriegst du auch deine volle Zeit Abbas Ja, ich meine Die vor-islamischen Araber Haben Mohammeds Glaube respektiert Sie haben sogar gesagt Wir kennen Allah Er ist nämlich unser Mond Aber jeder Prophet So gemacht doch Warum Ich weiß gar nicht Ob jeder Prophet Deswegen sind sie auch alle Tottel von Moses Von Jakob Und von weiß der Geier Und Sie sind alle Alle waren die Doten Laut deiner Ansage Oder haben wir auch so einen Vollidiot Äh, Kian ganz kurz Ja, der ist auch hingekommen Und hat die, 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 die Religion Äh, die Götzen zerstört Und dann hat er dem letzten Götzen eine Achse in die Hand gelegt Und hat dann so einen dämlichen Dialog mit seinem Volk aufgenommen Äh, ich weiß nicht Frag mal diesen Götze hier Wenn er sprechen kann Er hat die anderen Götzen kaputt gemacht Das war doch Kian Ja, bitte Kian Ganz kurz Also ich muss das ganz kurz einmal tatsächlich Wenn du erlaubst Äh, muss ich einmal Äh, ganz kurz Lema einmal runternehmen Weil ich hab jetzt auch eine Nachricht bekommen Ich wusste es auch Der war heute auch die ganze Zeit im Live Wo gegen mich gehetzt wurde Und Lügen verbreitet wurden Also, äh, so einen Köter will ich hier nicht haben Ja, der einzige Köter hier bist du Und zweitens, ich hab weder Ich unterstütze den Antrag Ja, ganz ehrlich, Mr. Coolio Ich weiß, wer du bist Und wenn du noch weiter bist Fliegst du auch runter Weil du warst vorhin schon mal oben Also sei lieber ruhig Ja Also, Abbas Was ich dir sagen will ist Dass sogar euer Abraham Ich meine nicht mal der christliche Abraham Weil ich glaube, dass die Juden und die Christen Diese Geschichte gar nicht kennen Dass Abraham die Götzen seines Volkes zerstört hat Und dann dem letzten Götzen Und sich nach sie in die Hand gelegt hat Ja, ich weiß nicht für diejenigen Ah, okay, jetzt sind die hier weg Die ich mal hätte fragen können Aber die Tatsache Dass der Islam nur solche Geschichten kennt Ja Immer die Religion anderer Völker kaputt machen Und dann so blöde Beispiele bringt Und deswegen Okay, lass Okay, lass Am Ende will er keine Ideologie Und keine andere Religion akzeptieren Außer sich selbst Ich gebe dir recht Wie war damals die Christen Ja, ohne Krieg gekommen Und dann nach dem Musa Isai gekommen Wie war damals der Krieg Was passiert da? Als Musa gekommen Es gab es keine Christen Ja, oder Oder Vor dem der Christen Wie Juden waren Dann haben wir die Christen gekommen Und wie das funktioniert Wie damals Juden, Christen, Muslime Ganz genau Ihr seid die Juden Und dann wie das funktioniert Damals Wie das die zwei Propheten Ein Volk akzeptiert Oder Ja, wurden Dann ist die Christen akzeptiert Oder Christen Das ist ja der Grund Warum ich als Ex-Muslim hier stehe Weil es total dämliche Geschichten sind Es ist nur Auslöschung Ihr habt nur Auslöschung im Kopf Wie damals war Wenn wir sowas gemacht haben Kian, bitte nicht die Christen Verwechseln mit den Muslimen Danke Ja, wie damals war Wie Christen haben auch immer Wie damals war Wie Jesus gemacht Dass ich die alle Menschen Zum Kisten kommen Das ist ein totaler Freak Das ist so ein Hamburg Ich habe gesagt Ich sehe das über Islam Ich sehe das nicht über Islam Ja, lasst du einfach Laut deine Ansage Islam ist scheiße Okay, akzeptiert Aber wie damals Zwischen Nusser und Issa Oder Er wurde Christen Wie war damals Wie passiert Der eine Prophet kommt Der andere Prophet Ablässt Komplett alles Und dann Ich bin Prophet von Gott Jesus hat das nicht gemacht Er hat nicht gesagt Ich schaffe das alte Gesetz ab Ich bin gekommen Okay Hatte ich gesagt Fertig Also Aber Aber Das Problem ist Abbas Dass deine islamischen Propheten Waren alles Killer Ja Wenn ich mir die Geschichte Angehe Wenn ich mir die Geschichte Von Moses angucke Ich gebe dir In der Sura Al-Karv Wie er ein Kind erschlägt Das neun Jahre ist Und dann sagt Oh, dieses Kind wird in zehn Jahren Zum Problem Seinen Eltern Und deswegen habe ich das Geld erschlagen Laut deine Meinungen Laut deinen Meinungen War deine Besorge Ich gebe dir Recht Aber wie damals Passierte Wie kommen Ich sage Ein Christen Die heute nicht akzeptieren Wie damals passiert Für mich Ganz für ihn Waren da Ich bin Gott Okay Wir akzeptieren dich alle Und du bist unser neuer Prophet Wir akzeptieren dich Und damals auch Gegen zwei Lügen Kämpfe gegeben hat Wie damals Was ich dir damit sagen Deine Anließe Deine Anließe Damit kann ich leben Ich bin ein Mensch Bin hier aufgewachsen Ich bin Muslim Alhamdulillah Ich sage immer noch Stoß auf meine Ich bin überzeuger Muslim Aber für mich Die Person Die Menschen Egal wer kommt Egal wer ist Wenn sie selber Ein schlechter Mensch ist Die Regen Ihr Erkopf Die Eltern Können ich dafür Die Mensch selber ist schlecht Wenn er ein guter Mensch ist Ich kann auch In der Regen Aber sonst mal bitte Das mit den guten Menschen Schlechte Menschen Das ist alles so ein Wischiwaschige Quatsche Damit kann ich nicht anfangen Ich schaue mir die Islamischen Texte an Und ich sehe in den Islamischen Texten Ich lasse noch ein Ich habe dir gesagt Das ist schlecht In deiner Ansicht Islam ist schlecht Das ist es auch Aber wie war damals Wie gekommen Die Christen Was darfst du uns erklären Dass wir auch Nicht aus Islamsicht Aus deiner Sicht Als Muslim Wollst du wie lauter In der Ansage gesagt Alles was du sagst Was falsch Was uns beigebracht Dann sagst du Wie damals passiert hat Ein Prophet kommt Dann der Prophet Komplett ablehnt Und alle Menschen Damals gelebt haben Freiwillige kommen Zu den anderen Regionen Oder damals Kämpfe gegeben Oder was sowas Wieder was Unpassiv Alles klar Okay Okay Kein Problem Gut Recht herzlichen Dank Dann schauen wir mal weiter Vielen Dank Abbas Ich muss jetzt Dich leider runternehmen Aber Danke dir auch Danke dir Für dein Statement Adam Du musst anfragen Wenn du hoch willst Ja und Sadran Ich weiß nicht Sadran ist glaube ich Hier Bitteschön Sadran Ja ich sage nur Free Palestine Sonst nichts Weil ich habe Okay Ich habe jetzt eine halbe Stunde gewartet Nur Menschkeit Nur Mensch Dass keine Menschen sterben So Free Palestine Heißt Free Palestine In den Grenzen von 1967 Oder Free Palestine Ganz Guck mal Ich sage mal Israel gibt 1948 War keine Israel Niemals Palästina gab es Zu keinem einzigen Zeitpunkt Nein Nein Palästina ist schon lange Seit lange Jahren Es gibt wenigstens seit 1948 Aber seit wann gibt es Palästina offiziell Palästina ist schon lange Ich meine Ich meine Palästinensische Geschichte Palästinensische Fürsten Palästinensische Geschichte Palästinensische Armeen Palästinensische Ausgrabung Archäologische Funde Wo gibt es das? Nichts Ihr habt gar nichts Erzähl mir das nicht Hey hey Das ist so Die Juden Wann in ganz Europa gemischt Hier waren es Und dann Die sind Getötet Und dann Wartegleis Die wollten immer zurück Und dann Von hier sind abgehauen Juden Und keiner hat Platz gegeben Und dann nur Zu Palästina Okay Wir geben uns Ein Platz Könnt ihr Willkommen zu uns Und dann Jetzt langsamer Werden die mehr Mehr Und dann Die sagen Das gehört uns Dann Die Palästin Das ist totaler Quatsch Was du da sagst Das stimmt Du kennst nicht mal Die Basics Der Der Geschichte Vor 1948 Wo nämlich Die Israelis Ganz eindeutig Gesagt haben Mach mal bitte Deine Kamera Aus Omar Danke Ich habe Für jede Religion Respekt Für jeder Und Aber Ich habe Für meine Religion Respekt Für jeden Respekt Für Frauen Ich habe Für Kinder Ich habe Respekt Für meine Religion Die erste Dann am Es war Ich betiere Ich bin Islam Nicht Und die Islam Keinen Respekt Für andersgläubige Kennt So Vielen Dank Das war ein Schönen guten Abend Mal Neuschalen Ja guten Abend Ich sage Ehrlich Ex-Moslim Palästin gab es schon länger Israel nicht Ein Beweis Ein schnellen Beweis Dafür Ich kann Beweis zeigen Du brauchst du Beweis Kannst du gerne haben Ja ja Irgendwas in der Richtung Nennen wir mal Irgendeinem Palästinensischen König Irgendeine Palästinensische Überlieferungen Ausgrabungen Archäologische Funde Chronisten Die von einem Palästinensischen Volk Berichten Vor 1948 Oder bevor die Römer Das so genannt haben Das Gebiet Guck mal hier Wo ist da Israel Zeig mir bitte mal Israel Gibt es dort nicht Genauso wie es nicht Palästina gibt Aber es gab dort Judäa Und wie viele Königreiche Gab es Jüdische Königreiche Gab es dort Und wie viele Königreiche Palästinensische Ich habe das jetzt schon lange Mein Freund Mein Freund Wie viele Wie viele Palästinensische Königreiche gab es Eine Frage Tian Du hast gesagt Die Römer Haben davon erzählt Ja Das ist Römer Das ist 2.000 3.000 Jahre Also Aber abgesehen davon Abgesehen davon Nun kann es kurz gehen Bitte Abgesehen davon 1988 Haben wir die Palästinenser Die Unabhängigkeit Ausgerufen Als Staat Tatsächlich Und wird von über 130 Ländern Anerkannt Ja Und weil die Israelis Das wussten Haben die paar Monate Kian ich erlöse dich Der da oben Mr. Kulio Ist Mido Mit seinem zweiten Account Ich wollte das nur Deswegen weißt Warum er scheiße redet Ein paar Monate Vor halt deine Fresse Du Stück Scheiße Alter Ja Geh raus 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 Und tschüss Keine Keine Schreiereien Hier Hey Luen Luen Wer bist du hier Du Huren Schmeißt keine Leute raus Von der Du Huren Ich schmeiße Alle raus Ich schmeiße Alle raus Erzähl mir deine Adresse Du Huren Ja ja Okay Gut Meine Adresse ist Mogadischu Ich bin gerade In Mogadischu Komm vorbei Genau Ist Mekka Ist Mekka Löwenherzi Hier ist unser Oberrauschmeißer Das muss er sich mal vorstellen Ja Was muss er sich mal vorstellen Der Löwenherz hat hier Jede Rechte Die auch ich habe Und er kann hier machen Was er will Und wenn er irgendetwas meint Dass er hier korrigieren muss Oder jemanden stoppen muss Dann ist das völlig in Ordnung Ja Also Dann ist da Ohne vielen rechte Aber ihr seht wieder Liebe Freunde Jeder kommt Zeigt mir so eine dämliche Landkarte Und sagt Wo ist denn da Israel Wo ist denn da Palästina Ja Ich kann mindestens Ich kann mindestens Warte mal Das kann ich mal kurz abrufen In meiner Datenbank In meiner klugen Datenbank Und dann könnt ihr euch das mal anschauen Wie viele Vor allem Kian Siehst du Dass sie erst normal reden Und dann Wenn sie merken Dass es nicht so läuft Wie sie das wollen Sondern dass wir bestimmen Wie es läuft Dann kommen Beleidigungen Ich mache das und das Und halt Ach komm Das ist immer so Löwenherz Das ist mit allen Spätestens da Entlarven sie sich immer Ja Also wir hatten 1047 bis 930 vor Christus Gab es schon das Königreich von Israel Eine Monarchie Dann gab es das Königreich von Israel Von Samaria 930 bis 720 vor Christus Dann gab es das Königreich von Judäa Ja 930 bis 587 Nach Vor Christus Und dann die Hasmoneer-Dynastie Recht herzlichen Dank Die Hasmodeer Die Herodien-Dynastie Ja Die Judäer Regierung von 66 bis 68 Nach Christus Bar-Kober Jüdischen Staat 132 bis 135 Nach Christus Und der Staat Israel 1948 Recht herzlichen Dank Liebe Freunde Also es gibt So viele Beweise dafür Dass es jüdische Königreiche dort gegeben hat Aber es gibt keinen Recht herzlichen Dank Liebe Freunde Aber es gibt keinen Beweis dafür Das ist so etwas wie Ein palästinensisches Königreich Gebet Vielen herzlichen Dank Beste Freunde So Das ist die Das ist die Realität Wenn man mit diesen Leuten redet Ich verlange nichts mehr Als dass sie mir zeigt Wo gab es ein palästinensisches Reich Wo sich die Menschen Auch Palästinenser genannt haben Und ihr werdet Ich challenge euch An diesem Punkt Ihr werdet es nicht schaffen Mir das zu zeigen Fertig Aus Viel Spaß Bei mir beweisen Ob es tatsächlich Kian Danke Lisa Danke Lisa Kian Man hält mich Wer redet jetzt Dino bitte deine Kamera ausmachen Meine Kamera ausmachen Ja ich bitte darum In Ordnung Ja nicht wegen dir jetzt Sondern weil das bei TikTok Probleme verursachen kann Deswegen wäre es jetzt nett Wenn wir die Kamera erstmal auslassen Alles klar Danke Recht herzlichen Dank Bitteschön Erstmal Ich will meine Bewunderung zeigen Für dein Geduld Dein Kenntnis Du bist ein intelligenter Gebildeter Mensch Heiko danke Und das ist wirklich zu bewundern Ich bin Israeli Ich bin Jude Ich bin in Israel aufgewachsen Ich bin 78 Jahre alt Und ich kann nur sagen Dass du erzählst Geschichte Was Geschichte ist Du Das ist nicht Dass du hast Etwas erfunden Was von deinen Fingern Geschluckt hast Das ist die Geschichte Und jeder gebildete Mensch Kennt diese Geschichte Und nicht eine andere Geschichte Das ist die Geschichte Das ist die Und das Problem ist Dass wir haben hier Leute Das ist nicht nur Dass sie nicht wissen Sie wollen nicht wissen Richtig Das ist das Schlimme dabei Sie hängen Auf ein Kenntnis Was sie haben Was sie gehört haben Sie wiederholen Wiederholen das Wie ein Papagei Ohne zu recherchieren Ohne zu lesen Ohne zu wissen Was es geht Und wo liegt die Wahrheit Und wenn die Leute leben Weit weg von der Wahrheit Da können sie auch keine Ruhe finden Man kann keine Ruhe finden Wenn man nicht die Wahrheit kennt Ja Absolut Ich danke dir erstmal Für dieses Statement Weil das ist so Ich war damals Ein praktizierender Muslim Ich habe einen tiefen Judenhass In mir gehabt Weil ich mich erstens Vom Islam verleiten ließ Und zweitens Weil ich diese palästinensische Propaganda Ich habe in Berlin Ich habe in Berlin Die größte judenfeindlichste Demonstration Von ganz Deutschland geleitet Die sogenannte Al-Quds-Demonstration 17 Jahre lang war ich ein Teil Dieser Demonstration Ja Ausgerufen von Imam Khomeini Und dann bin ich Auf diesen Demonstrationen Und habe dann Magibar Israel gerufen Tod Israel Ja Ich war der Sprecher Ich war der Anmelder Ich habe Plakate entworfen Ich war ein Architekt Von dieser Demonstrationen Und dann bin ich ausgestiegen Aus dem Islam Und habe auch diese Dreckige Demonstration Fallengelassen Und heute habe ich verstanden Ich war manipuliert worden Ich war zu faulen Die jüdische Geschichte Zu studieren Und habe geglaubt Was die Palästinenser mir erzählen Und deswegen Vollkommen richtig Es gibt nur eine Geschichte Und das ist die Geschichte Des jüdischen Kreuzes Auf diesem Gebiet Genau Null Geschichte Von Palästinenser Null Ich soll einmal Gute Nacht sagen Von Roy Ich soll einmal Gute Nacht sagen Von Roy Gute Nacht, mein Bester Ja Nacht, Roy Gut, das ist Ich wiederhole das Du hast einen Interessanten Weg Du bist ein Du bist ein Mensch mit Persönlichkeit Und weil du Persönlichkeit hast Hast du den Kraft gefunden Und verstehst du Sich nicht Bei den Asien zu führen Du wolltest nicht Dass man sich bei den Asien Du wolltest Du wolltest In die Gründe gehen In die Wurzel gehen Und etwas zu erreichen Sonst erreicht man gar nichts Aber ich will etwas sagen In dieser Gelegenheit Ich bin gewachsen Mit Israel Ja Mit dem Land Ich lebe jetzt in Madrid Seit vielen Jahren Ich bin Musiker Und Maler Ich habe auch ein Buch geschrieben Vor zwölf Jahren In Spanisch Ja Ich spreche sechs Sprachen Ziemlich gut Also nicht so gut Ich lebe nämlich Hier in Spanien Ich habe nicht Ich praktiziere nicht Jeden Tag Meine deutsche Kenntesse Aber was ich wollte Meine Beilage Ich will erzählen Eine Sache von einem anderen Winkel Was man in die Media Man spricht nicht davon Und zwar Man spricht über die Toten Die Tragedie Aber man spricht gar nicht Über die Araben Die seit 48 Millionen leben Heute Die sind Ärzte Anwälte Richter Ingenieure Die haben ein tolles Leben Die sind reich Sie gehen zur Armee Sie 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 nennen sich Zionisten Ja Ich selbst Ich habe Freunde Von Weil ich bin als kleines Kind In einem arabischen Dorf gewachsen Tarshika Das ist Drei Kilometer Von Vier Kilometer Von der libanesischen Grenze Ja Und ich Ich habe Freunde Seit damals Lisa Danke dir Sehr lieb Und die sind alle Und die sind alle Aber ihr könnt alles Kian geben Ich brauch nicht Die Eltern Die Eltern waren Verlachen Verlachen Bauern Analphabeten Und die Kinder Sind Eine ist ein Arzt Andere ist ein Anwalt Stell dir mal vor Der Hauptgericht Der Richterin Richterin Nicht Richter Richterin Und der Hauptgericht Von Haifa Ist eine Frau Wo gibt es noch was In der islamischen Kultur In der islamischen Welt So was Ja Das gibt gar nicht so was Ja Ein arabische Ein arabischer Richter Hat Moshe Katzav Den Präsident In Klass Gesteckt Ja Das Genau Das wollte ich gerade Ansprechen Es war Ein arabischer Richter Am höchsten Gericht von Israel Ja Das Recht Herzlichen Dank Am höchsten Gericht von Israel Der den ehemaligen Präsidenten In den Knast Gebracht hat Ja Es ist unglaublich Es ist sehr glaublich Wenn man kennt Die Die Realität von Israel Das ist ein Land Mit Gesetz Gesetz ist Gesetz Es gibt nicht zwei Gesetzen Gesetz ist Gesetz Also Wenn einer ist Araber Aber ist ein Richter In der Kategorie Von dieser Von dieser Richter Der hat die ganze Macht In die Hand Und zu Und zu Und zu machen Was man machen sollte Absolut Übrigens hat auch Israel Ähm Dino bitte einmal kurz Stummschalten Wenn Kieren redet Weil die rauscht Das ist sehr stark Ja Danke Adam Übrigens hat auch Israel Arabische Diplomaten Zum Beispiel der Diplomat Für Finnland Und Skandinavien Dazu Da spielt Ein Ein Arabischer Christ Also nicht nur ein Muslime Der Kieran schaltet immer bitte Stumm Es rauscht Ja Dino ich muss dich mal kurz Stumm schalten Mein Lieber Weil dann Es hört man sehr stark Es Also Zwei Millionen Araber Leben in Israel Ähm Sie haben einen sehr Hohen Wohlstand Ähm Der nicht vergleichbar ist Mit dem Bruttosozialeinkommen Irgendwo in der Arabischen Welt Wenn du Araber Reden hörst In Israel Ob es ihnen gut geht Sie sagen Verdammt nochmal Wir verlassen diesen Ort Nicht Uns geht das Verdammt gut Ja Und sicherlich Meckert der eine oder der andere Aber Tatsache Recht herzlichen Dank Lisa Vielen Dank Der eine oder der andere Wird sicherlich sagen Ähm Ich sehe diese und jede Probleme hier Aber Araber werden In Israel Nicht diskriminiert Sie haben die vollen Rechte und Pflichten Wenn sie israelische Staatsbürger sind Und dürfen am Alltagsleben teilnehmen Und das hat es auch gezeigt Es war ein arabischer Richter Der den damaligen Präsidenten Jetzt habe ich jetzt Den Namen wieder vergessen Wie Dino Wie hieß doch mal Der 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 Israelische Ministerpräsident Der in den Knast gegangen ist Sein Name war Moshe Katsav Er war ein Jude Aus Persien Aus Iran Ich weiß Ich weiß Ich habe den Namen vergessen Als du den erwähnt hast Jetzt habe ich den wieder verloren Das war für mich ein Zeichen Dafür Dass ich mal näher reinschauen muss Und ich habe Interviews gesehen Mit Araber Ich habe gesehen Wie sie gefragt werden Von Araber Wie fühlt ihr euch in Israel Und die meisten haben gesagt Verdammt nochmal Wir haben ein super Einkommen Wir studieren Unsere Frauen können studieren gehen Auch Muslime Es gibt viele arabische Muslime Die Die Religiös sind Und trotzdem in Israel leben Ja Und das ist das Faszinierende daran Aber wie viele Juden gibt es in Gaza Im Westjordanland Zero Ja Sie rotten alles aus Was irgendwie anders ist Was nicht islamisch ist Und das zeigt mir Dass Israel nicht dieses Land war Von dem ich damals geglaubt habe Dass es das ist Nämlich ein tyrannischer Apartheidstaat Der die Araber dezimieren Und auslöschen will Im Gegenteil Ja Die Araber wachsen Ja Sechsmal so viel Population Wie in Israel Sie platzen aus allen Nähten Es gibt zwei Millionen Araber 20% der Israelis sind Araber Es ist also auch nicht mal Ein homogener jüdischer Staat Sondern es ist eigentlich Ein Staat mit einer großen Minderheit Ja Von den Wie viele Juden gibt es in Israel Sieben, acht Millionen Dino Ja Wir haben jetzt Neuneinhalb Millionen Wohner Ja Biber Und man sagt Bis Ende des Jahres Werden wir wahrscheinlich Zehn Millionen haben Ja Weil es kommen sehr viele Juden Aus Paris Aus Frankreich Ja Und aus Amerika Sie kommen nach Israel Weil sie Wegen Auch aus Deutschland Wegen der Antisemitismus Sie 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 sich nicht mehr sicher In diesen Ländern Aber jetzt will ich dir noch etwas sagen Ja Ich will betonen eine Sache Pass mal auf Mohammed Ist gewachsen Man hat ihn genommen Eine Familie aus Medina Medina Ist ein Hebräischer Name Medina ist Paist Stadt Ist ein Staat Das ist kein arabischer Name Ist ein hebräischer Name Medina Aber jetzt Eine Eine jüdische Familie Hat ihn genommen Zu sich Und hat Sie hat ihn groß gewachsen Jetzt werde ich dir etwas erzählen Jetzt werde ich dir etwas erzählen Was du willst ausflicken Aber ich Erlaube mich Das zu erzählen Weil Obwohl du so viel weißt Aber weißt du Die juden Haben etwas Die juden sind Die geschichte Die juden sind Die geschichte Die geschichte Der welt Und bestehen Von dieser sonne Also Es gab Pass mal auf Wie interessante Geschichte ist Wenn ich zwölf Jahre alt war Ich habe ein Alte Jamanitische Großvater Von einem Freund von mir Wo ich mit ihm Gespielt habe Ich bin oft zu ihm Nach Hause gekommen Und ich habe mich Immer sehr viel Für die geschichte Interessiert Und ich habe mit ihm Gesprochen Mit diesem alten Mann Und er erzählt mir Die folgende Geschichte Es gab Erstmal will ich dir sagen Dass Mohammed Hat alle juden Umgebracht Dazu werde ich Nachher wiederkommen Aber die juden Von jemen sind geblieben Ja Die juden Von jemen Sind Seit die zeit Von salomon Bis Bis sie nach israel Gekommen sind Heute gibt Fast kein juden Nicht mal ein millionen Nicht mal zehn juden In jemen Ja Aber das war Ein ganz großer Das war ein ganz großer Wie sagt man Äh 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 Dino mein lieber Dino mein lieber Aber bitte kein Monolog Also jetzt nicht Halbe Stunde Wir müssen ein bisschen Weil wir haben noch Andere Leute Also Gut dann Ich lasse das Du darfst ruhig Du darfst ruhig Aber dann nicht so lang ziehen Was ich zu erzählen habe Das ist in Google Äh Das kannst du in Google nicht finden Das kannst du in Google Ja ist Kians live Ist Kians live Alles gut Das kann so gut Wir haben noch andere Gäste hochgeholt Und gut In Ordnung In Ordnung Eine super spannende Geschichte Ich merke selbst Dass ich es hier mit einem intelligenten Menschen zu tun habe Der Lebenserfolg hat Und der weiß was los ist Und deswegen Ich schätze das sehr Die haben Normalerweise kurze Dialoge Oder kurze Gespräche Damit andere Leute hochziehen kommen Aber vielleicht gibt es mal Nächstes Mal Eine Möglichkeit Lieber Dino Dass du mal hochkommst Ja Ein nächstes Mal Ich bedanke mich sehr Ich freue mich sehr Dich zu hören Kennenzulernen Und ich bewundere vor allem Dein Kenntnis und Dein Geduld Dino ich folge dir jetzt Ich folge dir jetzt Genau Ich folge dir auch Dino Und dann bleiben wir in Kontakt Und es war mir eine große Freude Vielen Dank Ja Vielen Dank Ich folge dir auch Dino Und danke schön für deine Erfahrung Und dein Wissen Das du mit uns teilst Absolut Danke mich sehr Unter anderem Und dann wäre das sehr faszinierend gewesen Gute Nacht Gute Nacht Gute Nacht mein Lieber Vielen Dank So Trevor Hi Kian Ich weiß nicht ob du dich noch an mich erinnern kannst Wir hatten mal ein sehr gutes Gespräch zusammen Als es in deinem Live noch nicht so abging wie heute Und wir haben uns damals Weil ich dort angefangen habe Zu dem Zeitpunkt den Koran zu lesen Da haben wir uns unterhalten Über den Koran Und die Spaltung Sprich also Also wie die Ungläubigen dargestellt werden Und wie man tatsächlich versucht So nach und nach psychologisch Einen Menschen, der dieses Werk liest Zu manipulieren Und über die verschiedenen Versionen Haben wir uns auch unterhalten Ich habe mal eine Frage an dich Und zwar Ich bin bei einer Sache nicht weiter gekommen Ich weiß aber, dass du geschichtlich sehr gut Tatsächlich informiert bist Ich habe auf einer Kundgebung Ist gut, ist gut, ist gut Ich weiß, dass du dir jetzt da gerade einen runterholst Während du das Glaubensbekenntnis sagst Aber das interessiert jetzt überhaupt keinen Menschen Tschüss Ich habe auf einer Kundgebung mit Michael Stürzenberger Habe ich die Zahl von 275 Millionen oder 278 Millionen Todesopfern Im Siegeszug des Islam sozusagen gehört Ich komme aber nicht auf diese Zahl Wie kommt das zustande? Kannst du mir da irgendwelche Anhaltspunkte geben Wie ich nachrecherchieren kann? Ich habe diese Zahl immer wieder gehört Es gibt immer wieder Leute, die sagen Im Laufe der islamischen Geschichte gab es so und zu so viele Tote Und die setzen sich meistens aus den Erzählungen der Chronisten zusammen Die gesagt haben Der Eroberungskrieg in Jemen Der Eroberungskrieg in Afghanistan In Indien Und auf dem subindischen Kontinent Was ja Indien ist Und in anderen Regionen war es so blutig verlaufen Und die Chronisten berichten dann von folgenden Massakern Zum Beispiel an der Sache von Iran kann man sehen In der iranischen Geschichte wird bei dem Überfall des zweiten Khalifa Omar Ibn Khatab Schreibt die iranische Geschichtsschreibung oder erzählt die iranische Geschichtsschreibung von Massaker in 100.000 Menschenhöhe oder Seelenhöhe Und solche Dinge werden von diesen Leuten collected, gesammelt und dann werden Zahlen aufgebaut Ich halte die Zahlen nicht für besonders seriös, muss ich ehrlich sagen Es war wahrscheinlich ein Versuch Es war ein Versuch, irgendwie eine Statistik zu erstellen Aber es ist ausgesprochen schwer zurückzugehen in die islamische Geschichte und zu sagen So und so viele Menschen sind dort gestorben Aber wir haben Überlieferung Wir haben tatsächlich Chronisten, die berichtet haben Adam, hier ist keine Anfrage Schreibt es nicht tausendmal rein Zum Beispiel haben wir indische Chronisten, die davon berichten Wie die Mammuluken, äh die Mogulen in Indien eingefallen sind Und wie viele Massaker dort stattgefunden haben Und natürlich werden die Zahlen ausgeschmückt Je nach Sprache und Tiefe Ja, dann heißt es zum Beispiel Der Sida schreibt die Geschichte, na klar Ja, genau Und dann berichten diese Inder dann davon Ja, als die Mogulen nach Indien gekommen sind Dann haben sie Zehntausende unserer indischen Brüder und Schwestern abgeschlachtet Wir wissen nicht wirklich, wie viele es sind Ich meinerseits sage, es war nur ein Versuch Irgendwie eine Nummer zustande zu bringen Damit man irgendwie beweisen kann Der Islam war nicht nur kriegerisch, sondern auch mörderisch Und halt eben eine gewisse Opferrolle zu suggerieren, logischerweise Naja, um zu zeigen, was die Probleme mit dem Islam sind Dass der Islam keine friedwärtige Religion ist Was der Islam im Kern auch nicht ist Ich glaube, da sind wir uns relativ einig Natürlich war mir aber schon klar, dass diese Zahl, die ich vorhin genannt habe Dass die ziemlich utopisch ist Weil ich kann nämlich tatsächlich keine Anhaltspunkte dafür finden Okay Okay, noch eine kleine kurze Verbesserung Ein kleiner Verbesserungsvorschlag Man kann dich manchmal sehr schwer verstehen Ah, okay Und zwar deswegen, weil die Gäste hier tatsächlich lauter rüberkommen als du Also wahrscheinlich ist dein Mikrofon zu weit entfernt Also ich sitze ungefähr 40 Zentimeter, 50 Zentimeter vor meinem Telefon Ja, aber es ist okay Und die zweite Frage, ob du irgendwelche schriftlichen Ausfertigungen kennst Vor allem auf Arabisch, denn das ist mein großes Problem Ich kann noch kein Arabisch, leider Dass derjenige, der für die Übersetzung bzw. Rezitationsweise, die wir heute maßgeblich in der islamischen Welt sehen Nämlich die 1924er ägyptische Ausführung des Koran nach Imam Hafs Dass Imam Hafs tatsächlich im Verdacht steht, ein Lügner, Betrüger und unehrenhaft zu sein Weißt du da irgendwas von? Sagt mir gar nichts Also ich möchte mich jetzt auch ganz kurz, ganz kurz, Trevor Ich möchte mich jetzt auch an der Stelle verabschieden Ich werde jetzt schlafen, ging hier Oh, Löwe, jetzt gehst du weg Okay Ich bin tatsächlich sehr, sehr müde Löwe, bleib mal ganz kurz Löwe, Schatzi, bleib mal ganz kurz hier Ich will noch kurz mit dir quatschen Ja, bitte Okay, gut Ja, dann lass ihn kurz mit mir quatschen, damit ich kurz Keine Ahnung, da muss ich nachschlagen Man muss auch mal zugeben, wenn man etwas nicht weiß Ich schaue es mir an und dann gebe ich dir Bescheid Ja, dann lass ihn kurz mit mir quatschen, damit ich Ich glaube, ich weiß auch, woher er kommt Deswegen weiß ich, dass da jetzt nichts Qualifiziertes kommt Okay, Diplomat, bitte Boah, er willst du wissen, wir haben uns doch schon netter Grüß dich erst mal Kia, mein Freund, wie geht's dir? Ich hoffe gut Vielen Dank, und dir? Du kommst doch Marcelo aus dem Stream Du warst doch mit Marcelo Nee, ich wollte gar nicht, also ich arbeite nebenbei auch Ich schaffe nicht immer, da bei Marcelo da zu sein Alles gut Achso, ja, erzähl So, ich wollte dich erst mal fragen, Löwe, wann du mit mir einen Kaffee trinken möchtest Du hast mich ja offensichtlich ja mal eingeladen Ich würde gerne auf die Einladung zurückkommen Ja, wenn ich Zeit habe Bist du nicht der aus Berlin, kann das sein? Nein, nein, ich komme aus dem Norden, Hannover Jederzeit Ähm, ja Kia, mein Bester, jetzt bin ich mal bei dir, mein Freund Ich habe mir jetzt ein paar Sachen von dir gerade rausgehört aus deinem eigenen Mund Ähm, ich möchte nur kurz und knackig antworten Ähm, du warst Muslim? Ja Ähm, als Muslim warst du radikaler Antisemit Du hast ja riesen Demos veranstaltet, wo man gegen Juden geästert Ja Jetzt bist du von der Schippe gesprungen Bist du jetzt Anti-Muslim geworden, also Ex-Muslim geworden Ein radikaler Ex-Muslim Ist das richtig? Ich bin kein Kritiker des radikalen Islam Ich bin ein radikaler Islamkritiker, richtig Genau, radikaler Kritiker Dementsprechend So, jetzt hast du die Aufmerksamkeit bekommen Was ist dein nächster Schritt für die Aufmerksamkeitstour? Ich kriege seit 6 Jahren Aufmerksamkeit Die hat er schon vorher bekommen, mein Gott Nein, nein, also hier in der Plattform, ich habe dich vorher noch nie gesehen Ich kenne Abdel Zammert Ja, ist immer, immer, immer Ich kenne mindestens das zehnte Mal hier Also, nee, also Was ist aber dein nächster Schritt? Das ist nicht wie bei Cello mit 20 Zuschauern Nein, nee, warte mal Warte mal, Löwe, bitte Schatzi, bitte ganz kurz Habibi Ähm, das Ding ist ja nur Du bist ja im Grunde genommen Ich auch, ich auch Aber hier ist ja LGBTQ, also No hate Wo ist LGBTQ? Wo ist LGBTQ? Überall, in ganz Deutschland vertreten Ja, warum erwähnst du das jetzt in meinem Stream? Ja, weil er gesagt hat Kian, Kian, nicht drauf eingehen, du wirst dafür gesperrt Die sind dir ganz Alles gut, alles gut Geh nicht drauf ein, Kian Geh nicht drauf ein Ähm, so Das bedeutet, du bist im Grundwesen Ein radikaler Ist das richtig? Ich bin ein konsequenter und radikaler Islamkritiker, ja Islamkritiker, vorher warst du radikaler Antisemit Das bedeutet, du bist vom Kopf auf Man kann nicht nur Antisemit sein Man kann nur Antisemit sein Es gibt ja nicht nur Antisemiten Es gibt ja auch nur liberalen Antisemiten Es gibt nur Antisemiten Ja genau, es gibt radikalen Antisemitismus Das bedeutet auch Verfechter für Mobilisierung von Menschen Bedeutet, wenn einer Antisemit ist Kann man das mit seiner eigenen Persönlichkeit nicht vereinbaren Aber wenn man radikal ist Vereinbart man sozusagen, mobilisiert man Menschen Also so kenne ich das so, ne So, es gibt auch radikale Muslime Ja, ich kläre konsequent aus Ich bin nicht einer, der sagt Mit Muslime muss man nett reden Ich komme aus der Mitte dieser Religion Ich weiß, was für ein Schwachsinn vom Islam gelehrt wird Deswegen bin ich konsequent Nachdem mir die Augen aufgegangen sind Habe ich mir klar geworden Was für eine abscheulichen Religion ich angehört habe Und dafür stehe ich heute ein Dass ich die Leute da draußen warne und sage Finger weg von dieser Religion Aber wie gesagt, mein Grundgedanke Die verstehst du doch gerade, oder? Du kommst mit Das bedeutet, du warst vorher radikal Antisemit Ich war Muslim Ja, nein, aber Nein, nein Ich bin auch Muslim Aber ich bin nicht Antisemit Doch, du bist Antisemitisch Wenn du Muslim bist Wenn du Muslim bist Wenn du Muslim bist Lehnst du irgendein Buchstabe im Koran ab? Nein Gut, wenn du kein Buchstabe im Koran ablehnst Wie rechtfertigst du dann Surah 5, Vers 60 Oder Surah 5, Vers 66? Ja, wiederhol mir dem mal die Surah, bitte Ja, gut Die lese ich dir mal vor Damit es auch korrekt ist Und dann erzähle mir mal Wie man nicht Antisemitisch So, und in der Zeit verabschiede ich mich jetzt Kian Hat auf jeden Fall Spaß gemacht Ja, Löwe Ich gucke vielleicht noch ein bisschen von unten zu Das ist super, dass du mal im Mahl Gruß geht raus, Löwe Ja, ja, alles gut Und, äh Ja, wie gesagt, genau Wenn du dann irgendwann Zeit hast Dann kannst du wieder vorbeifahren Mal vorbeifahren bei mir, wenn du möchtest Ja, wir können ja morgen noch was zusammen machen Das ist ja kein Problem Ja, alles gut Ich wünsche dir noch eine gute Nacht Und hat Spaß gemacht Und vielen Dank, dass du da bist Ich gucke von unten noch ein bisschen Kontrolle Noch ein bisschen mit Chat und so Super, danke dir Alles gut, ciao, ciao Vielen Dank Jude 5, Vers 60 Soll ich euch kundtun, was als Belohnung bei Allah noch schlechter ist Diejenigen, die Allah verflucht hat Und denen er zirnt Und aus denen er Affen und Schweine gemacht hat Damit sind die Juden gemeint Allah hat die Juden nicht nur im metaphorischen Sinne Zu Affen und Schweine verwandelt Sondern er hat sie im wirklichen Sinne Zu Affen und Schweine verwandelt Das ist eine Enthumanisierung von Juden Und deswegen sind die Muslime auch so agro Gegenüber, ähm Gegen den Juden Weil selbst euer Gott Hat so eine schlechte Sprache Gegenüber den Juden genutzt Dass natürlich das eine psychologische Wirkung auf Muslime hat Wie es auf mich eine Wirkung gehabt hat Wenn Allah sagt, dass er die Juden zu Affen und Schweine erniedrigt hat Wegen der Überschreitung des Sabbats Weil sie die Propheten getötet haben Weil sie den Propheten bekämpft haben Und so weiter und so fort Dann bekommt man eine negative Sichtweise auf die Juden Und deswegen, ja Wenn du diesen Vers ablehnst Dann bist du auf jeden Fall auf meiner Seite Wenn du diesen Vers akzeptierst Dann bist du ein Antisemitismus Das bedeutet Je nach Interpretation Kann man sich radikalisieren oder nicht Meinst du das richtig? Dieser Koranvers sagt, dass die Juden zu Affen und Schweine von Gott gemacht werden Das heißt, hier wurden die Juden entmenschlicht Wenn das nicht Antisemitismus ist Wenn das nicht Judeophobie ist Was ist es dann? Nicht mal Hitler hat diese Sprache benutzt Gegenüber den Juden Gott bewahre Verherrlichst du gerade die Taten von Hitler? Ich sage, nicht mal Hitler Hat sich so geäußert, wie der Koran sich äußert Der Koran hat fünfmal so viel antisemitische Rhetorik Wie Hitler mein Kampf Also ich glaube, ich glaube Du hast Hitlers Mein Kampf nicht richtig gelesen Ich habe Hitler mein Kampf sogar hier zu Hause Also ganz ehrlich Dann hast du dich da nicht Ich weiß, was du vorhast Wer? Was? Okay, lassen wir es Es geht Quatsch Es geht Quatsch Du bist keine Herausforderung für mich Kieren, sie versuchen immer mit Die historischen Tricks Dich in irgendeine Richtung zu drängen Wo du gar nicht hingehörst Das ist immer die gleiche Strategie Das ist jetzt etwas Gewiefertiges Aber die Art und Weise Dieses Geschleime Anbietern am Anfang Das ist immer die gleiche Methode Ja, ja Es ist immer die gleiche So, Jusel Ich hätte noch ganz kurz eine letzte Sache Dann würde ich auch rausgehen Okay Und zwar In der Geschichte der Menschheit Ist noch nie aus Kummer, Leid, Tod und Hass Etwas Gutes erstanden Sondern immer nur noch mehr Kummer, Leid, Hass und Hass Im Tod Und Achtung Diese ganze Sache Beginnt im Kopf Mit der Psychologie Liken, liebe Freunde Kann ich eine Frage stellen? Ja, Trevor, vielen Dank Recht herzlichen Dank Trevor, war das dein Abschlusswort Befür du gehst? Das war mein Abschlusswort Ich gehe raus Dankeschön Kann ich eine Frage stellen? Ja, ja Jetzt Trevor ist draußen Jetzt kann Yussef Okay Eine Frage hätte ich mal Als allererstes Warum hast du so provokant Auf deiner Caption Ex-Muslim Was ist deine Intention dahinter? Warum provoziert dich das? Nein, es ist eine provokante Verlassen Muslime nicht den Islam? Gibt es sowas? Moment ganz kurz Du beantwortest ja nicht meine Frage Ja, ich frage dich Verlassen Muslime nicht den Islam? Gibt es keine Ex-Muslime? Du kannst doch eine Frage Ich habe in deiner Gegend Beantwortet Ja gut Dann beantwortet Dann Sag ich es noch mal anders Okay Ich beantworte dir Ich beantworte dir Okay Es steht da oben drauf Weil ich diese Weil ich erstens Ehemaliger Muslim bin Und weil ich zur Kenntnis Weil ich will Dass die Menschen zur Kenntnis nehmen Sollen Dass ich mal Muslim war Und jetzt ausgestiegen bin Und das bringt Menschen dazu zu fragen Moment mal Ex-Muslim heißt ehemaliger Muslim Also erzähl mal Warum bist du kein Muslim mehr? Und deswegen Kommt ein Mensch mit mir ins Gespräch Wenn da oben jetzt stehen würde Kentucky Fried Chicken Dann würde mich kein Mensch fragen Warum bist du überhaupt hier? Das ist der Grund Warum du gekommen bist Du wolltest wissen Warum Du weißt ganz genau Dass es eine provokante Art und Weise ist, oder? Warum? Warum? Nur weil du dich getriggert fühlst? Du verstehst es Du verstehst nicht 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 Ein Statement Weißt du was ein Statement ist? Ich weiß was ein Statement ist Aber weißt du was ein Eyecatcher ist? Yusuf, darf ich dir eine Frage stellen? Er macht das Statement zum Eyecatcher Naja, wenn die ganzen Wenn die ganzen Muslime Eine Palästinenser Flagge In ihren TikTok Profil reintun Ist es auch ein Statement Es ist auch eine Prokulation Für einen Juden Nein, nein Es ist eine Frage Es ist keine Äußerung Ja Es ist auch ein Statement Es ist eine politisch-religiöse Haltung So Ich habe Ex-Muslim Ist das eine politische Haltung? Ein Ex-Muslim auf deine Cap? Richtig Damit die Leute kommen und sagen Oh, Ex-Muslim Also vergleichst du Ein wunderschönen Mitnamen, mein lieber Kian Darf ich Yusuf eine Frage stellen? Ja, kannst du gerne machen Yusuf, was passiert mit einem Muslim Wenn er in einem islamischen Staat Seine Religion verlässt? Also den Islam verlässt? Ich bin kein Imam Ich kann mir diese Frage nicht beantworten Soll ich dir die Frage beantworten? Du bist kein Muslim und kein Imam Also kannst du das auch nicht Imam, lass mal den Quatsch Man kann den Islam objektiv studieren Du brauchst keine Gelehrten Habe ich auch gemacht Darf ich kurz eine Antwort darauf geben? Sahih al-Bukhari Moment mal Yusuf Sei mal ganz kurz leise Ich möchte mal kurz antworten Yusuf, sei mal ganz kurz leise Ich antworte Sahih al-Bukhari Buch 56 Hadith 226 Ohne Zweifel hätte ich sie getötet Denn der Prophet sagte Wenn jemand seine Religion ablegt Töte ihn Okay, und was steht in der Bibel? Wir reden nicht über die Religion Ich frage dich doch gerade auch Gerade ganz kurz Was im Koran steht Ist eine Sache Die zweite Sache ist Wenn in der Bibel jetzt steht Ganz kurz Ich sag dir jetzt ganz genau Was da drin steht Was passiert, wenn du deiner Frau Aus der Religion raus Zu Tore aufzulenken Yusuf, was passiert, wenn du einen Ehebruch begehst? Was ist da in der Bibel? Was steht da? Wann hat zuletzt ein Christ Eine Frau oder ein Mann Wegen Ehebruch Gesteinigt oder umgebracht? Das praktiziert kein Schweinher Die Christen haben gelernt Diese Texte nicht mehr Nicht mehr wörtlich zu nehmen Das ist normal Aber Kian, da musst du verstehen Dann sind die keine Christen mehr Dann werden die nicht mehr als Christen angesehen Yusuf, außerdem Was du da gerade tust Nennt man Whataboutism Ist dir klar, was du da tust? Du sagst Hey So als würde ich irgendwas Schlimmes tun Mein Freund Nein, ich sage dir Yusuf, ich will dir mal erklären Was du da gerade tust Du sagst Was tust du denn gerade so Schlimmes? Ihr habt einen Fehler im Koran gefunden Aber ich habe auch einen Fehler in der Bibel gefunden Du gibst also indirekt zu Dass es ein Problem im Islam gibt Aber du willst ausweichen Auf eine andere Problemreligion Indem du sagst Ich weiche nicht aus Ich weiche nicht aus Ich weiche nicht aus Aber im Christentum gibt es das auch Er redet, er redet radikal Dass es Bullshit im Islam gibt Es gibt kein Bullshit in der Religion, mein Freund Doch, es gibt es Das ist zum Beispiel Nein Das, was Wonsheim gesagt hat Das Apostasen Es gibt nur Bullshit in der Politik Was du vertrittst Und deine Freunde da auch Ihr habt keine Ahnung Yusuf, passt auf Weil eure Religion ist politisch Also ist eure gesamte Religion Wer sagt denn, dass ich Muslim bin? Also wer sagt dir das jetzt gerade? Sein Name, Yusuf Sein Text Wie bitte? Dein Name, Yusuf Du heißt ja nicht Yusuf Ich heiß Jusuf Ich heiß Jusuf Ich heiß Jusuf Ich hab drei Namen Ja Fixst du das aus Hier bist du Yusuf Mit zwei S Und E Yusuf Wie mein bester Freund Der heißt auch Yusuf Das freut mich, dass er Yusuf heißt Ja Schau mal Ich hab gar kein Problem mit dir, Kian Das Ding ist auch Ich kenn dich nicht Ich kenn dich auch nicht Aber hör mal zu, Kian Ganz kurz Es ist, es ist Für mich ist das nicht provokant Aber du weißt ganz genau Innerlich In dir drinnen Dieser Ich sag mal Slogan, den du auf deiner Cap drauf hast Ex-Muslim Ist eine provokante Art und Weise Hier ein Aufmerksam Er weiß, dass er mit der Cap provoziert Das ist ja das, was er will Ich weiß, dass er das will Aber ich will, dass er das für die Ich will nicht provozieren Ich will stimulieren Ich will Diskussionen Du brauchst Aufmerksamkeit Leid Da hast du recht Danke Und so weiter Meine lieben Moslems Ihr braucht alle Aufmerksamkeit Ihr seid die größten Jammerer und Opfer Die ihr euch darstellt Ihr seid Darsteller Jetzt wirst du persönlich Jetzt wirst du Zunächst einmal Zunächst einmal Ich bin der Host hier Und es geht nur einer nach dem anderen So Jetzt haben wir Auf den Jussef Hat jetzt die Selin reagiert So Selin Jetzt kannst du deinen Kommentar abgeben Und sagen Warum das so ein Problem ist Dass ich mit einer Mütze hier sitze Wo Ex-Muslim draufsteht Also ich sehe Nicht einen Mensch Als Es ist scheißegal Ob religiös Oder religiös Für mich ist Mensch ist Mensch Aber Jeder Für dich Mensch und Mensch ist Das weißt du Doch Aber Weil dieser Jussef das eben angesprochen hat Du provozierst mit dieser Kämpfe Du weißt Das provokant ist Warum habt ihr so eine dünne Haut Und lasst euch provozieren Ich mach mal nicht Ich höre hier nur zu Warum so empfindlich Was tue ich denn Außer dass ich hier mit Du weißt Das provokant ist Ich bin unhöflich Schöpfe ich die Leute an Mach das einfach Ich habe eben gedrückt Joachim Mach das einfach Keine Leidnis Oder Aufmerksamkeit Wenn du diese Kämpfe nicht drauf hast Also zunächst einmal Den Islam kann man provozieren Aber nicht die Person Denn der Islam Ist keine Person Der Islam Ist keine Person Der Islam Ist nur eine Ideologie Leute Einer redet Einer nur Einer redet Bitte Einer redet Der Islam ist eine Ideologie und keine Rasse, keine Ethnie, keine Person. Man kann diese Ideologie lieben, man kann sie hassen, man kann sie verurteilen, man kann über diese Ideologie sagen, was man will. Ob ihr euch dann persönlich angegriffen fühlt, das ist eure Sache. Das sind eure persönlichen Verfindlichkeiten. Also, kannst du jetzt reden oder müsstest du sofort fahren? So, Adam ist jetzt dran. So, der Judentum selber ist auch, genau wie der Islam, eine Religion. Und jeder Mensch, sei es Russe, Perser, Araber, was weiß ich, Sperber, kann auch Jude sein, kann Muslim sein, kein Christ sein, kann Buddhist sein, korrekt? Wieso wird es dann aber, und belehrt mich bitte den Besseren, wenn ich falsch liege, als etwas Schlechtes, beziehungsweise antisemitisch angesehen, wenn man dann etwas gegen Juden sagt und es wird dann aber als meinungsfrei angesehen, wenn man etwas gegen den Islam selber sagt, beziehungsweise, da muss ich mich kurz korrigieren, wenn man etwas gegen den Juden tut und nicht gegen Juden selber. Also, Entschuldigung. Erstens, ich habe hunderttausendfach gegen das Judentum geschossen. Ich kann mit dem Judentum überhaupt nichts anfangen, ich kann mit dem Christentum nichts anfangen und ich kann mit dem Islam nichts anfangen. Ich habe große Probleme mit diesen drei monotheistischen Religionen. Das ist eine andere Sache. Aber ich stelle sie alle drei nicht auf die gleiche Stufe. Ich behaupte, dass der Islam die gefährlichste und die brutalste und die gewalttätigste von allen dreien ist. Während das Judentum völlig harmlos ist und das Christentum, es hat psychologische Probleme. Leute, einer redet. Warte mal. Ich sage, wenn die Christen zum Beispiel mit dem Schuld- und Sündenkult antreten oder mit dem Verdammniskult, bin ich komplett dagegen. Wenn die Juden sagen, oh, ich habe einen exklusiven Gott und dieser Gott ist nur für uns, habe ich auch ein Problem. Aber das ist religionskritisch betrachtet. Aber der Islam wirkt ganz anders als diese beiden Religionen. Das Judentum hat keine Hinrichtung, hat keine Verfolgungen. Es werden keine Ehebrecherinnen gesteinigt oder ermordet. Das passiert alles nur noch im Islam. Der Islam ist so lebendig, wenn es um diese Sachen geht. Ehrenmord, Frauen umbringen, Ehebrecherinnen lünschen in Afghanistan und Pakistan und weiß der Geier was. Diese Religion lebt völlig anders als alle anderen Religionen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich den Islam als eine Ideologie kritisiere oder ob ich sage, zum Beispiel, alle Muslime sind A und S-C-H-W-I-I-N-E, wie der Koran das über Juden sagt. Das ist ein großer, großer Unterschied. Und der Koran ist deshalb judenfeindlich, weil er eben so stark die Juden im Koran angreift und sie entmenschlicht. Okay, ganz kurz, ganz kurz, ich komme ebenfalls aus dem Iran und ich bin mir ziemlich sicher, du weißt, dass hier das, was der Mullah-Regime repräsentiert, so ticken die meisten Menschen im Iran gar nicht. Das weißt du sicherlich, oder? Ähm, weißt du vielleicht von deiner Familie Bekannten, die du im Iran hast, an die glauben gar nicht so, die, äh, deren, äh, hier, äh, so, die haben gar nicht, erstens gar nicht diese Nachgehensweise wie der, wie das Mullah-Regime. Ähm, und du musst verstehen, dass wenn man dann diese, diesen, ich nenne das jetzt Rassismus, ich finde leider keinen anbesseren Begriff dafür, äh, wenn man halt etwas gegen Menschen haben, die dieser Religion nachgehen, zum Beispiel jetzt Islam, wenn man jetzt etwas gegen Muslime hat. Wie kann man, äh, Muslimen, wie kann man rassistisch gegenüber Muslimen sein? Ja, ich finde kein besseres Wort dafür, ich weiß, Rassismus ist gegen eine bestimmte Ethnie oder gegen eine Hautfarbe, also die Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe oder Ethnie. Ja, da muss ich mich mit einschließen, ich rede von der Ideologie, ich rede von der Ideologie und ich trenne die Ideologie von den Menschen, während Muslime das Recht haben und wir die Pflicht haben, Muslime individuell zu begegnen, je nachdem, was sie glauben, haben wir aber ein absolutes Recht, die islamische Religion auseinanderzufügen. Ich kann die islamische Religion hassen, ohne dass man mir muslimischen Rassismus unterstellen kann, weil es diesen Bullshit-Begriff überhaupt nicht gibt. Darf ich mal kurz was fragen? Das ist eine Ideologie, mehr ist das nicht. Völlig korrekt. Darf ich mal kurz um Fragen? Genau, das ist furcht. Aber man kann doch jetzt nicht die Menschen, also die Muslime selber dafür kritisieren, man kann vielleicht die Religion kritisieren und sagen, ja, ich hab was gegen den Islam, ja, ich mag den Islam nicht, ja, ich würde mir wünschen, dass es den Islam nie gegeben hat. Okay, aber warum kritisiert man die Menschen, wie zum Beispiel der Typ, der gerade eben hier drin war und gesagt hat, ja, ihr Muslime seid es, die Oma rummeckern, ihr seid die größten Opfer, die ich kenne, dies, das, obwohl er vielleicht noch nicht bei mich, die Nüsse 4... Das reflektiert meine Meinung wieder, das reflektiert seine Meinung wieder. Und die gestatte ich ihm auch. Aber ich kritisiere die Ideologie. Und Ideologie haben keine Rechte. Menschen haben Rechte. Ideologien haben keine Rechte. Ich kann den Islam in die Mülltonne kloppen oder ich kann den Islam huldigen, bis ich umfalle. Das ist meine... Aber denkst du nicht, man sollte trotzdem mit einem gewissen Rat an Respekt daran rangehen? Was für einen Respekt willst du da bitte haben? Erzähl mir mal, was für einen Respekt, was für ein Respekt, wenn der Islam sagt, dass man die Juden töten muss? Eine Religion. Der Islam ist... Der Islam ist... Oder so, der Islam ist... Wenn die Juden retten, seid ihr bitte leise und stumpf euch. Danke schön. Bitte leise. Ich bin der Host hier und ich bitte euch, damit wir das hier reden können. Warum sollte ich aus einem sentimentalen Reflex heraus irgendeiner Religion einen Respektskredit zollen, wenn diese Religion erstmal eine Untersuchung verdient? Ich habe den Islam untersucht und ich bin zu dem Punkt gekommen, dass der Islam kein Respekt von mir verdient. Ich gebe nicht einer Religion Respekt, nur weil das sich in der Gesellschaft verbreitet hat, dass man irgendwie religiösen Menschen Respekt entgegenbringen soll. Das werde ich nicht machen. Diesen Gefallen tue ich euch nicht. Ich werde auch keine Religion respektieren, die die Respektlosigkeit für andere faktisch in seinen tiefsten und ursprünglichsten Schriften festgeschrieben hat. Wie respektvoll war denn der Islam gegenüber der vorislamischen Religion? Wie respektvoll war der Islam gegenüber den Juden und Christen in Mekka und Medina? Wie respektvoll war der Islam gegenüber anderen Völkern, als er mit seinen arabischen Armeen gekommen ist und diese Völker dann islamisiert hat? Wie respektvoll ist das denn vorgegangen? Kommen wir nicht mit der Bitte nach Respekt, wenn der Islam die letzte Religion ist, die es nicht schafft, anderen Völkern und anderen Ethnien und anderen Religionen den entsprechenden Respekt entgegenzubringen. Besonders nicht den Frauen und besonders nicht den Kindern. Darf ich kurz was fragen? Ja, jetzt Lachs bitte. Ich habe mal eine allgemeine Frage. Also ich bin der Meinung, die Grundhaltung ist ja, man darf jede Religion kritisieren und man darf auch immer seine Meinung dazu äußern. Ja, von mir aus auch zerreißen, wie man das formulieren mag. Das ist sehr wichtig. Ich bin überzeugter Atheist. Das hat seine Gründe. Die teile ich jetzt nicht mit jedem, weil ich finde Aufklärung wichtig, wenn mich einer fragen will oder wenn mich einer fragt, sage ich dem das. Was war mein Kernpunkt? Mein Kernpunkt war genau, ich denke, du hast kein Problem mit Moslems. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, ich bin ein Moslem, wir können einen Kaffee trinken gehen und alles. Nur wenn wir über das Buch an sich sprechen, denke ich mal, hast du, sagen wir es anders. Die Leute, die 100% nach dem Koran leben, also alles, was drinsteht, umsetzen. Sind religiöse Monster. So. Leute, die aber einfach nur Moslems sind, weil sie aus Moslems geboren wurden, sprich Elternteil, beide Eltern, wie auch immer. Genau. Easy, ne? So. Also, kann man mir da schon mal, kann man da schon mal, das sag ich, also so sehe ich das. Ich habe andere Streams gesehen, die Hope weiß, was ich meine. Ich finde in dem Stream, mich triggert nicht mal die Israel-Fahne, weil es einfach, ich habe keinen, ich habe, meine Freunde sind überall auf der Welt und ich habe überhaupt keinen, mich juckt das auch alles gar nicht, was die Leute denken. Ich finde nur, hier ist ein ganz klassischer Unterschied zu anderen Streams, weil hier wird nicht provoziert. Klar, die Worte sind hart, aber wenn wir über eine Sache aufklären, ob es jetzt über die Bibel ist oder den Koran ist, sollte man so standhaft sein, wenn man doch eh weiß, dass es alles falsch ist, wenn man jetzt aus der Sicht eines Moslems spricht, dass einem das gar nicht triggern dürfte. Was mir halt nur auffällt ist, dass so viele Leute immer in die Verteidigungsposition gehen, so als ob man persönlich angegriffen wurde. Und das ist mir im Jahre 2023 nicht mehr, das verstehe ich nicht, wie man immer noch so sehr auf einen Konflikt eingeht und einen mit Gewalt und Krawall davon überzeugen muss, dass derjenige, in dem Fall du, also das ist jetzt nur ein Beispiel, dass du komplett falsch liegst, dass alles scheiße ist, selbst wenn es so wäre. Guck mal, mir ist es egal, ich kann nicht sagen, ob es richtig ist oder falsch ist, weil ich kenne das Buch null. Ich sehe halt immer nur eine Sache, wenn über Religion gesprochen wird, gibt es immer nur eine aktuelle Gruppierung, die sich dadurch persönlich angegriffen fühlt und einen innerlichen Krieg führen, dass die alles raushauen müssen, was sie nur gerade in ihrem Kopf haben. Mich triggert deine Käppi null. Ich würde mir Ex-Grau-Wolfe zum Beispiel auf die Mütze schreiben? Das wäre ein Anfang, wenn du dich Ex-Grauer Wolf nennen würdest. Du gehörst selber einer Ideologie an, die ausgesprochen fragwürdig ist. Ich muss dir aber dazu was sagen und das ist der Punkt, da würde ich jetzt bitten, dass du mir genauso zuhörst. Der Wolf hat nichts mit den grauen Wölfen, die du aus den 80ern kennst, die Leute haben verschwinden lassen, zu tun. Der Wolf ist das Zeichen der Türkvölker. Der Wolfsgruß ist das Zeichen der Türkvölker. An Türkismus nennt man das. Also du bist ein türkischer Nationalist. Ich würde sagen Patriot, weil ich habe kein Problem. Das ist nicht Patriotismus. Du bist ein Anhänger all dieser Türkvölker von Aserbaidschan bis zu den nikaukasischen Republiken. Aus Wiggenstein, genau. Richtig, genau. Und du träumst von einem großen pan-türkischen Reich. Das ist das, was ich hier sehe. Graue Wölfe. Dann sehe ich also auch diese schiffrierte Schrift, die immer in Verbindung gebracht wird mit dem Boskod-Kult. Und ich halte das auch für sehr bedenklich. Du redest zwar völlig normal, das ist auch völlig okay, aber ich habe diesen Kult studiert. Und ich weiß, dass hinter dem Boskod stecken knallharte Faschisten. Kann ich dir kurz was darauf antworten? Ja, gerne. Ich gehe mit dir mit. Ich gehe mit dir bis zu einem gewissen Zeitpunkt mit. 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Sehr, sehr viele Schläger-Trupps auf den Straßen, die politische Gegner haben verschwinden lassen, denen die Leute verprügelt haben. Braucht man gar nicht drüber reden. Dementiere ich gar nicht. Und was in den Medien hier erzählt wird, da gehe ich aber auch nicht mit. Das Ding ist halt, das ist genauso ein Symbol, wie Deutschland zum Beispiel einen Adler hat. Oder wie zum Beispiel, jetzt muss ich mal die Aramäer, glaube ich, den Adler hat. Entschuldigung, aber Lachs, das glaubst du doch nicht ernsthaft. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass es ein Teil der türkischen Nationalidentität ist, der Graue Wolf. Der Wolf, ob der Graue... Du weißt, dass dahinter ein heidnischer Mythos steckt. Ja, aber wann hat der angefangen? Guck mal, die Türkvölker haben diesen Gruß immer. Wenn du dir jetzt ein Video anguckst aus, weiß ich nicht, Kasachstan zum Beispiel, ja, wo sie ihre traditionelle Musik spielen, wo sie ihre Sprache sprechen und dazu singen, die machen am Ende auch in den Wolfsgruß. Das sind keine türkischen Nationalisten. So, und ich habe, und damit das hier generell mal klar geworden wäre, klar ist, wenn mir jetzt ein Kurde sagt... Kommt ein bisschen vom Thema ab. Ja, ich bin iranischer Kurde, deswegen frage ich dich, wie ist dein Ziel, Ich würde jetzt gerne antworten, bevor du mir was vorweg nimmst. Und am Ende heißt es, das hast du nur gesagt, damit du bei mir schleimst oder sowas. Ich sag dir von vorne weg. Nicht schleim, ich bin iranischer Kurde. Ja, macht nichts. Ich habe nichts. Ich bin Kurde. Ich bin Kurde. Und ich möchte gerne wissen, wie geht jemand um, der solche Symbole in seinem Profil hat, mit Armenier, Kurden und Juden in der Schule. Ich würde ja gerne darauf antworten, aber du überrollst mich gerade. Aber möglichst kurz, weil wir haben auch noch andere Leute, das ist sehr wichtig. Ja gut, aber du hast jetzt gerade ein Thema angeschnitten. Ich möchte ganz kurz mal für die tausend Zuschauer sagen, die Grauen Wölfe sind die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland mit 23.000 Mitgliedern. Jo, ey. Alles klar. So, wenn man sich damit nicht auskennt, sollte man vielleicht sowas nicht sagen. Ja, aber schau mal. Kann ich dir auf deine Frage antworten? Ich habe kein Problem mit Armeniern, ich habe kein Problem mit Kurden. Ich habe ein Problem mit Terrorismus. Das habe ich mit, ich verurteile die Hamas. Nein, ich hasse mich. Aber du hast trotzdem gesagt, dass in meinem Stream gehetzt wird. Das ist ganz schön komisch. Aber naja, gut, es widerspricht sich alles ein bisschen. Das bezog sich auf das Schweinebild. Ich möchte damit sagen, dass eine Israel-Fahne mich nicht triggert. Hier kamen vorhin Leute rein, die fanden sich allein schon wegen der Fahne getriggert. Ich habe kein Problem damit. Das, was ich sagen wollte, ist, das Niveau der Aufklärung ist anders. Aber um deine Frage zu antworten, ich habe kein Problem mit dir. Mein bester Freund ist iranischer Kurde. Deswegen finde ich das witzig, dass du auch einer bist. Und mit dem habe ich die Debatten auch schon geführt. Die feiern sogar Weihnachten. Was meinst du, was der Junge sich anhören darf von seinen muslimischen Brüdern? Ich habe kein Problem mit niemandem. Ich verfolge das Ding vom Ursprung her. Ich wünsche mir ein türkisches Volk, eine türkische Einheit sowie die EU, ohne andere Länder zu überfallen. Das ist der Unterschied zu der ganzen Geschichte. Ohne andere Länder zu überfallen und Leute zu töten aufgrund von anderer Religionen oder weil sie den anbeten oder den anbeten. Das ist bei mir noch mal eine andere Liga. Und ich werde von meinen eigenen Leuten übrigens auch verurteilt, weil ich nicht mal eine Religion besitze. Die sagen, wenn du ein Türke bist, musst du Moslem sein. Ich muss ein gar nichts. Die Türken müssten eigentlich wissen, dass die originale Religionen eigentlich Tandre sind. Tandre ist die Ursprungsreligion. Ich weiß. So wie Arta Türke in den 1920er, die Allahu Akbar verboten hat und hat gesagt, Bük Tandre. Also er hat das Wort Tandre auch eingeführt. So. Und Noah Azzes verurteile ich genauso, der nämlich ganz abfällig damals in seinen Büchern über Kurden geredet hat. Verachte ich auch. Das ist eine Differenzion. Man kann jetzt nicht sagen, okay, der hasst Ausländer, aber der mag Italiener, dafür ist der kein Nazi oder kein Faschist. So bin ich nicht. Ich muss gestehen, ich muss gestehen, dass ich noch nie, dass ich noch nie so eine Interpretation der Grauen Wölfe gehört habe. Noch nie. Ja. Ich kann es verstehen, woher deine Interpretation kommt. Ich leugne das nicht mal. Ich habe es, wie gesagt, wir können uns, schreib mir mal privat, einige Sachen kann ich dir erzählen, ich werde den Rahmen hier nicht sprengen. Aber ich kann dir sagen, du liegst nicht falsch. Und ich sage dir auch, obwohl ich Atatürk liebe, auch er hat Fehler und ganz viel Mist gebaut. Ich sage das. Ich bin kein Mensch, der die Geschichte verdrehen will, weil er am Ende jemanden anhimmelt. Niemand ist fehlerfrei. Und da ist auch Mord passiert. Müssen wir nicht leugnen. Müssen wir gar nicht leugnen. Okay, ich meine, ich lasse es jetzt erst mal so im Raum stehen, weil meine Untersuchungen haben mich dazu gebracht, dass die Grauen Wölfe eine fürchterliche Bewegung sind. Und ich lasse es jetzt mal im Raum stehen, dass du darauf anders schaust als andere Graue Wölfe. Aber gut, jetzt schaue ich mal, ich muss leider weitermachen mit Baki. Ja, und da habe ich dir das auch gewusst. Ein Satz sagen, ich als Deutscher möchte keine türkischen Nationalisten in meinem Land haben. Völlig gerechtfertigt. Jo, 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 alles klar. Ich bin ja auch so richtig radikal, wie man gemacht hat. Was sucht ein türkischer Nationalist in Deutschland? Erklär mir das mal. Guck mal, ich muss dir keine Rechenschaft abgeben, was ich in Deutschland suche oder nicht. Ja, aber ich habe mir zumindest meine Einstellung dazu gesagt. Ich als Deutscher möchte keine türkischen Nationalisten in Deutschland. Super, super. Und ich möchte in Deutschland keine deutschen Nationalisten. Danke. Okay, vielen Dank. Alles klar. Ja, danke. Okay, Baki. Ja, hallo, Kian. Grüß dich. Guten Morgen an alle. Ja, guten Morgen. Ja, ich habe mir das so ein bisschen angehört. Und so was ihr geredet habt und so. Ja, wir haben ja hier so über einen Käppig geüttet, ne? Ex-Muslim. Provokation oder nicht? Ja, okay. Also, ich würde an deiner Stelle so einen Käppig nehmen, ne? Und dann so da oben hinschreiben. Na, was kommt jetzt? Also, jetziger Schwein, verstehst du? Anstatt frühiger Lahm, jetziger Schwein, verstehst du? Nochmal? Super Beitrag, super Beitrag, oh mein Gott. Du bist eine Zierde deiner Religion. Vielen Dank, dass du dich, dass ich, vielen Dank, dass du ein guter Repräsentant deiner Kaste bist. Vielen Dank. Nein, das ist aber so. Vielen Dank, man. Ja, Zierde deiner Religion. Ich erwarte von Menschen aus allen Kultuskreisen. Du isst jetzt nicht ja Schweinefleisch. Du bist ja Ex-Moslim. Du isst Schweinefleisch und so. Machst du das sicher oder nicht? Ich esse Schweinefleisch, ich trinke Alkohol, ich mache außerehelichen Sex, ich liebe alles, was im Islam Haram ist, liebe ich. Mach ich Halal für mich. Entschuldige bitte, Jan, ganz kurz. Alles, was ich auch für den Islam verlaufen, mache ich Halal. Ich liebe Sex, ich halal für mich. Jan, entschuldige bitte, dass ich das kurz unterbreche. Das ist mit deinem Halal, was du da machst. Das ist Haram, sagt man, nicht Halal. Ich liebe alles. Ich liebe alles, was der Islam verboten hat, das habe ich für mich Halal gemacht. Jan, mach ich mal kurz unterbrechen. Ich muss ja in Deutschland fahren, in den Chat verkieren. Jan, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Der Reue wollte unbedingt noch mal hoch. Ja, 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 können wir gerne machen. Du bist ja Moderator, glaube ich, sonst schon, oder? Ja, also, Baki, haben wir das klargestellt, dass ich darauf pfeife oder beziehungsweise darauf scheiße, was der Islam mir verbietet? Ja, aber dann mach doch nicht solche Provokationen. Nein, das mache ich. Ich bin Ex-Muslim, ich bin ehemaliger Muslim. Ich habe gebetet, ich habe mein Salah gemacht, ich habe meine Hatsch gemacht, ich habe meine Sakat bezahlt, ich habe all das gemacht. Ich bin ehemaliger Muslim und das zeige ich jetzt hiermit, damit ich solche Leute wie dich, solche Typen wie dich herausfordern kann, damit wir Gespräche haben mit solchen Menschen wie dir, die... Ja, oder kannst du auch sagen, schreib mal rüber, dass ich gefährliche Schwein bin. Deswegen bin ich hier. Und ich bin hier, weil ich zeigen möchte, dass ich darauf pfeife, was der Koran sagt. Ich habe gesagt, ich lebe die Sünde mit großem Spaß. Ich genieße Haram. Es gibt auch ganz, ganz viele Leute hier. Es gibt auch ganz, ganz viele Leute hier auf TikTok. Ich genieße all diese Sachen. Ich genieße alles, was der Islam sagt. Du, du, du darfst du nicht. Nee, nee. Du kannst ja machen, was du willst. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Leute, so wie dich hier auf TikTok, die sowas extra machen, aber... Natürlich habe ich es extra gemacht. Glaubst du, dass... Nee, nee. Aber nachdem sie das Handy ausgeschaltet haben, sind sie auf einmal Moslem. Sind sie was? Sind sie auf einmal alle Moslem, so wie du zum Beispiel. Ach so. Was ist jetzt hier? Ich bin seit sechs Jahren. Ich bin bekannt. Scheiß hier. Und danach? Ich gehöre der größten Bürgerbewegung von... Waki, er ist kein Moslem mehr. Was ist los mit dir? Kannst du das nicht akzeptieren? Ich gehöre der größten Bürgerbewegung von Europa, der Bürgerbewegung Pax Europa. Ich gehe auf unzähligen Kundgebungen. Ich sage das, was ich hier sage, auch öffentlich. Ich konfrontiere Muslime. Geht mal, und an dieser Stelle möchte ich nochmal hinweisen, es gibt einen Kanal auf YouTube, der heißt EWO Live. Und dort kann man mich sehen. Das ist ein großer Kanal mit 30.000 Follower. Und da könnt ihr draufgehen. Und dann seht ihr unzählige Kundgebungen mit mir auf der Straße, wo ich mich mit der Sorte Baki und anderen jedes Mal angelegt habe über einen Zeitraum von sechs, sieben Stunden. Das heißt, alles, was ich hier sage, habe ich auch Muslime ins Gesicht gesagt. Und das seit einem Jahr, seit ich der Bürgerbewegung angehöre. Und wenn du auf meinen Twitter-Account gehst, Kieran Kermanschahi auf meinen Facebook-Account siehst, dann wirst du sehen, dass mein Account 2018 erstellt worden ist. Ein Jahr, nachdem ich den Islam verlassen habe. Und seitdem bin ich in der Öffentlichkeit tätig. Kannst du auch auf meinen YouTube-Kanal gehen. Mein YouTube-Kanal heißt... Du Baki, jetzt halt mal kurz den Rand da. Jetzt mal ohne Scheiß. Das kann ich mir nicht ausdenken hier. Das heißt... Ja, warte mal ganz kurz, bitte. Ich habe genug... Warte mal, eine Sekunde, Roy. Ich Baki, ich habe dir 100 pro 1000 prozentig bewiesen. Ich bin in den Social Media seit Jahren. Das tue ich hier nicht. Ich würde mir eher mit dem Koran den Arsch abwischen, als wenn ich noch einmal zurückkomme zum Aufnahmen. Das ist auch die einzig sinnvolle Aufgabe, die man damit machen kann. Aber jetzt mal unabhängig davon. Ich frage mich, worüber man sich hier unterhält. Mal jetzt ohne Scheiß. Kian, was ist noch Ewigkeiten? Aber nee, warte mal. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich jetzt... Roy, du wolltest doch schon längst schlafen. Ich würde gerade platzen, Alter. Und das wird einfach so stehen gelassen. Das finde ich nicht in Ordnung. Dieser Lachs hat eben gerade etwas gesagt. Er hat da als letzten Satz, bevor er rausgegangen ist, und er möchte keine deutschen Nationalsozialisten, hier haben. Hat das verglichen mit den Deutschen, mit den Wölfen. Also jetzt mal ohne Scheiß. Brennt der in der Birne? Ich könnte platzen vor Wut, Alter. Jetzt mal ohne Scheiß. Das alleine in den Vergleich zu stellen. Und dann unterhalten wir uns hier über eine Mütze. Wie blöd kann man sein? Alter, Kian, warst du vor Ewigkeit Moslem? 2017 bin ich offiziell. Wie jetzt ein Ex-Moslem? Abtrünnig geworden. Das nennt man ein Statement. Wer das als Provokation sieht, sollte man lieber darüber nachdenken, dass man mit diesem Statement Eier zeigt. Diese Eier, die vermisse ich bei den Moslems, die dafür nicht was einstehen sollten, was da im Koran wirklich als Problematik dasteht. Das kann man sich nicht ausdenken. Ich könnte hier platzen. Ich wollte eigentlich schlafen. Höre nur diesen Scheiß im Hintergrund. Und ganz ehrlich, hier kommen nur Gehirn-Akrobaten hoch. Irgendwie gedubelt, die von der Blasen keine Ahnung haben, obwohl bei Blasen bin ich mir da nicht so ganz sicher. Ja, hallo. Davon haben wir noch keine Ahnung. Ich wollte mal kurz den Van Gogh abholen. Van Gogh, deine Tabletten rufen. Okay, warte, wir haben jetzt HAL 9000 hier im Stream. Bitte schön. Ja, ich wollte nur mal den Van Gogh hier abholen. Seine Tabletten. Alles klar, gut. Also wenn jetzt nichts... Jetzt meinst du die Dinge, die du richtig tief im Arsch hiebst, damit es dir besser geht, oder was? Alle bitte mal liken. Okay. Ja, Leute, wir sind mit dem Stream wieder richtig gut. 1200. Wir sind wieder auf 300.000 Likes gelandet, was ich richtig gut finde. Jetzt gucke ich mal, ich hole mal ab und zu auch mal eine Frau hoch. Es wird auch wichtig, so wenig... Ah, okay. Ah, ja, okay. Moment. Kommt sie? Kommt sie hoch? Kommt sie nicht hoch? Okay. Sieht so aus, als wenn sie schon lange weg... Auf jeden Fall, Kian, bevor du den nächsten Gast begrüßt, mal ganz ehrlich, ich würde mich freuen, wenn du noch mal darauf eingehst, dass die grauen Wölfe da, so wie sie es anhört, so wie sie sich darstellen, hier aus Deutschland... Es war eine Verniedlichung. Es war eine Verniedlichung. Ich habe noch nie so ein Wischiwaschi um die grauen Wölfe gehört. Also es war wie ein Lobsank auf dem Kindergarten voller liebevoller Einhörner. Ja, es war wirklich schrecklich. Also ich habe noch nie gehört, dass die grauen Wölfe eine nette, freundliche Bewegung ist, die im Grunde genommen nur an den Bund der Türkvölker denkt. Ich glaube daran nicht. Ich wollte nur, dass da die Leute... Weil es hören zu viele Leute zu, dass man das einfach so stehen lässt und die grauen Wölfe da vielleicht noch als tolle Ideologie oder so dastehen lässt. Mal ganz ehrlich mit den abschließenden Worten, die er da so von sich gegeben hat. Hast du ganz klar, deutlich gesehen, worum es ihnen eigentlich geht? Guten Abend zusammen. Was ich damit... Ja, eine Sekunde Schiere. Ich nehme dich sofort ran. Schiere Pass. Was ich sagen möchte ist, die grauen Wölfe sind eine rechtsextreme, wenn nicht sogar eine faschistoide Bewegung in Deutschland. Ich würde mich sehr wundern, wenn so ein Ausscherer wie Lachs plötzlich einen heiligen Schein auf dem Kopf hat und es ihm alles egal ist. Ich glaube, er hat gelogen. Ich glaube, er hat nicht die Wahrheit gesagt, aber ich hatte auch keinen Bock, über die grauen Wölfe zu sprechen, weil es andere Themen gibt, über die wir jetzt reden können. Aber ja, ich bin der Meinung, er hat sich die Geschichte nett zusammengesetzt und ich glaube nicht, dass... Verharmlost. Ich bin offen dafür, dass die Leute sagen, es ist ein Türk-Kult. Ja, okay, alles klar, aber ich glaube nicht daran, weil zu viele graue Wölfe, die ich kennengelernt habe, sind komplett anders. Und deswegen, irgendwann mal hole ich ihn hoch und dann können wir uns unterhalten. Kian, ich glaube, Kian, ich glaube, Lachs möchte nochmal hoch. Soll er nochmal hoch? Lachs möchte nochmal hoch. Er kann gerne nochmal hochkommen. Aber ganz kurz, wenn Lachs nochmal hochkommt, dann möchte ich tatsächlich bitte, dass Roy runtergeht, weil ich möchte jetzt kein Geschrei mehr haben um zwei Uhr. Kein Problem, geht auch freiwillig sogar runter, war ganz ehrlich. Aber dann bitte, wenn er irgendwas sagt, darum würde ich dann bitten, das dann auch wirklich klar, deutlich gerade zu stellen. Weil diese Vereinigung... Ja, Roy, pass auf, wenn er irgendwas sagt, dann kannst du nochmal hoch. Dann kannst du nochmal hoch. Dann kannst du nochmal hoch. Aber ich weiß, ich kenne ja dein Temperament und ich weiß, wenn er jetzt Schwachsinn redet, dass du an die Decke gehst. Nein, es geht gar nicht darum, dass man Schwachsinn redet. Es geht darum, dass man diesen Schwachsinn stehen lässt. Freunde, im Moment lassen wir mal Lachs hat ja... Weil Sonnenschein hat versucht, was dazu zu sagen. Er wurde untergebuddert und da finde ich gerade in diesen Augenblicken, dass ich dann meine Schwimmbarbe als genau richtig habe. Aber Kian, ich finde trotzdem fair, wenn wir jetzt so über Lachs geredet haben und so, dass er wenigstens nochmal kurz hochkommt, weil über Leute zu reden, die unten sind. Kann er gerne machen. Wir holen ihn hoch. Jetzt kommen die ganzen grauen Wölfe hier. Hier gibt es ganz viele graue Wölfe, die sich jetzt melden. Er kann gerne hochkommen. Und Shire Pass, bitte. Ich kann mich gerne nochmal mit ihm unterhalten, wenn er möchte. Ruhig, kannst du dich zusammenreißen und nicht rumholen? Wir hören dich. Ich stumme mich sogar. Leute, da bitte. Bitte, bitte. Super. Kian kann man schon... Ja, bitte. Hi. Salam. Durut. Iraniasti, du bist Perder. Ich bin Kurde. Du bist Kurde aus Iran, richtig? Ich bin Kurde. Ich bin Kurde, kein Perser. Die Perser sind eine ethnische Volksgruppe. Okay, alles klar. Ich habe da eine andere Meinung, aber das ist gerade nicht mein Punkt. Alle Iraner sind Perser. Das ist schon klar. Schau mal, schau mal. Alle Perser sind Iraner, aber nicht alle Iraner sind Perser. Das ist richtig. Das ist aber gerade nicht mein Punkt. Und zwar hast du hier die israelische Flagge bei dir an der Brust oder auch hinter dir. Kennst du das Purimfest? Ja, das kenne ich. Und in Anspielung auf die Beziehung zwischen den Juden, die im Iran gewesen sind. Ja, genau. Und da kommst du jetzt mit der iranischen Propaganda, die Juden feiern sozusagen die Ermaulung von tausenden Perser. Darf ich kurz ausreden? Richtig. Das wäre super. Ja, ich kenne das schon. Ich bin auf alles vorbereitet. Ja, das ist mein Problem. Und zwar haben ja die Juden damals, das steht ja auch im Abschnitt von Esther in der Bibel, damals aufgrund der Sachen von Haman, weil er eifersüchtig wurde und Chasayorcha oder besser gesagt Serxes, so ist er ja am besten bekannt, dann dieses Gesetz hinterlassen, dass man einen Tag im Jahr den Juden alles antun darf, ohne vom Gesetz irgendwie bestraft zu werden. Danach hat er das bereut, dass er das gemacht hat, weil die Esther ja auch Jüdin war und ihn dann angesprochen hat, den Schah Serxes, dass man sie dann ja auch und ihre Familie dann irgendwie bestrafen könnte, ohne irgendwelche Repressalien zu befürchten. Und dann hat der Schah aufgrund dessen, weil man ein Gesetz ausspricht, wenn er das ausgesprochen hat, kann man das nicht mehr zurücknehmen. Das Gesetz gebracht, dass die Juden dann auch einen Tag im Jahr haben, dass die Juden dann den Persern alles antun dürfen, ohne von dem Gesetz irgendwelche Repressalien zu tun. So steht es in der Bibel auf jeden Fall, im Abschnitt Esther, das kann auch jeder gerne nachlesen. Weißt du, was das Problem hier ist? Das Problem ist, der Tag kam, wo die Juden durften also den Persern Repressalien antun und es kam auch der Tag, wo die Perser durften. Die Perser, der Tag war vorher, weil vorher das Gesetz geschrieben wurde, die Perser haben nicht einen Juden irgendein Haar gekrümmt. Dann kam der Tag der Juden und es sind innerhalb von 2000, zwei Tagen 80.000 Perser, Frauen, Kinder abgeschlachtet worden. Das steht in der Bibel. Und ich wollte nur sagen, du sagst, du bist Kurde. Kurden sind selber auch ein arisches, iranisches Volk und ihr habt die gleichen Gene, wie wir sie auch haben. Und wir waren damals eins. Damals gab es ja keine Kurden. Kurden gibt es ja das Wort Kurde an sich, gibt es ja jetzt seit 200 Jahren. Aber damals war die Yameda. Und Kurde ist der Große, der auch 80 Jahre vor dieser Sache vom Purim. Schire, merk dir das ganz kurz, ganz kurz, Schire, ganz kurz, ich muss unterbrechen. Nein, ich muss unterbrechen. Scho, ganz kurz. Ein Moment. Nein, Schire, was wird es? Also hier ist der Show the World drin, der auch immer nur durchgehend gegen mich hetzt. Auch genau so ein Kelp, der fliegt jetzt auch raus, wir sind auch gesperrt. So, ich würde es immer sagen. Alles klar, weiter. Oh, das ist der Moderator, sorry. Und zwar geht es darum, dass der Kudusch der Große, der auch als Messia in der Tora erwähnt wird, der 80 Jahre vor diesem Purim-Vorfall die Juden aus Babylon befreit hat und denen den zweiten Tempelberg dort hat bauen lassen, also das alles gemacht hat. Weißt du, dass das die Leute sind, die diese Fahne, die hinter dir steht oder an deiner Brust ist, das feiern bis heute, 2400 Jahre lang, Netanyahu. Könntest du mir mal bitte erklären, von wo du diese Scheiße gerade erzählst, weil ich feiere das nicht. Nein, das ist keine Scheiße, das ist einfach nur Realismus und das hat mit Logik zu tun. Es ist keine Logik, du hast dir irgendeinen Scheiß hier ausgedacht und erzählst das. Nein, das ist es einfach. Jedes Mal irgendetwas als Scheiße zu bezeichnen, nur weil du Scheiße gebaut hast, heißt nicht, dass das okay ist. Okay, wenn ihr falsche Sachen gemacht habt, dann müsst ihr auch dazu stehen. Und wenn er als arischstämmischer Perser, Kurde, Iraner, sonst was dahinter steht, dann frage ich mich, hast du dich selber, findest du das okay, dass die das gemacht haben und bis heute feiern? Ich, hallo, wir feiern sowas, ich bitte hör auf mit deiner Propaganda. Ich bin gerade da nicht mit dir am Sprechen, ich bin mit Kian am Sprechen. Nein, nein, warte mal, warte mal, Shire. Bitte. Also ich behaupte, dass du einige Dinge hier durcheinander würfelst, ganz besonders was die Geschichte des Purim-Festes betrifft. Da kann ich einige Dinge, die du gesagt hast, nicht richtig einordnen. Das ist nicht das, was ich gelernt habe. Das ist Gegenstand eines Disputs. Ich kann nicht damit viel anfangen. Ich beziehe mich bei meiner Solidarität für Israel auch nicht auf die Geschichte vom Xerxes I., sondern ich beziehe mich hier darauf auf das gegenwärtige Israel. Und das Purim-Fest ist ein... Ja, aber die feiern das doch. Das Purim-Fest ist genauso ein elementarer Bestandteil der Judenverfolgungserinnerung wie zum Beispiel, dass der oberste Regierungsbeamte des persischen Königs Xerxes I., Hamam, Haman, glaube ich. Hamam, richtig, ja. Dass er aus Selbst... Aus Selbstlust sozusagen die Juden umbringen wollte, ohne dass er die Erlaubnis von Xerxes I. gehabt hat. Genau. Und das ist ein großer Unterschied. So, das heißt, wenn die Juden... Purim heißt ja auch los. Ja, es geht in... Das Wort Purim heißt los, also dieses Losziehen. Und sie erinnern daran, dass dieser Haman, der ist als Stell... Die Juden erinnern daran, dass dieser Haman ein Symbol der lebendigen Judenverfolgung geworden ist. Und ich kenne die Geschichte anders, wie du mir erzählt hast. Und ich würde deswegen auch Hob, weil sie... Ich glaube, die Hob, du bist jüdische Herkunft? Hob? Ja. Ja, gut, okay. Du hast dich so... Ich bin nicht so gut bewandert über das Purim-Fest. Ich habe mich damit beschäftigt ein bisschen, aber ich weiß nicht die ganzen Details. Aber warum hast du gesagt, dass das Bullshit ist? Weil das nicht so ist. Ich kenne mich da auch nicht hundert Prozent aus. Aber das Purim ist ein Fest. Das ist wie Karneval. Und hast du dir hier die Megillat Esther, hast du die dir durchgelesen? Ja, Esther habe ich mir durchgelesen. Ganz genau. Megillat Esther. Dann verstehe ich nicht, was du da verstanden hast. Das, was dort geschrieben war. Das, was ich vorhin erzählt habe. Nee, also meines Wissens steht da was anderes. Ich weiß nicht, was du oder wo du das gelesen hast. Nee, im Buch Esther wird das beschrieben, Hope. Im Buch Esther wird das beschrieben. Da wird dieser... Die Juden, die das Purim-Fest feiern, die erinnern sich an das Buch Esther. Denn dort wird das Verhältnis zwischen der jüdischen Diaspora im Iran und diesen Haman und Xerzik... Genau, der Haman war da drin. Genau, diese ganze Geschichte. Aber ich verstehe jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Also, das war eigentlich ganz klar. Und zwar wird bis heute gefeiert, dass 80.000 Perser abgeschlachtet wurden. Und das ist nicht in Ordnung. Ganz einfach. Und ich frage mich, warum er als für mich Perser, für ihn Iraner, Kurde, warum er dann hinter Israel steht. Weil Netanyahu das selber ja feiert. Wir haben es ja letztens gesehen gehabt, dass er es gefeiert hat. Purim? Ja, Purim. Purim feiern alle Juden. Ich kenne Juden, die das nicht feiern. Also, das ist ein Feiertag. Ja, ihr kennt alle irgendwelche Juden. Ihr habt beste Freunde, die Juden sind und immer dasselbe. Ja, aber jetzt brauchst du uns so relativ. Das ist aber leider so. Nein, aber nicht auf diesem Niveau. Ich bin hier mit Fakten reingekommen. Die Juden haben von diesem Mordkomplott von Haman erfahren. Und sie haben erfahren, dass der genaue Zeitpunkt war, glaube ich, der 13. Adar. Das war wohl so ein jüdischer Kalendermonat. Und da wurde das Los bestimmt, an dem das Massaker an den Juden stattfinden soll. Die Juden haben davon Wind bekommen und sind zum, ich glaube, es war Mordeschei, der ist zu Esther, dem König gegangen. Befall Esther beim König vorzusprechen. Genau. Und da hat er gesagt, damit es nicht zu einem Konflikt zwischen der jüdischen Diaspora und dem persischen Volk kommt, möge er das beauftragen, dass Haman und seine Leute und seine Gefolgsleute und die Beamten alle getötet werden. Und dann wurde diese Menge von 70.000 bis 75.000 ermordeten Perser in den Raum geworfen. Ich erst einmal sage, es ist eine urlange Geschichte. Was davon wirklich passiert ist, bleibt in der Dunkelheit der Geschichte verborgen. Deswegen gehe ich mit Geschichte immer sehr vorsichtig um. Aber Tatsache ist, dass das Purimfest einfach nur daran erinnert, dass die Juden sich gegen den Mordkomplott der Perser gewehrt haben. Nicht der Perser, sondern eines Persers. Haman, der sozusagen willkürlich neben dem König, ohne dass er die Autorität von Xerxes I. hatte, anfangen wollte, die Juden umzubringen. Und die Juden haben sich... Ja, aber wie gesagt, sowohl er wurde, es wurde ja darauf reagiert im Endeffekt. Ja, Lachs, du bist jetzt auch gleich dran. Schiere, du machst jetzt schon seit 20 Minuten. Das waren gerade mal 10 Minuten und ich habe auch mehr zugehört. Aber kein Problem, ist in Ordnung. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Hast du jemanden auf der Liste, der sich damit auskennt? Bestimmt haben wir hier einen Juden, der Ahnung hat. Ich würde ganz gerne an das Gespräch... Nee, erstes Lachs, aber bitte dann Sorgenschein, bitte. Wir haben ihn ja extra hochgeholt, deswegen. Das Gespräch ist in einem Dialog zwischen mir und Lachs zu Ende gegangen und ich möchte daran bitte anknüpfen. Ja, wir knüpfen weiter. Meine Aussage an Lachs war gewesen, dass ich als Deutscher keine türkischen Nationalisten in Deutschland haben möchte. Ich auch nicht. Und ich habe gesagt, dass er keine deutschen Nationalisten in Deutschland haben will. Ich auch nicht. Wenn ein Volk überhaupt das Anrecht hat, in diesem Land nationalistisch zu sein, dann ist das das Volk der Deutschen. Schreibt dir das hinter den Ohren. Ich schreibe mir was hinter die Ohren, was ich möchte, aber ich möchte auch gar nicht auf deinem Niveau quatschen. Wir haben das hier gerade gut hingekriegt. Lass das mal ganz kurz, bitte. Okay, alles dazu. Eben, okay, gut. Kian, hörst du, kurze Ansage. Die MHP, auf die ihr euch beruft, die 1960 gegründet wurde durch Einfach-Pastisch, war durch und durch rassistisch, faschistisch und menschenverachtend. Brauchen wir nicht drüber reden. Und ich hatte dir auch vorhin geschrieben, dass wir uns beide mal bitte unterhalten, weil da gibt es einige Informationen, die ich dir gerne mittragen würde. Und dann würde mich freuen. Eine Sekunde. Ganz kurz. So, der Graue Wolf bezieht sich auf Asena. Ich habe eine Bitte. Du brauchst danach nie wieder was für mich tun. Lese dir bitte die Asena-Legende bei YouTube, ach, bei YouTube, bei Google durch. Das hat nichts mit der MHP zu tun, das, was ich da habe. Das hat nichts mit Erdogan zu tun. Das hat überhaupt 0,0 mit dem Islam zu tun. Sag mal, weißt du, um was mich das erinnert, Lachs? Das erinnert mich immer. Du hörst mich doch ganz kurz so, bitte. Lass mich doch mal ganz kurz so, wenn ein muss, dann kommen und sagt, nein, ein Todesstrafe gibt es nicht. Nein, lass mich bitte ganz kurz ausreden. Hier ihr Kopftuch gibt es nicht, wie du... Lass mich bitte ausreden. Das ist eine Jahrtausend... Du, wenn zu diesem Ergebnis, wenn so viele Graue Wölfe zu einem anderen Ergebnis... Lass mich doch mal ganz kurz... Die Grauen Wölfe, die das auf die MHP interpretieren, ja, haben nichts mit dem, was ich symbolisieren will, zu tun. Asena ist ein Wolf, der ein Kind aufgezogen hat. Das kommt aus der chinesischen Mythologie. Lese dir bitte Asena-Legende durch. Wenn ihr mir aber sagt, dass das Symbol, was ihr seht und die Schrift und alles Mögliche, dass das faschistisch ist, gebe ich euch ab 1960 recht. Ich kann da leider nichts für. Soll ich jetzt meine... Aber was sind die Grauen Wölfe jetzt und gerade das auch hier in Deutschland? Was sind die jetzt? Oh, das geht los. Das sind Faschisten. Und sie sind rechtsradikal. Die Ideologie, die du da vielleicht für dich selber in sich trägst, sehen diese Leute da komplett anders. Und das ist das eigentliche Problem. Guck mal, wir haben uns... Von daher brauchen wir nicht in der Vergangenheit rumbohren, wenn die Realität im Hier und Jetzt komplett anders aussieht. Okay, kann ich bitte mit dem Satz zu Ende reden? Ja, du sagst mal zu Ende, weil wir haben jemanden, der, ich glaube, mit dem Davidstern hier, ich glaube, sie wollte etwas dazu sagen über diese Esther-Geschichte. Ist das richtig so? Genau. Ja, ihr hattet gerade, als ich raus war, hattet ihr mich, keine Faschisten, und ich gebe, guck mal, was soll ich noch mehr machen, als euch recht geben? Okay, wir geben dir diesen, wir geben diesen Vertrauenskredit dir, und du kannst mich kontaktieren hier, und dann kannst du mir Quellen nennen oder Artikel nennen, die ich mir durchlese. Lieben gerne, ich will nur eins klarstellen, bevor man mich als Faschistin stellt, ich kann es ja verstehen, wenn man das nicht weiß, und man sieht die Symbolik, und in Deutschland die Leute auf der Straße, voll und ganz auf eurer Seite, brauchen wir gar nicht diskutieren. So, das hat, was ganz wichtig ist, was die Türken selber nicht wissen, das hat 0,0 mit dem Islam zu tun. Also rein theoretisch, ein Moslem, der sich schmückt mit Bosco-Zeichen, ist rein theoretisch gar nicht informiert, weil der Ursprung hat überhaupt 0,0 mit irgendetwas zu tun. Der Bezug dazu ist einfach eine Legende, ja? Der Wolf hat eine Kurzversion, Kind aufgezogen, Punkt, aus Ende. So, und danach, ja, wurde missbraucht, Schandtaten begreift, aber Kian, da reden wir drüber, äh, Kian meine ich, sorry. Ich bin offen dafür, ich höre mir alles gerne an, ich verschließe mich nicht, ich weiß nur aus Erfahrung, dass die Grauen Wölfe eine fürchterliche Bewegung sind, und deswegen, und deshalb habe ich nicht den Kontext verstanden, aber ich bin jetzt, ich will auch, dass die Leute, die hier sind, jetzt auch bitte nicht weiter auf ihn einschlagen, wir hören uns das an, und dann irgendwann lese ich mich durch, und dann kommst du wieder hoch, und dann lade ich dich ein, und dann können wir darüber reden, über die Untersuchungsergebnisse, die ich gemacht habe. Warte, warte, bevor er geht, bevor er geht, bevor er geht, ich soll noch was ausrichten. Die Partei Bezeli, sagt dir das was, Lachs? Die welche Partei? Bezeli. Nein. Die Partei Bezeli möchte Kurden, da, warte mal ganz kurz, ich habe das extra gefeiert schon, damit ich jetzt auch ja nichts Falsches sage, MHP, Moment, Barzeli, MHP, Barzeli. Die MHP, ja, MHP, und das ist wahrscheinlich eine Untergruppierung. Ich hasse die so sehr, dass ich... So, und was möchte diese MHP? Die MHP operiert im Deckmantel der Operation, sage ich, gegen die PKK. Ich weiß, wie sie drauf sind. Guck mal, ich kann nicht mehr sagen, als ich die verurteile. Ich kann die, was von den 60ern bis wahrscheinlich Anfang der 2000er noch sehr, sehr schlimm war, das habe ich nicht vergessen. Ich aber, und das müsst ihr aber, dafür müsst ihr euch mit dem Ursprung beschäftigen, hat nichts mit der MHP zu tun. Mir wurde gerade gesagt, sie möchte die Kurden aus der Türkei heraushaben. So, und das ist nicht das, was ich vertrete, ja, weil ich habe selber Kurden in meiner Familie. Aber das vertreten die grauen Wölfe. Ja, deswegen Reu. Ja, aber die grauen Wölfe, die Symbolik, ja, die Symbolik entstand, da war die Türkei nicht mal geplant, da gab es sie nicht mal. Ja, aber die Symbolik, wie etwas entstanden ist, hat nichts mit dem zu tun, was die Realität jetzt gerade da sagt. Ja, aber liebe Herren, ich kann nichts dafür. Ich kann natürlich hingehen und sagen, Mensch Junge, das ist mittlerweile seit 40 Jahren zweckentfremdet. Da ist so viel Scheiße mit passiert. Wir machen das doch ein anderes Mal. Wurde doch gerade geklärt, dass wir es ein anderes Mal machen. Ich wollte nur ganz kurz was dazu sagen. Moment, 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 bitte. Lachs, wie gesagt, das Angebot steht. Ich muss jetzt weitermachen, aber keine negativen Kommentare mehr über Lachs. Diese Chance muss man Leuten einräumen. Ich bin offen und wir hören uns das einfach an. Und nächste Mal, die jetzige graue Wölfe-Bewegung in Deutschland ist eine faschistische Bewegung. Und sie verfolgen Kurden in Deutschland. Juden, Armenier und Kurden hassen und daran gibt es nichts zu rütteln. Aber wenn es dahinter einen heidnischen, außerislamischen Kult gibt, der all diese Dinge nicht im Kopf hat, gut, dann werden wir uns das mal anschauen. Schau es dir an. Kann ich dich anschreiben? Ja, ja, kannst du machen. Ich schicke dir ganz kurz, was du nachgucken musst und dann quatschen wir nochmal. Alles klar, alles klar. Vielen Dank dir. Super, haut rein. Ciao, ciao. So, jetzt kommt Israel mit der Israel-Flagge. So, du wolltest nochmal was zu Esther sagen, Purim Fest. Genau. Okay, bitte. Auf jeden Fall, dieser David Stern in meinem Profilbild soll in die rein, du keiner Huren, so in Free Palestine, ich fick deine Toten, du kleiner Bastard. Das ist doch friedlich im Islam. Ja, das ist doch so schön. Ey, und dafür haben wir jetzt das Gespräch unterbrochen. Die machen da sogar eine Fahne. Also wirklich, nein. Das ist unglaublich. Unglaublich. Du, jetzt mal ehrlich, lass uns mal dieses kleine Ghetto-Kind ein bisschen zerreißen. Schau mal. Sie denkt, dass sie jetzt unglaublich cool rübergekommen ist. Aber in Wirklichkeit hat sie sich jetzt vor 854 Menschen zum Löffel gemacht. Und wir alle wurden wieder bestätigt, wie viele Deutsche sind hier in diesem Livestream. Deutsche und unsere Freunde, nicht-bio-deutschen Freunde, die auf unserer Seite sind. Die jetzt alle den Kopf schütteln und sagen, was für ein kleines, verwahrlostes Mädchen. Also, ja, schaut euch mal an, was sie macht. Ist das nicht lächerlich? Ich frage mich immer, macht sie das vor ihren Eltern? Redet sie vor ihren Eltern auch so? Oder haben Mama und Papa ihr das beigebracht? Ich glaube nicht mal. Ich glaube wirklich, dass meine Eltern hier voll eine reinhauen, wenn sie so reden würde. Hallo, hallo, mein Lieber Kian. Ja, ja, Abo-Bar-Kian. Also, das war gerade nicht in Ordnung, der hochgekommen ist und beleidigt hat. Der kann gar nicht argumentieren. Das war eine Frau. Ja, nee, das war ein Kind, muss ich... Ja, das war ein kleines Mädchen. Das hat man eindeutig gehört. Nee, das war auch kein Mädchen. Ich glaube, das war ein Junge, der in der Pubertät war und hat beleidigt. Das hat man eindeutig gehört. Ich habe jetzt eine Frage, eine ganz sachliche Frage und eine sachliche Antwort, bitte. Ich bin ein Moslem und wir reden sachlich. Ich habe mir das jetzt genug angehört. Ich habe jetzt eine Frage. Wir führen jetzt sehr, sehr, wir haben sehr, sehr viele Kriege. Sehr viele Kriege haben wir doch, oder? Sehr viele Kriege. Wie viele haben wir denn? Wie viele Kriege? Ich rede gerade, bitte, ganz kurz mit den Herren. Ja, was sind sehr viele? Ganz kurz, bitte. Ganz kurz, bitte. Ich bin noch nicht fertig, dann kannst du antworten. Ich rede ganz mit dir. Ich rede mit Kian. Deswegen bin ich hochgekommen. Kian, wir haben sehr viele Kriege auf dieser Welt. Ich rede nicht vom Moslem, vom Christen, von aller Welt, von überall. Gibt es mindestens über 100 Kriege. Reicht das nicht? 27. Ganz kurz, 27, die hier im Bildschirm bei dir angezeigt werden, aber im Hintergrund sind über 100 Kriege. Ganz kurz, bitte. Deswegen, du hast keine Kenntnis. Und nochmal, ich rede mit Kian. Aus Respekt, bitte. Nee, Abo, Abo, was ist das denn für ein Blödsinn? Bei 200 Ländern, das heißt ja, jedes zweite Land wäre im Krieg auf der Welt. Was erzählst du für einen Scheiß? Dann geh dich informieren und nicht einen Scheiß. Nein, ich geh mich informieren. Jedes zweite Land wäre im Krieg. Sag mal, Abo, sag mal, rallst du überhaupt, was du das für einen Scheiß erzählst? Es gibt 27 bewaffnete Kriege auf dieser Welt. Was soll das? Warum kriegst du mich so an? Aber Abo Backe, wenn du das sagst, dann wird es mehr viel als es Völker gibt. Ich habe gerade höflich und nett gesprochen. Ja, aber wenn du höflich und nett sprichst, ist es trotzdem scheiße, was du gesagt hast. Ich habe hier gerade höflich und nett gesprochen, ja, um mich anzugreifen. Okay, Abo Backe. Wir hören uns alle zu und jetzt werden wir sehen, wer im Recht liegt. Ich greife mich einfach an, sehr aggressiv. War du lübsch. Und wieso streichst du hier zu aggressiv? Ich habe dir nur gesagt, dass du scheiße erzählst. Ey, bitte nochmal, Kian, Kian, bitte. Ja, ja, bitte. Mach mal sachlich. Wir bleiben höflich. Okay. Okay? Wir respektieren uns. Alles klar. Danke. Boah, wie aggressiv die sind. Nochmal. Wir haben sehr viele Kriege auf der Welt. Wie viele ist ja auch egal. Sehr viele. Unendlich. Allah. Meine Frage ist, kannst du mal den Sabbel halten? Unendlich. Ich rede mit Kian. Danke. Abo, mach weiter. Wir haben sehr viele Kriege auf dieser Welt und ich wollte nur fragen. Wir haben auch sehr viele Kriege hier im Netz. Bis wohin soll das führen? Wir führen doch die Kriege noch weiter. Na, bis zum 400. Krieg. Oh, ey. Ja, bitte. Abo, Abo, Backe. Okay. Ich habe verstanden, worauf du ihn hast. Kannst du mit mir sprechen? Haben die Respekt hier vor deinem Live? Ja, deswegen sage ich... Der soll den Sabbel halten. Okay, deswegen übernehme ich das jetzt auch. Danke. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann meinst du so viel wie... Wir haben schon so viele Konflikte auf der Erde. Wieso stehen mit dir da auch noch Konflikte hier? Warum machst du denn... Genau. Okay. Ob ich nun hier sitze oder nicht, der Konflikt existiert. Was tue ich denn, außer dass ich mit Menschen rede und versuche... Ich rede nicht von dir. Ich rede von denen, die zwei Sabbler, die mich gerade angegriffen haben, unhöflicherweise. Red doch mal nicht so aggressiv. Bleib doch mal ruhig. So eine Menschen, die du hier hochholst, das sind Menschen, die Fitna machen. Du machst keinen Fitna. Abo. Nein, du hast über Lügen erzählt. Und wer Lügen erzählt, weil du lügst. Weil du lügst. Freunde, Freunde, Freunde. Ja, bitte, Kian. Ich bin doch höflich. Respekt von hochgekommen. Deswegen sage ich auch den anderen, die jetzt hier... Das sind Menschen, die mit uns Kriege finden. Guck mal, auch wenn du ein Jude bist. Du hast mich nicht angegriffen. Allah. Ey, halt. Ey, kannst du den mal stummen, bitte, Kian? Leute, bitte. Was ist das für ein Horst? Habt ihr deine Eltern kennenzulernen? Roll, roll. Ich nehme dich jetzt mal kurz runter. Freunde, Abo Bakke kommt völlig normal rüber. Ich bitte euch. Ey, ich bitte. Danke, Kian. Ihr kennt Abo Bakke, eine Sekunde. Ihr kennt meine Spielregeln. Wenn jemand in Ordnung rüberkommt, nicht spinnt, dann gibt es keinen Grund, in die Offensive zu gehen. Danke. Bitte, gib ihm eine Chance, jetzt das zu sagen und gib mir auch an... Kian, gerne. Kian, gerne. Aber man muss auch mal erwarten. Wenn er etwas sagt, da muss man auch drauf eingehen. Ich möchte mit diesen Menschen nicht sprechen, Kian. Mit dir. Du bist eine höfliche, nette, sachliche Person. Mit die kann man nicht sprechen. Die führen Kriege. Okay. Die zerstören dein Leib. Die zerstören dein Krieg. Abo, Abo, bleib doch jetzt bitte sachlich. Du kannst ja sachlich bleiben. Bleib doch bitte sachlich und rede jetzt mit Kian. Okay, Abo. Bitte nicht. Danke. Abo, 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 Abo. Schau mal. Ja, bitte. Kann ich dich Abo nennen? Bitte, sehr gerne. Geht einfach leicht darüber als Abo Bakke. Bitte, sehr gerne. Okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du willst sagen, Leute, hört doch auf. Versucht lieber Gemeinsamkeiten zu finden als das. Wie soll das gehen, wenn sich in einer Weltanschauung wie dem Islam oder in anderen extremistischen Gruppen so viele schlechte Elemente befinden, dass die Voraussetzungen für ein gutes Miteinander gar nicht gegeben sind. Das ist meine Frage, wenn ich mal höre, können sich Juden und Muslime nicht vertragen? Selbstverständlich könnten sie. Aber was steht denen im Weg? Ich sag dir das, Kian. Kian, das Problem ist, wir beide, guck mal, wir können uns lieben, Freunde sein, höflich, nett, respektieren. Das machen wir ja gerade. Wir Menschen müssen uns mehr lieben. Das Problem ist, wir reden mehr über Glaube. Lass doch die Glaube zur Seite. Lass uns doch Mensch sein. Aber Aboubakia, der Glaube ist zum Beispiel ein trennendes Element. Es verbindet nicht. Das ist richtig. Aber das kann uns doch mehr verbinden. Das kann uns doch mehr verbinden. Wenn die mich so, die zwei hier attackieren, genau das ist der Beispiel, Kian. Kian, hör mir mal zu. Weißt du, wie viele Juden und Palazinenser, die sich lieben? Aber es gibt immer diese paar Leute, diese paar Leute, wie du die liebst. Abou, sorry, aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Das ist eine Minderheit. Das stimmt nicht. Das ist eine Minderheit, die Fitna macht. Wir lieben uns nicht. Das ist eine Minderheit, die Fitna macht. Das ist eine Minderheit, die Fitna macht. Und dann strapaziert sich das übers ganze Land. Aber wir lieben uns nicht. Abou, Baka, ich habe mal eine Frage an dich. Schau mal, der Islam kennt doch in seinem gesamten normativen Bestand keine Gleichberechtigung zwischen den gläubigen Muslimen und den ungläubigen. Was sagst du dazu? Da antworte ich dir. Da antworte ich dir. Jetzt erwähnst du eine ganz kleine Minderheit. Eine Minderheit vom Muslimen. Ich kann dir auch sagen, Christen, Juden, Muslime, ich kann diese Buddhisten. Das ist eine Minderheit. Eine Minderheit, die sich attackiert. Die sich attackiert, die können wir uns gar nicht mehr lieben. Abou, kannst du bitte nicht schreien? Abou, Baka, ich habe mich gerade auf den Koran und die Sekundärliteratur bezogen. Genau. Können wir nicht Mensch bleiben? Mensch, Mensch bleiben. Mehr Liebe. Mehr Liebe, Zusammenhalt. Mehr Liebe, Zusammenhalt. Aber du kannst doch von mir und den anderen nicht erwarten, dass sie zum Beispiel eine bestimmte Sympathie gegenüber weltanschaulichen Aspekten hat, die absolut katastrophal ist. Da gebe ich dir recht. 100 Prozent. Aber warum können wir uns gerade respektieren? Warum können wir gerade miteinander sprechen? Wir müssen doch nicht über das Glaube bekämpfen, Kian. Müssen wir gar nicht. Ich weiß, aber weißt du, warum das so einfach ist? Ich habe zwei... Ja, weil es eine Minderheit gibt. Es gibt eine Minderheit. Schau mal, ich habe zwei Thesen dafür. Die eine These ist, dass du so lax mit dem Islam umgehst, dass dich die kritischen Stellen im Koran und in der Islamliteratur einfach nicht interessieren. Ja, aber der andere ist, dass du einfach ignorierst. Du weißt, was du im Koran bist. Nein, nein, nein. Lass ihn doch bitte aussprechen. Abu, lass ihn bitte aussprechen. Das ist das, was ich meine. Was ich damit meine ist, dass du ein guter Mensch sein kannst. Du kannst vielleicht besser sein als der Islam und deswegen möchtest du auch mit Juden gut zusammen und gut auskommen. Mit alten Menschen. Ja, aber wir reden ja jetzt über Israel, wir reden jetzt über die Juden, wir erleben jetzt, was die Juden erfahren. Wir reden jetzt nicht über alle Menschen, wir reden jetzt ganz speziell... Die Christen haben mehr gelitten. Nein, die Juden haben am schlimmsten gelitten in der Geschichte der Menschheit. Es gibt kein Volk, das so durch die Geschichte gejagt worden ist von weltlichen und religiösen Antisemiten wie die Juden. Durch die Deutschen. Nein, da darf man sagen. Durch die Deutschen. Durch die Deutschen, durch andere Völker, durch andere Religionen. Wir haben gelitten, haben kein Land, wurden vertrieben durch die Deutschen. Da fangen wir schon mal an. Ja, da fangen wir schon mal an. Schau mal, was ich damit sagen will ist, was ich damit sagen will ist... Ja, bitte. ...dass der Koran genug, genug, ähm, Sprengstoff bereithält, um den Juden das Leben in dieser Welt schwer zu machen. Okay, darf ich dir jetzt bitte drauf nur antworten, das ist eine Minderheit, die den Koran liest, was der Koran gar nicht sagt. Gut, Moment, 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 Warte, 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 Warte. Ich möchte dem ein bisschen entgegenkommen, okay? Moment, ich will dich fragen, ob du mit diesem Koranvers einverstanden bist, okay? Sure 5, Vers 60. Soll ich euch kundtun, was als Belohnung bei Allah noch schlechter ist, diejenigen, die Allah verflucht hat und denen er zürnt und aus denen er Affen und Schweine gemacht hat und die falschen Göttern dienen. Diese befinden sich in einer noch schlechteren Lage und sind noch weiter vom Weg abgehört. Dieser Koranvers beschreibt die Juden und die Christen als Affen und Schweine. Denn hier steht, die Allah verflucht hat, sind die Juden und denen Allah zürnt, sind die Christen und aus denen hat er Affen und Schweine gemacht. Er hat aus zwei Religionsgemeinschaften, Moment, aus diesen Religionsgemeinschaften, den Juden und Christen, hat Allah nicht einfach nur bildlich sie zu Affen und Schweine gemacht, also unmoralisch gemacht oder so. Wir sagen ja manchmal, du bist ein richtiges Schwein, aber wir wissen, dass du kein richtiges Schwein bist. Aber die Koranexegesen, also die Leute, die diesen Koranvers deuten, die haben gesagt, Allah hat sie wirklich in Affen und Schweine verwandelt. Das bedeutet, hier hat der Gott des Koran die Juden enthumanisiert, entmenschlicht und hat sie zu Tiere gemacht. Und wenn man Menschen zu Tieren macht, dann ist die nächste Stufe, dass man mit ihnen alles machen kann, weil sie ihre komplette Menschlichkeit und damit ihre komplette Existenzberechtigung verloren haben. Wie kann man mit solchen Versen erleben, wenn auf der ganzen Welt in Moscheen jedes Mal, ich habe das jetzt ganz gut verfolgt seit dem 7. Oktober, seit die Hamas Israel überfallen hat. Ich habe sehr viele Moschee-Predigten gehört, von Indonesien bis Kairo bis Jordanien bis in die USA und England, haben die Leute Reden gehalten in der Moschee, wo sie gesagt haben, die Nachfolgen, die Nachfahren der Juden sind heute Affen und Schweine und so weiter und und so fort. Das heißt, die Muslime adaptieren die Sprache des Koran und erniedrigen die Juden. Das ist ein abscheuliches Produkt dieses Buches, das sich Koran nennt. Und deswegen, es ist nicht die Minderheit, es steht im Buch und die Muslime haben es zu befolgen. Der Islam ist nicht friedlich. Also da antworte ich dir, Herr Lieber Kian, da antworte ich dir, wenn du kein Kenntnis hast, du musst eigentlich Kenntnis davon haben, dass sehr viele... Ich habe einen Ex-Muslim, ich war praktizierend. Da warst du Moslem, da musst du auch wissen, subhanallah, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen, dass sehr viele Menschen heutzutage das Buch interpretieren, wie sie das möchten, lesen, wie sie das möchten und bringen... Es steht schwarz auf weiß, da kann man es nicht vergessen. Aber mein Freund, aber dieser Koran-Vers, kannst du zurückgehen zu den frühesten Koran-Exegesen, Ibn Abbas, Ibn Kathir und so weiter und so, Al-Jalalain, die haben alle diese, die sind alle drei, vierhundert Jahre nach dem Tod des Propheten gekommen und haben den Koran exegiert. Also, wenn du sie sprachst, respektiere Taurat, Al-Anjil, weißt du das, Al-Taurat, Al-Anjil, Al-Taurat und die Bibel. Ja, ich weiß. Richtig. Ich respektiere sie und werde nie über sie sprechen als Moslem. Niemals schlecht. Niemals. Das sagt mein Glaube, Kian. Nein, das sagt dein Glaube nicht. Nein, das sagt dein Glaube nicht. Aber erstens, Abo, soll ich dir sagen, was der Koran über die Juden und die Christen sagt? Betest du? Machst du dein Salah? Kian, ich bin ein Moslem, ich gehe aber nicht, ich lebe nicht nach dem... Nein, betest du? Machst du dein Salah? Nein, mache ich nicht. Nein, nein, bin ich ehrlich. Dann kannst du vielleicht nicht wissen, dass die Sura Al-Fatih hat, die wichtigste Sura, die jeder Muslim lesen muss, damit überhaupt sein Gebet angenommen wird, dass in Sura Al-Fatih, im Vers 6 und 7, die Muslime sich immer wünschen, nicht wie die Christen und die Juden zu sein. Rai Reh el-Marudu bi alayhim wa la volin. Richtig. Und wir uns nicht auf den Weg der, die irre gegangen sind. Und die irre gegangen sind, die Christen und die, die den Zorn erregt haben, sind die Juden. Das heißt, du betest, die Muslime beten 17 Mal am Tag bei ihren fünfmaligen Gebeten. Nur bei den fünf Hauptgebeten bieten sie 17 Mal zu Gott und sagen, bitte Allah, mach mich nicht zu den Juden und den Christen, weil die Juden sind verflucht und die Christen sind irre gegangen. Die sind irre geleitet. Natürlich sind sie verflucht für uns, aber trotzdem, aber das gilt doch auch für dich so. Was heißt dann Lana? Was heißt Lana? Lana. Ja, Lana, natürlich. Lana Allah ala Beni Israel. Und ich sage, verflucht sei die Israel. So, Kian, jetzt gehe ich aber wirklich schlafen. Ich wünsche eine gute Nacht. Warte eine Sekunde, bitte eine Minute. Eine Minute. Ich will nämlich noch was sagen zu dir. Moment, bitte nicht gehen, nur eine Minute. Ich weiß, du bist super müde und ich werde es auch kurz, dann hier kurz halten. Was ich nur damit sagen will, ist, Abu, dass der Koran schon die Grundlage für diese Spannung liefert und niemand anderes. Das heißt, die Juden, wenn da drinnen nicht ständig Angriffe gegen Juden und Christen wären, würden Juden und Christen sich ganz anders gegenüber den Muslime verhalten, als jetzt in dieser Situation. Genau. Und deswegen, der Koran ist eine einzige Kampfansage an andere Religionen. Und das ist der Grund, warum es Feindschaft gibt. Und nicht, weil Abu Ärger macht mit Juden oder Christen, sondern weil dein Buch damit Ärger macht. Das ist das. Das ist, Kian, da antworte ich dir lieben gerne. Ich kreife dich schon. Okay, aber Abo, aber Entschuldigung, Abo. Sehr gerne. Ich muss an dieser Stelle leider abbrechen und ich würde gerne... Nur eine Antwort bitte, Herr Kian. Okay. Ja? Okay. Im Endeffekt werde ich hier gar keinen angreifen. Es ist, lakum dinikum wal yadin. Kennst du das auch? Ja, Sura al-Kafirun. Barakallah. Und das sagt mein Glaube. Lakum dinikum wal yadin. Im Endeffekt ist es, an was du glaubst und was du machst, ist für dich überlassen. Und was ich glaube und was ich mache, ist mir überlassen. Aber das Problem, das ist nicht so. Okay. Es gibt Menschen, die sich bekämpfen. Es ist eine Minderheit. Alles klar. Das habe ich so zur Kenntnis genommen und ich danke dir auch dafür. Und vielen Dank, dass du deine Sprache kontrolliert hast und dass du nicht unhöflich warst, wie so viele andere hier. Und recht herzlichen Dank. Dir auch. Ja, Abo, recht herzlichen Dank, mein Freund. Ciao. Danke dir. Ja, hallo. Also was ich gegenüber Abo glaube, ist, dass er den Koran, dass er lebt den Islam nicht und deswegen nehme ich ihm das auch ab. Es sind die schrifttreuen Leute, die sich so schrecklich unmenschlich verhalten. Und deswegen redet er auch anders, weil er mit der Schrift nicht viel in Berührung gekommen ist. Löwenherz, Entschuldigung, Hakan, bevor wir weitersprechen. Löwenherz, könntest du vielleicht nochmal so ein bisschen pushen? Ich kenne nie, wie man den Stream noch richtig schön hoch pushen kann. Kannst du das nochmal irgendwie machen? Vielleicht die Kommentare aus. Bitte? Die Kommentare aus. Leute, also guck mal, pass mal auf. Wir haben es die ganze Zeit so super geschafft. Kian macht das jetzt hier. Das ist die Freizeit, die Kian macht. Das ist für euch. Und wenn ihr mehr Streams sehen wollt wie diese, weil das ja natürlich sehr schön ist, weil das gerade echt gute Diskussionen sind, weil euch das Spaß macht. Also zeigt mal ein bisschen Liebe. Ihr müsst nichts spenden. Macht einfach ordentlich Likes, teilt den Stream und somit kommt das nach oben. Zeigt alle die Wertschätzung Kian gegenüber und demnächst oder die Tage ist dann Kian bei mir auf dem Live und wir machen das dann auch mal umgekehrt. Also wie gesagt, ich bin auch bei Kian immer wieder gerne. Genauso geht das. Guckt 3.000 Likes in 5 Sekunden. Also Leute, zeigt ein bisschen Liebe, unterstützt Kian. Und macht einfach mal 320.000 Likes jetzt in den nächsten 3 Minuten. Ihr schafft das zusammen als Community. Und noch was, was mir tatsächlich persönlich sehr wichtig ist. Oben neben Kians Namen rechts ist das gelbe Herz. Das ist ein Coin, wenn ihr das machen würdet. Dadurch sind die Streams, wenn ihr die startet, immer direkt mit viel mehr Zuschauern. Wenn ihr ins Team kommt, das kostet nichts und ihr könnt das machen, ihr könnt alle ins Team kommen. Also Leute, zeigt Kian die Wertschätzung, klaut alle für ein Coin das Team Herz und das wäre super. Also Leute, macht das. Kian, ich verabschiede mich, mein Lieber. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Da ich keine Ahnung von TikTok habe, war das nochmal eine korrekte Ansage. Ja, guck mal, jetzt kriegst du auch ordentlich. Das ist doch gut. Wunderbar. Recht herzlichen Dank an die Freunde, die hier was schicken. Vielen Dank, recht herzlichen Dank. Gute Nacht, Löwenherz. Ja, vielen Dank. Freunde, ich habe Moderatoren hier, die seit fünf Stunden hier dabei sind. Ich würde sagen, Hakan und Marvin sind die Letzten, die jetzt noch was sagen können. Und dann beende ich auch den Stream und bedanke mich bei allen Leuten, die Gifts geschickt haben. Ich bin nicht wegen der Gifts hier, aber ihr habt sie geschickt von alleine. Recht herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass ich dann auch bald wieder in den Livestream gehen kann mit Löwenherz und dann legen wir richtig los. Ja, und selbstverständlich Leute wie Nadia zum Beispiel werden gesperrt. Ja, so kleine Mädchen, die eine Mülltonne neben einer israelischen Flagge machen. Das dulde ich bei mir nicht. Und ich danke allen, Chelebi und die Leute, die was hier geben. Recht herzlichen Dank. Wenn ich immer so mache, dann nehme ich das immer alles total zur Kenntnis. Vielen Dank. Hakan, schieß los. Erstmal danke, dass du hochgeholt hast. Und ich habe eigentlich nur eine ganz kurze Frage und dann bin ich schnell wieder raus. Ja, okay. Wer ist von euch gläubiger, praktizierender Christ? Ich nicht. Du bist kein Christ. Vielleicht der Marvin? Ich bin Agnostiker. Nicht enttäuschend. Marvin auch kein Christ. Ich auch nicht. Ich bin Agnostiker. Ach so, ja gut. Dann, ja. Ja, was wolltest du sagen? Ich wollte eigentlich fragen, was eure Meinung ist. Dazu ist, dass die Kirche in Palästina bombardiert wurde. Widerlegt. Widerlegt? Ja, ich widerlegt. Es gab eine, es wurde behauptet, dass eine sehr alte orthodoxe Kirche bombardiert wurde. Ich bin auf die Webseite dieser Kirche gegangen, auf Facebook und auf ihrer Webseite im Internet. Und dort hat der, die Verantwortlichen dieser Kircheninstitutionen gesagt, nein Leute, das stimmt nicht. Unsere Kirche wurde nicht bombardiert. Ich bin direkt auf die Webseite gegangen. Okay, weil ich habe... Der Name fällt mir jetzt zu der Kirche nicht ein, habe ich mich nicht eingeprägt. Finde das nochmal heraus, Kirchenbombardierung. Gehe auf die Webseite, auf die Diözese, die die Kirche dort leitet und du wirst sehen, es wurde keine Kirche angegriffen. Das war Palliwut-Propaganda. Ich habe nämlich Bilder im Internet gesehen. Ja, ja, schau mal. Es ist in allererster Linie ein Propagandakrieg, Haka. Auf beiden Seiten. Ich sage nicht, dass Israel immer sauber arbeitet. Aber warum sollte man in so einem Krieg, es ist sowieso ein Propagandakrieg. Wenn man sich ansieht, wie viel Sympathie Israel für seine Verteidigung hat, wenn Massenmörder über ihr Land herfallen, dann wundert es mich nicht, dass Israel sich vielleicht nicht an Spielregeln hält. Aber trotzdem, ich habe nachgeguckt, weil ich mir nicht angehört habe, welche Kirche war das. Und wenn du ein Gerücht streust, dann ist es völlig egal, ob das Gerücht war oder nicht war. Es ist erst mal im Raum. Und wenn es im Raum ist, dann bedeutet das, dass man es nie wieder wegbekommt. Und dann kann man sagen, was man will. Ich bin direkt auf die Webseite gegangen. Ich versuche immer, auf die Quelle zu gehen. Dann bin ich auf die Webseite dieser Kirche gegangen. Und die haben ausdrücklich gesagt, Leute, nein, wir wurden nicht angegriffen. Punkt. Ach so. Okay, jawohl. Ich habe das gehört. Und dann habe ich mich informiert. Ich habe recherchiert. Und ich habe Trümmer gesehen. Ja, okay. Alles klar. Dann euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Recht herzlichen Dank, dass du gefragt hast. So, dann kommt der Marvin dran. Recht herzlichen Dank. Marvin. So, moin erst mal zusammen. Ist ja schon nach irgendwo. Genau. Ich bin durch verschiedene Lives inzwischen. Und es klingt immer so eine Sache mit, dass man sich für eine Seite entscheiden muss. Ich habe da nochmal so ein bisschen eine andere Meinung. Ich bin weder für Israel noch für Palästina. Ich bin gegen die Hamas. Also ich trenne die Hamas und Palästina ganz klar voneinander. Es wurden gerade in der, wenn man sich seit der Gründung Israels das Ganze anguckt, denke ich, es wurden Fehler auf beiden Seiten gemacht. Und es wurden viele Möglichkeiten oder viele Möglichkeiten, wo man das Ganze hätte verhindern können, dass es jetzt wieder mal so weit gekommen ist, dass diese Chancen einfach verstrichen wurden. Weil Extremisten auf beiden Seiten, weil Extremisten auf beiden Seiten das nicht wollten. Marvin, Entschuldigung. Das heißt, was soll die Israel tun? 1.400 ihrer Bürger wurden abgeschlachtet. Die Grenze wurde durchbrochen von 1.000 Milizen, Anhänger. Und was danach passierte, es liegt nur noch in der Verantwortung der Hamas und des palästinensischen Volkes und nicht in der Verantwortung der Israelis. Die Israelis haben das als eine Kriegserklärung empfunden. Was glaubst du, wenn Holland mit 1.000 Soldaten über die deutsche Grenze gekommen wäre und hätte 1.400 Bürger abgeschlachtet? Das wäre eine Kriegserklärung gewesen. Besonders, wenn es sich um die Offiziellen von Holland gehandelt hätte, nämlich 1.000 holländische Soldaten. Und das war so. Die Hamas repräsentiert den Staat im Gaza. Und das ist der Grund, warum jetzt alles so eskaliert. Es ist nicht die Schuld der Israelis, dass so viele Menschen auf der Seite der Palästinenser sterben. Es ist die Schuld der palästinensischen Regierung unter Hamas und dem Volk, das zu 77 Prozent die Hamas gewählt hat. Sie müssen die Verantwortung tragen und die Konsequenzen dieses Konfliktes. Thian, ich habe mich auch seit der Gründung bezogen. Nicht auf das, was nur jetzt ist, sondern auf insgesamt die Hamas ist ja nicht von Anfang an dabei gewesen. Auch du sagst von der Staatsgründung Israels. Bei der Staatsgründung Israels ist im Grunde genommen gar nichts schief gegangen. Die Juden sind da hingegangen. Sie sind höflich zum letzten osmanischen Herrscher gegangen, Abdul Hamid, und haben gesagt, Entschuldigung, wir wissen, dass du Kontrolle hast über die Gebiete in Judäa, also im heutigen Israel, und verkaufst du uns die Gebiete. Hat er gesagt, nein, mache ich nicht. Dann ist das Osmanische Reich zusammengebrochen. Aber bevor das Osmanische Reich zusammengebrochen ist, haben die Osmanen gesagt, bitte übernehmen Sie dieses Gebiet, wir können es nicht mehr kontrollieren. Dann haben die Briten dieses Gebiet übernommen und haben, also der Völkerbund hat es im Grunde genommen, der frühe Völkerbund, der eigentlich nichts anderes ist als die Vereinten Nationen heute. Damals hieß es noch der Völkerbund. Und der Völkerbund hat diese Kontrolle über dieses Gebiet übernommen, hat es aber dann wieder den Briten gegeben, die damals als Kolonialherrn einen ziemlichen großen Einfluss im Nahen Osten hatten. Rechtzeitig, danke, Samo. Und in dieser Zeit haben die Juden schon damals, 1880 bis 1948, diesen Plan verfasst, eine geistige und körperliche und physische Heimstätte für das jüdische Volk zu holen. Und das ging alles deshalb vonstatten, weil Theodor Herzl, der Gründer des Zionismus, erkannt hat, dass die Juden in den aufkommenden modernen Staaten, wo sich die Staaten gegründet haben langsam, ja, der französische Staat, das waren ja alles Fürstentümer und Kaiserreiche und so weiter und so fort. Als die Nationalidee aufkam, haben die Völker in Europa und besonders in Russland erkannt, dass die Juden ein Störfaktor sind. Der Antisemitismus gegenüber den Juden hat zugenommen. Und das war für Herzl erkennbar. Und deswegen hat er gesagt, wir müssen die Juden aus der Schusslinie dieser Nationalbildung ziehen. Und wir müssen sie rausholen, weil die Völker in Europa wollen irgendwie mit den Juden nichts zu tun haben. Der alte christliche Antisemitismus, der da aufkommt, der weltliche Antisemitismus, der religiös inspirierte Antisemitismus, hatte den Juden in Europa schwer zu schaffen gemacht. Und das ist der Grund, warum Theodor Herzl die Idee vom Zionismus hatte. Zurück zum Kernland, zum Geburtsort der Juden. Als das passiert ist, sind die Juden zu Abdelhamid gegangen, dem letzten Sultan des Osmanischen Reiches, und haben ihn nach Land gefragt, können wir das kaufen? Die Juden sind nicht gekommen und haben gesagt, wir besetzen das einfach. Sie haben gesagt, können wir kaufen. Abdelhamid hat gesagt, das habe ich auch gar nicht behauptet. Nein, nein, warte mal, das Wichtigste kommt jetzt. Sie haben Nein gesagt. Gut, dann haben sie gesagt, alles klar. Es hatte noch mindestens 50 Jahre gedauert, bis sie syrische und libanesische Großgrundbesitzer in dieser Region angesprochen haben, ob sie das Land kaufen können. Und da fing es an, die Juden, äh Quatsch, die Libanesen und die Syrer haben freiwillig einen Großteil des Landes an die Leute verkauft. Das heißt, die Israelis sind nicht als Besatzer gekommen, sie sind als Grundstückskäufer gekommen und haben einen Großteil dieses Landes gekauft. Ja, und die Araber haben gemerkt, dass durch den Kauf immer mehr Juden aus dem Ausland kommen und das war für sie ein Problem. Und so fing der Problem an. Ich sehe hier nicht Probleme auf beiden Seiten. Ich sehe die Araber, die sich nicht ertragen konnten, dass die Juden wieder zu ihrer Heimstätte zurückkehren wollten. Und die Araber, die sich dagegen gewehrt haben, weil sie von einer großen arabischen Einheit geträumt haben. So, da ist das Problem. Ich sehe hier kein Problem auf beiden Seiten. Beiden haben Mist gemacht. Ich glaube das überhaupt nicht. Also würdest du sagen, wenn Selbstmordattentäter aus Israel sind? Es gibt keine Selbstmordattentäter aus Israel. Es sei denn, du meinst die Siedler, zum Beispiel Baruch Goldstein, der bei der Gebetsstätte von Abraham den Patriarchen dort 29 betende Muslime umgebracht hat. Er war ein Terrorist. Er war ein Fanatiker. Aber wie viele Selbstmordattentäter gab es unter Juden? Das ist totaler Quatsch. Ich weiß nicht, wie viele Selbstmordattentäter es unter Palästinenser gegeben hat. Alleine 2020 wurde Israel 300-fach aus dem Gaza angegriffen. Immer mit Tote und Verletzte. Attentate. Araber, 20.000 Araber hatten eine Zugangsberechtigung zu Israel. Die sind von Gaza rausgefahren mit einem Messer in der Tasche und haben Leute im Bus kalt gemacht oder sich in die Luft gejagt. Es gab unzählige Angriffe und es gab einige durchgeknallte jüdische Siedler, die ich verabscheue für ihren Fanatismus, die Palästinensern das Leben schwer gemacht haben. Aber auf der anderen Seite ist es Tatsache, dass der Attentatstourismus aus dem Gaza oder aus den palästinensischen Gebieten kommt und nicht umgekehrt. Das widerspreche ich dir auch nicht. Was das tut, ist ein Fakt. Die Hamas wurde auch von etlichen Ländern als terroristische Vereinigung anerkannt. Zu Recht. Ja, definitiv. Es gibt einige, die sagen, es ist immer noch so, sie sind keine. Bestimmt nicht. Was ich damit sagen will, ist, dass es eine verschwindend kleine Gruppe von Juden gibt, die durchgeknallt sind aufgrund ihrer religiösen Einbildung und haben andere Menschen ermordet. Zum Beispiel Muslime. Ja, es gab Extremisten auch auf israelischer Seite. Selbstverständlich. Die Menschen, die total durchgeknallt sind und Arabern ihre Olivenhäine zerstören und ihre Plantagen und die aus ihren Häusern vertreiben, bin ich extrem dagegen. Extrem. Ja, deswegen sage ich das. Ja, und ja, ich kann nur sagen, ich bin nicht für alles, was in Israel passiert, aber ich bin für das Existenzrecht Israels als Nicht-Jude und als Kurde und ich unterstütze die Idee, dass die Juden ein geistiges und ein körperliches Zuhause brauchen, weil sie in der Welt durch den Antisemitismus und die Stigmatisierung, die sie durch die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende gejagt haben, dass es endlich einen Frieden findet. Und die Juden können sich einfach nur unter sich wohlfühlen. Und deswegen haben sie eine Heimstätte für sich gebaut in einer Zeit, in einer Region, in der es Syrien, Jordanien, Libanon und Irak und die arabischen Golfstaaten noch gar nicht gegeben hat. Die wurden alle zwischen den 40er und 50er Jahren oder beziehungsweise zwischen den 30er und 50er Jahren gegründet. Fertig. Ja, die gab es alle gar nicht. Jordanien ist 1958 entstanden. Deswegen, sie haben die Gelegenheit genutzt, die Nationalstaaten wurden gebildet und dann haben sie gesagt, gut, dann bilden wir einen Nationalstaat dort. Ich spreche Israel auch nicht das Recht ab, seinen Staat zu haben. Nein, das meine ich nicht. Ich meine nur, sie sind nicht aus heiterem Himmel da gekommen in eine fremde Region. Sie sind in eine Region gekommen, mit der sie 3700 Jahre lang Geschichte geschrieben haben. Das ist nicht so. Deswegen sagen die palästinensischen Extremisten und die Demo-Schmachköpfe da draußen, sagen immer, die sind Russen und Polen. So what? So what? Wenn ein Araber in Deutschland in der fünften Generation, in der zehnten Generation lebt, wird er sich trotzdem noch als Araber identifizieren. Und wenn ein Jude in die Diaspora gejagt worden ist von diesem Gebiet aus und musste nach Russland gehen oder musste von dort gehen wegen Pogrome und Verfolgung, dann bleibt er trotzdem noch Jude aus Judäa oder aus anderen Gegenden. Deine Frage, wenn man sich die Geschichte der Welt anguckt, gibt es leider eine Konstante, die immer wieder auftaucht, wenn die Kacke am Dampfen war, dann wurde ein Schuldiger gesucht. Und sehr, sehr oft war das die jüdische Gemeinde. Das ist es. Und dieser Antisemitismus, den habe ich als ehemaliger Muslim auch gepflegt und mitgemacht und ich habe ihn jetzt satt. Und ich werde mich hinter dieser israelische Volk stellen, weil ich genau weiß, das ist alles ein Produkt von bösartigen Unterstellungen, von sehr bösartigen Menschen. Und deswegen bin ich dabei und unterstütze das israelische Volk, das jüdische Volk, das Recht auf einen eigenen Staat, weil es nur diese Vorurteile war und diese Stigmatisierung, diese blinden Vorwürfe, diese ungerechtfertigten Vorwürfe gegen den Juden, die den Juden so ein Massaker nach dem anderen beschert hat. von Araber, von den Osmanen und weit, weit, weit zurück. Die Juden haben einen großen Preis dafür bezahlt, dass sie Juden sind. Alles nur wie ein religiöser Märchen. Religion ist das größte Problem. Freunde, hier schreibt Schnecke, schreibt, der ist ein jüdischer Kurde, der lügt. Wenn ich ein jüdischer Kurde wäre, würde ich mit Stolz sagen, dass ich ein jüdischer Kurde bin. Ich würde mich gar nicht verstecken. Ich glaube dir ernsthaft, ich würde mich vor Muslime verstecken und würde sagen, ich bin nur Kurde. Wenn ich Israeli wäre oder ich wäre Jude von Geburt, würde ich das voller Stolz sagen. Aber jeder, der meine Biografie kennt, es gibt Videos von mir, von 2006 auf YouTube, wo ich auf der Al-Quds-Demonstration, auf einer judenfeindlichen Demonstration in Berlin spreche. Wenn ich Jude wäre, was habe ich da 2006 zu suchen gehabt, vor 18 Jahren? Ihr seid solche Schwachköpfe. Ihr könnt einfach nicht ertragen, dass sich ein Kurde für Israel einsetzt, so wie sich viele nicht-jüdische Kurden für Israel einsetzen. Und wenn ich Jude wäre, würde ich das groß an die Glocke hängen. Ich würde mir einen 10 Kilo Davidstern um den Hals hängen, um euch zu ärgern. Aber ich bin es nicht, ihr Trottel. Ja, so ist das Hope. Die verstehen einfach nicht, dass es mir überhaupt nichts ausmacht, wenn ich Jude wäre. Und zu mir sagen die, ich wäre keine Jüdin. Zu mir sagen die, ich wäre keine Jüdin. Natürlich. Sie denken, es ist eine Beleidigung, wenn sie sagen, er ist Jude, als wenn mein Wort dann weniger gilt. Junge, ich würde alles geben, um Jude zu sein. Ja, Ich würde alles geben. Ich würde sofort, ich würde die ganze Kursistan-Geschichte in den Mülleimer schmeißen. Ich würde sagen, ja, mit größter Freude bin ich Jude. Das ist ein kluges, intelligentes Volk. Ihr Trottel, ihr habt 2 Milliarden Muslime und ihr habt 9 Nobelpreisträger rausgeholt aus 2 Milliarden Muslime. Und die Juden, die sind auf der ganzen Welt 15 Millionen und haben 360 Nobelpreisträger hervorgebracht. Also ich würde den Mund nicht zu weit aufmachen, wenn ich zur muslimischen Weltgemeinschaft gehören würde. Das würde mich extrem schämen. 9 Nobelpreisträger. Davon akzeptiert ihr 2 nicht, weil der eine Bahai ist und der andere ist Ahmadiyya. Ja, und den ihr auch noch fertig macht, weil er einen anderen religiösen muslimischen Sektor angehört. Deswegen ist das. Also glaubt ja nicht, ich würde mich schämen, wenn ich Jude wäre. Ich würde, wie gesagt, mir ein 20 Kilo David-Sternum anziehen, um euch zu triggern, damit ihr da wirklich hinter dem Bildschirm explodiert. Das sind solche Schwachkörper. Enorm lächerlich. Also absolut lächerlich. Ja, absolut lächerlich. Es ist doch kein Schimpfwort für mich, wenn ich Jude wäre. Ich weiß, ihr verbreitet das in eurem muslimischen Milieu. Du Jude. Die kommen einfach damit nicht klar. Die kommen damit nicht klar. Das ist nicht mein Problem. Dann sollen sie sich in die Ecke setzen oder die nächste Brücke suchen und davon noch runterspringen. Das ist mir völlig klar. Also das ist doch hier doch gar nicht das Thema. Also nur auf die Reaktion von diesem Knallkopf, der sagt, du bist ein kurdischer Jude. Mit größter Ehre wäre ich das. Vielleicht überlege ich mir auch, zum Judentum zu konvertieren, um euch noch so richtig zu triggern. Und dann feiere ich nur noch das Purim fest. Ich danke dir, dass du da geworden bist. Ich würde sagen, Marvin, willst du noch jetzt kurz was sagen? Weil ich würde dann sonst unternehmen. Nee, sonst vielleicht ein anderes Mal. Gerne, Marvin. Vielen Dank für deine Fragen. Schönen Abend noch. Überlegungen und Gedanken. Recht herzlichen Dank. Gute Nacht. Gute Nacht, Darwin. So, jetzt gucke ich mal. Vielleicht nehmen wir noch einen einzigen hoch, wobei man nie richtig, die haben so komische Namen alle, die sind so komisch und, ja, so komische Sachen hier. Kurdo, mal sehen. Nennt sich vielleicht nach Kurdistan oder Kurde. Hallo, guten Abend oder guten Morgen. Guten Morgen. Ich unterstütze dich gerne. Ich bin auch Kurde und auch Ex-Muslime. Ich verstehe dich ganz, ganz gut. Und ich bin bei dir dabei. Gestern war so einer live. Da waren wahrscheinlich halt Muslime und so weiter. Ich habe nur die Frage gestellt, weil die meinen, diese Kinder, die sterben, die sind unschuldig und so weiter. Ich habe nur eine Vergleichung gemacht. Was ist mit diesen kurdischen Kindern? Die sind auch Muslime, aber die waren ganz böse und die haben gesagt, Kurden interessiert uns nicht. Dann, wenn ich interessiere dich nicht, du interessierst mich auch nicht und ich stehe hinter dir und ich verstehe sie ganz gut. Und ich bin auch Ex-Muslime. Soka, ich habe Moschee, den Koran als Studier, aber irgendwann mal, ich bin aufgewacht. Also, wir werden, von allem als Kurde, ich bin nicht unbedingt so 100% Nationalist, aber wir wurden immer von Muslime angegriffen, umgebracht und ausgenutzt und bis zum Ende. Und wir wurden assimiliert. Wir wurden... Wir haben... Unsere kurdischen Namen mussten wir arabische Namen nehmen, wir mussten arabische Namen nehmen, wir mussten arabische Sprache annehmen und die Kurden im Irak schreiben arabisch, sprechen arabisch. Wir sind richtig assimiliert worden. Der Islam ist nicht nur eine Religion, er ist auch ein Kulturimperialismus. Der ist auch eine kolonialistische Religion. Die verändert unseren Charakter. Und außerdem, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber in den islamischen Texten werden die Kurden als Dschinnen beschrieben. Ja, das weiß ich schon nicht. Ich habe ja Koran und alles studiert. Das weiß ich alles. Wir werden beleidigt in den islamischen Schriften. Wie kann ein Kurde überhaupt zum Islam gehen, wenn in den alten, frühesten Schriften die Kurden so beleidigt werden vom Propheten Mohammed? Ja, es ist auch so. Deswegen stehe ich hinter dir und du hast meine Unterstützung. Vielen Dank, mein Lieber. Ich danke dir recht herzlich. Ich hatte schon gedacht, ich hole jetzt wieder so eine Atombombe hoch. Aber ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich über meine Landsmänner, die den Islam verlassen, weil ich träume von einem Kurdistan ohne Islam. Ja, das wird das. Das ist genau so. Das ist ein Traum. Weil der Islam mischt sich in alles ein. Sogar bis zum Unterhose unserer Frauen. Bis zum Unterhose. Die sagen uns, wie wir uns benehmen. Und wir hand essen mit allem. Und deswegen bin ich total dagegen. Ich auch, absolut. Ich bin gegen die Menschen, wo die ganz normal sind und ihre Religion machen, egal welche Religion und so weiter. Aber zu so einer Religion, wo sich bis zum Unterhose, meine Unterhose und sag mir, wie ich mich benehme, ich bin absolut dagegen. So sieht das aus. Absolut. Und ich bin von Israel. Absolut. Genauso wie ich. Und ich danke dir. Ich hoffe, Sie können mich runterlassen. Ich habe dich lieb. Und mach weiter. So ist das. So ist das. Okay. Gut gedacht. Ja, also ihr seht, es läuft alles wunderbar. Es geht. Unsere Landsleute sind vielleicht doch nicht so verrückt, obwohl ich weiß, dass es so viele fanatische Kurden gibt, die träumen von Saladin Ayuvi und die träumen von einem Kurdenreich unter Islam. Wir haben auch einen kurdischen IS gehabt, der die Jesiden verfolgt hat. Also, ja, natürlich, Mrs. Matrix, meine Landsleute haben mich lieb. Ja, das ist ganz normal, das sagt man bei uns so. Ja, Sheikh Abdur, schön. So, liebe Freunde, ich kann von meinen Moderatoren nicht weiter verlangen, dass sie hier drin sind und weiter nach fünf oder sechs Stunden hier alles unter Kontrolle halten. Das war ein super spannender Stream mit 330.000. Eigentlich hätte ich jetzt schon 690.000 gehabt, wäre ich nicht rausgeflogen. Aber nein, ich hole jetzt keinen mehr hoch und schon gar nicht, wenn du mit so einem solchen Kanackenspruch hier kommst. Ich hole die Leute jetzt nicht mehr hoch. Ich gehe nicht mehr auf irgendwelche Fragen ein. Ich habe tausende Fragen beantwortet. Auf jeden Fall, Leute, bleibt weg vom Islam, unterstützt. Israel fordert die Remigration, Support für AfD und macht sicher, dass dieser Migrantenwahnsinn in dieser Republik aufhört und dass nicht toxische Migrantengruppen aus den islamischen Diktaturen unsere Straßen dominieren und draußen auf den Straßen Schlachtrufe gegen Israel schreien. Morgen, heute sind es die Juden, morgen werden wir es sein. Es gibt bei den Araber einen Spruch, erst töten wir die Samstagsmenschen, dann kommen wir für die Sonntagsmenschen. Das heißt, die Samstagsmenschen sind die Juden und die Sonntagsmenschen sind die Christen. Wacht auf, liebe Freunde. Ich komme aus dem Epizentrum dieser Religion. Ich habe lange genug in dieser Religion gelebt und ich weiß, was die Muslime denken. Und deswegen sitze ich hier mit dieser Triggermütze Ex-Muslim und mit meinem 20-Kilo-David-Stern um den Hals und warne euch vor den Gefahren der muslimischen Zuwanderung. Genau. Vielen herzlichen Dank. Magst du noch so zum Ende noch schnell was sagen? Ja, also Leute, der Islam ist nicht friedlich. Bitte distanziert euch davon. Es ist nicht friedlich. Richtig. Ja, ganz genau. Und damit würde ich den Stream jetzt auch beenden. Ich danke für alle Unterstützer. Vielen Dank für die Likes, für die Spenden, für die Gifts, die reinmarschiert sind. Ich habe vielen Leuten nicht Danke gesagt, aber recht herzlichen Dank für den Support. Und ich werde dann vielleicht wieder mit Löwenherz live gehen und dann werden wir uns weiter mit den Muslimen streiten und herausfinden, was los ist. Danke, Kian. Danke, danke für deine Worte. Ja, gerne. Das war super. Gute Nacht. Hat mich auch sehr gefreut. Gute Nacht und damit beende ich den Livestream. Gute Nacht. Danke. Gute Nacht. Ordnung. Gute Nacht. Vielen Dank.